Dystopia von Patrick Lee Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeier Gelesen von Matthias Lün Erster Teil Iris Fünfzig Sekunden, ehe die Wagenkolonne von den ersten Schüssen getroffen wurde, dachte Paige Campbell über den Untergang Roms nach. Den Untergang der Stadt selbst, nicht des Römischen Reiches. Der Untergang des Reiches hatte sich phasenweise vollzogen, wobei unter Historikern weiter Uneinigkeit darüber herrschte, welches Jahr genau als endgültiger Schlusspunkt des Niedergangs zu betrachten war. Das Datum der Eroberung und Plünderung der Stadt freilich stand außer Frage. Der 24. August 410. Auf die Woche genau, vor 1601 Jahr. Über die näheren Hintergründe und Einzelheiten wusste Paige nichts. Sie hatte zwar einmal Historikerin werden wollen, ehe sie eine ganz andere berufliche Richtung einschlug, aber mit dieser Epoche hatte sie sich nie näher beschäftigt. Nur an das Datum erinnerte sie sich, aus der High School, als europäische Geschichte auf dem Lehrplan gestanden hatte. Nun aber geriet sie darüber ins Grübeln. Fragte sich, ob die Einwohner Roms wenige Monate vor diesem Ereignis wohl eine Vorahnung gehabt haben mochten, dass sie schon bald den Untergang ihrer Stadt würden mit ansehen müssen. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf drehte sie sich auf ihrem Sitz um und beobachtete, wie Washington, D.C. hinter ihnen in der Nacht davonglitt. Sie konnte das Washington Monument und die Kuppel des Kapitols sehen, hell angestrahlt. Die blinkenden Lichter eines Flugzeugs, das soeben vom Reagan National Airport aus startete. Die Scheinwerfer der Autos hinter ihnen und auf den umliegenden Straßen. Beklame Tafeln und Schaufenster und Bogenlaternen, deren Lichtschein nach oben auf die dichte Wolkendecke abstrahlte, die über der Stadt lag. Die Infrastruktur der modernen Welt. Unzerstörbar, mutete sie an, wie für die Ewigkeit gemacht. Page drehte sich wieder nach vorne um. Die Wagenkolonne war auf dem Suitland Parkway unterwegs, in Richtung Osten, zurück zu Andrews Air Force Base, wo sie und die anderen nur wenige Stunden zuvor gelandet waren. Es war sieben Minuten nach Mitternacht. Wie schon bei ihrer Ankunft regnete es vor sich hin, und der Schein der Rücklichter vor ihnen glitzerte auf dem nassen Asphalt. Page saß im letzten Fahrzeug der Kolonne. Neben ihr saß Martin Crawford. Auf der Rückbank hinter ihnen lag der Transportkoffer, mit dem Gegenstand, wegen dem sie nach Washington gereist waren. Die Portalentität, die sie gerade einer einzelnen Person vorgeführt hatten. Er hat bemerkenswert gelassen reagiert, finde ich, sagte Page. Längst nicht so skeptisch, wie ich gedacht hatte. Er hat es mit eigenen Augen gesehen, sagte Crawford. Dürfte schwierig sein, diese Art von Beweis in Abrede zu stellen. Trotzdem, für ihn war das doch etwas ganz Neues. Er hat noch nie zuvor eine Entität gesehen, geschweige denn eine wie diese hier. Er ist der Präsident. Er hat schon vieles gesehen. Page beobachtete die Autos, die auf der Fahrspur neben ihnen dahin glitten, und mit ihren Reifen langgezogene Wasserschwaden vom Asphalt aufwirbelten. Ich hätte erwartet, dass er beunruhigt ist, sagte sie. Ich dachte, nach unserer Vorführung würde er genauso beunruhigt sein wie wir. Vielleicht hat er das nur sehr gut überspielt. Meinen Sie, er kann uns hierbei helfen? Fragte Page. Um das, was da auf uns zukommt, noch irgendwie abzuwenden? Wir wissen doch noch gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen aber, dass es nichts Gutes ist und dass uns nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, ehe es hier eintrifft. Crawford nickte, den Blick nach vorne gerichtet. Mit seinen vierundsiebzig Jahren war er bei Leibe nicht mehr der Jüngste, aber seine Augen waren so klar und hellwach wie eh und je. Jetzt gerade blickten sie seltsam besorgt dran. Page sah nach vorne und erhaschte im Rückspiegel einen Blick auf ihre eigenen Augen. Sie hatte noch keine Fältchen ringsherum. Sie war erst einunddreißig, aber das würde sich bei dieser Art von Tätigkeit wohl bald ändern. Sie wandte sich noch einmal nach dem Transportkoffer mit der Entität um, eben noch zu erkennen im regenverzerrten Licht der nächtlichen Stadt. Sie dachte an ihre Worte gegenüber dem Präsidenten zurück. Diese Entität könnte als Werkzeug für Ermittlungen betrachtet werden, weil sie einem eine einzigartige Sicht auf die Welt ermöglichte und ein Hilfsmittel für die Suche nach Dingen war, die auf anderem Weg nicht ausfindig zu machen waren. Jetzt waren sie bereits unterwegs, um sich auf die Suche zu machen, nach Antworten auf die Fragen, die ihnen seit nicht ganz zwei Tagen Kopfzerbrechen bereiteten. Page dachte an Yuma in Arizona, die erste Station dieser Suche, den ersten Ort, an dem sie die Entität einsetzen würden. Vielleicht würden sie ja schon dort auf die Indizien stoßen, die sie benötigten. Und vielleicht auch nicht. Vielleicht fand sie ich dort gar nichts. Überhaupt an keinem Ort. Page verdrängte den Gedanken mit aller Macht. Sie drehte sich wieder nach vorn und starrte durch die von Regentropfen überperrte Windschutzscheibe. Aus dem Augenwinkel bekam sie mit, wie Crawford sich ihr zuwandte, als wollte er etwas zu ihr sagen, aber dann hielt er unvermittelt inne und lauschte mit schräg gelegtem Kopf einem Geräusch nach. Page hörte es ebenfalls. Irgendwo vor ihnen. Durch die dick verstärkten Fensterscheiben des gepanzerten Geländewagens hörte es sich an wie das Geräusch einer Spielkarte in den Speichen eines Fahrrads. Page wusste es besser. Sie merkte, wie ihr Puls beschleunigte. Sie beugte sich vor, um am Fahrersitz vorbei nach vorne zu schauen, und gleich darauf geschah alles. Der Geländewagen vor ihnen bremste abrupt und versuchte noch auszuweichen. Zu spät. Er prallte gegen die Stoßstange des Fahrzeugs davor und geriet heftig ins Schleudern. Gleich darauf wurde Page vom grellen Licht seiner Scheinwerfer geblendet, während der Fahrer ihres eigenen Wagens das Steuerrad nach links herumriss. Ebenfalls zu spät. Der Aufprall war mit nichts zu vergleichen, was sie jemals erlebt hatte. Als hätte jemand einen Telegrafenmast genommen und ihn wie einen Baseballschläger mit voller Wucht von vorne gegen das Auto geschmettert. Ihr Sicherheitsgurt straffte sich so eng um ihren Oberkörper, dass ihr die Luft aus der Lunge gequetscht wurde und sie kurz Mühe hatte, einzuatmen. Während sie heftig um Atem rang, merkte sie, wie sich die Welt unter ihr verschob. Sie hob den Blick und sah, wie die Sichtlinie draußen vor der Windschutzscheibe in einem unmöglichen Winkel kippte. Fünfundvierzig Grad. Dann noch steiler, bis der Geländewagen vollends aus dem Gleichgewicht geriet und auf dem Dach landete. Die Streben warsten und die Fensterscheiben, obwohl aus Panzerglas, bogen sich durch und lösten sich splitternd aus ihren Rahmen. Schlagartig drangen die Geräusche der Außenwelt herein. Das schwere Knattern einer automatischen Schusswaffe, es konnten noch mehrere sein, erfüllte die Nacht. Irgendein wahrhaft monströses Kaliber, mit Sicherheit kein leichtes Maschinengewehr, nicht mal eins der Sorte, das Patronen vom Kaliber 7,62 Millimeter abfeuerte. Das hörte sich eher nach einem schweren Maschinengewehr wie dem Browning M2 an. Patronen vom Kaliber 52 BMG, so groß wie menschliche Finger, die mit dreifacher Schallgeschwindigkeit heransausten. Page hing kopfüber in dem Sicherheitsgurt, der er nach wie vor die Luft abschnürte. Über das Gewehrfeuer hinweg konnte sie ein weiteres Geräusch hören, dem Prasseln von Regen auf Stahlblech ähnlich, aber um ein Hundertfaches verstärkt. Es war das Geräusch der in die Fahrzeuge einschlagenden Kugeln. Und es wurde lauter. Das nahm sie deutlich wahr. Sie wusste, was das bedeutete. Die Schützen bewegten sich an der Fahrzeugkolonne entlang und nahmen gründlich und methodisch einen Wagen nach dem anderen unter Beschuss. Page! Sie warte den Kopf zur Seite. Crawford lag an der zerbeuten Wagentür. Sein Kopf war seltsam abgeknickt, gegen das Dach unter ihm gepresst. Er schien entschlossen, keine Angst zu haben. Er wusste, was bevorstand. Page versuchte zu erkennen, ob die beiden Männer auf den Vordersitzen bei Bewusstsein waren, unmöglich zu erkennen. Das Fahrzeug war so weit zusammengedrückt worden, dass die Kopflehnen vorne das Dach berührten und zwischen den Sitzen konnte sie nur Dunkelheit sehen. Die Einschläge des MG-Feuers waren inzwischen dicht herangekommen, zerfetzten gerade das Fahrzeug direkt vor ihnen. Page wandte sich wieder Crawford zu. Sie wechselten einen Blick. Das war höchstwahrscheinlich ihr Abschied. Es hat bereits angefangen, sagte er. Was auch immer es ist, es hat angefangen. Und der Präsident ist ein Teil davon. Page nickte. Sie begann zu verstehen. Begleitet von Wut. Genug Wut, um ihre Angst aufzuwiegen. Dann löste sich etwas in ihrer Brust. Ihre Lunge war wieder in der Lage, sich auszudehnen, und sie holte tief Luft. Eine halbe Sekunde darauf schlugen die ersten Kugeln in das Fahrzeug ein. Sie schloss die Augen. Der Lärm war unbeschreiblich. Metall-Schreie, die ihr schier das Trommelfeld zerrissen, kaum zu unterscheiden von menschlichen Schreien, so dass sie nicht zu sagen vermochte, ob sie auch selbst schrie. Inmitten des Trommelfeuers spürte sie, wie Flüssigkeit über sie hinwegströmte. Ihr eigenes Blut. Unwahrscheinlich, entschied sie gleich darauf. Überlebende von Schießereien berichteten, dass sich ihr Blut auf der Haut anfühlte wie warmes Wasser. Diese Flüssigkeit jedoch war kalt. Sie atmete ein weiteres Mal tief ein, nahm den beißenden Geruch von Benzin wahr und begriff. Und dann verstummten die Schüsse. Sie war noch am Leben. Sie öffnete in der plötzlichen Stille die Augen. Das Benzin tröpfelte überall um sie herum nach unten, sammelte sich in Lachen in den Vertiefungen des zerbeulten Fahrzeugdachs. Sie sah Crawford an. Crawford war tot. Seine Augen waren weit geöffnet und starrten sie an. Aber er war tot. Ein Schuss hatte ihn in der Brust getroffen. Es sah aus, als hätte irgendein riesiges Tier ihm mit einem Biss den halben Brustkorb mitsamt einem Lungenflügel und einem großen Teil seines Herzens herausgerissen. Durch die Öffnung neben Crawford, dort, wo sich das Fensterglas befunden hatte, hörte sie Stimmen, die einander etwas zuriefen. Dann den Knall einer Pistole. Einer 45er möglicherweise. Noch mehr Stimmen. Sie kamen näher. So wie sie lag, war ihr Blickwinkel denkbar eingeschränkt. Das Einzige, was sie draußen vor dem Fenster sehen konnte, war ein kleines Stück Straßenasphalt. Sie ertastete das Gurtschloss, drückte den Knopf und landete mit einem schweren Plumps auf der Unterseite des Daches. Nun befand sie sich auf einer Höhe mit dem Fenster, konnte hinausspähen, die ganze demolierte Wagenkolonne entlang. Türen hingen halboffen in den Scharnieren. Aus einer ragte ein Arm, an dem Blut hinabbrann und von den Fingern tropfte. Die Schützen kamen Fahrzeug für Fahrzeug näher, nahmen jedes einzelne aufmerksam in Augenschein. Sie sah einen Mann mit einer Pistole und einen mit einem PDA, von dessen Display weißes Licht auf sein Gesicht fiel. Die beiden bewegten sich von dem ersten zum zweiten Fahrzeug, wo sie stehen blieben und einen Insassen auf der Beifahrerseite musterten. Der Mann mit dem PDA drückte eine Reihe von Tasten, wobei das Licht aus seinem Gesicht durch eine Folge von Abstufungen flackerte. Vermutlich, schloss Paige, weil er gerade einige Fotos durchging. Ein Hüter? fragte der Mann mit der Pistole. Der andere Mann ging noch ein halbes Dutzend weiterer Fotos durch, sah dann hoch und schüttelte den Kopf. Bloß ein Sicherheitstyp. Der Schütze richtete seine Pistole in das Türfenster und gab einen Schuss ab. Dann setzte er mit dem anderen zusammen die Überprüfung der übrigen Fahrzeuginsassen fort. Paige merkte, wie ihr Atem immer schneller ging. Nicht mehr lange, dann würde sie in den beißenden Benzinschwaden wahrscheinlich ohnmächtig. Die Killer machten in dem zweiten Geländewagen noch einen Überlebenden ausfindig, entschieden, dass er ebenfalls unwichtig war, und knallten ihn ab. Paige drehte sich auf den Bauch, stemmte sich auf den Ellbogen hoch und sah sich im Wagen um. Das Fenster auf der anderen Seite, das den Blicken der Schützen entzogen war, die einzige Richtung, in die sie ungesehen ins Freie hätte kriechen und weglaufen können, war zu einer Höhe von nur noch etwa zehn Zentimetern zusammengequetscht. Dort führte kein Weg hindurch. Ein Entkommen durch die Windschutzscheibe war ebenfalls ausgeschlossen, weil sie dort von den Killern sofort gesehen würde. Und weil die Rückenlehne der mittleren Sitzbank, auf der sie gesessen hatte, nunmehr beinahe bis ans Dach reichte, war ihr auch der Weg zur Heckscheibe versperrt. Die zwischen Lehne und Dach verbliebene Lücke mochte höchstens zweieinhalb Zentimeter messen. Die Entität. Wenn sie an die herangelangte, könnte sie vielleicht doch noch entkommen. Um das Ding zu benutzen, würde sie Platz benötigen, mindestens drei Meter. Sie müsste also notgedrungen durch die Windschutzscheibe kriechen, direkt ins Blickfeld der beiden Männer. Dann aber würde sie nur wenige Sekunden benötigen, um die Entität einzuschalten, und wenn alles glatt lief, wäre sie längst fort, ehe die beiden sie erwischen konnten. Sie schot den Arm durch die Lücke zwischen Rückenlehne und Dach. Die Polsterung gab ein wenig nach, wie auch das weiche Gewebe ihres Arms, aber trotzdem vermochte sie ihn nicht weiter, als knapp 30 Zentimeter hindurch zu zwängen. Sie bewegte den Arm nach links und rechts, tastete mit weit ausgestreckten Fingern umher. Vergeblich. Womöglich befand sich der Koffer nur ein, zwei Zentimeter außerhalb ihrer Reichweite, aber das genügte schon. Sie schwenkte den Arm ein weiteres Mal umher. Nichts. Inzwischen standen ihr Tränen in den Augen, nur wegen der Benzinschwaden, wie sie sich einzureden versuchte. Der nächste Pistolen schoss. Noch näher inzwischen. Sie warf einen Blick nach draußen. Die Killer befanden sich am dritten Fahrzeug. Wie viel Zeit hatte sie noch, ehe sie entdeckt wurde? Vielleicht 30 Sekunden? Eine letzte Möglichkeit blieb ihr noch. Ob die Zeit dazu noch reichte, war mehr als zweifelhaft. Einen Versuch aber war es wert. Was hatte sie schon zu verlieren? Sie zog ihren Arm wieder aus der Lücke zurück, drehte sich auf die Seite und nahm ihr Handy aus der Hosentasche. Sie schaltete es an und navigierte zur Makro-Liste. Border Town war nicht durch einfache Schnellwahl zu erreichen. Man musste anrufen und dann einen Code eingeben, gefolgt von der Nummer, einer Nebenstelle und einem weiteren Code. Ein Makro konnte das alles innerhalb etwa einer Sekunde erledigen. Sie fand die Nummer und wählte sie. Sie wartete. Es läutete. Sei da, flüsterte sie. Sie sah zu den Schützen hinüber, die gerade ein weiteres Opfer in dem dritten Fahrzeug überprüften. Anscheinend waren sie sich nicht einig, ob die Person noch lebte oder tot war. Der Mann mit dem PDA ging trotzdem die Fotos durch. Wieder läutete es am anderen Ende. Und noch einmal. Der Mann mit dem PDA stoppte bei einem Foto, nickte seinem Partner zu. Dann griffen sie ins Fahrzeuginnere, um das Opfer herauszuzerren. Beim vierten Klingeln wurde endlich abgehoben. Paige fing sofort an zu reden, ehe sich die Person am anderen Ende auch nur vollständig hatte melden können. Sie sprach hastig. Inständig hoffte sie, dass ihr Redeschwall auch nur halbwegs Sinn ergab. Um alles zu schildern, war schlicht keine Zeit. Dazu hätte auch keine Minute ausgereicht. Und so viel Zeit hatte sie nicht einmal annähernd. Also versuchte sie, die richtigen Prioritäten zu setzen, um bloß nichts Wichtiges auszulassen. Doch irgendetwas ließ sie aus. Irgendetwas Wichtiges, da spürte sie, kam aber nicht drauf was. Verdammt, was noch? flüsterte sie. Sie sah, wie sich die Killer jetzt nach ihr umdrehten. Offenbar hatten sie ihre Stimme gehört. Gleich darauf kamen sie auf sie zugerannt. Ihre Schritte klatschten über den nassen Asphalt. Verdammt, was hatte sie noch vergessen? Die Person am anderen Ende nutzte die kurze Unterbrechung, um zu fragen, ob bei ihr alles in Ordnung sei. Da fiel es ihr ein. Sie kleidete es in die denkbar schlichteste Form und schrie es ins Telefon. Und da spürte sie auch schon, wie Hände durch das Fenster nach ihr griffen, sie an den Waden packten und aus dem Fahrzeug zogen. Sie umfasste das Handy mit beiden Händen und brach es in zwei, hörte, wie die Platinen im Inneren zerknackten wie trockene Salzkräcker. Dann lag sie auch schon draußen auf dem Asphalt, wurde herumgedreht und mit vorgehaltener Pistole zu Boden gedrückt. Erneut huschte dem Killer der rasch wechselnde Lichtschein der Fotofolge auf dem PDA übers Gesicht. Sie sahen den beiden vorbei und zu dem Körper hinüber, den sie aus dem dritten Geländewagen gezerrt hatten. Jetzt begriff sie, warum sie ihn achtlos liegen gelassen hatten. Eins der Beine war durch einen Schuss knapp über dem Knie nahezu abgetrennt worden, hing nur noch an etwas Haut- und Muskelfetzen. Aus der aufgerissenen Oberschenkelarterie war bereits eine große Lache Blut auf den Asphalt gepumpt worden. Jetzt sickerte nur noch wenig heraus, weil in dem Körper kaum noch Blut war. Der Killer ging weiter seine Fotos durch. Paige hörte die Geräusche anderer Männer irgendwo hinter ihr, am hinteren Ende ihres Fahrzeugs, hörte, wie sie dort mit dem Fuß die Glassplitter beiseite kehrten, niederknieten und leise vor sich hin fluchend im Inneren herumkramten. Dann ein unverkennbares Kratzen und Scharren, als sie den Kunststoffkoffer mit der Entität über den Asphalt ins Freie zerrten. Als nächstes war zu hören, wie sie mit dem Koffer davonspurteten, zurück in die Richtung, wo als erstes geschossen worden war. Das Flackern des PDA über ihr hörte auf. Der Mann, der ihn bediente, blickte auf das Display, dann auf sie, dann wieder auf das Display. Hüterin? Oh, ja. Travis Chase verbrachte seine Arbeitspause allein auf Laderampe 4. Er saß am Rand der Rampe und ließ die Füße baumeln. Über den Parkplatz kam nächtlicher Nebel gezogen, der intensiv nach Auspuffgasen, nassem Asphalt und Fastfood roch. Hinter der schmalen Böschung am Rand des Parkplatzes rauschte in sporadisch aufbrandenden Wellen der Verkehr auf der I-285 vorüber. Jenseits der Interstate erstreckte sich Atlanta, breit und diffus beschienen von orange-braunem Natriumlicht. Um diese Zeit, zwei Uhr früh, summte die Stadt nur verhalten vor sich hin, im Leerlauf gleichsam. In der Lagerhalle hinter Travis herrschte Stille. Nur aus dem Pausenraum am südlichen Ende der Halle drangen Geräusche herüber, leise Stimmen, das Öffnen und Schließen des Mikrowellenofens, hin und wieder das Scharren von Stuhlbeinen. Diesen Raum suchte Travis in der Regel nur auf, um seinen Imbiss im Kühlschrank zu verstauen und in der Pause wieder herauszunehmen. Am Rand des Parkplatzes bewegte sich etwas, dunkel und tief geduckt, nahezu flach am Boden. Eine Katze auf der Jagd. Sie pirschte meterweise vorwärts, hielt immer wieder kurz inne und schoss dann blitzschnell zum Fuß eines Müllcontainers. Travis vernahm ein Piepsen, gefolgt von gedämpften Kampfgetümmel, der leise Aufprall weicher, kleiner Gliedmaßen gegen Stahl. Dann wieder still, bis auf das Auf- und Abbranden des Verkehrs auf der Autobahn. Travis beendete seine Mahlzeit, knüllte die braune Papiertüte zusammen und warf sie in die Mülltonne neben der Abfallpresse. Er rückte herum, zog die Beine hoch und streckte sie am Rand der Rampe aus, lehnte sich mit dem Rücken an den mit Beton gefüllten Stahlmast neben dem Hallentor und schloss die Augen. In manchen Nächten döste er in dieser Haltung einige Minuten vor sich hin, doch meistens reicht es ihm voll auf, nur ein wenig zu entspannen, sich ein Weilchen aus allem auszuklinken und an nichts zu denken, sich an nichts zu erinnern. Seine Schicht endete um halb fünf. In dieser letzten Stunde der Augustnacht waren die Straßen noch wie leergefegt. Ehe er zu seiner Wohnung hochstieg, nahm er die Post aus dem Briefkasten. Zwei Werbebriefe für Kreditkarten, eine Gasrechnung und eine Supermarktwerbung, alles adressiert an Rob Pullman. Er stutzte nicht mehr, wenn er ihn las. Der Name gehörte längst ebenso zu ihm wie die Anschrift. Travis Chase war er schon seit über zwei Jahren nicht mehr genannt worden, weder mündlich noch schriftlich. In dieser Zeit hatte er seinen Namen bloß einmal gesehen, nicht auf Papier geschrieben, in Stein gemeißelt. Eines Dienstags, vor anderthalb Jahren, war er ins Auto gestiegen und vierzehn Stunden lang bis nach Minneapolis gefahren, das er, ganz wie geplant, mitten in der Nacht erreichte und hatte an seinem eigenen Grab gestanden. Der Grabstein war aufwendiger ausgefallen als erwartet. Eine große Marmortafel auf einem Sockel, gut einen Meter zwanzig hoch. Unter seinen Namen und die Lebensdaten war ein Bibelfers eingemeißelt. Matthäus 5, Vers 6. Was für Unsummen mochte sein Bruder dafür ausgegeben haben. Nachdem er fünf Minuten wie gelähmt davor gestanden hatte, verließ er den Friedhof wieder. Eine Stunde später fuhr er von der Autobahn auf einen Rastplatz und weinte wie ein Kind. Seither hatte er kaum je einen Gedanken, an was alles verschwendet. Er stieg die Treppe zu seiner Wohnung hinauf, warf die Post auf den Tresen in der Küche. Er machte sich ein belegtes Sandwich, nahm eine Cola Light aus dem Kühlschrank und vertilgte diesen Imbiss im Stehen an der Spüche. Zehn Minuten später lag er im Bett und starrte im Dunkel zur Decke empor. Sein Schlafzimmer hatte Fenster an zwei Wänden, die er beide geöffnet hatte, damit die drückend warme Luft zumindest in Bewegung war. Die Wohnung hatte keine Klimaanlage. Er schloss die Augen, horchte auf die nächtlichen Geräusche der Stadt, die mit der schwülen Brise hereindrangen, und merkte, wie ihn langsam der Schlaf übermannte. Er war schon beinahe eingeschlafen, als er hörte, wie ein Wagen an der Zufahrt zum Grundstück seine Fahrt verlangsamte. Durch die Augenlider nahm er wahr, wie Scheinwerferkegel über seine Zimmerdecke wanderten. Vor dem Haus machte der Wagen Halt und blieb mit laufendem Motor stehen. Er hörte, wie eine der Autotüren geöffnet wurde, und dann kamen leichtfüßige Schritte über den Gehweg auf die Haustür zugelaufen. Dann schellte es bei ihm. Er schlug die Augen auf. Er wusste genau, wer das war. Der Nachbar in der Wohnung ein paar Türen weiter hatte eine Ex-Freundin, die mit Vorliebe betrunken in der Nacht ihr aufkreuzte, um ihn zu einer weiteren Aussprache zu nötigen. Beim letzten Mal, vor drei Wochen, hatte sich der Typ taub gestellt und sie zu ignorieren versucht, worauf sie so lange auf jeden einzelnen Klingelknopf neben der Haustür gedrückt hatte, bis sich jemand erbarmte und sie hereinließ, sodass sie nach oben kommen und direkt an die Wohnungstür ihres Ex hämmern konnte. Nachdem es einmal so gut geklappt hatte, versuchte sie es diesmal offenbar von vornherein mit dieser Taktik. Einfach reizend. Es schellte ein weiteres Mal. Travis schloss die Augen und hoffte, dass es bald aufhörte. Beim dritten Klingeln fiel ihm etwas auf. Außer bei ihm wurde bei niemandem sonst im Haus geschellt. Das hätte er sofort gehört. Das Geräusch der Türklingel war ein tiefer Summton, der durch sämtliche Wände drang. Beim letzten Mal hatte er das deutlich hören können. Jemand da draußen klingelte ausschließlich bei ihm. Er schob das Laken weg und stand auf, ging ans Fenster und drückte das Gesicht ans Fliegengitter, um einen Blick nach unten zur Haustür zu werfen. Dort stand ein Mädchen. Nicht die Ex des Nachbarn und auch keine Betrunkenen. Sie stand auf dem Gehweg, nur wenige Meter vom Haus entfernt, war nach dem Leuten offenbar ein paar Schritte zurückgetreten, um zu seinem offenen Schlafzimmerfenster hochzustarren und zuckte sichtlich zusammen, als sie ihn jetzt dort erblickte. Sie wirkte ungeheuer nervös. Das Auto, das mit laufendem Motor zehn Meter hinter ihr stand, war ein Taxi. Wie alt mochte sie sein? So um die zwanzig. Vielleicht auch jünger. Schwer zu sagen. Sie hatte hellbraunes, schulterlanges Haar, große Augen hinter einer Brille, die ungefähr ein Viertel ihres Gesichts verdeckte. Das Modell war entweder seit fünf Jahren aus der Mode oder seiner Zeit um fünf Jahre voraus. Travis hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie jedoch hatte ihn wohl schon mal gesehen und sah es nur auf einem Foto. Daran ließ ihr Gesichtsausdruck keinen Zweifel. Sie erkannte ihn, sogar im spärlichen Licht der Laterne auf dem Parkplatz. Sie trat von dem Gehweg auf den Rasen, kam drei Schritte auf sein Fenster zu, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen. Sie blieb stehen und schaute weiter zu ihm hoch. Dann sagte sie, Travis? Während er sich ein T-Shirt überstreifte und eine Jeans anzog, ging er im Kopf alle in Frage kommenden Erklärungen durch. Viele gab es nicht. Er dachte daran zurück, wie Paige im Sommer vor zwei Jahren die Identität Rob Pullman für ihn erschaffen hatte. Er hatte zugesehen, wie sie den Namen in sämtliche Datenbanken einspeiste, auf die es ankam. Auf Bundesebene, Landesebene, kommunaler Ebene. Rückwirkend. Für volle vier Jahrzehnte. Danach hatte sie alle digitalen Fußspuren gelöscht, die sie dabei hinterlassen hatte, und die Informationen sogar von ihrem eigenen Computer in Bordertown restlos entfernt. Kein einziger Datensatz blieb übrig, nichts Ausgedrucktes. Seinen neuen Namen mit seinem alten in Verbindung zu bringen, war ebenso unmöglich, wie der Versuch, aus einer Schale Wasser eine Eisskulptur zu rekonstruieren. Paige war die Einzige, die dieses Mädchen bei ihm vorbeigeschickt haben konnte. Travis zog die Wohnungstür hinter sich zu und lief ins Erdgeschoss, wo ihn das Mädchen draußen vor der Glastür erwartete. Das Taxi hatte sie bereits fortgeschickt. Travis stieß die Tür auf und trat in die Nacht hinaus. »Was ist los?« fragte er. »Worum geht es?« Nun, wo er ihr gegenüberstand, trat ihre Nervosität noch deutlicher zutage. Sie nestelte am Riemen eines Rucksacks herum, den sie um die Schulter gehängt hatte. Bei seinem Anblick schien sie kurz zu erschrecken, machte den Eindruck, als wäre sie am liebsten zurückgewichen, beherrschte sich aber wieder. »Sie fahren«, sagte sie. »Dann erkläre ich Ihnen alles.« Auf die I-285, zum Harzfield-Jackson-Flughafen. Travis bog an der Parkplatz-Ausfahrt rechts ab. Das Mädchen schien weiterreden zu wollen, aber da klingelte ihr Handy. Sie rutschte auf dem Sitz herum und zog es aus der Hosentasche, drückte auf den Lautsprecherknopf und legte es dann auf ihren Rucksack, den sie jetzt auf dem Schoß liegen hatte. »Hallo? Miss Renee Turner?« fragte eine Männerstimme. »Ja.« »Hi, hier Richard von Falconjet. Ich wollte Ihnen bloß Bescheid geben, dass Ihr Flugzeug wieder aufgetankt ist und jederzeit für Sie bereitsteht. Die Flugzeit nach Washington zum Dallas International wird eine Stunde und 15 Minuten betragen. Hat Ihr Gast irgendeinen besonderen Getränkewunsch?« Das Mädchen warf Travis einen Blick zu. Er zuckte die Achseln. »Die Getränke an Bord genügen voll auf«, sagte sie. »Wir werden bald bei Ihnen sein.« »Gut. Prima.« Sie beendete das Telefonat und legte das Handy auf die Mittelkonsole. Sie wirkte noch immer nervös. Sie umschloss den Rucksack und drückte ihn an sich. Er sackte platt in sich zusammen. Viel konnte sich nicht darin befinden. »René«, sagte Travis, »freut mich, Sie kennenzulernen.« Kurz wirkte sie verwirrt. »Oh, Entschuldigung, nein, ich bin Bethany. Bethany Stewart.« Sie streckte ihm eine winzige Hand entgegen. Travis schüttelte sie. »René ist nur eine Tarnung«, erklärte sie. »Die gibt es in Wirklichkeit gar nicht.« »Für jemanden, den es nicht gibt, hört sie sich aber ziemlich wohlhabend an.« »Bei Gelegenheit erzähle ich Ihnen mehr über Sie.« Er hat verstanden. »Ich gehöre zu Tangent.« »Wie Sie wohl schon erraten haben dürften.« Travis nickte. »Ich hätte ja im Voraus angerufen«, sagte sie, »aber ich hatte die Befürchtung, dass Sie nach den ersten fünf Worten auflegen würden und dann längst über alle Berge wären, wenn ich bei Ihnen auftauchte.« »Warum hat Paige denn nicht angerufen?« »Sie weiß doch, dass ich bei ihr nie auflegen würde.« Bethany antwortete erst nach kurzem Schweigen. »Page ist der Grund, warum ich hier bin. Sie hatte nur wenig Zeit, deshalb hat sie nur mich angerufen. Selbst dafür war ihre Zeit fast zu knapp.« Travis wartete, dass sie weiterredete, doch sie nahm stattdessen ihr Handy von der Konsole, schaltete das Display an und rief etwas auf, das aussah wie ein Datenverzeichnis. »Dieses Telefon zeichnet jeden Anruf automatisch auf«, erklärte sie, wählte eine Datei auf dem Display aus und aktivierte sie. Eine Tonaufzeichnung begann zu spielen. Travis hörte zunächst Bethanys Stimme. Sie wollte eben Hallo sagen, als Paige auch schon losredete. Sehr hastig und wie in Panik. Hörbar hyperventilierend. »Bethany, geh zu meiner Wohnung. Der Türcode lautet 48481. Öffne den Tresor an der Rückwand des Kleiderschranks, Sternchen 7833. Der Gegenstand darin ist eine der Entitäten, die ich gerade teste, identisch mit dem Objekt, mit dem ich nach Washington geflogen bin. Nimm ihn an dich und verlasse umgehend Border Town. Sag niemandem irgendwas. Begib dich an einen sicheren Ort und benutze ihn dann. Seinen Zweck findest du sofort heraus und auch, was du tun musst. Egal, was du dabei herausfindest, bring es selbst an die Öffentlichkeit. Schlag richtig Lärm. Wende dich nicht an irgendwelche Behörden. Nicht an den Präsidenten. An überhaupt niemanden. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an Travis Chase in Atlanta. 317 Fenlow, Apartment 5. Der Name lautet Rob Pullman. Gott, verdammt, was noch? Paige hielt inne, holte Tiefluft. Dann ein weiterer Atemzug. Im Hintergrund hörte Travis ein Geräusch. Eilige Schritte auf nassem Asphalt. Auf der Aufnahme war wieder Bethany Stimme zu hören. Was ist los? Wo steckst du? Da fiel Paige erneut ins Wort und schrie. Du kannst ihn mit hinübernehmen und trotzdem zurückkommen. Du kannst ihn mit hinübernehmen. Beim letzten Wort veränderte sich etwas. Sie stieß heftig die Luft aus, als wäre ihr Körper auf einmal bewegt worden. Dann endete die Aufzeichnung unvermittelt, als hätte sie ihr Handy abgeschaltet. Travis jedoch sah spontan eine weit drastischere Maßnahme vor sich. Zu seiner Rechten tauchte die Auffahrt auf, die I-285 auf, und er bog ab, viel zu schnell, weil er zu abgelenkt war, um sich aufs Fahren zu konzentrieren. Er sah Bethany an, wartete, dass sie ihm erklärte, was genau er da gerade gehört hatte. Sie kehrte zu dem Verzeichnis auf ihrem Display zurück und navigierte zu einer anderen Datei. Ihr Symbol war ein Stück Filmband. In Video also. Als Paige mich angerufen hat, war es neun Minuten nach Mitternacht, Ostküstenzeit, sagte sie, und etwa eine Stunde später habe ich das hier von CNN aufgezeichnet, als ich bereits auf dem Weg hierher zu ihnen war. Sie aktivierte die Datei per Doppelklick und reichte das Handy dann Travis. Er lehnte es vor sich gegen das Lenkrad, und da begann auch schon das Video. Aufnahmen von einem Hubschrauber aus. Eine Kolonne übel demolierter Fahrzeuge, die brennend auf der Straße standen. Vier Geländewagen, ineinander geschoben, wie entgleiste Zugwaggons. Der letzte Wagen hatte sich überschlagen und war auf dem Dach gelandet. Am unteren Bildrand die Einblendung »Überfall auf Fahrzeugkolonne in Washington, D.C.«, Die Kamera zoomte eins der Fahrzeuge heran, und Travis sah Schäden, die unmöglich auf die Flammen zurückzuführen waren. Große Löcher in der Karosserie, hervorgerufen durch massiven Beschuss, keine Frage. Sogar einige der stabilen Verstrebungen waren durchschlagen worden. Mit aus nächster Nähe abgefeuerten Flintenlaufgeschossen war das vielleicht zu bewerkstelligen, was aber bei der Vielzahl der Löcher nicht in Betracht kam. Jemand hatte die Kolonne mit einer schweren automatischen Waffe unter Beschuss genommen, mit einem MG, Kaliber 50 BMG vermutlich. Richtig schweres Gerät. Und das nur wenige Meilen vom Weißen Haus entfernt, in dem der Präsident und seine Familie friedlich schlummerten. »Ich habe die Berichterstattung einige Stunden lang verfolgt,« sagte Bethany. »Den ganzen Flug über, bis zur Landung hier in Atlanta. Bei den Opfern in der Kolonne, so heißt es, hätte es sich um einen CIA-Beamten der mittleren Führungsebene mit seinem Stab gehandelt und dass die Namen deshalb nicht veröffentlicht werden dürfen. Dann haben sie auch die genaue Tatzeit gemeldet, ein paar Minuten nach Mitternacht. Die Uhrzeiten stimmen also überein. Und auch der Ort passt. Genau dort dürften sich Paige und die anderen nach ihrem Treffen befunden haben, unterwegs vom Weißen Haus zu Andrews. Sie verstummte abrupt und sah ihn an. »Entschuldigung, ich rede und rede. Dabei kennen Sie ja die Zusammenhänge gar nicht. Vermutlich verstehen Sie gerade nur Bahnhof. Halb so wild. Erzählen Sie einfach schön der Reihe nach. Fangen Sie am Anfang an. Und erzählen Sie mir alles, was Sie wissen.« Sie gab einen Laut irgendwo zwischen einem Seufzen und einem nervösen Lachen von sich. Teils vor Müdigkeit, teils vor innerer Angespanntheit. »Was ich weiß, ist ziemlich schnell erzählt«, sagte sie. Bethany zog den Reißverschluss an ihrem Rucksack auf und öffnete ihn. Sogleich drang ein Schwall trockener Hitze heraus, als hätte sie einen Mikrowellenherd geöffnet. Im Schein der vorbeihuschenden Straßenlaternen gewann Travis einen ersten Eindruck von dem Gegenstand, der sich als einziges in dem Rucksack befand. Ein dunkler Metallzylinder. Etwa so groß wie ein Nudelholz, ohne Griffe. Seitlich befanden sich drei untereinander angeordnete Knöpfe oder Tasten, in die Symbole eingekehrt waren. Eine Art Hieroglyphen. Aber wohl kaum menschlichen Ursprungs, überlegte Travis. Neben die Tasten waren von Hand beschriftete Schildchen geklebt worden, auf denen zu lesen stand »An«, »Aus«, »Aus«, in Klammern »Trennen« bzw. »Verzögern«, »Strich 93 Sekunden.« »Das ist die Entität, von der Paige gesprochen hat«, sagte Bethany, »die sie im Tresor in ihrem Kleiderschrank verborgen hatte. Es gibt noch einen identischen Zwilling, den sie nach Washington mitgenommen hatte. Die beiden kamen zusammen aus dem Portal, wie zwei Handapparate eines drahtlosen Telefons.« Sie nahmen die Entität aus dem Rucksack. Besonderlich schwer schien sie nicht zu sein, so wie sie sie hielt. »Was auch gerade vorgehen mag«, sagte sie, »es dürfte sich alles um diese beiden Entitäten drehen.« »Was tun Sie genau?«, fragte Travis. »Ich habe keine Ahnung.« »Aha.« »Das wissen nur die vier obersten Führungskräfte von Tangent, zu denen auch Paige gehört. Die Gruppe, die nach Washington gereist ist, bestand aus diesen vier Personen. Sie waren die einzigen, die diese Entitäten experimentell untersucht haben, um ihre Funktion herauszufinden. Mit dieser Arbeit haben sie vergangenen Montag angefangen, vor nicht ganz drei Tagen. Paige und die anderen haben die Experimente hinter verschlossenen Labortüren durchgeführt und all ihre Aufzeichnungen und Videodokumentationen auf sicheren Servern abgespeichert. Sie hatten wohl von Anfang an eine Ahnung von der besonderen Bedeutung dieser Entitäten. »Ist das normal?«, fragte Travis. »Solche Geheimhaltung innerhalb von Tangent selbst?« An solche Praktiken konnte er sich nicht erinnern. Aber allzu lange hatte er sich ja in Bordertown auch nicht aufgehalten. Mit Tangent und mit Paige war er damals vor zwei Jahren nur knapp eine Woche lang in Berührung gekommen. Aus freien Stücken hätte er Bordertown nicht verlassen. Aber am Ende hatte er etwas erfahren, wodurch ein Bleiben für ihn undenkbar wurde. Was er erfahren hatte, hatte er für sich behalten. »Das ist nur eine vorübergehende Maßnahme,« sagte Bethany. »Page widerstrebt diese Geheimhaltung eigentlich, aber sie und die anderen an der Spitze halten sie vorläufig für unumgänglich, weil die Belegschaft in Bordertown aus so vielen neuen Leuten besteht. In den letzten beiden Jahren musste der Mitarbeiterstab nahezu vollständig neu aufgebaut werden.« Sie warf ihm einen Blick zu. »Wie Ihnen ja wohl bekannt sein dürfte.« »Travis nickte.« »Hm, das ist mir bekannt.« Tja, das hat sich leider auf die Einstellungspraxis ausgewirkt. Früher hat Tangent jeden Kandidaten monatelang auf Herz und Nieren geprüft. Aber diesen Luxus konnte man sich in letzter Zeit schlicht nicht erlauben. Es wurden auf die Schnelle so viele neue Mitarbeiter benötigt, dass der Prozess bei den meisten stark abgekürzt werden musste. Bis mit allen dieselbe Vertrauensbasis hergestellt ist wie bei den früheren Mitarbeitern, dauert es eben noch etwas. Paige entschuldigt sich pausenlos dafür, aber es haben eigentlich alle Verständnis für diese Vorsicht, weil die Gefahr eines neuen Aaron Pilgrim allen wohlbewusst ist. Wenn also eine neuartige Entität mit unbekanntem Potenzial auftaucht, dürfen sich in der Regel nur die obersten Spitzenkräfte damit beschäftigen, so wie im Fall dieser beiden Entitäten. Sie schob den Zylinder wieder halb in den Rucksack auf ihrem Schoß zurück. Also am Montag fing sie an. Die Laborversuche. Ich weiß, dass Paige und die anderen zunächst eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt haben, denn sie haben Testorganismen ins Labor mitgenommen. Fruchtfliegen. Fadenwürmer. Ein halbes Dutzend Mäuse. Die Entitäten haben sich in dieser Hinsicht wohl als unbedenklich erwiesen, denn am Abend haben sie die Tiere alle wieder unversehrt in ihre Behälter zurückgebracht. Am Dienstagmorgen, dann haben sie ihre Experimente mit den beiden Entitäten oben in der Wüste fortgesetzt. Und zwar sehr lange. Den ganzen Tag und die ganze Nacht sind sie da oben geblieben. Keine Ahnung, ob sie überhaupt geschlafen haben. Wenn, dann höchstens auf der Erde im Freien. Sie sind immer wieder nach unten gekommen, einzeln oder zu zweit, um Kommunikationsgerätschaften zu holen und mit nach oben zu nehmen. Langwellen Funkgeräte für alle möglichen Frequenzen. Auch große Satellitenschüsseln zum Senden und Empfangen, mitsamt den Werkzeugen, um sie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen zu können. Zu welchem Zweck, weiß ich nicht. Am frühen Mittwochmorgen, dann, vor nicht ganz 24 Stunden, sind sie mit den Gerätschaften und den Entitäten wieder nach unten gekommen und haben uns erklärt, dass sie eine Zeit lang fortmüssten. Ein paar Wochen vielleicht. Vielleicht auch länger. Eine Art Forschungsreise mit den Entitäten, um sie irgendwie einzusetzen. Mehr wollten sie nicht verraten. Bloß, dass sie als erstes nach Washington D.C. reisen würden. Zu welchem Zweck? Um den Präsidenten zu einer Besprechung aufzusuchen. Haben sie auch gesagt, warum? Nicht direkt. Meinem Eindruck nach wollten sie seine Hilfe für ihr Vorhaben, als wäre eine Unterredung mit ihnen der logische erste Schritt bei dem Ganzen. Am Telefon hat Page ihnen eingeschärft, den Präsidenten nicht zu vertrauen, sagte Travis. Bethany nickte. Aus irgendeinem Grund hat sie ihn mit anderen Augen gesehen. Sie verstummte kurz und starrte nach vorn in das Dunkel über der Fahrbahn. Es kommt mir vor, als hätte der Präsident den Überfall auf die Fahrzeugkolonne veranlasst. Irgendwie kommt nur er dafür in Frage. Travis rief sich noch einmal die Schäden an den Autos vor Augen. Die Art schweres Maschinengewehr, die so etwas ausrichten konnte, musste auf einem Dreibein aufgebockt werden. Und das nahm eine gewisse Zeit in Anspruch. Ein paar Minuten wenigstens. Man konnte ein MG in einem Lieferwagen feuerbereit machen, aber dann konnte man nur von der Stelle aus feuern, an der man parkte und war wesentlich weniger beweglich, wenn die Schießerei erst mal anfing. Nein, man müsste sich vorab an der genau richtigen Stelle postieren. Und dazu müsste man die exakte Route und den Zeitplan der Ziele kennen. Über diese Information dürften nur der Präsident und ein paar seiner Mitarbeiter verfügt haben. Travis dachte an Präsident Garner, mit dem er seinerzeit einmal kurz telefoniert hatte. Garner hatte, ganz wie seine fünf Amtsvorgänger, engen Kontakt zu Tangent unterhalten, ohne die Organisation in ihrer Autonomie je einzuschränken. Aber Garner war nicht länger Präsident. Er hatte vor zwei Jahren seinen Rücktritt erklärt, nach dem Tod seiner Gattin, die nach offiziellen Angaben einem Herzleiden erlegen war. Sein Nachfolger, Walter Curry, hatte die Politik seines Vorgängers buchstabengetreu fortgesetzt und bereits deutlich gemacht, dass er keinerlei Ambitionen hegte, sich 2012 einer Wiederwahl zu stellen. Curry war seit über 20 Jahren mit Garner befreundet. Bei der Rede, die er auf der Beerdigung der First Lady hielt, hatte er zweimal innehalten müssen, um gegen die Tränen anzukämpfen. Ein guter, anständiger Mann, alles in allem, über jeden Tadel erhaben. Aber möglicherweise war das alles nur Fassade. »Jedenfalls, das ist alles«, sagte Bethany. »Sie sind gestern Nachmittag nach Washington geflogen. Und gestern Nacht habe ich den Anruf bekommen, den Sie gehört haben. Als die Verbindung abbrach, habe ich Paige sofort zurückzurufen versucht. Nichts. Ich bin direkt auf ihrer Mailbox gelandet. Also habe ich dann ihre Anweisungen ausgeführt, habe die Entität aus ihrer Wohnung geholt und Border Town so schnell wie möglich verlassen. Ich verstehe schon, warum keiner etwas davon erfahren darf. Wenn es ihr Wunsch ist, dass ich untertauche und dieses Ding einsetze, was auch immer es tun mag, wird es besser sein, wenn möglichst wenig Leute davon wissen. Außerdem ging es so auch viel schneller. Ohne lange Besprechungen, ohne die üblichen Prozeduren. Ich habe einfach unter Berufung auf Pages Vollmachten eine der Gulfstreams angefordert, die wir auf dem Stützpunkt Browning, der Air National Guard in Casper, in Bereitschaft halten. Das war weniger als fünf Minuten nach dem Anruf. Von dem Überfall auf die Kolonne wusste da noch keiner etwas. Der Jet war innerhalb von zehn Minuten in Border Town und zehn Minuten später ist er mit mir an Bord in Rapid City in South Dakota gelandet. Und dort hat dann René Turner einen Privatjet gechartert, während Bethany Stewart spurlos verschwunden ist. Niemand weiß, wo ich bin. Vielleicht bin ich per Anhalter auf der Interstate 90 unterwegs und jetzt bin ich hier. Und nun wissen Sie ebenso viel wie ich. Travis schwieg eine Weile, dachte über alles nach, was sie ihm berichtet hatte, fügte die Puzzleteile so zusammen, wie es logisch und folgerichtig schien. Sie sollen etwas damit herausfinden, sagte Travis. So hat Paige es doch bei ihrem Anruf ausgedrückt. Sie sollen das, was Sie mithilfe der Entität herausfinden, öffentlich machen. Bethany nickte. Travis warf einen Blick auf den Zylinder, der halb aus dem Rucksack herausragte. Paige und die anderen haben mit der Entität irgendetwas entdeckt, sagte er. Etwas Großes und Wichtiges, von dem die Welt erfahren sollte. Etwas, das öffentlich gemacht werden sollte. Doch es muss noch mehr gegeben haben, was Sie herausfinden wollten. Deshalb die Forschungsreise. Als hätten Sie ein Teil irgendeines Puzzles gefunden und würden sich nun aufmachen, um mithilfe der Entität den Rest zu finden. Vorher aber haben Sie den Präsidenten aufgesucht, um ihm das eine Puzzleteil vorzuführen, das Sie bereits hatten. Vielleicht in der Annahme, er könnte Ihnen irgendwie helfen, daraus klug zu werden. Aber dieser Plan ist nach hinten losgegangen. Was auch immer Sie aufgedeckt haben mögen, der Präsident wollte nicht, dass es an die Öffentlichkeit gelangt. Und auch nicht, dass Sie die übrigen Puzzleteile zutage fördern. Vielleicht war Paige und den anderen gar nicht klar, worüber Sie da per Zufall gestolpert waren, während der Präsident darüber offenbar nur zu gut Bescheid wusste. Sie haben irgendeinen Nerv getroffen, sagte Bethany. Travis nickte. Er dachte an die brennenden Fahrzeuge auf der Straße. Einen verdammt großen Nerv, sagte er. Deshalb die Anweisung abzutauchen, der Sache selbst auf den Grund zu gehen und keine Behörden irgendwelcher Art einzuschalten. Travis sah sie an. Aber Sie wollen gar nicht abtauchen, sondern wollen genau den Ort aufsuchen, an dem der Überfall stattgefunden hat. Etwas, wovon sie Ihnen vermutlich abraten würde. Bethany erwiderte seinen Blick. Sie hören sich nicht so an, als würden Sie das missbilligen. Das tue ich auch nicht. Er sah den Anflug eines Lächelns in ihren Augen, trotz des immensen Drucks, der auf ihr lastete. Können Sie sie irgendwie ausfindig machen, fragte er, wenn sie noch am Leben ist. Es gibt einen Weg, auf dem ich es versuchen kann. Ist schwierig zu erklären, wie das genau geht. Ich führe es Ihnen nachher im Flugzeug vor, das ist einfacher. Aber ich kann sie lediglich lokalisieren. Wie es dann weitergehen soll, weiß ich nicht. Sie wird sich an einem sicheren Ort befinden. Sie senkte den Blick auf den schwarzen Zylinder auf ihrem Schoß. Vielleicht kann uns dieses Ding dabei ja irgendwie weiterhelfen. Das hoffe ich zumindest. Wozu es eigentlich keinen Grund gibt, schon klar. Aber mehr habe ich eben nicht. Nachdem wir Pages Aufenthaltsort herausgefunden haben, können wir uns einen sicheren Ort suchen und das Ding anschalten. Und dann werden wir ja sehen. Sie verstummte erneut, betrachtete ein Schild mit Hinweisen auf den Flughafen, das gerade vorüberglitt, und wandte sich dann wieder ihm zu. Sie müssen mir nicht helfen. Verstehen Sie? Sie müssen sich nicht in diese Sache reinziehen lassen, wenn Sie nicht wollen. Travis blickte starr nach vorne. Er dachte an Page, die sich nun irgendwo in den Händen der Unbekannten befand, die die Kolonne so brutal gestoppt hatten. Gefesselt vermutlich. Vor ihnen beschrieb die I-285 einen weiten Bogen nach Osten, in Richtung der blutroten Verheißung des Sonnenaufgangs weit hinten am Horizont. Doch. Ich muss, sagte er schlicht. Travis parkte in der Langzeitparkzone, eine Viertelmeile von den Privathangas entfernt. Wird das Gepäck hier untersucht, ehe man an Bord einer Privatmaschine geht? fragte er. Bethany schüttelte den Kopf. Travis wandte sich zur Seite und machte sich an der Rückenlehne des Beifahrersitzes zu schaffen, direkt hinter Bethany's linker Schulter. Die schmale Stoffbahn, mit der die Lehne seitlich bespannt war, hing oben in der Naht ein Stückchen herunter. Eine ganz normale Verschleißerscheinung auf den ersten Blick, aber der Schein trug. Travis zog mit einem Ruck an dem Zipfel und die dünnen Fäden, mit denen der Bezug an der Lehne befestigt war, rissen im Nu entzwei. Zum Vorschein kam das Sitzinnere. Ein Gehäuse aus Stahlfedern und Schaumstoff. Er griff hinein. Er tastete den Griff der Sig Sauer P-220, die er vor zwei Jahren dort verborgen hatte, nahm sie heraus und verstaute sie neben dem schwarzen Zylinder in Bethany's Rucksack. Dann griff er noch einmal hinein, um die drei Ersatzmagazine herauszunehmen, die er ebenfalls dort verborgen hatte. Ein viertes befand sich bereits in der Pistole und steckte sie mit in den Rucksack. Falls die ohnehin angespannte Bethany durch den Anblick der Pistole zusätzlich beunruhigt wurde, ließe sich davon zumindest nichts anmerken. Eine Viertelstunde später befanden sie sich in der Luft. Der kleine Geschäftsjet ging in den Steigflug über und gestattete Travis einen letzten Blick auf das Spinnennetz von Straßen, von dem Atlanta kreuz und quer durchzogen wurde. Er ging davon aus, dass er wohl nie wieder hierher zurückkehren würde, höchstens auf der Durchreise vielleicht. Rob Pullman würde morgen nicht zur Arbeit erscheinen, würde nicht öffnen, wenn der Vermieter nächste Woche an seiner Tür klingelte, um die ausstehende Miete einzufordern. Mit einem bitteren Lächeln überlegte er, dass sich vermutlich niemand die Mühe machen würde, Pullman als vermisst zu melden. Man würde ihn in Abwesenheit kurzerhand feuern und seine Wohnung ebenso kurzerhand zwangsräumen. Kein großer Verlust. Für niemanden. Er und Bethany saßen am hinteren Kabinenende, drei Meter von dem Piloten entfernt. Das Geräusch der Triebwerke war laut genug, um ihre Unterhaltung zu übertönen, wenn sie ihre Stimmen dämpften. Bethany holte ihr Handy heraus und stöpselte es in einen Anschluss an ihre Armlinie ein. Das Flugzeug verfügt über Satellitentechnik, über die mein Handy selbst nicht verfügt, erklärte sie, während sie auf dem Display eine Anzeige aufrief, die Travis an Computerprogramme aus den 80ern und frühen 90ern erinnerte. Ein schwarzer Hintergrund mit einer schlichten Eingabeaufforderung wie bei einem alten DOS-System. Dabei handelte es sich mit Sicherheit und kein veraltetes Programm. Bethany navigierte bloß durch eine abgespeckte Basisversion, die normale Nutzer nie zu sehen bekamen. »Können die Piloten das auf ihren Bildschirmen sehen?« fragte Travis. »Nein. Das kann niemand sehen. Nicht mal die Satellitenprovider.« Sie tippte einen Befehlscode ein, der auf Travis wie eine wahllose Buchstaben- und Zahlenfolge wirkte und drückte Enter. Ganz kurz tauchte ein Sanduhrsymbol auf. Und dann erschien auf dem kleinen Bildschirm eine Straßenkarte der Vereinigten Staaten, über ein Satellitenbild geblendet. Die Satellitenschicht war in eine Vielzahl verzerrter Quadrate aufgeteilt, die sich überlagerten und auf diese Weise ein Gesamtbild ergaben. Nach kurzer Zeit begriff Travis, was er da vor sich sah. Kein statisches Bild der Welt, wie es auf unzähligen Websites zu betrachten war, sondern eine aus zahlreichen Satellitenbildern zusammengesetzte Aufnahme in Echtzeit. Der größte Teil des Ausschnitts der Vereinigten Staaten war noch in nächtliches Dunkel gehüllt. Mit den Pfeiltasten des Handys fokussierte Bethany die Karte auf Washington, D.C. und zoomte dann heran, bis das Stadtgebiet den Bildschirm ausfüllte. Selbst auf diesem eher schmalen Bildausschnitt konnte Travis eine Zone erkennen, an der sich die Aufnahmen verschiedener Satelliten überlagerten und die sich, eben noch wahrnehmbar, alle paar Sekunden um ein Pixel verschob. Er malte sich Aufklärungssatelliten aus, die in niedriger Umlaufbahn über der Erde dahin zogen und Abschnitt für Abschnitt ins Visier nahmen. Bethany zoomte noch eine Stufe näher heran. Einzelheiten der Stadt wurden sichtbar. Travis erkannte das lange grüne Band der National Mall, die das Bild in der Mitte von links nach rechts durchquerte. Direkt darüber befand sich der zentrale Punkt, auf den eine Anzahl breiter Straßen aus verschiedenen Richtungen zuführte, das Weiße Haus. Ein etwa dreimal drei Straßenzüge umfassendes Gebiet, eine Meile nordöstlich davon, war in hellem Gelb hervorgehoben. Bethany tippte an dieser Stelle auf das Display. Sie sind noch immer dort, sagte sie. Die Überlebenden befinden sich irgendwo in diesem Rechteck, seit ich das heute Morgen gegen zwei Uhr das erste Mal überprüft habe. Man muss sie unmittelbar nach dem Überfall dorthin gebracht haben, der weiter südlich stattgefunden haben dürfte, irgendwo zwischen dem Weißen Haus und der Andrews Airways. Die Tatsache, dass ich ein Signal empfange, deutet darauf hin, dass mindestens einer von ihnen noch am Leben ist. Nach kurzem Nachdenken setzte sie hinzu, oder zumindest, dass sein Blut noch nicht geronnen ist. Travis sah sie abwartend an. Sie haben ein Radioisotop im Blut, erklärte sie, Jod-124, angereichert mit einem Signaturmolekül. Das Trinkwasser in Border Town ist mit einer harmlosen Menge davon versetzt. Es verbleibt bis etwa 24 Stunden nach der letzten Aufnahme im Körper. Gewisse Satelliten können es orten, aber nur sehr undeutlich. Das Signal ist viel zu schwach, als dass sie es punktgenau fokussieren könnten. Sie tippte wieder auf das gelbe Rechteck auf der Karte. Was Sie hier sehen, ist die ungefähre Schätzung des Computers, wo sich das Ziel befindet. Wenn wir in Washington sind, kann ich das Signal direkt mit meinem Handy empfangen. Die Ortung wird dann auf ein Gebäude eingegrenzt, sogar auf einen speziellen Gebäudeabschnitt, wenn wir erst dicht genug dran sind. Travis rief sich die Denkweise ins Gedächtnis zurück, die er während seiner kurzen Zeit in Border Town angenommen hatte. Logische Beweglichkeit war dort ein so unverzichtbarer Bestandteil des Alltags wie die unvertraute Sprache in einem fremden Land. Jetzt merkte er, wie sie langsam wieder zu ihm zurückkehrten. Radioisotope im Wasser, lieber Gott. Da geht es wohl auch wieder um Kontrolle, sagte er. Bei dem Jod? Klar. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass jemand Border Town ohne Erlaubnis mit einer Entität zu verlassen versucht. Die einzigen Leute, die abgesehen von mir darüber Bescheid wissen, befinden sich jetzt in diesem Rechteck in Washington. Nichts für ungut, sagte Travis. »Page vertraut Ihnen ja offensichtlich in dieser Notlage, aber aus welchem Grund hätte sie Ihnen vor gestern Nacht von der Sache mit dem Jod erzählen sollen?« »Sie vertraut mir wahrscheinlich so viel oder so wenig wie allen anderen Neulingen. Ein bisschen mehr vielleicht, weil sie mich selbst rekrutiert hat, aber von dem Jod hat nicht sie mir erzählt, sondern ich ihr.« Travis wartete. »Page hat den Anstoß dazu gegeben, diese Technologie einzusetzen, «, sagte Bethany, »aber auch erst, nachdem ich ihr erklärt hatte, wie sie funktioniert.« »Dann haben Sie also nicht gerade in einem Streichelzug gearbeitet, ehe Sie von ihr rekrutiert wurden.« Bethany brachte ein kleines Lächeln zustande. »Ich direkt.« Sie sah auf ihr Handy hinab, starrte auf die Karte, als könnte sie dort irgendwo Page entdecken. »Ich bin 24. Das College habe ich mit 19 abgeschlossen. Die letzten fünf Jahre habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, das sich für Großkunden aus aller Welt um Datensicherheit kümmert. Internationale Banken, große Handelskonzerne, das Heimatschutzministerium. Was das für ein hochsensibles Aufgabenfeld ist, können Sie sich vermutlich denken. Es ist ein bisschen wie bei den Firmen, die die Schlösser für Banktresore herstellen. Wissen Sie, wie das läuft? Tja, es gibt zwar hunderte Unternehmen, die Tresore und Tresortüren konstruieren, aber die Schlösser stellen Sie eben nicht her. Dafür sind auf der ganzen Welt bloß zwei oder drei Unternehmen zuständig. Weil das eben eine dieser Angelegenheiten ist, in die nicht Unmengen von Leuten Einblick haben sollen. Je begrenzter der Kreis von Eingeweihten, desto besser für alle. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem sensiblen Komplex Datensicherheit. Die Systeme, die dem Schutz der größten Konzerne und Regierungsstellen dienen, werden von einer Handvoll Spezialisten gescriptet und betrieben. Und bis zum vergangenen Frühjahr war ich eine von ihnen. Sie blickt aus dem Fenster. Der ganze Himmel war inzwischen rosa und die Landschaft unter ihnen erwachte in einer wechselnden Abfolge von Licht und Schatten zum Leben. Das ist übrigens auch die Geschichte hinter René Turner. Ich will mich jetzt nicht brüsten, aber auf der ganzen Welt gibt es vielleicht zwanzig Leute, die ähnlich Firmen in Informationssicherheit sind wie ich. Page kann auf dem Gebiet auch so einiges. Aber natürlich ist es was ganz anderes, wenn man sich seit Jahren darauf spezialisiert hat. René habe ich heute Nacht mithilfe eines gefälschten Studentenausweises erschaffen, den ich noch aus meiner College-Zeit in der Brieftasche hatte. Ich habe mich im Flughafen von Rapid City an einem Tisch im Burger King gesetzt und sie innerhalb von 20 Minuten über dieses Telefon zum Leben erweckt. Sie hat eine Sozialversicherungsnummer, ein Sündenregister bei der Kraftfahrzeugbehörde mit einem Eintrag wegen Trunkenheit am Steuer und zwei Strafzetteln wegen zu schnellen Fahrens, Bankkonten bei der First National und der Bank of America mit einem Gesamtguthaben von drei Millionen Dollar sowie eine bezahlte Mitgliedschaft bei Falconjet. Sogar eine Festnahme als 16-Jährige habe ich ihr angedichtet, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil sie es auf einer Parkbank in Miami mit einem Typen getrieben hat. Das gibt der Sache einen netten, authentischen Touch, finde ich, nur für den Fall, dass jemand die Passagierlisten für Flüge aus Rapid City durchgeht und ihren Hintergrund näher prüft. Wer würde sich sowas schon ausdenken? Öffentlichen Sex auf einer Parkbank? Klingt ziemlich lebenslustig, diese René. Bethany zuckte mit den Schultern und blickte wieder auf ihr Handy. Soeben schob sich langsam die rautenförmige Aufnahmezone eines neuen Satelliten ins Bild. Naja, ich gehe jedenfalls davon aus, dass Page mich rekrutiert hat, weil ich etwas davon verstehe, Sicherheitsprogramme für Datennetze wie das in Bordertown zu kodieren und auch davon, wie man neuer Technologie, die diesem Netzwerk gefährlich werden könnte, stets einen Schritt vorausbleibt. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sie noch andere Gründe gehabt hätte, dass sie zum Beispiel im weitesten Sinn an Situationen wie diese jetzt gedacht haben könnte, an ein Albtraum-Szenario, bei dem Tangent es mit Gegnern zu tun bekommt, die über sehr ernst zu nehmende Hilfsmittel verfügen. Vielleicht wollte sie bloß jemanden auf ihrer Seite haben, der es mit solchen Gegnern aufnehmen könnte. Travis dachte darüber nach, zog erstmals den weiteren Kontext der Angelegenheit in Betracht, jenseits der Gefahr, in der Page sich gerade befand. Der Präsident der Vereinigten Staaten war auf direkte unverhohlen aggressive Weise gegen Tangent vorgegangen. Er hatte eine Grenze überschritten, die niemand in den mittlerweile 30 Jahren des Bestehens von Tangent jemals überschritten hatte. Das könnte noch richtig übel werden, sagte Travis. Es hat schon angefangen, sagte Bethany. Sie stellte das Satellitenbild zurück auf eine Gesamtansicht des Landes, zog den Bildausschnitt zur Seite und zoomte dann wieder näher heran, diesmal in die tiefe Finsternis, die noch über dem amerikanischen Westen lag. Nur die digital erzeugten Grenzen und Straßen vermittelten einen ungefähren Eindruck des Maßstabes, während sie heranzoomte, und zwar auf die ödeste Region im Osten Wyoming, ein von der Interstate 90 im Norden und der Interstate 25 im Süden und Westen begrenztes Quadrat von 100 Meilen Breite. Sie vergrößerte den Ausschnitt, bis die Autobahnen an den Bildrennern verschwanden und der Bildschirm vollkommen schwarz war. Hier, irgendwo, das wusste Travis, befand sich Border Town. Bei Dunkelheit setzen diese Satelliten Wärmebildtechnik ein, erklärte Bethany. Border Towns Wärmesignatur aber wird sehr sorgfältig gesteuert. Jegliche, wie auch immer produzierte Wärme wird zunächst unterirdisch gespeichert und erst bei Tag abgelassen. Genauer gesagt, zu Tageszeiten, wenn die Oberflächentemperatur der Wüste exakt mit der Temperatur der Abwärme übereinstimmt. Wärmebildtechnisch ist der Komplex somit unsichtbar. Sie drückte erneut auf die Zoom-Taste, ohne dass jedoch auf dem Bildschirm irgendein Ergebnis zu sehen war. Überall nur Finsternis. Dann entdeckte Travis etwas. Einen gleißend hellen Fleck, der sich schnell über den oberen Bildteil bewegte. Er zog eine Spur hinter sich her. Erst schmal, dann ausfächernd und zum Ende hin verblassend. Bethany ging noch näher heran. Der Fleck löste sich zu zwei Flecken mit zwei Spuren auf, die sich nebeneinander in Formation bewegten. Bei dieser Bildauflösung waren sie wesentlich schneller und Bethany musste den Ausschnitt laufend zur Seite verschieben, um mit ihnen Schritt zu halten. Am unteren Bildrand fiel Travis ein Entfernungsmaß starb ins Auge. Eine Daumenbreite entsprach etwa einer halben Meile. Diese Strecke legten die Flecken alle paar Sekunden zurück. Kampfjets, folgerte Travis. Bethany nickte. Auf dem Flug nach Atlanta habe ich sie erstmals entdeckt. Mit Hilfe spezieller Software habe ich sie innerhalb von zwanzig Minuten anhand der Kondensstreifen identifiziert. Es sind Superhornets, Kampfjets, die sowohl gegen Ziele in der Luft wie auch am Boden vorgehen können. Gegenüber auf der anderen Seite kreist ein zweites Paar im Luftraum über Border Town in einem Radius von etwa vierzig Meilen. Eine Blockade also, sagte Travis. Niemand kann hinein oder hinaus gelangen. Bethany nickte erneut. Präsident Curry dürfte das kurz nach dem Überfall auf die Kolonne angeordnet haben, nachdem er sich entschlossen hatte, aufs Ganze zu gehen. Vermutlich ist es mir nur wenige Minuten zuvor noch gelungen zu entkommen. Die nächste halbe Stunde übersaßen sie schweigend da. Nur das Heulen der Triebwerke und die gedämpften Geräusche der Elektronik vorne im Cockpit erfüllten die Kabine. Bethany schaute aus dem Fenster. Travis starrte vor sich ins Leere und dachte darüber nach, mit was für einer geballten Macht sie es aufzunehmen hatten. Bethany wandte ihm das Gesicht zu. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Klar. Warum haben Sie Tangent seinerzeit verlassen? Eine schlichte Frage, die allerdings nicht so ohne weiteres zu beantworten war. Travis dachte kurz nach. Es wäre auf die Dauer nicht gut gegangen, wenn ich geblieben wäre. Irgendwann wäre etwas schief gelaufen. Wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen? Das hat mir eine Art Stimme gesagt. Die Aussage kam der Wirklichkeit näher, als es den Anschein hatte. Möglicherweise ändern Sie Ihre Meinung ja, falls wir die Sache hier durchstehen. Vielleicht ziehen Sie dann eine Rückkehr in Betracht? Ich kehre niemals zu Tangent zurück. Falls wir das hier lebend überstehen, werde ich mir eine neue Identität à la Rob Pullman zulegen und die nächste Stelle als Lagerarbeiter suchen, um bis ans Ende meines Lebens in Nachtschicht zu arbeiten. Ihnen ist aber schon klar, dass Sie es sich weit leichter machen könnten? Wenn Sie eine völlig neue Identität aus dem Nichts erschaffen, könnten Sie arbeiten? Travis schüttelte den Kopf. Geld bedeutet Macht. Es ist besser, wenn ich nicht viel habe. Besser, wenn ich gerade so über die Runden komme, weil ich nur so gewissert habe, dass wirklich nichts schief gehen kann. Sie sah ihn befremdet an, runzelte die Stirn, konnte ihm offensichtlich nicht folgen. Dann aber ließ sie die Sache auf sich beruhen und wandte sich wieder dem Fenster zu. Nach der Landung auf dem Flughafen Dallas nahmen sie sich ein Taxi in die Stadt. Eine halbe Stunde später hatten sie das Gebäude gefunden, in dem die Überlebenden des Überfalls auf die Wagenkolonne, wer genau auch immer, festgehalten wurden. Ein fünfzehnstöckiges Bürohochhaus, direkt an dem Kreisverkehr zwischen M Street und Vermont Avenue. Die Fassade grün getöntes, verspiegeltes Glas, das keinerlei Firmenlogo aufwies. Bloß eine Adresse in großen schwarzen Lettern auf der Betonfassade, gleich neben dem Haupteingang an der Ostseite. Das Signal kam aus dem achten Stock von der Nordostecke her, direkt gegenüber dem Kreisverkehr. Travis und Bethany saßen auf der Terrasse eines Cafés auf der gegenüberliegenden Seite des Rondells, hundert Meter von dem Gebäude entfernt. Es war halb acht und die Stadt war zu morgendlicher Betriebsamkeit erwacht. Alle Oberflächen gleisten und funkelten im Licht der Morgensonne, als hätte es die Nacht hindurch geregnet und erst in den letzten Stunden aufgeklart. Der Überfall auf die Wagenkolonne war das Thema des Tages. Über einen großen Flachbildschirm im Inneren des Cafés flimmerte in einer Dauerschleife die Berichterstattung eines Nachrichtensenders vom Schauplatz des Geschehens und an den Tischen um sie herum gab es, soweit Travis es mitbekam, kaum ein anderes Gesprächsthema. Bethany hantierte an ihrem Handy, das sie den Blicken umsitzender Gäste entzogen, vor sich auf dem Schoß liegen hatte. Travis beobachtete, wie ihre Lippen lautlos Befehle formten, während sie sie eingab. Klug wurde er nicht daraus. Vermutlich hätte er die Zeichenfolge wohl ebenso wenig verstanden, wenn er sie auf dem Display gesehen hätte. Nach einer Minute hob sie den Blick und sah ihn an. Das Signal ist nur noch ganz schwach. Der Rückgang lässt darauf schließen, dass das Jod in einem lebenden Körper nach und nach durch die Nieren gespült und im Urin ausgeschieden wird, und wenn es erst in der Kanalisation ist, ist es zu verdünnt, um noch aufgefangen Page ist die einzige Überlebende. Travis nickte. Er starrte hinauf zu der Gebäudeecke im achten Stock. Außer verspiegeltem Glas war dort nichts zu erkennen. Unmöglich zu sagen, ob Page hinausschauen konnte. Vielleicht befand sich ja dort gar kein Fenster. Vielleicht verbarg sich dort oben hinter der Glasfassade eine fensterlose Zelle. Also, womit genau haben wir es aufzunehmen? fing Travis an. Was alles wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt? Wir wissen, dass Page und die anderen nach Washington gekommen sind, um den Präsidenten im Weißen Haus aufzusuchen und ihm die Entität vorzuführen. Wir wissen, dass sie ihm zu dem Zeitpunkt noch vertraut haben. Und wir wissen, dass sie dann hinterhältig angegriffen wurden und gemerkt haben, dass sie sich in ihm getäuscht hatten, weil er nämlich mit in diese Sache verwickelt ist, von der wir noch nichts wissen. Die Sache, über die Page und die anderen mehr herausfinden wollten, und offensichtlich sind daran noch etliche andere Akteure beteiligt, darunter auch jene, die dieses Haus hier kontrollieren. Bethany behielt unverändert das Gebäude im Auge, ebenso wie Travis. Bisher hatten sie noch niemanden gesehen, der es zu Fuß von der Straße aus durch den Abgebogen, die das Gebäude von dem Nachbargebäude trennte, welches eine direkte Garagenzufahrt zur Straße hin besaß. Die Autos, die in die Einfahrt abbogen, mussten also über eine Zufahrt irgendwo auf der Rückseite in das grüne Gebäude gelangen. Bei den Autos handelte es sich mehrheitlich um von Chauffeuren gesteuerte Limousinen oder Geländewagen mit hinten dunkel getönten Scheiben. Sehen wir doch mal die Arbeit. Travis sah, gespiegelt in ihrer Brille, wie eine lange Datenfolge nach der anderen über das Display huschte, alle paar Sekunden wechselnd. Nach etwa einer Minute runzelte sie die Stirn. Es handelt sich nicht um ein Bundesgebäude, zumindest wird es nicht als solches aufgeführt. In den städtischen Grundbüchern wird es als gewerbliches Bürogebäude in Privatbesitz geführt, erbaut 2006. Ein Unternehmensname wird nicht angegeben, auch kein Investor oder so. Vielleicht handelt es sich um ein privates Militärunternehmen oder um einen Baukonzern, irgendwas in der Art. Sie starrte das Gebäude eine ganze Weile an, ihre Augen wurden dabei immer enger. Können sie nicht noch mehr herausfinden, fragte Travis. Das muss ich sogar, wenn wir Paige helfen wollen. Sie sah ihn an. Also, ich sehe die Sache folgendermaßen, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen wollen, Hilfe von offizieller Seite, meine ich, müssen wir uns an das FBI wenden. Eine andere Stelle kommt in Anbetracht der Tragweite der Angelegenheit schlicht nicht in Frage. Aber wir müssten verdammt vorsichtig sein. Egal, was für eine Sache Paige und die anderen, ohne es zu wissen, auf die Spur gekommen sind, egal, was der Präsident zu vertuschen versucht, wir müssen davon ausgehen, dass alle von ihm ernannten Amtsträger mit ihm unter einer Decke stecken. Und seit Curry im Amt ist, hat er nicht nur den Justizminister ausgewechselt, sondern auch den Direktor des FBI. Und wer weiß, wen die wiederum seither alles gefeuert und durch Getreu und Helfeshelfer aller Art ersetzt haben. Wenn wir uns blind diesen Stellen anvertrauen, laufen wir Gefahr, denselben Nerv zu treffen, den auch Paige getroffen hat. Wie können wir das vermeiden? fragte Travis. Bethany schaute auf ihr Handy. Kommt auf an, was für Querverbindungen ich herstellen kann. Welche Namen mit gewissen Bankkonten und anderen Vermögenswerten verbunden sind, Immobilien etwa. Welche anderen Namen wiederum mit diesen Namen in Beziehung stehen, in der Art. Wenn ich auf diese Weise ein halbwegs klares Bild davon bekäme, wer alles in die Sache verwickelt ist, könnten wir umgekehrt daraus schließen, wer damit nichts zu tun hat. Jedenfalls müssten wir dann nicht mehr völlig im Nebel stochern. Das Problem ist, dass keiner der Namen, die uns zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind, uns weiterhelfen wird. Weder der Name Curry noch die Namen seiner Kabinettsmitglieder, denen wird man garantiert nichts Ungesetzliches nachweisen können. Sie sah wieder zu dem Gebäude hinüber. Was ich brauche, sind Namen, die mit dem Haus da zu tun haben. Eigentümer, leitende Angestellte, sonstige Leute. Dann hätte ich wenigstens eine Grundlage für weitere Nachforschungen. Sie wirkte nachdenklich, aber nicht optimistisch. Sie zog die Augenbrauen ein paar Mal in die Höhe und wandte sich dann wieder ihrem Handy zu. Wir werden ja sehen. Sie machte sich an die Arbeit. Während den nächsten zehn Minuten war Bethany ganz mit ihrer Recherche beschäftigt. Travis starrte unterdessen zu dem Hochhaus hinüber und überlegte, wie die Sache ablaufen würde, wenn sie das FBI zur Mitarbeit bewegen könnten. Das auf Geiselrettungsaktionen spezialisierte Hostage Rescue Team hatte seinen Sitz ganz in der Nähe. In Quantical, drüben auf der anderen Seite des Beton. Wenn dann noch lokale Polizeieinheiten hinzugezogen würden, könnte das Haus mit der grünen mit der grünen Glasfassade innerhalb weniger Stunden von ganzen Heerscharen bewaffneter Gesetzeshüter umlagert werden. Ähnlich trauben begeisterter Fans, die vor einem Hotel auf das Auftauchen ihres Idols warteten. Und damit wäre Pates Überleben so gut wie gesichert. Die Leute, die sie in ihrer Gewalt hatten, mochten korrupt und gewalttätig sein, aber gewiss nicht dumm. Wenn ihre Lage erst hoffnungslos wäre, würden sie sich darauf verlegen, sich teure Spitzenanwälte zu suchen und irgendwelche Deals mit den Behörden auszuhandeln, wobei dann der eine dem anderen den schwarzen Peter zuschieben würde. Page in dieser Lage noch etwas anzutun, wäre kontraproduktiv und absolut nicht in ihrem Interesse. Bis es aber erst mal soweit war, schwebte sie in akuter Lebensgefahr. Die Gründe dafür, warum diese Leute sie noch am Leben ließen, konnten sich Taglich war nur, wie viel Zeit ihr noch blieb. Ein paar Stunden? Oder nicht einmal so lange? Travis merkte, wie seine Hände auf dem Tisch zu zittern begannen. Er ballte sie zu Fäusten. Bethany legte das Handy vor sich auf den Tisch. Offenbar hatte sie ihre Detektivarbeit beendet. Nichts. Sie klang nicht einmal sonderlich überrascht. Sämtliche Transaktionen wurden oder werden auf Mittelwegen abgewickelt, in denen eine Lücke klafft. Alles von den ursprünglichen Baukosten bis hin zur Stromrechnung des vergangenen Monats. Ist schon komisch, wie das funktioniert, aber ein relativ kleines Unternehmen kann sich weit besser nach außen abschotten als eine internationale Großbank oder eine Bundesbehörde wie die Rentenversicherung. Solche riesigen, Billionen Dollar schweren Organisationen müssen allgemein zugänglich sein. Das ist der ganze Sinn ihrer Existenz. Sie können zwar gesichert werden, müssen aber stets transparent bleiben. Sie deutete mit dem Kopf auf das Hochhaus. Ein Laden wie der da drüben kann sich dagegen komplett nach außen hin abschotten, kann seine Geschäfte abwickeln, ohne dass jemals jemals seinen Namen oder den des Geschäftsführers erfährt. Und genauso ist es hier. Was Informationen betrifft, ist der Laden ein schwarzes Loch. Irgendein sehr kluger Kopf hat sehr viel Arbeit investiert, um dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Wahrscheinlich jemand, mit dem ich schon mal Tennis gespielt habe. Wie sieht es mit den Kennzeichen der Fahrzeuge aus, die die ganze Zeit hineinfahren? Könnten sie denen nicht mal nachgehen? Sie schüttelte den Kopf. Ich werde es versuchen, aber das wird zu nichts führen. Vermutlich sind all diese Kutschen bei irgendeinem Fahrdienst registriert, der keine Kundendateien führen muss oder etwas in der Art. Irgendwo zwischen den Dominosteinen ist eine Lücke, da bin ich mir sicher. Wir könnten uns auch einen Mietwagen besorgen und versuchen, einem dieser Typen heute Abend bis nach Hause zu folgen, aber ich wette mit ihnen um einen glänzenden Halb Dollar, dass diese Fahrer speziell geschult sind, Verfolger unterwegs offene Flächen, wie etwa leere Stadionparkplätze oder auch ein Messegelände, um eventuelle Verfolger auf diese Weise sofort zu identifizieren. Dass jemand einen Blick in den Rückspiegel war und in der Lage war, in dichtem Berufsverkehr mit traumwandlerischer Sicherheit einen Verfolger fünf Autos hinter sich auszumachen, obwohl rein statistisch davon auszugehen war, dass viele Fahrzeuge in dem Pull rein zufällig dieselbe Route fuhren, kam nur in Hollywood Filmen vor. Im wirklichen Leben setzten Profichaufeure den wesentlich sinnvolleren Trick mit den Umwegen ein. Bethany, die inzwischen einen ziemlich übermüdeten Eindruck machte, massierte sich die Schläfen. In meiner ehemaligen Branche gibt es für diese Art Absicherung einen Fachbegriff. Haben Sie schon mal das Wort Obliet gehört? Ehrlich gesagt, nein. Es ist eine Art von Kerker, war eine Art von Kerker im Mittelalter, ein Kerker ohne Gitter, ohne Mauern, ohne Tür und ohne Riegel. Die einfachste Sorte bestand aus einer offenen Plattform, die, sagen wir mal, in dreißig Metern Höhe seitlich aus der Burgmauer ragte. Der Gefangene wurde von oben drauf hinabgelassen und war damit ebenso todsicher eingekerkert wie hinter Schloss und Riegel, von nichts als offener Das Gebäude da ist eine Art Objekt für Informationen. Nicht, weil seine Identität durch Firewalls oder knifflige Verschlüsselungsalgorithmen geschützt wird, obwohl ich davon ausgehe, dass sowas hier auch eingesetzt wird. Nein, der eigentliche Schutz besteht lediglich aus Lücken, aus Luft. In allen Dokumenten, von denen aus Spuren hineinführen, klafft immer an den entscheidenden Stellen eine Lücke. So etwas lässt sich nur bewerkstelligen, wenn man über die richtigen Beziehungen und jede Menge Geld verfügt. Genug Geld, Vorschriften und Richtlinien für sich selbst außer Kraft zu setzen. Travis beobachtete, wie ein weiterer Geländewagen in die Einfahrt abbog. Der Fahrer mit dem militärischen Haarschnitt sah aus wie ein kräftiger Football-Spieler. Vielleicht war er ja ein ehemaliger Soldat und Athlet. Das FBI können wir vergessen, sagte Bethany. Jedenfalls, solange wir Travis nickte, ohne das Gebäude aus dem Blick zu lassen. Was ist mit Tangent? fragte er. Hatten die nicht ein paar Dutzend Filialen auf der ganzen Welt verteilt? Eigene Elite-Kämpfer, top trainiert und bewaffnet, verteilt auf eine Reihe von Stützpunkten. Könnten wir nicht auf diese Leute zurückgreifen? Bethany schüttelte bereits den Kopf. Die Filialen gibt es nicht mehr, weil sie ausschließlich zur Abwehr gegen Aaron Pilgrim dienten. Als diese Gefahr ausgeschaltet war, bestand dafür kein Bedarf mehr. Diese Mitarbeiter waren auch keine Tangentangehörigen im engeren Sinne, sondern militärische Elite-Einheiten aus den jeweiligen Ländern, die über Tangent und seine Aktivitäten nur ganz rudimentär aufgeklärt wurden. In den letzten beiden Jahren sind sie alle entlassen worden, nach Unterzeichnung von Dokumenten natürlich, die sie zu strengem Stillschweigen verpflichteten. Beim Sprechen hielt sie den Blick auf ihre Hände gesenkt. Sie machte auf einmal einen unendlich verlorenen Eindruck. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, sagte sie. Es gibt niemanden, den wir um Hilfe bitten können, und auf eigene Faust kommen wir dann niemals rein. Das ist ihnen klar, oder? Travis starrte zu dem Hochhaus hinüber. Falls der Raum, in dem Page festgehalten wurde, ein Fenster hatte und sie in der Lage war, an dieses Fenster zu treten, könnte sie ihn und Bethany theoretisch jetzt sehen, obwohl sie sie auf diese Entfernung wohl kaum erkennen würde. Er wandte den Blick ab, sah stattdessen Bethany an. Ja, sagte er, das ist mir klar, der Laden dürfte von Sicherheitstypen mit automatischen Waffen bewacht werden, die bloß auf einen großen roten Knopf zu drücken brauchen, um das gesamte Gebäude abzuriegeln. Und wir sind im Vergleich dazu ein Kind, das mit einer Zwille bewaffnet ist. Travis brickte Bethany's Rucksack an, der zwischen ihnen auf dem Tisch lag. Darin verborgen befand sich nach wie vor der zylindrische Gegenstand. Womit wir genau bewaffnet sind, wissen wir noch nicht, gab er zu bedenken. Bethany nickte. Finden wir es heraus. Page wachte an demselben Ort auf, an dem sie eingeschlafen war, auf dem Parkettboden eines kargen, leeren Büroraums im achten oder neunten Stock. Durch die getönten Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichten, konnte sie Washington sehen. Sie lag in der Mitte des Raums, an Händen und Füßen mit Kabelbinder gefesselt. Jetzt war hellig der Morgen. In der Nacht hatte sie hier stundenlang wachgelegen und auf die Schritte gehorcht, die draußen im Flur kamen und gingen. Auch Stimmen hatte sie gehört, die vor der Tür in gedämpftem, angespanntem Tonfall miteinander redeten. Ein Begriff, der fünf-, sechsmal gefallen war, der Arbeitstitel irgendeines Projektes oder einer Operation möglicherweise, hatte sich ihr besonders eingeprägt. Nur einmal waren die Stimmen kurz etwas lauter geworden und hatten ihr ansatzweise so etwas wie einen Anhaltspunkt geliefert. Sie klingen ziemlich aufgescheucht. Sie werden die Sache doch wohl nicht etwa ablasen? Umbra? Keine Chance. Umbra? Dieses Wort und der Gesprächsfetzen hatten Paige beschäftigt, bis sie schließlich eingeschlafen war. Jetzt, nach dem Aufwachen, zerbrach sie sich erneut den Kopf darüber, bemühte sich irgendeinen Zusammenhang mit dem dürftigen Wissen herzustellen, mit dem Sie drückte das Gesicht an den Fußboden und starrte hinaus auf die Stadt in dem weichen gelblichen Licht. Diese Leute würden sie umbringen. Das stand fest. Nur wann? Das war die Frage. Bestimmt schon im Laufe des Tages, sobald sie ganz sicher waren, dass sie für sie wertlos war. Mittlerweile hatten sie vermutlich mit dem Präsidenten gesprochen und sich zusammengereimt, dass sie ihm bereits alles erzählt hatte, was sie wusste. Immerhin hatte sie selbst um dieses Treffen ersucht. Warum sollte sie ihm da etwas verheimlichen? Sie verdrängte den Gedanken. Sinnlos darüber jetzt nachzugrübeln. Stattdessen dachte sie an Bethany, fragte sich, ob es ihr wohl gelungen war, sich mit dem zweiten Zylinder aus Border Town abzusetzen. Da fiel ihr auf, dass sie dem Präsidenten sehr wohl etwas verheimlicht hatte. Den zweiten Zylinder hatte sie mit keiner Silbe erwähnt. Irgendwie hatte sich dazu keine Gelegenheit ergeben. Nur aus Vorsicht und aus ganz pragmatischen Erwägungen hatte sie ihn in Border Town zurückgelassen, weil immer etwas schief gehen konnte. Deprimierend, wie oft sich dann so etwas als gold richtig herausstellte. Falls Bethany sich hatte absetzen können, war sie jetzt vermutlich schon bei Travis in Atlanta. Dann wussten sie vielleicht bereits, was es mit dem Zylinder auf sich hatte. Wie das Ding grundsätzlich funktionierte, war schließlich leicht zu verstehen. Aber was war mit allem weiteren? Würden die beiden auch dahinter kommen, wie sie danach vorgehen mussten? Die Aspekte eingeschlossen, an denen Page sich bisher selbst die Zähne ausgebissen hatte? Und ob ihnen wohl klar war, wie verdammt Ein Stück die Vermitt Avenue hinauf gab es ein Ritz-Carlton. Travis und Bethany buchten die Präsidentensuite im neunten Stock. René Turner zahlte schließlich und ein billigeres Zimmer wäre für jemanden wie sie nicht in Frage gekommen. Die weitläufige Suite, 160 Quadratmeter groß, verfügte über Fenster nach Süden und Westen. Sie hatten freie Sicht auf das grünschimmernde Hochhaus und auf die Ecke im achten Stock oberhalb des Kreisverkehrs. An dem Gebäude vorbei konnten sie die Vermont Avenue bis zum Weißen Haus hinuntersehen. Die Flagge auf dem Dach dort flatterte heftig im Wind. Sie setzten sich auf eins der Ledersofas, öffneten den Rucksack vor sich auf dem Boden und legten den schwarzen Zylinder auf das Sitzpolster zwischen sich. Starke Hitze strahlte von ihm wie von einem abkühlenden Motorblock. Endlich konnte Travis sich das Talbert Tageslicht genauer ansehen. Der Zylinder war ganz verschrammt und zerkratzt, wie das seit Jahren vielbenutzte Elektrowerkzeug eines Handwerkers. Dass diese Gebrauchsspuren von jemandem bei Tangent stammten, hielt Travis für ausgeschlossen. Er hatte seinerzeit erlebt, wie übervorsichtig man in Border Town mit Entitäten umging. Die Kratzer und auf der anderen Seite des Portals stammen. Wer oder was auch immer sie waren, dieses Ding hatte offenbar bei ihnen einen ähnlichen Stellenwert wie eine schnurlose Bohrmaschine oder eine Radialsäge bei Menschen. Travis betrachtete die Schildchen, die Page oder jemand anderes neben die drei Bedienungsknöpfe geklebt hatte. Bei der Autofahrt am frühen Morgen hatte er sie nur mit einem flüchtigen Blickstreifen können. An aus aus in Klammern trennen beziehungsweise verzögern Strich 93 Sekunden. Nur kurz überlegte er, was trennen beziehungsweise verzögern wohl genau bedeuten mochte. Sinnlos darüber zu spekulieren, solange sie nichts über die Funktion der Entität wussten. Von den Knöpfen mit den eingekehrten Symbolen abgesehen, wies der Zylinder nur noch eine weitere Auffälligkeit auf. Eine kleine Linse nämlich, die in eins der Enten eingelassen war. Sie hatte etwa die Größe einer Viertel Dollar Münze und war pechschwarz. Sie haben gesagt, dieses Teil ist mit einem identischen Gegenstück aus dem Portal gekommen, sagte Travis. Bethany nickte. Und das war vor einigen Tagen. Oh nein, Sie sind schon vor Jahren zum Vorschein gekommen, 1998 glaube ich. Er sah sie fragend an. Sie waren versiegelt, erklärte sie. Wissen Sie, was es mit versiegelten Entitäten auf sich hat? Travis nickte. Page hatte mit ihm damals eine ausgiebige Runde durch das Primärlabor in Bordertown gedreht. Sie hatte ihm von den versiegelten Entitäten erzählt und ihm auch einige davon gezeigt. Es handelte sich um Entitäten seltener Art, zumeist auch mit stärkeren Kräften, die aus dem Portal in sicheren Versiegelungen zum Vorschein kamen. Das außerirdische Äquivalent womöglich zu den stabilen Kunststoffverpackungen, mit denen Supermärkte Ladendiebe abzuschrecken versuchten. Jede Entität war auf individuelle Art versiegelt, was nicht nur die Farbe und Größe der Versiegelung betraf, sondern vor allem die Mittel, deren es bedurfte, um sie zu öffnen. Bei manchen war das einfach, durch einen Stromstoß oder eine gewisse Temperatur, mitunter auch schlicht mit grober Gewalt. Andere erwiesen sich als so widerspenstig, dass Labortechniker bisweilen Wochen oder Monate lang aufs Gratewohl an ihnen herum experimentierten, sie etwa chemischen Verbindungen aller Art aussetzten, mit Licht unterschiedlicher Wellenlänge bestrahlten, in einer Vakuumkammer mit Luftdruckschwankungen arbeiteten. Bei manchen gelang es nie, ihr Geheimnis zu lüften. Paige hatte Travis eine zitronengelbe, etwa backsteingroße Box gezeigt, vollkommen glatt und fugenlos, semi-transparent. Sie war am Weihnachtstag 1979 aus dem Portal zum Vorschein gekommen und dreißig Jahre später wusste man noch immer nicht, was sich im Inneren befinden mochte. Ich bin jetzt seit April in Border Town, sagte Bettany und habe im Rahmen der Standard Ausbildung alle verschiedenen Tätigkeiten durchlaufen. Bei Tangent legt man Wert darauf, dass die Mitarbeiter mit allen anfallenden Arbeiten vertraut sind. Im Primärlabor habe ich vor zwei Wochen angefangen und mir gleich am ersten Abend die versiegelten Entitäten angeschaut. Stundenlang, weil ich sie einfach so faszinierend fand. Sie haben etwas von nicht beendeten Solitärpartien, an denen jemand anders gescheitert ist. Man schaut sie sich an und denkt, vielleicht fällt mir etwas auf, was den anderen bisher entgangen ist. Travis kannte das Gefühl gut, wenn auch nicht aus einem Labor in Border Town. Nein, aus seiner viele Jahre zurückliegenden Zeit als Polizist, wenn er sich an Tatorten umgesehen hatte, in jenen stillen Stunden, nachdem alle Abdrücke gesichert, alle Fotos aufgenommen und die Leichen abtransportiert worden waren. Eine Versiegelung fiel mir besonders ins Auge. Bethany deutete auf den Zylinder, der zwischen ihnen lag. Sie war ein bisschen größer als zwei von diesen nebeneinander. Eine weiße tablettenförmige Hülle, aber ein wenig abgeplattet, mit einer um die Mitte herum verlaufenden Naht. Es sah aus, als könnte man das Ding einfach an beiden Enden fassen und aufreißen. Sie verstummte kurz, als würde sie überlegen, wie sie es schildern sollte, oder als würde sie nicht damit rechnen, dass er ihr glaubte. Das ist doch nicht der Ernst, sagte Travis. Sie zuckte mit den Schultern. Die Idee schien so albern, dass es mir fast peinlich war, sie auszuprobieren, obwohl niemand in der Nähe war. Weil das natürlich das Erste gewesen wäre, was schon 1998 jemand versucht hätte, und weil seither bestimmt schon Die Versuchung ist zu groß, man will es zumindest noch einmal probieren. Letzten Sonntagabend habe ich es dann endlich getan. Ich habe an beiden Enden angefasst und gezogen. Und das verflixte Ding ist einfach so aufgegangen wie ein Überraschungsei. Travis riss die Augen auf. Auf diese einfache Idee sollte in 13 Jahren noch niemand gekommen sein. Ausgeschlossen. Seine Verblüffung schien sie fast ein wenig zu belustigen. Worin genau der Trick bestand, haben wir später herausgefunden, sagte sie. Nachdem wir die beiden Zylinder herausgenommen hatten, haben wir die zwei Hälften der Versiegelung wieder zusammengefügt und sie haben sich automatisch wieder verschlossen. Und dann haben alle im Raum der Reihe nach versucht, sie auseinander zu ziehen, ohne Erfolg. Auch ich habe sie nicht mehr auseinander bekommen. Es war, als wollte man einen klumpen Stahl auseinander ziehen. Page aber hatte eine Theorie und sie brauchte nur eine Stunde, um sie zu beweisen. Sie positionierte zwei Roboterarme an der Versiegelung und ließ sie methodisch mit unterschiedlich abgestufter Kraft an den Hälften ziehen. Bei genau 12,4 Newton öffnete sich die Versiegelung. Travis meinte zu verstehen. Sie öffnet sich also nicht, wenn nur ein Hauch Kraft mehr oder weniger angewendet wird, richtig? Sie nickte. Man muss etwa eine Sekunde lang exakt diese Kraft anwenden. Weicht sie in diesem Zeitraum auch nur ein Centinewton nach oben oder unten hin ab, lässt sich die Versiegelung nicht öffnen. Ist ewig lange her, dass ich in der Highschool Physik hatte, sagte Travis. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt einen Physikkurs belegt hatte. Was genau habe sagen wir mal, es bedarf einer Kraft von 12,4 Newton, um eine gebundene Ausgabe von Krieg und Frieden hochzuheben. Reißt man 20 Seiten heraus, sind nur noch 12,3 Newton erforderlich. So hauchfein ist der Unterschied hier. Da bleibt wenig Spielraum. Sie machen sich keinen Begriff. Auch nachdem wir wussten, welcher Kraft es für wie lange bedurfte, hat keiner von uns die Versiegelung noch einmal aufbekommen. Es ist so gut wie unmöglich. Nur bei mir hat es ohne dieses Vorwissen gleich beim ersten Mal geklappt. Die Chancen darauf standen 1 zu 100.000. Es war reiner Zufall. Ihr Gesicht nahm wieder den nervösen angespannten Ausdruck an, der Travis bei ihr aufgefallen war, als sie unten vor seiner Wohnung gestanden hatte. Womit all das hier, wenn man es genau bedenkt, meine Schuld ist. Der Angriff auf die Wagenkolonne, alles. Wenn ich nicht bei Tangent angefangen hätte, wäre all das nicht passiert. Diese Entität und ihr Gegenstück hätten bis in alle Ewigkeit versiegelt auf dem Laborregal gelegen. Während sie sprach, starrte Travis abwesend vor sich hin und dachte darüber nach, warum die unbekannten Konstrukteure dieser Entitäten sie wohl in Versiegelungen einschlossen, die so schwierig zu öffnen waren. Er musste an kindersichere Verschlüsse bei chemischen Reinigungsmitteln denken und spürte, wie ihn spontan eine Gänsehaut überlief. Weil wohl zu vermuten war, dass die unbekannten Wesen auf der anderen Seite der Pforte ihre Vorsichtsmaßnahme aus ganz ähnlichen Gründen getroffen hatten. Diese schwarzen Zylinder mochten für sie bloße Werkzeuge sein, aber sie waren trotzdem brandgefährlich. Gefährlich sogar für ihre Schöpfer. Travis senkte den Blick auf den Anknopf und sah dann Bethany an. Auch sie folgte seinem Blick. Das Zylinderende mit der eingelassenen Linse ragte ein kleines Stück über die Sofakante hinaus und war in den Raum gerichtet. »Tun wir es einfach«, sagte Travis. Bethany nickte. »Wollen wir bis 13? Nein.« Travis drückte auf den Knopf. Die Wirkung erfolgte augenblicklich. Travis spürte, wie der Knopf unter seiner Fingerspitze klickte und schon schoss aus der Linse am Zylinderende ein langgezogener schmaler Lichtkegel, der sich nur mäßig erweiterte, auf anderthalb Metern vielleicht um dreißig Zentimeter. Das Licht selbst war dunkelblau, nahezu violett. Drei Meter vor der Linse hörte der Lichtkegel mitten in der Luft auf, als befände sich dort eine Projektionswand. Was er dort in die Luft projizierte, etwa in Brusthöhe, weil der Zylinder auf dem Sofa leicht nach oben zeigte, war eine schwarze Scheibe von sechzig Zentimetern Durchmesser. Travis starrte die Scheibe an. Für einen Moment verlor er jedes Zeitgefühl. Aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie Bethany ihm einen raschen Blick zuwarf, dann jedoch sofort wieder die Scheibe ansah, ebenso gespannt wie er. Mehr Zeit verstrich, ohne dass sich an der Scheibe etwas veränderte. Travis wusste nicht, was er genau erwartete. Vielleicht, dass ihnen die Projektion irgendetwas zeigte. Ein auf der anderen Seite des Portals entstandenes Video. Etwas von solcher Tragweite, dass Page es für unerlässlich gehalten hatte, es dem Präsidenten vorzuführen, frage ich nur, inwiefern das bei ihm einen Nerv getroffen haben mochte. Er sah die Scheibe an. Bethany sah die Scheibe an. Nichts passierte. Die schwarze Scheibe schwebte einfach nur am Ende des Lichtstrahls in der Luft. Travis fiel auf, dass sie nicht spiegelte. Durch die großen Fenster des Zimmers flutete helles Tageslicht herein. Hätte es sich um eine blanke Oberfläche gehandelt, hätten sie beide auf dem Sofa lediglich einen grellen Widerschein des Lichts gesehen. Auf einem so positionierten Fernseher mit Glasbildschirm etwa, wäre aufgrund des Spiegeleffekts nichts zu erkennen gewesen. Von der Scheibe aber spiegelte nichts wider. Sie war so stumpf wie ein Stück Stoff. Und selbst Stoff wäre durch das Licht im Zimmer optisch aufgehellt worden. Hätte eher grau als schwarz gewirkt, unabhängig davon, wie dunkel er war. Die Scheibe aber war einfach nur tief schwarz. Travis drängte sich dafür nur eine Erklärung auf. Du heilige Scheiße, sagte Bethany. Travis wandte sich ihr zu und sah, dass sie offenbar zu demselben Schluss gelangt war wie er. Einige Sekunden lang saßen sie schweigend da. Dann stand Travis vom Sofa auf. Unwillkürlich geradezu. Das eben noch von seinem Gewicht nach unten gedrückte Sitzpolster hob sich und etwas von dieser Bewegung übertrug sich auf das mittlere Polster, auf dem der Zylinder lag. Travis sah, wie die schwarze Scheibe oder das, was wie eine Scheibe aussah, sich ein Stückchen hob und dann wieder senkte, während der Lichtkegel durch die Luft zitterte. Ein Phänomen, das sich gleich darauf wiederholte, als Bethany ebenfalls aufstand. Travis bewegte sich auf die Scheibe zu und hielt dabei sorgsam Abstand von dem Lichtkegel. Bethany auf der anderen Seite folgte seinem Beispiel. Dann stockte ihr hörbar der Atem und sie hielt inne. Travis sah zu ihr. Obwohl alle Fenster in der Suite geschlossen waren, wurde ihr Haar durch einen steten Luftzug bewegt. Sie wandte das Gesicht direkt diesem Fächern zu, das mindestens so stark war wie die Luftbewegung durch ihn direkt aus der Scheibe zu kommen, was aber im eigentlichen Sinne nicht stimmte, denn es handelte sich gar nicht um eine Scheibe. Es war eine Öffnung. Travis stand da wie betäubt. Zu unmöglich schien das, was er hier vor sich sah. Sobald er wieder halbwegs klar denken konnte, suchte er fieberhaft nach einer Erklärung für das, womit sie es hier zu tun hatten, soweit das überhaupt möglich schien. Die Projektion war eine Öffnung, ein Loch, mitten in der Luft, wie ein Türdurchgang zwischen zwei Zimmern. Auf dieser Seite befand sich die Präsidentensuite im Ritz-Karten in Washington und auf der anderen Seite ... Was genau befand sich dort? Der aus der Öffnung dringende Luftzug fächelte weiter durch Bethanys Haar. Auch der Stoff ihrer Bluse bewegte sich leicht. Ihr Blick war ausdruckslos, als wüsste sie noch nicht recht, was sie von der Sache halten sollte. Travis ging es ganz ähnlich. Er machte noch einen Schritt vorwärts. Nun war er nur mehr einen guten halben Meter von der Öffnung entfernt, sozusagen in Griffweite. Wenn er gewollt hätte, hätte er jetzt hineingreifen können. Auch aus dieser größeren Nähe sah sie nicht anders aus als vorher. Immer noch schwarz, so schwarz wie ein offenes Fenster in einer mondlosen Nacht, von einem hell erleuchteten Zimmer aus betrachtet. Bethany trat auf ihrer Seite ebenfalls näher. Bislang hatten sie es beide sorgsam vermieden, auch nur die Hand in den Projektionskegel zu stecken. Der leise Windzug machte sich nach wie vor hauptsächlich bei Bethany bemerkbar. Doch aus dieser Entfernung nahm nun auch Travis etwas davon wahr. Was ist dort auf der anderen Seite? fragte Bethany im Flüsterton. Travis schüttelte nur ratlos den Kopf. Der Ort auf der anderen Seite musste sich auf jeden Fall im Freien befinden. Dort ging Wind und es war Nacht, was die Lage des Ortes zu jedem Zeitpunkt auf die Hälfte der Erde eingrenzte. Vorausgesetzt, der Ort Travis fragte sich, ob die herausströmende Luft wohl irgendwie schädlich war. Falls ja, war es nun wahrscheinlich zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Die Versuchstiere in Border Town waren jedenfalls nicht davon beeinträchtigt worden. Auf einmal begriff Travis, wozu sie eingesetzt worden waren. Paige hatte sie durch die Öffnung gesteckt, um zu prüfen, ob die Schwelle gefahrlos überschritten werden konnte. Er sah Bethany an. Sie starrte mit verengten Augen in die finstere Öffnung, während ihr vermutlich gerade ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen wie ihn. Sie wandte sich ihm zu. Erinnern Sie sich an das Ende von Paige's Anruf? Sie hat etwas gesagt wie »Du kannst hindurch gehen und zurück kommen. Förmlich geschrien hat sie das. Travis nickte. Der aus der Öffnung dringende Wind änderte leicht die Richtung. Travis spürte es an den Ärmen seines T-Shirts. Auch den Geruch des Ortes auf der anderen Seite konnte er nun wahrnehmen. Mehrere Gerüche sogar. Intensive Naturgerüche nach Kiefernadeln, totem Laub, reifen Äpfeln, scharf und frisch herangetragen von einem Wind, der an die zehn Grad kühler sein mochte, als die klimatisierte Luft in der Hotelsuite. Die andere Seite der Öffnung führte sich an und roch wie eine Herbstnacht auf dem Lamp. An welchem Ort der Erde herrscht gerade ein Klima wie im Herbst im Norden der USA? fragte Travis. Nach kurzem Nachdenken zuckte Bethany die Achseln. Im Westen Kanadas, eventuell an der Küste, ein paar hundert Mal nördlich von Seattle, ich habe wirklich keine Ahnung. Fest steht jedenfalls, dass es dort jetzt noch dunkel sein dürfte. Travis sog mit einem neuen Atemzug tief die Luft ein, die von dem kühlen Wind hereingetragen wurde. Das ergibt keinen Sinn, sagte er. Selbst wenn diese Öffnung hier tatsächlich zu einem Ort führt, der tausende Meilen weit weg ist, so beeindruckend das auch wäre, was könnten Page und die anderen von diesem Ding erfahren haben? Was könnte sonst wer davon erfahren, was er nicht auch erfahren kann, indem er schlicht per Flugzeug zu diesem Ort reist? Es muss mehr dahinter stecken, als wir bis jetzt vermuten, sagte Bethany. Was das war, würden sie kaum herausfinden, wenn sie einfach nur herum standen. Travis drehte sich um und ließ suchend den Blick durchs Zimmer schweifen. Auf einem Couchtisch in der Nähe lag die in ledergebundene Karte für den Zimmerservice. Er holte die Karte und kehrte an seinen alten Standort neben der Öffnung zurück. Er hielt eine Hälfte der Karte in den Lichtkegel und verdeckte auf diese Weise einen Teil des Lichts, ein Drittel oder sogar mehr, so dass dieses Licht die schwarze Öffnung nicht mehr erreichen konnte. Auf die Öffnung aber hatte das keinen Einfluss. Etwas so Unwirkliches hatte Travis vielleicht noch nie zuvor gesehen. Es war, als würde man seine Hand in den Lichtstrahl eines Filmprojektors stecken und die Umrisse der eigenen Finger deutlich im Lichtkegel sehen, aber keinerlei Schatten auf der Filmleinwand. Klar, logisch, sagte Bethany. Es musste so konstruiert werden, dass das Loch auch dann offen bleibt, wenn der Lichtstrahl teilweise verdeckt ist, weil man ja beim Hineinsteigen zwangsläufig den Lichtstrahl mit dem eigenen Körper blockiert. Travis fragte sich, wie viel von dem Lichtstrahl wohl verdeckt werden konnte, ehe die Öffnung verschwand. Er bewegte die Karte im Lichtkegel langsam in Richtung Sofa, auf die Linse in dem Zylinder und damit auf den schmaleren Teil des Lichtstrahls zu. Währenddessen behielt er die Öffnung im Auge, sah zu, wie das Rechteck des verdeckten Lichts immer größer wurde, bis es erst die Hälfte und dann drei Viertel des Lichtstrahls ausmachte. Die Öffnung blieb vollkommen unbeeinträchtigt, flackerte nicht einmal. So blieb es, bis nur noch ein dünner Streifen blaues Licht das Loch erreichte. Fünf Prozent der Gesamtmenge vielleicht. Als Travis das Licht noch weiter verdeckte, verschwand die Öffnung. Gleichzeitig leuchteten in dem Licht, das jetzt auf die ledergebundene Karte fiel, Symbole auf. Offenbar aus derselben Schrift, wie die Symbole, die in die Bedienungsknöpfe gekerbt waren. Vielleicht stand dort gerade Blockadefehler. Oder auch »Hör auf, das Licht zu blockieren, du Armleuchter!« Travis zog die Karte zurück. Und sofort war die Öffnung wieder da. Er legte die Handfläche auf die Karte. Sie fühlte sich ebenso kühl an wie zuvor. Dann hielt er sie sich dicht vor die Augen, kippte sie so, dass das Sonnenlicht direkt auf die Oberfläche fiel. Irgendwelche Beeinträchtigungen oder Schäden waren nicht zu erkennen. Er kehrte zu der Öffnung zurück, weiterhin mit der Karte in der Hand. Er wechselte einen Blick mit Bethany. Also los geht's. Er hielt die Karte voll in den Lichtkegel und schob sie dann zur Hälfte in die Öffnung mitten in der Luft. Sie traf auf keinen Widerstand. Die vordere Hälfte der Karte glitt einfach hindurch, als wäre die Öffnung nicht mehr als ein Loch in der Wand, das in mit ihnen im Zimmer, obwohl ein Teil von ihr zugleich ganz woanders war, weit, weit weg von ihnen, in der nächtlichen Luft einer ländlichen Gegend auf der anderen Seite der Welt. Travis zog die Karte aus der Öffnung heraus und warf sie auf einen Sessel ganz in der Nähe. Er wandte sich wieder Bethany zu. Mehr Sachen, mit denen wir es probieren könnten, habe ich nicht, es sei denn, sie kennen einen Laden hier in Washington, wo man Labormäuse bekommt. Ich denke, uns bleibt wohl nichts übrig, als selbst die Labormäuse zu spielen. Sie zogen sämtliche Vorhänge im Wohnzimmer der Suite zu und schlossen die Türen, die in die übrigen Räume führten. Ihre Augen hatten sich bald an die nun herrschende, fast vollständige Dunkelheit gewöhnt, die sich jedoch auf die Öffnung in keiner Weise auswirkte. Der Ort auf der anderen Seite sah so pechfinster aus wie zuvor. Travis trat in den Lichtkegel und stellte sich direkt vor die Öffnung. Von dem blauen Licht, das von hinten auf seinen Rücken fiel, spürte er nichts. Auch die bloß liegende Hand in seinem Nacken und an den Armen fühlte sich normal an. Travis ließ den kühlen Wind eine Weile über sich hinweg streichen. Er schloss die Augen, horchte. Hinter sich, selbst durch die geschlossenen Fenster, konnte er die Geräuschkulisse Washingtons hören. Das Rauschen des Verkehrs, das Hupen irgendeiner Baumaschine auf einer Baustelle, das Brummen einer Propellermaschine. Aus der Öffnung vor ihm aber drangen ebenfalls, wenn auch nur sehr leise Geräusche, die nächtlichen Laute von Insekten und möglicherweise Fröschen. Vorher waren sie ihm noch nicht aufgefallen, und er versuchte, sie genauer zu isolieren. Die Geräusche drangen anscheinend nur von einigen vereinzelten Stellen herüber, was nachvollziehbar war. Hätte drüben auf der anderen Seite noch Sommer geherrscht, wäre das nächtliche Insekten Konzert geradezu überwältigend gewesen. Milliarden winziger Krachmacher, die auch noch von Weitem nicht zu überhören gewesen wären. An dem Ort auf der anderen Seite der Öffnung aber, in Kanada oder sonst wo, war der Sommer längst vorbei. Die Nachtluft erinnerte an jene Phase im Spätherbst, wenn alles Lebende sich entweder in schützende Baue zurückgezogen hatte oder schlicht zugrunde gegangen war. Travis hatte den Eindruck, den letzten paar hartnäckigen Überlebenden der Gegend zu lauschen. Nur noch wenige Nächte, dann würden vermutlich auch sie verstummen, und ringsum würde nur noch die tödliche Stille des herannahenden Winters herrschen. Travis steckte die Hand in die Öffnung. Aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie Bethany bei diesem Anblick leicht zusammenzuckte, obwohl sie damit ja gerechnet haben musste. Seine Hand fühlte sich prima an. Er senkte sie zum unteren Rand der Öffnung, berührte ihn jedoch nicht, überlegte, ob dieser Rand wohl irgendwie gefährlich war. Funktionierte er wie eine Art Rasierklinge zwischen dem Raum auf dieser und dem Raum auf der anderen Seite? Würden seine Finger, wenn er jetzt die Hand darauf niedersenkte, säuberlich abgetrennt und dann ins Dunkel auf der anderen Seite purzeln? Falls die Zeit gehabt, auf irgendwelche Einzelheiten einzugehen? Ob er noch einmal die Karte holen und den Rand damit prüfen sollte? Travis verwarf den Gedanken. Stattdessen senkte er vorsichtig die Hand, jederzeit bereit, sie wieder zurückzuziehen. Seine Finger landeten auf einem glatten, abgerundeten Rand, etwa so dick wie das Rohr eines Hula-Hoop-Reifens. Er war so kühl und stabil wie Stahl. Travis übte mit der Hand kurz starken Druck auf den Rand aus, ohne jede Auswirkung. Eigenartig. Bei der Bewegung des Zylinders vorhin auf dem Sofa war die Öffnung geschmeidig auf- und abgewippt, durch direkte Kraftanwendung aber konnte sie nicht bewegt werden. Sie war so unverrückbar wie ein Loch, das in eine Stahlwand gefräst war. Travis duckte sie und steckte den Oberkörper durch das Loch, in die Nacht, auf der anderen Seite. Wo er sofort sah, was von der Suite aus natürlich nicht zu sehen war, einen Nachthimmel voller Sterne, scharf und klar umrissen in der Dunkelheit. Von einem Horizont zum anderen dehnte sich in einem lang gestreckten diffusen Bogen die Milchstraße. Die dünne Mondsichel hing tief am Himmel, als wäre sie erst vor einer Stunde aufgegangen, oder als würde sie in einer Stunde sein Leben lang kannte. Der Ort, von dem aus er diesen Nachthimmel sah, so viel stand fest, befand sich also zumindest auf dem Planeten Erde. Seine Augen begannen bereits, sich an die Dunkelheit auf dieser Seite zu gewöhnen, die wesentlich tiefer war, als in der Suite mit den zugezogenen Vorhängen. Nach und nach schelten sich vor seinen Augen erste Einzelheiten in der nächtlichen Landschaft heraus. Er spitz aufragende Kiefern und breiter ausfächernde Laubbäume, seltsam farblos im schwachen Licht des Mondes. Er sah noch andere Formen, die er aber nicht zu deuten wusste. Merkwürdige geometrische Formen ragten hier und da aus dem Wald in die Höhe, wie riesige Baugerüste oder Türme aus Bambusrohr. Genauere Einzelheiten waren nicht zu erkennen, dazu war es zu dunkel. Selbst Entfernungen waren schwer zu schätzen. Travis senkte den Blick und sah direkt unter sich die Fundamente eines solchen Bauwerks. Seine komplexe Form erhob sich in der Dunkelheit knapp hinter seinem Standort. Die einzige Form, die er noch erkennen konnte, erhob sich sehr hoch und schmal, aber stabil wirkend am Horizont mindestens eine Meile weit weg. Selbst aus dieser Entfernung war die Höhe des Objektes beeindruckend. Es überragte die Bäume locker um das Fünffache. Er spähte angestrengt hinüber, konnte jedoch außer dem groben Umfang und der Höhe keine Einzelheiten erkennen. Irgendwie fühlte er sich an einen Industrie- Schlot erinnert, der gewaltig aus irgendeiner Fabrik aufragte. Rauch allerdings war nirgendwo zu sehen und auch keine Fabrik, es sei denn, da drüben waren alle Lichter abgeschaltet. Er nahm eine Bewegung wahr und gleich darauf tauchte Bethany neben ihm auf, die sich ebenfalls durch die Öffnung beugte. Er rückte etwas zur Seite, damit sie Platz hatte. Kurze Zeit standen sie Travis sah noch einmal zum Mond und entschied, dass er inzwischen höher stand als eben noch. Die Mondsichel war sehr schmal, was nur bedeuten konnte, dass die Sonne nicht mehr sehr tief unterhalb des Horizonts stand. In spätestens einer Stunde würde der Morgen dämmern, worauf jetzt allerdings noch nichts hindeutete. So eine stockfinstre Landschaft habe ich ja noch nie gesehen, sagte Bethany. Am Horizont ist nicht die geringste Lichtverschmutzung zu erkennen. Dazu müsste selbst die nächste mittelgroße Stadt über hundert Meilen entfernt sein. Gleichzeitig aber haben Menschen hier große Bauten errichtet, die nicht näher zu identifizieren sind. Von dem Monstrum da am Horizont ganz zu schweigen. Sie deutete mit der Hand auf das hohe Bauwerk in der Ferne. Es dürfte an die vierzig Stock hoch sein, vielleicht sogar noch höher. Nach kurzem Schweigen wandte sie sich ihm zu. Wo bitte schön sind wir hier? Travis wusste es auch nicht. Möglicherweise, mutmaßte er, handelte es sich um eine militärische Anlage, die aus Sorge um die öffentliche Sicherheit oder, das schien wahrscheinlicher, aus Gründen der Geheimhaltung in einer entlegenen Wildnis errichtet worden war. Warum aber sollte ein Gerät außerirdischen Ursprungs ihnen zufällig gerade so einen Ort zeigen? Wieso genau sollte es ihnen überhaupt einen bestimmten Ort zeigen und nicht wahllos irgendeine beliebige Gegend? Selbst wenn sich der Ort auf der anderen Seite in einer bestimmten Entfernung und Richtung von ihrem Standort aus befand, kamen dafür zig beliebige Gegenden in Frage. Der einfachen Wahrscheinlichkeit nach, hätten sie jetzt ebenso gut den Ozean vor sich erblicken können. Eine weit offene Prärie, eine arktische Tundra oder auch eine Straße in irgendeiner Großstadt mit einem McDonald's, einem Starbucks und einem halben Dutzend Ampeln. Ich habe keine Ahnung, sagte Travis. Bethany setzte zum Sprechen an. Da drang aus den Bäumen direkt unter ihnen ein langgezogener schriller Schrei. Bethany zuckte heftig zusammen und suchte Halt an seinem Arm, worüber Travis insgeheim ganz froh war, denn so bekam sie nicht mit, dass er vor Schreck selbst am ganzen Körper erstarrt war. Da erkannte er das Geräusch und beruhigte sich im Nun. Es war nur das Heulen eines Wolfs. Während es langsam erstarb, legte Travis den Kopf schräg und horchte. Direkt Trallen scharrten über einen Untergrund, der sich ungewöhnlich hart anhörte. Stein hätte er getippt, wenn ein Wald auf blankem Stein hätte gedeihen können. Etwa hundert Meter weiter machten die Wölfe Halt und erneut war Geheul zu vernehmen, erst von einem Wolf, dann noch von einem zweiten. Einige Sekunden verstrichen und dann drang aus den Bäumen eine halbe Meile weiter weg ein mehrstimmiges Antwortgeheul herüber. Das Wolfsrudel in der Nähe hatte eben angefangen darauf zu antworten, als im Wald irgendwo zwischen den Rudeln ein neues Geräusch aufkam, das beide Rudel sofort zum Schweigen brachte. Diesmal zuckte Bethany nicht direkt zusammen, aber Travis merkte, wie ein heftiges Zittern sie durchlief, ihm selbst gefror förmlich das Blut in den Adern. Kein Wunder, war er dank, die ihm ihre Gene weiter vererbt hatten, sozusagen biologisch darauf geeicht, dieses Geräusch zu fürchten. Das guturale, volltönende Gebrüll eines Löwen. Ein Löwe. Inmitten von Wölfen. In einem Mischwald so hoch im Norden, dass die Witterung im August bereits etwas Spätherbstliches hatte. Okay. Wo, bitteschön, sind wir hier, ist die falsche Frage, sagte Bethany. Wo, verdammt noch mal, sind wir hier? Zehn Minuten später schimmerte am Horizont die erste Morgenröte. Wiederum fünf Minuten darauf war es hell genug, um alles deutlich erkennen zu können. Jetzt sahen sie, was es mit diesen gerüstartigen Strukturen ringsumher auf sich hatte, und auch den turmhohen Umriss am Horizont erkannten sie nun. Sie hatten ihn in ihrem Leben schon zigmal gesehen, in Filmen und im Fernsehen. Jetzt wussten sie genau, wo sie sich befanden, und begriffen, dass es vollkommen falsch war, die Frage nach dem Wo zu stellen. Travis ging an den Fenstern auf der Westseite des Zimmers auf und ab. Die Vorhänge waren wieder geöffnet. Es bestand kein Grund mehr, sie noch länger geschlossen zu halten. An dem Ort auf der anderen Seite der Öffnung war es inzwischen ebenfalls hell, wenn auch das Tageslicht dort durch dichte Bewölkung gedämpft wurde, die bei Morgengrauen aufgezogen war. Er überlegte, wie Paige und die anderen wohl reagiert hatten, als sie den Zylinder das erste Mal erprobten. Sie waren mit Portalstechnologie seit langem vertraut, beschäftigten sich seit Jahren damit. Vielleicht war es ihnen nicht weiter schwer gefallen, sich gedanklich auf das einzulassen, was sich jenseits der projizierten Öffnung befand. Travis tat sich schwer damit. Bethany schien es ganz ähnlich zu gehen. Sie saß auf dem Sessel, auf den Travis zuvor die Zimmerservice Karte geworfen hatte und starrte vor sich hin, verengte immer wieder die Augen, während sie angestrengt über die Lage nachdachte. Travis ging zu den Fenstern an der Südwand des Zimmers und starrte hinaus. In etwa anderthalb Meilen Entfernung erhob sich dort das Washington Monument. Mit seiner Höhe von knapp 170 Metern war es das bei weitem höchste Bauwerk der Stadt. Gleißend hell schimmerte der Obelisk aus weißem Marmor im Sonnenschein. Nach einer Weile wandte Travis sich vom Fenster ab und trat an die in den Raum projizierte Öffnung, die mehr oder weniger nach Süden zeigte. Er steckte den Kopf hindurch und blickte zum Washington Monument hinüber, das dort aus dem dichten Wald aus Kiefern und Laubbäumen aufragte, seltsam stumpf und grau unter dem des Verfalls aus den Bäumen empor. Nur die allerhöchsten waren noch nicht vollständig von Würgefeigen überwuchert. Travis senkte den Blick auf die Überreste des Ritz Karten unterhalb von ihm. Bis auf die zu einem großen Teil eingestürzte Südwestecke war das Gebäudeskelett so weit erhalten. Hier und da waren noch Fußböden aus Gussbeton intakt geblieben. Meist aber war nur noch das Gerippe aus Bewährungsstahl übrig, weil der Beton längst zerbröckelt und in die Tiefe gestürzt war. Durch Lücken zwischen den Bäumen konnte Travis bis zur Erde zehn Stockwerke tiefer hinabsehen. Auf die Überreste der Vermont Avenue, aufgesprengt durch jahrelange Wucherung von Pflanzenwurzeln und die Einwirkung von Frost. Er dachte an das scharrende Geräusch der Pfoten, das er gehört hatte, als unten in der Finsternis die Wölfe vorüber liefen. In der Ukraine gibt es eine Stadt namens Pribyad, sagte Bethany unvermittelt, in unmittelbarer Nähe des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Travis zog den Kopf aus der Öffnung zurück und wandte sich ihr zu. Die Stadt hatte früher 50.000 Einwohner, die wenige Tage nach dem Reaktorunglück evakuiert wurden, fuhr sie fort. Seither ist Pribyad eine Geisterstadt, die vor allem weil sie eine Vorschau darauf liefert, wie es auf der Welt aussehe, wenn wir Menschen eines Tages einfach verschwenden. Schon nach wenigen Jahren haben dort Baumschösslinge mitten im Straßenasphalt Wurzeln geschlagen. Wir können davon ausgehen, dass hier dasselbe passieren würde. Anhand des Alters der Bäume auf der anderen Seite können wir also Rückschlüsse auf den zeitlichen Rahmen ziehen, mit dem wir es hier zu tun haben. Wie viel Zeit könnte vergangen sein? Travis nickte. Bei einer Kiefer da draußen, dem höchsten Baum weit und breit, habe ich 67 Astringe gezählt. Ein Astring entspricht mehr oder weniger einem Jahr. Gehen wir also mal von siebzig Jahren aus, sagte Bethany. Auf der anderen Seite der Öffnung ist es folglich siebzig Jahre nach dem Weltuntergang. Wann immer der genau stattfinden mag. Alles Weitere fügt sich ziemlich mühelos zusammen, sagte Travis, der wieder an den Fenstern seine Runden drehte. Bethany saß mit dem selben betäubten Gesichtsausdruck wie zuvor auf dem Sessel. Travis fuhr fort. Paige und die anderen haben die Zylinder in Border Town aktiviert. Wer weiß, was sie dort auf der anderen Seite gesehen haben. Vielleicht ist der Gebäudekomplex an diesem fernen Punkt in der Zukunft einfach nur verlassen. Wie dem auch sei, am nächsten Morgen haben sie jedenfalls die Versuche mit den Zylindern oben in der Wüste fortgesetzt und viel Zeit dort verbrat. Sie haben Funk- und Satellitentechnik durch die Öffnung geschafft und auf der anderen Seite aufgebaut, weil sie herausfinden wollten, ob zu der Zeit noch irgendjemand am Leben ist, ob dort noch irgendjemand Kommunikationssignale aussendet. Bethany wandte ihm das Gesicht zu. Ihr Blick hatte etwas gequältes. Ob sie wohl irgendwen gehört haben? Das ist die Frage, sagte sie. Travis dachte kurz nach. Tja, irgendetwas haben sie jedenfalls in Erfahrung gebracht. Etwas so Spezifisches, dass sie entschieden, sich an den Präsidenten zu wenden, weil sie sich von ihm dazu Aufschluss erhofften. Das erste Stück des Puzzles, sagte Bethany. Travis nickte. Es könnte alles Mögliche gewesen sein, irgendein militärisches Signal, das auch nach Jahrzehnten noch selbsttätig auf einer Dauerschleife gesendet wurde, oder irgendetwas ganz anderes, wer weiß. Und wenn sie selbst nicht daraus klug wurden, was lag da näher, als sich an den Präsidenten zu wenden, um über ihn in Kontakt zu den Leuten zu treten, darüber nach, nickte bedächtig. Travis kehrte wieder zu der Öffnung zurück und beugte sich hindurch, ließ den Blick über die Ruinen der Stadt schweifen. Was war bloß geschehen? Ein Atomkrieg schied aus, denn in dem Fall wäre Washington restlos eingeäschert worden. Denkbar, dass sich an der Städte der Verwüstung Jahre später wieder ein Baumbestand entwickelte, Stahlgerüste von hatte einen ganz konsequenten Plan gefasst, sagte Travis. Sie wollte mit den anderen zusammen mit dem Zylinder an verschiedene Orte reisen, dort in die Zukunft überwechseln und in den Ruinen nach Indizien suchen, um herauszufinden, wie genau die Welt untergeht und wie sich das verhindern lässt. Diesen Plan werden sie dem Präsidenten vermutlich dargelegt haben. Er zog den Kopf aus der Öffnung zurück und wandte sich zu Wettering um. Also entwickeln wir mal eine Theorie. Angenommen, der Präsident ist jetzt gerade in etwas verwickelt, wovon kein Mensch etwas erfahren soll. Etwas, das bereits geschieht oder vielleicht demnächst in Gang gesetzt werden soll. Page und die anderen haben in der Zukunft irgendeinen greifbaren Fingerzeig darauf entdeckt, der ihnen zwar noch keine konkreten Rückschlüsse erlaubte, der Präsident aber konnte ihn sofort identifizieren. Und als er diesen Beleg sah, wurde ihm klar, was für eine Gefahr sie für ihn darstellten, weil sein Geheimnis in der jetzigen Gegenwart zwar gut geschützt ist, aber in der Zukunft nicht länger abgeschirmt werden kann. Würde also dort jemand zu suchen anfangen, könnte er dem Geheimnis letzten Endes auf die Spur kommen. Travis blickte kurz sinnend ins Leere. Was genau hat er zu verbergen? Vielleicht einfach seine Komplizenschaft bei dem, was mit der Welt geplant ist, sagte Bethany. Mal angenommen, die Sache, an der er derzeit heimlich beteiligt ist, schlägt fehl, und zwar katastrophal. Eine Sache, die so groß ist, dass sie sich sogar seiner Kontrolle entzieht und die, wenn sie fehl schlägt, die ganze Welt mit in den Abgrund reißt. Vielleicht haben Page und die anderen in der Zukunft Informationen sicherstellen können, die uns helfen könnten, das Ganze zu verhindern. Irgendwas, das uns zumindest eine Chance dazu bietet. Doch dabei sind sie dann der Beteiligung von Präsident Curry daran auf die Spur gekommen. Mein Gott, könnte es tatsächlich so simpel sein? Würde er lieber den Weltuntergang in Kauf nehmen, als Gefahr zu laufen, dass jemand seiner Schuld daran auf die Schliche kommt? Travis dachte kurz über diese Möglichkeit nach. So gern man das ausschließen würde. Es klingt leider und mehr als plausibel. Bethany war inzwischen zu entsetzt, um sich noch so etwas wie ein Lächeln abbringen zu können. Solange wir nicht wissen, was Page genau gefunden hat, tappen wir notgedrungen im Dunkeln, sagte Travis. Er wandte sich von der Öffnung ab und kehrte an die Fenster mit Blick nach Süden zurück, starrte die Vermont Avenue hinab zu dem Hochhaus die dort jetzt ganz allein in irgendeinem Raum lag, auf ihren Tod wartete. Trotz seiner beträchtlichen Kräfte schien der Zylinder als Hilfsmittel, um sie dort heraus zu bekommen, leider gänzlich ungeeignet. Travis verschränkte die Unterarme über dem Kopf und lehnte sich damit ans Fenster. Er schloss die Augen und stieß langsam die Luft aus. Und dann kam ihm eine Idee. Sie hatten den Plan innerhalb weniger Minuten ausgearbeitet. Danach ließ Travis sich von einem Taxi vier Meilen weit ans andere Flussufer nach Virginia bringen, wo er einen Laden für Jagd und Campingbedarf ausfindig machte. Dort besorgte er eine Repetierflinte Typ Remington 870 mitsamt 100 Schuss Schrot Munition, ein 15 Meter langes Bergsteigerseil und einen geräumigen Seesack, in den das Seil und die in ihre Einzelteile zerlegte Flinte bequem hineinpassten und zahlte am Ende mit seiner Kreditkarte unter dem Namen Rob Pullman. Von einem anderen Taxi ließ er sich nach Washington zurückbringen und verstieß gegen alle möglichen Gesetze, indem er das Ritz Carleton mit einer Schusswaffe samt Munition betrat. Mit dem Aufzug fuhr er in den zweiten Stock, wo Bethany unter dem Namen René in der Zwischenzeit ein einen Sessel gelegt, von dem aus er die Öffnung drei Meter weiter weg in Brusthöhe in die Luft projizierte, ganz wie schon in der Suite einige Stockwerke höher. Travis stellte den Seesack ab und trat an die Öffnung. Von dieser Etage aus bot sich ein gänzlich anderes Bild als oben. Jetzt befanden sie sich mitten zwischen den Bäumen, nur etwa acht Meter über dem von Unkraut überwucherten Asphalt unten am Waldboden. Von dem Wind, den sie oben über den Baumkronen wahrgenommen hatten, war hier unten nichts zu spüren. Travis beugte sich durch die Öffnung, um die nähere Umgebung zu begutachten. Stahlträger waren nirgends zu sehen. Dieses Zimmer befand sich, ebenso wie die Präsidentensuite an der Südwestecke des Gebäudes, das in der Zukunft zu einem Trümmerhaufen aus rostigen Stahlträgern bis auf die Grundmauern hinab eingestürzt war. Travis sah ringsherum etliche stabil wirkende Äste, aber alle ziemlich weit entfernt. Der nächstgelegene Ast mochte sich sechs Meter weit weg befinden. Ansonsten dehnte sich rings um die Öffnung nur leerer Raum. Und das war eindeutig von Vorteil. Wenn es in dieser Wildnis Löwen gab, fraglos Nachkommen von Tieren, die aus den Zoos entkommen waren, als die Welt ins Chaos stürzte, dann war hier auch mit allen möglichen anderen Raubtieren zu rechnen. Schwarzbären, Leoparden, Pumas. Lauter geschickte Kletterer, die vermutlich neugierig genug waren, einem Loch mitten in der Luft mit einem Hotelzimmer auf der anderen Seite auf den Grund gehen zu wollen. Die Mitarbeiter des Ritz überlegte Travis hatten in ihrem Haus über die Jahre mit Sicherheit schon die verrücktesten Sachen gesehen und erlebt, aber es bestand wirklich kein Grund, das jetzt noch irgendwie zu toppen. Bethany hinter ihm erriet offenbar, was ihm gerade durch den Kopf ging. Ich habe die Iris so positioniert, dass sie von außen nicht zu erreichen ist. Er richtete sich wieder im Zimmer auf und sah sie an. Die Iris? Sie gegeben. Und wieso Iris? Sehen Sie hin, was passiert, wenn man sie schließt. Travis trat von der Öffnung weg, während Bethany zu dem Zylinder ging. Als sie ihn vorhin in der Suite abgeschaltet hatte, war er nicht dabei gewesen, weil er bereits unterwegs gewesen war. Bethany drückte auf den Ausknopf und die runde Öffnung zog sich zusammen wie früher das Bild auf einem alten Fernsehgerät oder auch wie eine Iris, die auf einmal hellem Licht ausgesetzt ist. Sie schnurrte zu einem winzigen Punkt zusammen und war dann verschwunden. Bethany zuckte abermals die Achseln. Iris? Okay. Sie schaltete den Zylinder wieder an. Haben Sie auch den dritten Knopf mal ausprobiert? fragte Travis. Ja. Und was bewirkt er? Ungefähr das, womit man rechnen konnte? Er nickte. Nachdem sie der Funktionsweise der Entität auf den Grund gegangen waren, hatte er vermutet, dass der dritte Knopf mit der Bezeichnung aus in Klammern trennen bzw. verzögern Strich 93 Sekunden dafür sorgte, dass die Öffnung bei ausgeschaltetem Zylinder noch 93 Sekunden lang geöffnet blieb, getrennt von dem Lichtstrahl, durch den sie erzeugt worden war. Bethany drückte auf den Knopf. Etwa fünf Sekunden lang wurde der Lichtstrahl merklich heller und intensiver. Travis meinte zu verstehen, warum, um die Öffnung, die Iris, mit einem Schwall zusätzlicher Energie zu speisen. Ausreichend Energie, um sie 93 Sekunden lang aufrecht zu erhalten. Dann erlosch das Licht und die Iris blieb aus eigener Kraft geöffnet. Schauen Sie. Bethany legte die Hand um den Zylinder und bewegte ihn nach links und rechts. Die Iris fahrte an Ort und Stelle, ohne sich mitzubewegen. Wozu mag das gut sein? sagte Travis. Welchem Zweck sollte es dienen, die Schließung der Iris um anderthalb Minuten zu verzögern? Bethany zog die Augenbrauen in die Höhe und schüttelte den Kopf. Auch sie hatte keine Ahnung. Travis dachte nur kurz darüber nach. So interessant diese Funktion auch war. Eine Situation, in der sie Wert darauf legen könnten, die Iris erst mit Verzögerung zu schließen, konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Schon eher konnte er sich alle möglichen Lagen vorstellen, in denen es darauf ankam, die Iris schnellstmöglich zu schließen, was mit dem Ausknopf ja problemlos zu erledigen war. Er ging zu dem Seesack hinüber, öffnete ihn und machte sich daran, die Flinte zusammen zu setzen. Sie müssen nicht mitkommen, sagte Travis. Einige Minuten waren verstrichen. Er hatte die fertig zusammengesetzte und geladene Remington auf den Rücken geschnallt und stand an der Iris, die Hände um das robuste Seil gelegt, das mit einem Ende am Fuß eines Drehrockers an der Zimmerbar verteilt war. Der Sockel bestand aus massivem Stahl und war, wie Travis nach einer kurzen Belastungsprobe befunden hatte, mehr als genug stabil. Das Seil zog sich von dort aus quer durchs Zimmer und baumelte über den Rand der Iris drei Stockwerke hinab in die Tiefe, bis hinunter zu den korrodierten Trümmern der eingestürzten Hotellecke. Eben jener Drehhocker lag jetzt wahrscheinlich irgendwo dort unten, vollkommen verrostet mittlerweile. Bethany lehnte neben ihm und blickte zwischen den Bäumen umher. Der Wald ringsum war erfüllt von Vogelgezwitscher, Spatzen, Rotschultersterlinge. Es klang wie in jedem beliebigen Waldgebiet irgendwo im heutigen Amerika. Zwei Schützen sind besser als einer, sagte sie. Können sie denn schießen? Sie nickte. Auf Anordnung meines früheren Arbeitgebers musste ich immer eine Pistole mit mir führen und regelmäßig meine Schießkünste üben. Aus Sicherheitsgründen, weil ich natürlich über viel hochgeheimes Wissen verfügte. Sind sie auch schon mal ein Seil hochgeklettert? Ja, im Sportunterricht an der Junior High. Sonderlich gut war ich nicht, zugegeben, was aber vielleicht an der mangelnden Motivation lag. Sind sie ganz sicher, dass sie das tun wollen? Sie blickte eine ganze Weile in den Wald hinaus, ehe sie schließlich antwortete, ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich Travis kletterte ihr einen guten halben Meter voraus, um sie notfalls auffangen zu können, falls sie am Seil abrutschte, aber sie rutschte nicht ab. An dem Haufen verrosteter Stahlträger angelangt, prüfte Travis zunächst vorsichtig mit dem Fuß, ob er stabil genug zum Betreten war. Er war sogar wesentlich stabiler als erwartet, was nicht weiter verwunderlich war, wie Travis nach einem kurzen Blick in die Runde feststellte. Der Trümmerhaufen rostete jetzt seit Jahrzehnten vor sich hin und war unter dem Gewicht von Ästen, Schnee und Eis immer tiefer in sich zusammengesagt, mit der Folge, dass das Gewirr der Stahlträger nunmehr so untrennbar zusammengerostet war, als wäre alles miteinander verschweißt. Ein Kinderspiel aber würde die Überquerung trotzdem nicht werden. Die Trümmer füllten den zwei stockwerke tiefen Hohlraum zwischen den Grundmauern zu gelangen, mussten sie einen wahren Schwebe Balken Parcours bewältigen, über einem Gewirr aus schartigem, scharfkantigem Metall. Das bisschen Sonnenlicht, das von oben durch die Baumkronen drang, erhellte diesen Haufen nur spärlich, sodass unter ihnen bedrohliches Dunkel gähnte. Kaum vorstellbar, dass dort unten nicht irgendetwas lebte. Travis wandte sich zu Bethany um, die in die Tiefe hinab starrte. Vermutlich hegte sie gerade ähnliche Gedanken. Er bot ihr seine Hand. Sie nahm sie. Innerhalb einer halben Minute hatten sie den Parcours aus Stahlträgern überquert und kletterten über ein teilweise eingestürztes Stück Grundmauer auf die Vermitt Avenue. Travis spähte die Straße entlang nach Süden. Zwischen den dichten Kiefern nahmen die wenigen Lichtstrahlen, die vom bewölkten Himmel herunterdrangen, eine grünliche Blatt von einem der Laubbäume hernieder gesegelt. Die Straße war überraschend frei von Unterholz. In den Rissen, die sich kreuz und quer durch den Asphalt zogen, wucherte zwar jede Menge inzwischen verdorrtes Unkraut, aber ansonsten war die Straße noch gut zu erkennen, was wohl mit den Kiefern zusammenhing. Ihre herabgefallenen Nadeln führten eine Veränderung der Bodenqualität herbei, hindurch war in der Ferne das fünfzehnstückige Hochhaus an der Amstreet zu erkennen, in dem Page in der Gegenwart festgehalten wurde. Travis konnte sein Stahlträgerskelett eben noch hinter einem dichten Birkengehölz aufragen sehen, dort, wo sich einst der Kreisverkehr befunden hatte. Er zog die Sigg sauer aus dem Hosenbund und reichte sie Bethany. Sie sah sich die Pistole rasch an, tastete intuitiv mit dem Daumen nach dem Magazinlöseknopf, um sich damit vertraut zu machen, hob sie dann vors Gesicht und zielte probehalber, um die Visierung zu prüfen. Danke, sagte sie. Travis händigte ihr die drei Ersatzmagazine aus und sie steckte sie ein. Dann nahm er die Flinte vom Rücken und lud durch, sodass eine Patrone in die Kammer rückte. Aus der Hosentasche holte er eine weitere Patrone heraus. Er hatte noch ein Dutzend eingesteckt und schob Lager. Er drehte sich noch einmal nach dem Seil um, das über den Stahlträgern baumelte und sah hoch bis zu dem unwirklichen Anblick der Iris, die acht Meter über ihnen in der Luft schwebte. Von seinem Standort hier unten aus konnte er nur die Decke des Hotelzimmers sehen und zwei Blätter des Deckenventilators über dem Bett. Im Laufschritt machten sie sich auf den Weg, die Ohren gespitzt, um etwaige Geräusche zwischen den Bäumen oder auch ein jähes verstummen der Vögel sofort mitzubekommen, was auf ein gefährliches Raubtier hindeuten könnte. Von ebener Erde aus boten die noch verbliebenen Gebäudeskelette einen ganz anderen Anblick als von oben aus der Präsidentensuite. Manche neigten sich schon in so bedenklichen Winkeln, als könnten sie jeden Moment zusammenstürzen. hatte der Zusammenbruch der Welt irgendetwas mit dem zu tun, was er im Sommer vor zwei Jahren während seines Intermezzos bei Tangent erfahren hatte. In der Zeit seither hatte er sich angewöhnt, jeden Gedanken daran zu verdrängen, aber das kam jetzt nicht mehr in Frage. Die einzelnen Stichpunkte listeten sich wie von selbst vor seinem inneren Auge auf, und er ging sie in Gedanken der Reihe nach dort. Im vorvergangenen Sommer war er rein zufällig, wie es damals schien, mit Tangent in Berührung gekommen. Die Organisation befand sich zu dem Zeitpunkt in heller Panik. Es waren die letzten Tage eines langjährigen Konflikts, der um ein Objekt kreiste, das bei ihnen den Namen das Flüstern trug. Das Flüstern hatte etwas von einer allwissenden Kristallkugel, wie sie in alten Märchen vorkam. Es verfügte über ein geradezu unheimliches Wissen, an dem es jeden teilhaben ließ, der es in der Hand hielt. Als Travis am Ende mit dem Flüstern allein war, auf der untersten Ebene von Border Town, hatte ihm das Ding einen ungefähren Einblick in seine Zukunft gewährt. In seine Schuld am Tod von 20 Millionen Menschen und den Umstand, dass Page ihm einmal den Tod wünschen würde. All das erwartete ihn, irgendwie auf einer möglichen Bahn seines künftigen Lebens. Irgendwo da draußen, im Dunkel lauerte etwas, das ihn irgendwann in den kommenden Jahren zum Straucheln bringen und in etwas Objektiv Böses verwandeln würde. Aus eben diesem Grund hatte er Border Town verlassen und sich für ein Leben als Hilfsarbeiter der einfachsten Art entschieden, um auf diese Weise der Vorhersage des Flüsterns ein Schnippchen zu schlagen. Wenn er niemals dazu umstande, eine Katastrophe auszulösen, wie das Flüstern sie ihm beschrieben hatte, weil er schlicht nicht die Möglichkeit hätte, auf Geschehnisse dieser Größenordnung einzuwirken, ob im Guten oder Bösen. Und damit war die Frage beantwortet. Das hier hatte mit ihm nichts zu tun. Hier ging es um etwas ganz anderes. Hier ging es nicht um 20 Millionen, sondern um sechs oder sieben Milliarden Tote, die ihr Leben ohne sein Zutun verloren hatten. Ganz einfach. Er und Bethany kamen an den Kreisverkehr am Ende der Vermouth Avenue und machten beim Café am nordöstlichen Quadrantenhalt, in dem sie vor nicht allzu langer Zeit gesessen hatten. Die Marmorfliesen der Terrasse türmten sich in Scherben um die Stämme von Kiefern und Ahrenbäumen herum, die aus dem Erdreich hindurchgebrochen waren. Travis kamen die Frühstücksgerüche in den Sinn, das Stimmengewirr der Gäste an den übrigen Tischen, als sie von hier aus zu dem grünen Hochhaus hinüber geschaut hatten. Diese Erinnerung war kaum eine Stunde alt, doch hier und jetzt lag dieser Moment schon Jahrzehnte zurück. Auf dem Gehsteig vor der Terrasse an den Überresten des Bordsteins stand eine Reihe verrosteter Gebilde, die einmal Zeitungskästen gewesen waren. Die Oberseiten waren von Rost durchlöchert wie Schweizer Käse und die Türen waren längst herausgefallen. Von etwaigen Zeitungen, die sich am Ende noch in diesen Behältern befunden haben mochten, war längst nichts mehr übrig. Feuchtigkeit und Schimmel dürften dem Papier schon nach wenigen Jahren den Rest gegeben haben, selbst bei noch intakten Türen. Wie lauteten wohl die Schlagzahlen an jenem Tag? sagte Bethany. Wie sah die Titelseite der letzten Ausgabe der USA Today aus? Das würde mich interessieren. Travis konnte nur ratlos die Achseln zucken. Nach einem letzten Blick in die Runde machten sie kehrt und setzten sich in Bewegung. Ihr Ziel war die Ruine des Hochhauses, die auf der anderen Seite des Kreisverkehrs 15 Stockwerke in die Höhe ragte. Der Plan war denkbar simpel. Bethany benötigte bloß einen einzigen Namen. Den Namen irgendeiner Person, die in der Gegenwart in diesem Gebäude beschäftigt war. Hatten sie erst diesen einen Anhaltspunkt, der weitere Nachforschungen ermöglichte, könnten sie schon in Kürze das FBI einschalten. Irgendwelche Akten oder Computerlaufwerke waren in dieser Ruine wohl längst nicht mehr aufzutreiben. Aber in einem Bürogebäude gab es noch andere Speichermedien, die die vergangenen Jahrzehnte vermutlich besser überstanden hatten. Zum Beispiel die Namensschilder an den Bürotüren, zumeist aus Kunststoff oder Bronze gefertigt, in die Name und Tätigkeit in der Regel tief eingraviert waren. Ein Namensschild aus Plastik konnte den Elementen wahrscheinlich Millionen von Jahren standhalten und immer noch leserlich sein. Und Bronze war ebenfalls ziemlich langlebig. Langlebiger als die meisten anderen Metalle. Die Beliebtheit von Bronze in alter Zeit beruhte schließlich nicht zuletzt darauf, dass Rost ihr nichts anhaben konnte. Ein einziger Name, mehr brauchten sie nicht. Nachdem sie die Birken umrundet hatten, bot sich ihnen ein ungehinderter Blick auf das Hochhaus. Es hatte die Jahre besser überstanden als die meisten anderen Bauten, die sie gesehen hatten. Sein Stahlskelett, obwohl schon braun verrost, war noch vollständig und stand weiter aufrecht. In sämtlichen Etagen war ein Teil der Betonfußböden nach wie vor intakt. Ein Drittel vielleicht, grob geschätzt. Sogar die Überreste eines Treppenhauses konnte Travis im Gebäude Inneren erkennen, wo sie stabile Aufgänge aus Metall erhalten hatten. Woraus der im Vergleich zu seinen Nachbarn bessere Zustand des Gebäudes resultierte, war nicht schwer zu erraten. Es war jüngeren Datums. Erbaut im Jahr 2006 hatte es vermutlich Jahrzehnte weniger auf dem Buckel als die meisten Gebäude im Umkreis und war obendrein aus besserem Stahl errichtet. Ergebnis der Fortschritte, die in den Jahrzehnten vor seiner Erbauung auf dem Gebiet der Veredlungstechnik und Beseitigung von Unreinheiten bei der Stahlerzeugung gemacht worden waren. Trotzdem war und blieb es eine Ruine, die irgendwann einstürzen würde. Fünf Jahre vielleicht. Länger mochte der Zeitgewinn dank seiner höherwertigen Materialien wohl kaum betragen. Sie kamen an der Grundmauer des Gebäudes an, die knapp einen Meter aus dem Boden emporragte und aus über einem Meter dicken Beton bestand. Sie spähten über den Rand. Die Grundmauer reichte nur ein Stockwerk tief in den Boden, aber der Hohlraum war zu einem Drittel mit einer Kompostmasse aus Laub und Geäst sowie etlichen Tonnen Gips gefüllt. Travis spürte seinen Optimismus schwinden. In einer solchen brusthohen Biomasse nach einem Namensschild von fünf mal zwanzig Zentimetern Größe zu suchen, war eine ernüchternde Vorstellung. Er musste an die berühmte Nadel im Heuhaufen denken. Dann fiel ihm etwas ins Auge, bei dem auch der letzte Rest Hoffnung in ihm war fünf Zentimeter dicke Holzplatte, von der in drei Metern Entfernung eine Ecke aus dem Müll empor ragte. Ein verrostetes Scharnier war daran befestigt. Im freischwingenden Teil des Scharniers steckte noch eine einzige kurze Schraube. Sowohl die Schraube als auch das Scharnier waren verformt. Beide Teile waren nicht einfach nur verrostet und abgeblättert. Sie waren verbogen und halb geschmolzen. Irgendwann einmal musste da unten ein Feuer gewütet haben. Den massiven Fundamenten der Stahlträger hatte es zwar nichts anhaben können, alles Übrige aber war von der Hitze massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Die dicke Holztür, vermutlich aus Eiche, war vollkommen verkohlt. Travis fiel ein weiterer Vorzug ein, der Bronze seit jeher zugeschrieben wurde, wie leicht es erhitzt und umgeformt werden konnte. Regen und Schnee und Schimmel mochten Namensschilde aus Kunststoff und Bronze vielleicht jahrtausende lang standhalten. Einem Feuer aber, das heiß genug war, um Stahlschrauben zu verformen, hielten sie keine fünf Minuten Langstand. Sie umrundeten das Gebäude einmal, um den Boden ringsherum abzusuchen. Sie fanden einige Scherben aus grünem Glas und Betonbrocken, die aus Fußböden stammten, aber nichts, was ihnen irgendwie hätte nützlich sein können. Nichts, worauf irgendein Name stand. Wind und Regen hatten von der ungeschützten Straßenseite her längst alles beseitigt, was leicht genug war, davon getragen zu werden. Travis malte sich meterdicke Kanalisationsrohre unter der Stadt aus, die mit jeder Art von Unrat verstopft waren. Direkt neben den Stahlträgern an der Westseite des Gebäudes stand ein Ahornbaum, an dem sie hinaufkletterten. Sie gelangten in den ersten Stock, wo sie sich auf den Weg zum noch intakten Treppenaufgang in der Mitte des Gebäudes machten. Dabei vermieden sie es tunlichst, auf die von Rissen durchzogenen, teils bereits durchhängenden Betonflächen zu treten, die sich hier und da noch zwischen den Trägern hielten. Zu riskant schien es, sie einer Belastungsprobe auszusetzen. Bei jedem dieser Böden würde die Tragekapazität irgendwann bei Null angelangt sein. Dann folgte der Einsturz. Da so viele Flächen bereits eingebrochen waren, schien es ratsam, besser nicht mit dem Feuer zu spielen. Sie gelangten zu dem Treppenaufgang und stellten fest, dass er noch stabil war. Die Stufen bestanden aus Obustem an die drei Zentimeter dickem Stahl. Keine der Treppen oberhalb von ihnen war eingestürzt oder hatte sich auch nur von dem Bauglied gelöst, an dem sie fest geschweißt war. Sie traten den Aufstieg an. In jedem Stockwerk machten sie kurz Halt und sahen sich um. Nur besonders schwere Gegenstände waren vereinzelt noch auf den Betonflächen zurückgeblieben, darunter eine klobige Buchstütze aus Granit in Form einer halbierten kleinen Pyramide. Travis hob sie auf und sah, dass an der Unterseite Reste von Teppichfasern und Schaumstoff hafteten. Zu schwer, um vom Wind davongeweht zu werden, hatte der Klotz hier auf dem Boden gestanden, während rings umher sogar unter ihm alles verrottet war. Auch auf ein paar Handeln stießen sie, jeweils zehn Kilo schwer. Ob ihr einstiger Besitzer damit in seinem Büro sehr oft trainiert hatte, bezweifelte Travis im Stillen. Nun waren sie schon seit langer Zeit überhaupt nicht mehr angerührt worden. Sie sahen einige einsame Türrahmen aus Stahl, die weiter aufrecht dastanden. Von den Türen jedoch fehlte jede Spur. Auch auf den Betonflächen nichts. Vermutlich waren sämtliche Türen schon vor langer Zeit verwittert und in einzelne Stücke zerborsten, die dann bei heftigem Sturm in die Tiefe gewirbelt worden waren. In den letzten Jahrzehnten dürfte es mehrere Stürme dieser Art gegeben haben. Keine Türen und damit auch keine Namensschilder. Im vierten Stock fiel ihnen am nördlichen Rand etwas silbrig glänzendes ins Auge und sie turnten auf den Stahlträgern hinüber, um der Sache auf den Grund zu gehen. Es war der Alufoliendeckel eines Joghurtbechers, der mit der Ecke unter einem umgekippten Papierkorb festklemmte. Ein zwar nicht sehr großes, aber schweres, stilvolles Stück aus massivem Kalkstein. Travis zupfte den Joghurtdeckel darunter hervor und hielt ihn hoch ans Licht. Jegliche einstige Beschriftung war in der Sonne längst restlos verbleibt. Am Rand jedoch waren kleine Buchstaben und Ziffern in die Folie eingeprägt, die nach wie vor leserlich waren. Der Text lautete »Mindestens haltbar bis 2011« Eine kurze Weile lang war nur der Wind zu hören, der durch den Wald rauschte. Den Wald, der das einstige Washington überwuchert hatte. Aus der Ferne hörte Travis das Krächzen einer Krähl, die irgendwo im Westen über den Baumwipfeln kreiste. Der federleichte Aludeckel zitterte kaum merklich im Wind, während Travis weiter auf das Haltbarkeitsdatum starrte. Das ist in vier Monaten unserer Zeit. Bethanys Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich esse nur selten Joghurt, sagte Travis. Wie lange ist das Zeug normalerweise haltbar, wenn man es kauft? So lange wie Milch? Drei oder vier Wochen. Der Joghurt dürfte also etwa Anfang Dezember rumgekauft worden sein. Diesen kommenden Dezember in unsere Gegenwart. Travis nickte. Und solche Deckel hebt ja normalerweise niemand lange auf, sagte Bethany. Wahrscheinlich landet der hier also irgendwann zwischen Anfang und Mitte Dezember im Abfall und niemand kommt mehr, um den Papierkorb zu leeren. Lieber Gott, in vier Monaten geht die Welt unter? Die Reinigungskräfte stellen also in spätestens vier Monaten die Arbeit ein, sagte Travis. Und damit wohl auch alle anderen, schätze ich mal. Er ließ den Deckel los, und sie sahen ihm nach, während er in der Luft nach unten trudelte, ganz ähnlich wie die bunten Herbstblätter, die vor ihnen auf die Vermont Avenue hinabgesegelt waren. In vier Monaten, wiederholte Bethany. Alle, die ich kenne, alle, die ich liebe, in vier Monaten. Travis kam unwillkürlich der Gedanke wieder in den Sinn, der ihn auf dem Herweg beschäftigt hatte. Ob zwischen all dem hier und dem unheilvollen Potenzial seiner eigenen Zukunft, vor dem ihn das Flüstern gewarnt hatte, womöglich doch irgendein Zusammenhang bestand. Nein, das hielt er weiterhin für ausgeschlossen. Dafür fiel ihm jetzt etwas anderes wieder ein. Das Flüstern hatte von einer Zukunft gesprochen, in der er zur Tangent gehörte, aber erst von einem Zeitpunkt an, der noch einige Jahre entfernt war. Wie sollte das je möglich gewesen sein, wenn die Welt im Jahr 2011 unterging. Andererseits war jetzt nicht alles möglich, nach allem, was das Flüstern bewirkt hatte. Das Ding war im weitesten Sinne für Alan Garners Tod verantwortlich, mit der Folge, dass Präsident Garner seinen Rücktritt erklärt hatte und damit Curry an die Macht gelangt war. Allein dieser Wechsel konnte sich auf den weiteren Verlauf der Geschehnisse ganz erheblich auswirken, ihm hatten wir geschätzt, sagte Bethany. Auf dieser Seite der Iris schreiben wir also ungefähr das Jahr 2080. Travis nickte, sagte aber nichts. Er ließ den Blick umherschweiten. Von diesem Standort aus konnte er nicht nur die Vermont Avenue im Osten, sondern auch die Amstreet im Westen überblicken, etwa 100 Meter weit, ehe der Blick durch die Bäume verstellt wurde. Dann traf es ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Nicht zu fassen, dass ihm das noch nicht längst aufgefallen war. Wo sind die Autos abgeblieben? fragte er. Er sah Bethany an. Ihre Reaktion verriet, dass auch sie sich dieser Sache erst jetzt bewusst wurde. Die Karossen wären natürlich mittlerweile komplett weggerostet, sagte Travis, aber von den Fahrzeuggestellen und Radfelgen müsste noch etwas übrig sein, und auch die Fenster und alle möglichen Kunststoffteile. Er blickte sich um. Sie müssten überall herumstehen. Doch von Autowracks war weit und breit keine Spur zu sehen. Auf dem Weg vom Ritz hierher war ihnen nichts begegnet, was einmal ein Auto hätte gewesen sein können. Und auch der nördliche Abschnitt der Vermont Avenue war, wie Travis jetzt nachträglich auffiel, wie leergefegt, als sie sich nach dem Abseilen aus dem Hotelzimmer kurz dort umgesehen hatten. Die Leute müssen irgendeinen Grund gehabt haben, aus Washington zu flüchten, ganz am Ende, sagte Bethany. Travis starrte auf die leeren Straßen und sand darüber nach. Malte sich aus, dass irgendeine Seuche auf der Welt grassierte und die Menschen massenhaft panisch aus Ballungszentren flüchteten. Nein, das war keine befriedigende Erklärung. Zunächst einmal würden nicht alle Einwohner fliehen. Viele würden sich in ihren Häusern und Wohnungen verschanzen, weil sie nicht wussten, wo sie hin sollten. Auch in einem solchen Szenario könnten natürlich alle Fahrzeuge aus der Stadt verschwinden. Wer selbst kein Auto hätte, würde am Ende jedes nur verfügbare Fahrzeug aufbrechen und irgendwie in Gang setzen. Doch da war noch ein anderes Problem, das schlicht nicht auszuklammern war. Bei einer überstürzten Massenevakuierung wäre der Verkehr in der gesamten Stadt binnen Kurzem zum Erliegen gekommen. Ein Szenario, wie es sich in den Tagen vor einem großen Hurricane immer wieder in großen Küstenstädten abspielte. An Hauptfluchtpunkten wie Brücken oder Autobahn Zufahrten würden sich endlose Staus bilden. Menschen würden stundenlang am Steuer ihrer Autos sitzen, ohne nennenswert vorwärts zu kommen. Dann würde einigen das Benzin ausgehen, während andere schlicht die Geduld verlieren um sich lieber zu Fuß in Sicherheit zu bringen. Schon einige wenige solcher Fälle genügten, um alle Straßen, die aus der Stadt hinaus führten, wie mit einem Korken zu verstopfen. Und Hurricane Warnungen wurden in der Regel drei oder vier Tage im Voraus ausgegeben. Die Neuigkeit vom Ausbruch einer Seuche würde sich wohl ebenso rasch verbreiten, wenn nicht noch rascher, worauf der völlige Verkehrskollaps eingetreten wäre. Hätte eine Seuche den Untergang der Menschheit herbeigeführt, müssten auf der M Street und der Vermont Avenue unzählige Autowracks vor sich hingammeln. Er wandte sich Bethany zu, die anscheinend gerade über denselben Punkt nachdachte. Offenbar sind alle in ihre Autos gestiegen und weggefahren, sagte Travis, aber nicht überstürzt. Sie kehrten zur Treppe zurück und setzten ihre Inspektion des Gebäudes Etage für Etage fort. Im achten Stock gingen sie hinüber zu der Nordwest Ecke, wo siebzig Jahre zuvor Page festgehalten worden war. Der Bau wies auch hier keinerlei Auffälligkeiten auf. Einfach nur weitere Stahlträger und ein Betonfußboden, der noch nicht der Schwerkraft zum Opfer gefallen war. Travis starrte starrte den entkernten Raum an. So irrational das auch war, er hatte unwillkürlich das Gefühl, als wäre Page jetzt gerade irgendwie in der Nähe, nur wenige Meter entfernt, aber von hier aus unmöglich zu erreichen. Was mochte ihr gerade durch den Kopf gehen? Wusste sie, dass er und Bethany sich gerade bemühten, sie zu retten? Dass sie nicht so allein war, wie sie sich vorkommen den gedankenfreien Lauf gelassen hatte, zwang er sich, den Blick von der Ecke abzuwenden. Wenn sie ihr helfen wollten, durften sie keine Zeit vertrödeln. Sie stiegen weiter die Treppe hinauf und sahen sich auf jeder einzelnen Etage um, ohne irgendetwas Interessantes zu finden. Als sie im vierzehnten Stock ankamen, befand sich nur noch die letzte Etage über ihnen, mit gerade einmal drei erhaltenen Betonflächen, die von allen Oberflächen in dem Gebäude Regen, Wind und Sonnenschein am schutzlosesten ausgesetzt waren. Während er die Decken über sich musterte, überlegte Travis, dass die Chancen, dort oben noch irgendetwas Nennenswertes vorzufinden, vermutlich gleich Null waren. Trotzdem nahmen sie auch noch die letzte Treppe in Angriff. Oben angelangt, sah er sofort, dass er sich geirrt hatte. Auf zwei Flächen befand sich nichts. Sie waren ausgebleicht und von Wind und Wetter wie blank gescheuert, ganz wie erwartet. Auf der dritten Fläche, halb zwischen dem Treppenaufgang und der Nordostecke des Gebäudes, stand ein eleganter Büroschreibtisch. Er war aus edlem Kirschholz gefertigt. Die Arbeitsfläche maß einen mal zwei Meter. Er stand genau in der Mitte der Betonfläche und sah aus, als wäre aus einem Geschäft geholt und dort aufgestellt worden. Travis war kurz völlig perplex. Dann wechselte er einen Blick mit Bethany und sie machten sich über die Stahlträger auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Aus der Nähe wurde klar, was es mit dem scheinbaren Wunder auf sich hatte. Der Schreibtisch bestand gar nicht aus Kirschholz, sondern aus einem Kunststoff, der Kirschholz täuschend ähnlich sah, und er war mit Bolzen am Boden befestigt. Von den Bolzenlöchern strahlten im Beton Risse in alle Richtungen aus, mutmaßlich vom Frost verursacht, die an manchen Stellen so breit aufklafften, dass Travis dazwischen das verrostete Gitter der Bewährungsstäbe erkennen konnte. Von allen Fußböden, die er in dem Gebäude bislang gesehen hatte, machte dieser am ehesten den Eindruck, jederzeit einstürzen zu können, und das sogar ohne das Gewicht des Schreibtisches. Dass die Fläche dem Einsturz bisher widerstanden hatte, grenzte an ein Wunder. An dem Schreibtisch befanden sich vier Schubfächer, zwei auf jeder Seite. Oben jeweils eine flache Tablettschublade, darunter tiefer Fächer für Hängeakten. Ihre Vorderseiten bestanden aus dem selben Kunststoff, dem es zu verdanken war, dass der Schreibtisch hier oben so lange hatte überdauern können. Travis ging auf dem Stahlträger, der dem Schreibtisch am nächsten war, in die Hocke, um einen genaueren Blick auf die Schubfächer zu werfen. Sie waren fest geschlossen, waren wahrscheinlich so konstruiert, dass man mit einem kräftigen Ruck daran ziehen musste, um sie zu öffnen. Dem Wind jedenfalls war das in all den Jahrzehnten nicht gelungen, denn Griffe oder ähnliche Angriffspunkte wiesen die Fächer nicht auf. Einst waren sie sogar durch Schlösser gesichert, von denen aber mittlerweile nur noch kreisrunde, rostüberwucherte Vertiefungen übrig waren. Vier Schubfächer. Zwar nicht versiegelt, aber auf jeden Fall geschlossen. Vor Sonneneinwirkung war der Inhalt also geschützt gewesen. Regen allerdings und sonstige Feuchtigkeit dürften durch die Ritzen schon eingedrungen sein. Unterlagen aus Papier waren daher vermutlich längst vermodert und verschimmelt. In Schreibtischschubladen bewahrten Leute aber noch andere Sachen auf. Kreditkarten, Schlüsselanhänger und ähnliche Metallobjekte mit Gravuren. Sie benötigten nur einen Namen. Travis richtete sich wieder auf. Dann starrte er die bedenklich durchhängende Betonfläche an. Der Schreibtisch war nicht nur ein, zwei Schritte entfernt. Man konnte sich also nicht blitzschnell umdrehen und Halt an dem Stahlträger suchen, falls der Boden plötzlich unter einem nachgab. Er stand gut zweieinhalb Meter vom Rand entfernt. »Wie Wie viel wiegen Sie?« fragte Bethany. Travis schüttelte den Kopf. »Kommt nicht in Frage, dass Sie das übernehmen. Ich wiege unbekleidet hundert Pfund. Was dagegen, wenn Sie sich umdrehen und meine Klamotten halten? Sie bleiben schön hier. Ich gehe. Sie sahen an. Müssen Sie jetzt wirklich den Ritter spielen, um Ihren Sexismus zu kaschieren? Ja. Travis schnallte sich die Flinte vom Rücken und reichte sie ihr. Nachdem er kurz noch einmal die Risse im Beton gemustert hatte, drehte er sich auf dem Stahlträger um, beugte sich ein wenig vor und spähte hinab. Im vierzehnten Stock gab es unterhalb der Fläche keinen intakten Boden, der die Wucht des Aufpralls bei einem Einsturz hätte abmindern können. Und auch darunter herrschte gähnende Leere. da gab es gar nichts mehr, was einen Sturz in die Tiefe noch hätte aufhalten können. Travis wandte sich wieder zu dem Schreibtisch um. Vielleicht war das ja das Büro des Geschäftsführers, sagte Bethany. Es klang, als wollte sie vor allem ihre innere Anspannung überspielen. Oder von sonst irgendeinem hohen Tier. Einen mit Bolzen im Beton verankerten Schreibtisch haben wir jedenfalls nirgendwo sonst gesehen. Vielleicht sind ja alle übrigen Böden mit Bolzen Verankerungen längst durchgebrochen und eingestürzt. Vielleicht ist das hier die letzte Fläche dieser Art, die nur darauf wartet, dass ein trockenes Blatt auf ihr landet, um dann mit Getöse einzustürzen. Ihr Gerede ist nicht gerade hilfreich. Travis stellte einen Fuß auf den Beton, verlagerte ein Viertel seines Gewichts darauf. Die Fläche rührte sich nicht. Vielleicht war sie ja doch stabiler, als es den Eindruck machte. Er verlagerte ein weiteres Viertel seines Gewichts auf den Fuß, noch immer alles fest. Er atmete tief durch und zog den zweiten Fuß nach. Die Fläche fühlte sich stabil an. Er sah zu Bethany. Sie schien kein bisschen erleichtert. Ich weiß, sagte Travis, hier am Rand dürfte sie ohnehin noch am stabilsten sein. Bleiben sie bloß am Leben. Ich werde mir Mühe geben. Er unternahm einen zweiten Schritt, einen dritten. Beim vierten Schritt nahm er etwas wahr. Ein fast unmerkliches Nachgeben der Fläche, höchstens um ein paar Millimeter. Er hörte, wie Bethany hinter ihm verschreck nach Luft schnappte, aber sie sagte nichts. Nur nach drei Schritte trennten ihn von gesessen hatte. Er setzte einen Fuß vor und verlagerte vorsichtig sein Gewicht. Die Fläche rührte sich nicht. Noch zwei Schritte. Er unternahm den nächsten Schritt. Alles ruhig. Vielleicht war es ja anmaßend von ihm zu glauben, dass seine Gegenwart dieser fünf Tonnen schweren Materialmasse, die mit einem hundert Kilo schweren Schreibtisch auf dem Buckel tausende Unwetter überstanden hatte, auch nur das Geringste ausmachte. Vielleicht konnte er eine Stunde lang darauf Ratschlagen, ohne sie auch nur im Mindesten damit zu beeindrucken. Er hob langsam den hinteren Fuß, führte ihn nach vorn und setzte ihn behutsam fünfzehn Zentimeter vor dem Schreibtisch auf dem Beton, atmete tief durch und verlagerte seinen Schwerpunkt im Zeitlupentempo nach vorn, bis er gleichmäßig auf beiden Füßen ruhte. Da brach ein Bewährungsstab knackend in zwei und die Mitte der Fläche sackte so unvermittelt um etwa fünf Zentimeter ab, dass Travis nach vorn gegen den Schreibtisch geschleudert wurde. Bethany schrie auf. Es hätte nicht viel gefehlt und Travis wäre mit voller Wucht über die Schreibtisch patte gekippt und schwer wie ein Stein auf dem Beton dahinter geknallt. Bethany schrie ihm irgendetwas sich mit beiden Händen auf dem glatten Schreibtisch abstützte und dann kehrte mit einem Mal wieder Stille ein. Er hörte seine eigenen Atemzüge. Auch Bethany's Atem konnte er hören. Er wandte sich zu ihr um. Sie war kreidebleich, ihr Atem ging kurz und stoßweise. Ein paar Sekunden lang sah sie ihn direkt an, ehe sie den Blick nach rechts unten senkte. Travis folgte ihrem Beispiel. Der breiteste Queris war bis zu dem Stahlträger auf der einen Seite aufgebrochen, woraufhin sich der Beton dort von dem Träger gelöst hatte und nahezu vollständig aus der Verankerung gebröckelt war, bis auf eine einzige faustgroße Stelle. Lediglich diesem Stück Beton, das eben noch so an dem Träger festhaftete, war es zu verdanken, dass die Fläche noch nicht völlig eingestürzt war und auch jetzt noch hielt. Bethany fand ihre Stimme wieder. Runter! Sie winkte ihn mit beiden Händen zurück, zu sich auf den Stahlträger. Travis stützte sich weiter mit beiden Händen auf dem Schreibtisch ab, sodass sein Gewicht hauptsächlich auf dem Tisch ruhte. Er sah zu den Schubfächern hinab. Es konnte ihm durchaus gelingen, alle vier zu öffnen, ohne sein Gewicht dabei allzu sehr verlagern zu müssen. Travis, sagte ihn, nicht. Ist schon in Ordnung, beschwichtigte er. Was hätte er auch sonst sagen sollen? Er richtete den Blick auf die Tablettschublade oben links, hob die linke Hand von der Tischplatte, spürte wie das Gewicht, das nun nicht mehr auf ihr Rute sich auf die rechte Hand verlagerte, was an dem Druck, der durch den Schreibtisch auf die Fläche ausgeübt wurde, so gut wie gar nichts änderte. Er klemmte seine vier Finger hinter die abgerundete Oberkante der Schublade und drückte den Daumen gegen den Rand der Schreibtischplatte direkt darüber, stieß mit dem Daumen und zog mit den Fingern. Kurz spürte er einen Widerstand. Dann hörte er den Verschlussmechanismus zerbröseln wie eine Salzstange und die Schublade glitt auf Plastikrollen geschmeidig auf. Seiten und Boden der Schublade bestanden aus demselben Material wie der restliche Schreibtisch und waren tadellos erhalten, was sie vom Inhalt der Schublade nicht behaupten ließ. Drei Büroklammern waren derart verrostet, dass sie anmuteten wie Zeichnungen ihrer selbst, ausgeführt mit orange-roter Kreide. Travis pustete und sie lösten sich in nichts auf. Ein Tacker war zu einem unförmigen Klumpen verrostet. Direkt daneben befand sich ein kleiner Quader aus verrostete Metall, der Travis zunächst Rätsel aufgab. Dann begriff er. Es waren Heftklammern, deren Kartonschachtel längst vermodert war und die beim Verrosten miteinander verbacken waren. Neben drei Fünf-Cent-Münzen und einer Viertel-Dollar-Münze lag eine Ansammlung Gummibänder, zu vertrockneten Krümeln zerbröselt. Alles war von einer Schicht Moder überzogen, bei der es sich einst um Papier gehandelt hatte. Notizzettel, Haftnotizen, Geschäftskarten, Quittungen womöglich. Und das war alles. Sonst befand sich nichts in der Schublade. Nichts mit irgendeinem Namen drauf. Travis betrachtete das Schubfach darunter, ein Fach für Hängeordner. Lohnte es sich überhaupt, sich damit abzumühen? Was konnte sich außer Papier schon darin befunden haben? Was würde sich außer einer dicken Schicht Moderstaub heute noch darin befinden? Er öffnete das Fach. Es enthielt eine dicke Schicht Moderstaub. Er griff vorsichtig mit der Hand hinein und kramte kurz darin herum. Der Moder stäubte in dicken Flocken auf, die über dem Fach sogleich vom Wind erfasst und davongetragen wurden. Unter der Moderschicht befand sich nichts. Travis wandte sich behutsam zur anderen Seite, ohne dabei seinen Körper zu verlagern. Dann stützte er wieder die linke Hand auf den Tisch und hob die rechte ganz langsam, damit sich der Druck verlagern konnte. Er fasste die anderen beiden Schubladen ins Auge. Diesmal versuchte er es als erstes mit dem Aktenfach. Eine dicke Schicht Moder. Nichts darunter. Er zog die Tablettschublade auf. Leer. Nicht einmal der modrige Staub von längst zerfallendem Papier. Er atmete aus, schloss die Augen, öffnete sie wieder und fing an, sich aufzurichten. Und dann hielt er abrupt inne, weil sich in der Schublade eben doch etwas befand. Etwas Schmales, Schwarzes, ganz am hinteren Ende, das sich kaum von dem dunklen Kirschholz imitat abhob und daher leicht zu übersehen war, ein Füllfederhalter. Anscheinend kein billiges Modell. Travis nahm ihn heraus und hob ihn ins Licht. Die Metallteile, die Klammer an der Verschlusskappe und die Feder waren dunkel verrostet. Der Schaft aber sah noch einwandfrei aus. Er bestand aus einem Material, das sich stabiler anfühlte als normaler Kunststoff, vermutlich ein besonderes Material. Versehen mit ein paar sehr dezenten Schnörkeln hier und da. Ein absolut noble Stück. Genau die Sorte Füllfederhalter, die ein Spitzenmanager zu besonderen Anlässen hervorholen würde. Zur Unterzeichnung der Abschlussverträge einer feindlichen Übernahme etwa. Travis rollte den Federhalter zwischen den Fingern. In den Schaft war ein Name eingraviert. Aldred Warren Travis wandte sich um und hielt den Füller in die Höhe, um Bethany die Gravur zu zeigen. Sehr gut, sagte sie. Könnten Sie jetzt bitte wieder darunter kommen, damit ich wieder normal atmen kann? Travis steckte den Federhalter ein, stützte dann kurz noch einmal beide Hände auf den Tisch und sah sich zu dem kleinen Stück Beton um, das ihn am Leben hielt, fasste die Entfernung bis zu dem Stahlträger ins Auge. Dann richtete er sich auf und überquerte die Fläche mit fünf raschen Schritten, jederzeit bereit, sich notfalls mit einem Hechtsprung zum Stahlträger hinüber zu retten. Es war nicht nötig. Falls sich der Beton unter ihm irgendwie regte, bekam er jedenfalls nichts davon mit. Sobald er sicher auf dem Träger angelangt war, stieß Bethany laut die Luft aus. Aber er endlich eine Information hatten, mit der sie arbeiten konnten, drängte es ihn zu größter Eile. Er drehte sich auf dem Träger um und hastete los zur Treppe. Sie waren bereits sechs Etagen tiefer, als sie hörten, wie das kleine Betonstück hoch über ihnen mit einem Knacken entzweilbrach. Sie wandten sich um. Und da donnerte vor ihren Augen auch schon die Betonfläche mit Samtschreibtisch zwischen den Stahlträgern in die Tiefe. Sie durchschlug mit Getöse die noch intakte Fläche im elften Stock und dann landete alles zusammen dreißig Meter tiefer in der Grube unten im Fundament. Dicke Wolken Asche und trockenes Laub stoben empor. Sie blickten nur kurz nach unten und eilten dann weiter die Treppe hinunter, so schnell sie nur konnten. Drei Minuten später waren sie wieder bei ihrem Saal. Es baumelte unverändert aus der Iris zu dem Haufen aus Stahlträgern an der Südwestecke des Ritzkarten hinab. Bethany kletterte als erste empor. Travis folgte ihr mit ein paar Metern Abstand. Als er sich durch die Iris ins Hotelzimmer schwang, stand sie bereits mit ihrem Handy am Fenster und tippte auf den Tasten herum. Während Bethany anhand des obersten Stock bildlich vor, wo der Schreibtisch gegenwärtig stand, auf einem hochwertigen Teppichboden oder auf Dielen aus Hartholz, durch die hinweg er mit Bolzen im Beton verankert war. Vielleicht saß Aldrid Warren gerade jetzt dort mit demselben Füllfederhalter in der Schublade, der sich nun in Travis Hosentasche befand. Demselben Füllfederhalter im wahrsten Sinne des Wortes. Wie das praktisch möglich war, ließ sich gedanklich nur mit Mühe nachvollziehen. Bei der Steuerbehörde wird er nicht geführt, sagte Bethany. Nicht allzu verwunderlich, als leitender Angestellter eines Unternehmens, das solchen Wert auf Geheimhaltung liegt. Ich werde es mal im Handelsregister der Cayman-Inseln versuchen. Nach einer halben Minute stand fest, dass sein Name auch dort nicht registriert war. Es gibt noch eine Menge andere Steueroasen, bei denen wir es versuchen können, sagte sie. Aber ehe ich damit anfange, nehme ich mal seine Akte bei der Sozialversicherung unter die Lupe. Da müssten wir zumindest ein paar Basisinfos zu dem Typen finden. Sie navigierte 20 Sekunden herum, drückte auf eine letzte Taste und wartete. Sie lächelte. Dann runzelte sie die Stirn. Was ist, fragte Travis. Hab ihn. In den Vereinigten Staaten gibt es nur einen Aldrid Warren mit einer Sozialversicherungsnummer. Na, dann dürfte das wohl unser Mann sein. Ja und nein. Was soll das heißen? Gib mir noch eine Minute. Nach ihrem aufreibenden Abenteuer in der Hochhausruine waren sie übereingekommen, sich fortan zu duzen. Es dauerte ein wenig länger. 90 Sekunden lang navigierte sie auf ihrem Handy zu einer anderen Datei und überflog die Informationen, wobei sich ihr Stirnrunzeln vertiefte. Es ist der Richtige, sagte sie dann. Aber jetzt wird er uns doch nicht weiter helfen können. Wieso nicht? Weil er noch gar nicht in dem Gebäude arbeitet. Ich habe gerade seinen Blog aufgerufen. Er hat als Zweitbester seines Jahrgangs sein Jurastudium in Harvard abgeschlossen. Vor drei Monaten. Eine feste Stelle hat er aber noch nicht angetreten. Klingt ziemlich unglaubhaft, sagte Travis. Leute wie er werden doch normalerweise schon vor der Examensfeier mit Stellenangeboten überhäuft, oder? Tonnenweise. Aber so jemand weiß auch, dass er es sich leisten kann, wählerisch zu sein. Würde mich nicht wundern, wenn er sich Zeit damit lässt. Ich hatte selbst ein Dutzend Angebote und habe mich erst nach zwei Monaten entschieden. Und mit seinem Examen ist er weniger branchengebunden als ich. Derzeit werden sich bei ihm vermutlich alle möglichen Interessenten melden, von Filmstudios bis hin zu Lobbyunternehmen. Na gut, mag ja sein, dass er noch nicht für dieses Unternehmen arbeitet, sagte Travis. Aber in Verhandlung dürfte er doch schon mit denen stehen. Wir könnten ja mal auf einem Plausch bei ihm vorbeischauen, ihm eine Knarre vors Gesicht halten, wenn's nicht anders geht. Nein, das wird wohl leider nicht gehen. Seinem letzten Blockeintrag zufolge, das war vor ein paar Stunden, ist er gerade mit seiner Freundin verreist. Sie sind in Japan. Travis ließ sich aufs Sofa fallen und lehnte sich zurück. Er rieb sich über die Augen. Er war hundemüde. Sie waren wieder am Ausgangspunkt angelangt, hatten rein gar nichts, wo sie ansetzen konnten. Die Barriere aus Luft, rings um die Obliette, war noch genauso unüberwindlich wie zu Beginn, als Bethany dieses Bild gebraucht hatte. Er warf einen Blick auf die Uhr. Halb zehn Uhr morgens. Paige befand sich seit knapp zehn Stunden in den Händen ihrer Einführer. Bethany ging rastlos im Zimmer auf und ab. Sie hatte zwar ihr Telefon in der Hand, aber überhaupt keine Idee, wozu sie es einsetzen könnte. Travis schloss wieder Mission fortsetzen, die sie eigentlich selbst hatte durchführen wollen. Daran hatte sie bei ihrem Anruf bei Bethany keinen Zweifel gelassen. Und es war ihr ernst gewesen, weil sie selbstlos genug war, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Sechseinhalb Milliarden Menschen leben gegen ihr eigenes. Sie lag jetzt in diesem Moment in jenem Raum am Ende der Straße und hoffte und betete, dass sie nicht den Versuch riskieren würden, sie zu befreien, dass sie sich einfach an die Arbeit machten, ohne sich länger mit ihr aufzuhalten. Und was sprach dagegen? Sie könnten jetzt sofort wieder an diesem Seil in die Tiefe klettern, zurück in das, was von Washington noch übrig war, könnten sich erneut auf den Weg machen, die Vermitt Avenue hinunter, die Hochhausruine diesmal links liegen lassen und eine Meile weiter bis zum Weißen Haus marschieren, um in den Trümmern dort nach irgendeinem konkreten Fingerzeig zu suchen, notfalls tagelang. Und falls sie dort nichts fanden, könnten sie sich das Pentagon vornehmen, drüben auf der anderen Seite des Flusses, wochenlang, wenn es sein musste. Und nach einer Weile bräuchten sie sich über Paige, die jetzt dort oben in jenem Raum lag, keine Gedanken mehr zu machen, weil sie dann schon längst nicht mehr am Leben wäre. Schon heute Abend würde sie vermutlich tot sein. Die Typen, die hinter dem Überfall auf die Wagenkolonne steckten, hatten sich vermutlich eher spontan entschlossen, sie gefangen zu nehmen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil sie zu jenem Zeitpunkt noch mehr offene Fragen als Antworten hatten, was sich aber vermutlich längst erledigt hatte. Zehn Stunden reichten voll auf, um die Lage lückenlos zu klären und zu der Erkenntnis zu gelangen, dass sie sie nicht länger brauchten. Bestimmt gingen Paige gerade ähnliche Gedanken durch den Kopf, während sie gefesselt in irgendeinem Raum da drüben lag und darauf wartete, dass ihre Entführer eine Entscheidung trafen, während sie darauf wartete, dass es geschah. Wenn es dann so weit war, würde sie sich bemühen, nicht zu weinen, würde sich die unerbittliche Logik vor Augen halten, dass es auf ihr Leben nicht ankam, solange nur die eigentliche Mission durchgeführt wurde. An genau diesem Gedanken würde sie sich fest klammern, wenn sie spürte, wie ihr der Schalldämpfer gegen die Schläfe gedrückt wurde. Du liebst sie. Travis schlug die Augen auf. Bethany war endlich stehen geblieben und sah ihn an. Du liebst sie, sagte sie nochmals. Paige. Ich hatte weniger als eine Woche Gelegenheit, sie kennenzulernen. Das reicht vollkommen. Wie kommst du darauf, dass ich sie liebe? Weil du auf diesem hängenden Boden geblieben bist. Die Fläche zu betreten war schon mutig genug. Aber sich nach diesem beinahe Einsturz nicht in Sicherheit zu bringen, das war noch etwas anderes. der einem mehr bedeutet als das eigene Leben. Viel mehr. Travis startet zunächst schweigend ins Leere. Das kommt einfach nicht in Frage, sagte er schließlich. Ich kann sie nicht da drüben im Stich lassen. Ich will sie ja ebenso wenig im Stich lassen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weiter gehen soll. Schweigen breitete sich aus. Travis heftete den Blick auf eine Stelle im Teppi, starrte darauf hinab, fast ohne zu blinzeln, während er sein Gesichtsfeld allmählich verschwimmen ließ. Dann hob er unvermittelt den Blick und sah Bethany an. Was hat Paige bei dem Anruf noch mal als letztes zu dir gesagt? Dass man hindurch gehen und zurück kommen kann, dass es ungefährlich ist, durch die Öffnung zu steigen, mehr nicht. Travis dachte kurz nach. Nein, das hat sie nicht gesagt. Jedenfalls nicht im Wortlaut. Spiel die Aufnahme noch einmal ab. Wieder hörten sie Paige Stimme, die Bethany in fliegender Hast aufforderte, die Entität aus ihrer Wohnung zu holen und Border Town zu verlassen, sie zu benutzen, mit allem, was sie in Erfahrung brachte, an die Öffentlichkeit zu gehen, sich an Travis zu wenden, falls sie Hilfe benötigte. Dann Travis nahm deutlich das Geräusch wahr, an das er sich noch vom ersten Abhören der Aufnahme erinnerte, eilige Schritte auf nassem Asphalt, Männer, die herübergelaufen kamen. Beim ersten Mal hatte er nur dieses Geräusch wahrgenommen. Diesmal achtete er auf das, was daneben noch auf der Aufnahme zu hören war und weitaus wichtiger schien. Pages Atmung nämlich. Zwei tiefe Atemzüge, ganz rasch hintereinander, heftig ausgestoßen, als wäre Paige bei aller Angst, die sie haben mochte, vor allem ungeduldig mit sich selbst, als wäre sie krampfhaft bemüht, sich an irgendetwas Wichtiges zu erinnern, eine Einzelheit, die sie Bethany in den wenigen Sekunden, die ihr noch blieben, unbedingt mitteilen musste, was irgendwie seltsam erschien. Wenn sie Bethany lediglich mitteilen wollte, dass man durch die projizierte Öffnung gefahrlos hindurchsteigen konnte, wäre es ihr da so schwer gefallen, sich daran zu erinnern? Wäre diese Mitteilung überhaupt notwendig gewesen? Hätte Paige nicht erwartet, dass sie diesem Umstand selbst auf die Spur kamen? Gleich darauf hörte Bethany Stimme auf der Aufnahme. Was ist los? Wo steckst du? Paige Stimme schaltete sich wieder ein, lauter und drängender als zuvor. Du kannst ihn mit hinübernehmen und trotzdem zurückkommen! Du kannst ihn mit hinübernehmen! Dann brach die Aufnahme ab. In der Stille sah Travis Bethany an. Dann sahen sie beide zu dem schwarzen Zylinder, der noch immer angeschaltet auf dem Sessel lag. Durch die offene Iris war der Wald zu sehen und auch der grau bewölkte Himmel darüber. Das Seil, das sie nach ihrer rückkehr wieder nach oben gezogen hatten, lag verknäult auf dem Teppich davor. Ihn mit hinüber nehmen. Bethany schien die Worte im Kopf hin und her zu wenden, wie ein Artefakt, auf das sie gestoßen waren. Meint sie den Zylinder? Dass man den Zylinder durch die Iris mitnehmen kann? Travis starrte das Gerät an. Schwer vorstellbar, was Paige sonst gemeint haben könnte. Schwierig wäre das nicht, sagte er. Man müsste ihn mit dem Knopf ausschalten, der die Verzögerung herbeiführt und könnte ihn dann in den verbleibenden anderthalb Minuten mit auf die andere Seite der Iris nehmen. Aber das wäre doch Wahnsinn, bandte Bethany ein. Was passiert, wenn sich die Iris hinter einem schließt? Dann steckt man in der Zukunft fest. Siebzig Jahre später als jetzt mit einem Gerät, das eine nur siebzig Jahre weiter in die Zukunft führen kann. Man könnte nie in die Gegenwart zurück. Und wenn es ganz anders funktioniert? Wenn sich die Iris, sobald man sie in der Zukunft aktiviert, wieder in die Gegenwart öffnet? Wie ein Kipphebel? Hin und her? Wie genau soll das gehen? sagte Bethany. Woher würde das Gerät wissen, dass es sich in der Zukunft befindet? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es dafür eine ganz einfache Erklärung. Vielleicht registriert es irgendwie, wenn es durch die Iris transportiert wird und schaltet dann automatisch auf die Umkehrfunktion um. Wie es genau funktioniert, erfahren wir möglicherweise nie, aber du hast doch selbst gehört, was Paige gesagt hat. Man kann ihn mit hineinnehmen und wieder zurückkommen. Und sie wusste bereits mehr über dieses Ding als wir derzeit. Bethany ließ sich seine Worte durch den Kopf gehen, freundete sich, das konnte er sehen, allmählich damit an. Logisch wäre es schon, sagte sie dann. Jemand hat sich etwas dabei gedacht, als er dieses Gerät konstruierte. Welchen Nutzen ein Gerät haben sollte, das einen bloß immer weiter in großen Sprüngen in die Zukunft befördert und keine Rückkehr zulässt, leuchtet tatsächlich nicht ein. Vorwärts und rückwärts erscheint da schon sinnvoller. Was auch erklärt, warum gleich zwei Zylinder aufgetaucht sind, sagte Travis. Überleg doch mal, wer weiß, welchem Zweck diese Sorte Gerät ursprünglich diente. Da können wir nur Mutmaßungen anstellen. Es könnte irgendeinem militärischen Zweck gedient haben, um sich ein Bild von den Folgen eines Krieges zu machen, ehe man ihn überhaupt angefangen hat. Es könnte auch einfach nur in der Landwirtschaft eingesetzt worden sein. Mal angenommen, es gibt irgendeine Nutzpflanze, die erst nach 70 Jahren Ernte reifelt. Man bringt die Saat aus, steigt durch die Iris und kann die Ernte im Handumdreh hineinbringen. Aber mal abgesehen vom eigentlichen Zweck, hatten die Schöpfer schon ihre Gründe, warum sie die verzögerte Schließfunktion mit eingebaut haben. So kann man den Zylinder mitnehmen, wenn man durch die Iris steigt. Leicht nachzuvollziehen warum. Ihn angeschaltet zurücklassen, birgt alle möglichen Gefahren. Denk an die Vorsichtsmaßnahmen, die wir vorhin ergriffen haben, damit von der anderen Seite nichts hindurch gelangen konnte. Aber jetzt kommt. Den Zylinder mitzunehmen, wäre ebenfalls riskant. Extrem riskant sogar. Stell dir vor, du arbeitest ganz normal mit dem Ding, wie mit irgendeinem Werkzeug, einem Steckschlüssel meinetwegen, oder einem Schraubenzieher. Du nutzt es den zu schaffen oder sonst was. Fällt dir auf, welcher Fehler einen dabei unterlaufen könnte. Das könnte ganz schnell passieren und dann säße man richtig in der Tinte. Bethany verengte die Augen, während sie nachdachte. Man könnte den Zylinder versehentlich auf der anderen Seite zurücklassen, wenn sich die Iris schließt. Travis nickte. Es könnte auf zweierlei Weise passieren. Entweder man lässt ihn in der Zukunft zurück und hat dann keine Möglichkeit mehr ihn zurück zu holen. Es sei denn, man wartet einige Jahrzehnte lang. Oder man lässt ihn in der Vergangenheit zurück und sitzt in der Zukunft fest, ohne jemals in die Gegenwart zurückkehren zu können. Bethany ging zu dem Sessel hinüber, starrte auf den Zylinder hinab. Man würde also ein Ersatzgerät brauchen, sagte sie. Es wäre sogar lebenswichtig, wie der Ersatzschirm, der bei Fallschirmspringern zur Ausrüstung immer dazugehört, weil es Fehler gibt, die man sich kein einziges Mal erlauben darf. Man hätte einen zweiten Zylinder, den man sich auf den Rücken schnallen und niemals abnehmen würde, zumindest nicht, während man den anderen gerade benutzt. Bethany sah ihn direkt an. Es scheint logisch, dass Page und die anderen dem bereits auf den Grund gegangen sind. Konnten diese Idee also ausprobieren, ohne das Risiko einzugehen, auf der anderen Seite zu stranden. Einfach einen der Zylinder angeschaltet lassen und mit dem anderen der Frage auf den Grund gehen, ob man durch die Iris in die Gegenwart zurückgelangt oder nicht. Travis nickte. Es war eine einleuchtende Erklärung. Längere Zeit blieb es still. Wir könnten uns hier aber auch irren, sagte Bethany schließlich. Ja, und zwar ganz gewaltig. Ein einfacher Irrtum wäre schon schlimm genug. Falls wir das ausprobieren und es funktioniert nicht, sitzen wir auf der anderen Seite fest. Falls wir es aber ausprobieren und es funktioniert, sagte Travis, können wir den Zylinder in die Zukunft mitnehmen, in der Ruine, an der M-Street, in den achten Stock steigen und genau in dem Raum, in dem Page gegenwärtig festgehalten wird, in die Gegenwart zurückkehren. Die Vorstellung schien Bethany zu beleben wie eine laue Brise an einem Frühlingstag. Nett, sagte sie. Sie positionierten den Zylinder so, dass er die Iris in einen anderen Teil des Hotelzimmers projizierte, von der Ecke abgewandt, die in der Zukunft eingestürzt war, näher zum Inneren des Gebäudes hin. Sie fanden eine Stelle, von der aus sie direkt auf einen intakten Stahlträger inmitten der Ruine steigen konnten. Über den Träger ragte der stabile Ast einer Eiche hinweg, von dem aus man leicht auf die Erde hinabklettern konnte. Travis stieg durch die Öffnung hinüber. Bethany blieb neben dem Zylinder im Zimmer stehen, hielt ihren Finger über dem dritten Knopf in Bereitschaft und sah ihn an. Sag mir wann, sagte sie. Travis sah auf seine Uhr. Der Sekundenzeiger war noch zehn Striche von der Zwölf entfernt. Als er nur noch drei Striche entfernt war, sagte er, jetzt. Bethany drückte auf den Knopf. Der Lichtkegel leuchtete kurze Zeit hell auf und er losch dann. Die Iris blieb weiter offen. Bethany nahm den Zylinder vom Sessel, trat an die Öffnung und reichte ihn Travis hinüber, der ihn fest an sich drückte. Dann streckte sie die Arme durch die Öffnung, packte den Ast der Eiche und zog sich auf den Stahlträger hinüber. Was machst du denn? fragte Travis. Was meinst du? Du musst doch nicht mitkommen. Dieses Risiko müssen wir nicht beide eingehen. Falls wir uns irren und es führt kein Weg zurück, kannst du ebenso gut in der Gegenwart bleiben. Wozu? fragte sie. Dann würde ich hier ohne den Zylinder festsitzen. Was sollte ich dann tun? Als René Turner weiterleben. Es nochmal richtig krachen lassen. Wozu du gerade Lust hast? Ja, vier Monate lang, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass in vier Monaten die Welt untergeht. Was vermutlich länger ist, als wir hier auf dieser Seite überleben würden. Er warf einen Blick auf die Uhr. Noch 60 Sekunden. Das ist idiotisch. Warte lieber im Hotelzimmer. Das ist ja genau dieselbe Nummer wie vorhin bei dem rissigen Betonboden. Ja, allerdings. Und es besteht kein Grund, wieso du ihn betreten solltest. Sie wandte sich ihm zu, an den Ast gelehnt, der sich zwischen ihnen befand. Die Bewölkung hatte sich inzwischen ein wenig gelockert, sodass er zum ersten Mal Gelegenheit hatte, sich ihre Augen näher anzusehen. Bislang hatte er gedacht, sie wären braun. In Wirklichkeit waren sie grün, aber so dunkel, dass sie nahezu schwarz wirkten. Du bist bereit, für eine Person, die dir viel bedeutet, das Risiko einzugehen, als vertreiben können. Er sah sie an. Was sie ihm anbot, war so ungefähr das Selbstloseste, was ein Mensch einem anderen anbieten konnte. Nach einer Schrecksekunde fand er die Sprache wieder. Danke. Nichts zu danken. Er sah auf die Uhr. Noch dreißig Sekunden. Sie nickte, schluckte schwer. Dann wandten sie sich beide um und starrten durch die Iris. Durch die Fenster auf der anderen Seite des Zimmers konnten sie die Stadt sehen, so wie sie in der Gegenwart aussah. Die imposanten Gebäude, das Schimmern der Sonne auf spiegelndem Glas, den Verkehr, der wohlgeordnet durch den Kreisverkehr am Ende der Straße strömte, Leute in T-Shirts und kurzen Hosen auf den Bürger steigen, Eltern, die mit ihren Kindern an einem sonnigen Sommervormittag in der Stadt unterwegs waren. Auf der Welt mag vieles im Argen liegen, sagte Travis, aber den Untergang hat sie wirklich nicht verdient. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Bethany nickte. Und dann schloss sich die Iris vor ihnen, worauf das Bild der Gegenwart unvermittelt vom trostlosen Bild der Zukunft überlagert wurde. Von den gerade noch intakten Gebäuden waren nur noch schiefe Skelette übrig. Die eben noch so beliebte Straße war menschenleer und von Verfall gekennzeichnet. Der plötzliche Gegensatz erschütterte Travis weit schlimmer, als er gedacht hätte. Bethany neben ihm stieß langsam die Luft aus. Anscheinend ging es ihr nicht viel anders. Travis wechselte auf einen Stahlträger, der in rechtem Winkel von dem Träger abzweigte, auf den sie hinausgestiegen waren, und entfernte sich etwa drei Meter, bis projizieren würde, von der sie soeben verschwunden war. Bethany blieb in sicherer Entfernung auf dem ersten Träger stehen. Travis fragte sich unwillkürlich, welcher Anblick sich ihnen wohl bieten würde, falls sie sich irrten. Falls die Ehre sich öffnete und dahinter Washington zum Vorschein käme, wie es in abermals siebzig Jahren aussehen würde. Von den Gebäudeskeletten würde vermutlich keine Spur lassen, dass sich an diesem Ort einst eine Stadt befunden hatte. Er richtete den Zylinder wie eine Pistole nach vorne. Er drückte auf den Anknopf. Der Lichtkegel leuchtete auf. Die Iris öffnete sich. Bethany wagte es nicht hindurch zu sehen. Stattdessen blickte sie ihn an. Beschreib mir, was du siehst. Zweiter Teil Umbra Page lag gefesselt am Boden und wartete. Wartete auf das Ende. Alle paar Minuten hörte sie Schritte, die draußen im Flur näher kamen und sich dann in der Ferne verloren, ohne stehen zu bleiben. Sie wartete auf die Schritte, die den Flur entlang kommen und draußen vor der Tür Halt machen würden. Wartete auf das Klicken des Türknorfs, dass sie anzeigen würde, dass nun alles vorbei war. Sie drehte sich auf die Seite, um aus den Fenstern zu schauen. Von hier oben hatte sie die gesamte Vermitt Avenue im Blick, auf der lebhafter Betrieb herrschte. Sie sah ein rotes Cabrio, das in die Einfahrt des Ritz-Carton einbog, sah wie ein junges Pärchen ausstieg. Ihre Gesichter waren nicht zu erkennen, dazu waren sie zu weit weg, aber bestimmt lächelten sie. Sie überließen das Cabrio einem Hoteldiener und verschwanden in dem Gebäude. Ein wunderschöner Tag, eine wunderschöne Welt, in der es eine Freude war, am Leben zu sein. Wie gern hätte sie Gewissheit darüber gehabt, dass all das noch lange Zeit Bestand haben würde, weit länger als vier Monate, auch wenn sie das selbst nicht mehr erleben würde. Die Straße verschwamm ein wenig vor ihren Augen, sie blinzelte die Tränen fort, atmete tief durch und drehte sich wieder auf den Rücken. Erneut vernahm sie Schritte, die draußen im Flur näher wartete. Travis rannte über den geborstenen Asphalt der Vermont Avenue nach Süden auf den Kreisverkehr zu. Bethany hielt mit ihm Schritt. Diesmal achteten sie nicht darauf, ob aus dem Wald irgendwelche bedrohlichen Geräusche drangen. Zur Sicherheit hielt Travis die Flinte in Bereitschaft. Sollte ihm ein Löwe in die Quere kommen, würde er eine längst überfällige Lektion erhalten, nämlich dass im Kopf einen Plan aus, rief sich den achten Stock der Ruine bildlich vor Augen. Bei ihrem ersten Abstecher hatten sie sich in der nordöstlichen Ecke kurz umgesehen. Die Betonfläche dort war noch ziemlich stabil gewesen, wies lediglich einige dünne Haaresse auf. Rückschlüsse darauf, wie der Raum in der Gegenwart aussah, waren daraus unmöglich zu ziehen, nicht einmal auf seine Größe, die mit der Betonfläche nicht unbedingt übereinstimmen musste. Am sichersten wäre es wohl, die Iris an der äußeren Ecke des Raumes zu öffnen, um so auf jeden Fall hinein zu gelangen. Vorsorglich spielte er das mögliche Geschehen schon einmal im Geist durch. Wenn er aus der Iris in die Gegenwart stieg, würde er die Zimmerecke vor sich und den Raum im Rücken hinter sich haben. Dann Page würde gefesselt sein und das Gebäude selbst war im Erdgeschoss gesichert. Dass sich jemand durch ein Loch in der Luft Zutritt zum achten Stock verschaffte, damit dürfte wohl niemand rechnen. Sollte sich aber außer Page noch jemand in dem Raum befinden, ob bewaffnet oder nicht, musste der Betreffende auf jeden Fall unschädlich gemacht werden. Kam dafür die Remington in Betracht. Sie zwischen den Schüssen musste jeweils der Lademechanismus betätigt werden und mehr als fünf Schuss hätte er nicht. Jeder Volltreffer mit der Flinte wäre zwar garantiert tödlich, doch falls es mehrere Ziele gab und diese obendrein bewaffnet waren, könnte ihn die begrenzte Schusskapazität in Schwierigkeiten bringen. Sie erreichten den Kreisverkehr, durchquerten ihn in etwa 20 Sekunden und befanden sich weitere 20 Sekunden später kletterten zu den Stahlträgern im ersten Stock hinauf und machten sich auf den Weg zum Treppenaufgang. Tauschen wir! Travis hielt Bethany die Flinte hin. Sie nahm sie entgegen und reichte ihm dafür die Sigsauer. Diese enthielt neun Patronen vom Kaliber 45, die Patrone in der Kammer mit eingerechnet. Ihre Wirkung wäre zwar weniger durchschlagend als die der Flintengeschosse, aber langen Flinte. Bethany händigte ihm die drei Ersatzmagazine aus, die sie in den Hosentaschen hatte. Zwei davon steckte er in seine Hosentasche, das dritte behielt er in der freien Hand, um das derzeitige Magazin in der Pistole notfalls in Sekundenschnelle auswechseln zu können. In kürzester Zeit waren sie im achten Stock angelangt, wo sie über die offenen Stahlträger zu der fest. Eine intakte Fläche gleich darüber hatte sie in all den Jahren zumindest vor einem Teil der Witterungseinflüsse geschützt. Bethany folgte ihm auf die Fläche, nahm ihren Rucksack vom Rücken, öffnete ihn und holte den Zylinder heraus. Die restlichen Flintenpatronen verteilten sich auf den Boden des Rucksacks. Sie stellte den Rucksack auf den Boden und stützte den Zylinder so darauf ab, dass das Ende schräg nach oben zeigte. Die Iris würde sich ungefähr in Hüfthöhe öffnen, einen guten halben Meter vor der Raumecke. Dann kniete sie sich neben den Zylinder, bereit, ihn jederzeit anzuschalten. Travis postierte sich neben der Stelle, an die der Lichtstrahl die Öffnung projizieren würde, hielt fest, die Pistole umklammert, atmete tief durch, sah Bethany an. Es kann losgehen. Sie drückte auf den Knopf. Die Iris tauchte auf. Travis warf einen Blick hindurch und sah getöntes Glas, so wie in der Tiefe dahinfließenden Verkehr. Er stieg geduckt hindurch, schnellte auf der anderen Seite sogleich herum, riss die Pistole in die Höhe und blickte sichernd in alle Richtungen. Der Raum war leer. Der Raum hatte eine Tür. Sie war geschlossen. In die Tür war eine schmale Glasscheibe eingelassen. Travis trat an die Tür und spähte durch die Scheibe. Hier von der Ecke aus zweigte der Flur in zwei Richtungen ab. In die eine Richtung konnte er den Flur bis ans Ende überblicken, in die andere wegen des ungünstigen Winkels nur ein kleines Stück. Der Stein oder Keramik Platten. Travis hörte Schritte, die sich von der nicht einsehbaren Richtung her näherten, vernehmlich über den Boden klickend, ein Schritt nach dem anderen. Eine einzelne Person. Travis drehte den Türknopf und zog die Tür ein winziges Stück zu sich, gerade weit genug, um den Schnappriegel zu öffnen. Er wartete. Durch den Nachhall auf den Fliesen fiel schwer zu sagen, wie weit die Schritte noch entfernt waren. Er ließ ihn näher herankommen, als ratsam schien. Er riss dann die Tür auf, trat hindurch und hob die Pistole. Ein eher kleiner, drahtiger Mann um die vierzig blieb abrupt stehen, nur eine Handbreit vor der Pistolenmündung, die direkt auf sein Gesicht gerichtet war. Travis bedeutete ihm gestisch keinen Laut von sich zu geben. Der Mann nickte mit weit aufgerissenen Augen. Travis trat beiseite, winkte den Mann in den Raum und schloss dann die Tür hinter ihn. Schließen Sie die Augen, sagte Travis. Fest! Der Mann gehorchte. Travis packte ihn hinten am Kragen und stieß ihn so grob auf die Zimmerecke zu, dass er ins stolpern geriet. In der Ecke zerrte er ihn nach unten und stieß ihn durch die Iris. Dabei blieb der Mann so unglücklich mit der Hüfte am Rand der Öffnung hängen, dass er vorn überkippte und unsanft auf dem Boden auf der anderen Seite landete. Der Mann richtete sich halbsitzend auf und öffnete die Augen. Bethany zierte mit der Flinte auf ihn. Inzwischen war auch Travis durch die Iris gestiegen und hielt ihn von hinten mit der Pistole in Schach. Der Mann sah sich rasch um. Beim Anblick des Waldes und der Ruinen ringsumher klappte ihm der Mund auf. Er schien absolut fassungslos, als würde sein Gehirn das, was seine Augen meldeten, schlicht nicht akzeptieren. Brieftasche, sagte Travis. Der Mann starrt ihn an, blinzelte. Dann holte er seine Brieftasche heraus. Travis deutete auf die Stelle zu Bethanys Füßen. Werfen Sie sie dorthin! Der Mann warf die Brieftasche hinüber. Nach der Landung schlitterte sie noch einen Meter über den Beton und blieb dann liegen. Travis bedeutete dem Mann aufzustehen. Der Mann nickte. Als er sich eben halb aufgerichtet hatte, packte Travis ihn wieder ab einen halben Meter weit ins Leere ragte, acht Stockwerke über der Erde. Der Mann stockte hörbar der Atem. Sein Körper erstarrte verfurcht, er wagte nicht, sich zu wehren. Er atmete nur ganz flach und stoßweise, als befürchtete er, sonst das Gleichgewicht zu verlieren und in die Tiefe zu stürzen. Travis hatte die Füße von innen her gegen den Stahlträger gestemmt und lehnte sich zurück, während er den Mann, der in einem Dreißig-Grad-Winkel nach vorn über die Tiefe schwebte, mit ausgestrecktem Arm vor sich festhielt. Wo ist die Frau? fragte Travis. Der Mann antwortete erst nach einer Schrecksekunde. Welche Frau? Verarschen Sie mich nicht. Man hat sie letzte Nacht hergebracht, nach dem Überfall auf die Wagenkolonne. Weitere Sekunden verstrichen. Der Kerl legte den Kopf schräg. Er kannte die Antwort. Anderenfalls hätte er das schon längst lautstark bestritten. Travis verlagerte sein Gewicht ein klein wenig nach vorn, ganz kurz nur, ehe er den Kerl wieder am Schleffittchen zurück riss. Mit der Folge, dass der Mann eine halbe Sekunde lang den Eindruck hatte, zu fallen. Er vermochte nicht einmal zu schreien, sondern gab nur ein gepresstes Wimmern von sich. Dann gab er sich einen Ruck. Man hat sie in Mr. Fins Büro gebracht, jetzt eben erst vor ein paar Minuten, sagte er mit hoher monotoner Stimme. Wo ist dieses Büro? Im obersten Stock, in der Südwestecke. Travis ließ seinen Kragen los. Der Kerl riss die Arme vor und ruderte verzweifelt damit in der Luft herum, wie um irgendetwas zu fassen zu bekommen. Aber da war nichts. Er schnappte krampfhaft nach Luft, kreischte los wie ein junges Mädchen in einem Horrorfilm und dann war er auch schon fort, hinabgestürzt in die Tiefe. Travis ersparte es, sich seinen Aufschlag zu beobachten und wandte sich um. Bethany stand da und sah ihn entsetzt an, die Hand an den Mund gepresst, die Flinte achtlos um die Schulter gehängt, diese Typen haben angefangen, sagte Travis. Wir haben uns nicht danach gedrängt, in diese Sache verwickelt zu werden. Mehr wusste er nicht vorzubringen. Nach einem letzten langen Blick in ihre Augen ging er zu dem Zylinder, schaltete ihn aus und machte sich damit über die Stahlträger auf den Weg zur Treppe. Schon nach wenigen Metern verfiel er in Laufschritt. Er wandte sich kurz aufhob und ihm dann folgte. Paige saß da und wartete auf Isaac Finn. Wer das war, wusste sie nicht. Sie hatte nur seinen Namen auf dem Messingschild an der Tür gelesen, als die beiden kräftigen Männer sie in sein Büro getragen hatten. Fins Büro war überaus geräumig, dreimal so groß wie der Raum, in dem sie bisher gefangen gehalten worden war. An der Südfront zog sich ein Balkon entlang, von dem aus sich eine wahre Bilderbuch Aussicht auf Washington bot. Wie auf einem Plakat, auf dem alle wichtigen Gebäude mit kleinen Hinweisschildern versehen waren. Alle Zentren der Macht waren zu sehen, vom Weißen Haus über das Kapitol bis hin zum obersten Gerichtshof und noch etliche weitere Gebäude, in denen sich Macht auf jede nur erdenkliche Art und Weise bündelte. Paige fragte sich, wie viele dieser Gebäude das Hochhaus hier an Bedeutung übertreffen mochten. Vielleicht all. Sie saß auf einem Ledersofa, weiter an Handgelenken und Knöcheln gefesselt. Die beiden kräftigen Männer standen an der Tür, mit vor dem Körper gefalteten Händen. Beide waren mit Berettas bewaffnet, die sie in Holstern unter dem Sakko trugen. Paige Die Tür ging auf und ein Mann um die fünfzig kam herein, schlank, über einen Meter achtzig groß, mit dunklem, schon grau midiertem Haar. Er entsprach kein bisschen dem, was Paige erwartet hatte, was auch immer sie sich vorgestellt haben mochte. Er passte nicht in dieses Büro. Besonders von seinen Augen her, aus ihnen sprach keinerlei Arroganz oder Dünkel. Paige fühlte Male begegnet war. Jedes Mal war sie beeindruckt von seinen Augen, denen anzusehen war, dass sie über die Jahre unendlich viel Leid gesehen und dennoch nicht resigniert hatten. In Isaac Finns Augen lag ein ganz ähnlicher Ausdruck, eine gewisse Sanftheit, die Paige Rätsel aufgab. Was aber jetzt ohnehin keine Rolle spielte. Freundlich wirkende Augen konnten auch einfach genetisch bedingt sein oder Menschen sollte man nach ganz anderen Kriterien beurteilen und da schnitt Finn denkbar schlecht ab. Er hielt eine Tasse Kaffee in der einen Hand und den schwarzen Zylinder, den Paige am Vorabend dem Präsidenten vorgeführt hatte, in der anderen. Er ging zum Schreibtisch hinüber und stellte die Tasse darauf ab. Dann drehte er sich zu Paige um und musterte sie, prüfend irgendwie, abwägend, sie ihr die Fußfesseln, sagte Finn. Einer der beiden Wachposten kam herüber, zog ein Klappmesser aus einer Scheide an seinem Gürtel, klappte die Klinge heraus und schnitt den Kabelbinder an Pages Knöcheln durch. Dann kehrte er zu seinem Posten an der Tür zurück. Finn starrte sie kurz weiter an und tippte dann mit dem Finger gegen den Zylinder. Der Präsident hat mir eingehend geschildert, wie sie ihm dieses Gerät demonstriert haben. Man könne gefahrlos durch die projizierte Öffnung steigen, haben sie ihm gesagt. Page nickte. Vorgeführt haben sie ihm das allerdings nicht. Das war nicht nötig. Er hat auch so gesehen, wie es funktioniert. Ich möchte, dass sie es mir vorführen. Ich möchte gern selbst sehen, wie eine Person hindurch steigt. Er trat an den langgezogenen Tisch aus Walnussholz, der hinter dem Sofa stand, legte den Zylinder darauf ab, links und rechts abgestützt durch zwei in Leder gebundene Bücher, die bereits dort gelegen hatten, und richtete die Linse auf die gut drei Meter entfernten Fenster an der Südseite. Er legte den Finger auf den Anknopf und sah Page mit fragend hochgezogenen Augenbrauen an, wie um sicherzugehen, dass er alles richtig machte. Ich habe ihn ja nun wirklich unmissverständlich beschriftet, sagte sie. Finn drückte auf den Knopf. Der Lichtstrahl schoss heraus und projizierte die Öffnung dicht vor die Fensterfront. Page behielt Finn aufmerksam im Auge. Seine Reaktion verriet, dass er den Zylinder bisher noch nicht in Aktion erlebt hatte. An die zehn Sekunden lang stand er reglos da und starrte die Öffnung mit ausdrucksloser Miene an. Dann setzte er sich in Bewegung und ging darauf zu, wobei er sorgsam Abstand zu dem Lichtkegel hielt. Als sie und die anderen das Gerät vor ein paar Tagen das erste Mal angeschaltet hatten, hatte Page sich genauso verhalten. Finn trat von rechts bis auf 30 Zentimeter an die Öffnung heran. Er starrte kurz hindurch, überwand dann seine Scheu vor dem Lichtstrahl und trat unmittelbar vor die kreisrunde Öffnung, um einen Blick hinaus auf die Ruinen zu werfen. Page sah, wie er langsam, gerade noch wahrnehmbar den Kopf schüttelte. Mein Gott, es funktioniert, flüsterte er so leise, dass Page es beinahe überhört hätte. Dann wandte er sich zu ihr um, winkte sie zu sich. Tun Sie's, sagte er. Steigen Sie hindurch. Sie wusste genau, was passieren würde, wenn sie seiner Aufforderung nachkam. Drei Sekunden lang überlegte sie, was für andere Möglichkeiten ihr blieben. Keine. Und es kam auch nicht darauf an, wie es dann mit ihr weiter ging. Einzig auf Bethany kam es jetzt an. Darauf, ob war. Es wäre ein beruhigender Gedanke gewesen, und Gedanken dieser Art hatte sie jetzt bitter nötig. Gut, sagte sie. Sie stand auf, ging um das Sofa herum und dann hinüber an die Öffnung, wo Finn für sie beiseite trat. Sie legte ihre nach wie vor gefesselten Hände auf den unteren Rand und starrte hinaus auf den Wald, der sich unter ihr in alle Richtungen dehnte. In etwa einer Meile Entfernung konnte sie das Washington Monument erkennen, das imposant aus den Baumwipfeln in die Höhe ragte. Und das war auch schon alles. Das Weiße Haus war völlig hinter den Bäumen verborgen. Nicht einmal die Kuppel des Kapitols war noch zu sehen. Paige fiel ein Ausflug aus Highschool Zeiten ein, den sie mit ihrer Klasse ins Kapitol unternommen hatte. Bei dieser Gelegenheit hatte sie erfahren, dass die Kuppel aus Gusseisen bestand und auch wie viel sie wog. Damals hatte sie es kaum glauben können. Über 5000 Tonnen. Dieses ungeheure Gewicht hatte das Gebäude vermutlich bald zum Einsturz gebracht, als erst einmal der Rostfraß einsetzte. Paige stützte sich auf den Rand der Öffnung und lehnte sich vor, um nach einer Stelle Ausschau zu halten, auf die sie hinaustreten könnte. Der dicke Stahlträger, der zur Fassade in den Abschluss des obersten Stockwerks bildete, verlief direkt unterhalb von hier, längs der Öffnung. Aus diesem Träger ragten Eine der etwa 15 Zentimeter breiten Streben, die über den Abgrund ragten wie Planken auf einem Piratenschiff, befand sich direkt vor der Öffnung. Paige sah kurz nach unten, fasste das Gitterwerk aus Stahlträgern ins Auge, das fünfzehn schwindelerregende Stockwerke tief bis zum Fundament reichte. Für Höhen hatte sie sich noch nie begeistern können. Sie blickte nach links und rechts an dem Stahlträger entlang, auf den sie nun gleich hinaustreten würde, und musste sich bei dem Anblick stark zusammenreißen. Sie atmete tief durch und trat mit einem Fuß durch die Öffnung auf den Stahlträger. Als sie eben den anderen Fuß nachzog, spürte sie, wie Finn sie am Oberarm packte und festhielt, damit sie nicht den Versuch unternahm, nach links oder rechts zu entwischen. Vorwärts, wenn ich bitten dürfte, sagte er und stieß sie heftig am Arm vor. Um bei dem Stoß nicht das Gleichgewicht zu verlieren, blieb ihr nichts übrig, als auf die schmale Balkonstrebe zu treten. Finn hielt sie weiter am Arm gepackt. Auf einmal nahm Page eine jähe Vor- und Rückwärtsbewegung seines Körpers wahr, als wenn er mit dem anderen Arm wortlos einen der Wachmänner zu sich gewunken hätte. Sie stellte sich vor, wie der bereits vorab instruierte Mann stumm nickte und schon im Näherkommen seine Beretta zog. Finn stieß sie abermals am Arm vor, sodass sie noch einen zweiten Schritt tun musste. Nun befand sie sich etwa einen Meter weit auf dem schmalen Träger, eben noch in Fins Reichweite. An ein Entkommen war nicht zu denken. Finn ließ ihren Arm los. Gleich darauf hörte sie, wie hinter ihr die Beretta gespannt wurde. Finn machte Platz, damit Beuys direkt an die Öffnung treten und sauber zielen konnte. Vor dem Lichtkegel zauderte Beuys kurz, als scheute er davor zurück, mit dem Licht in Berührung zu kommen. Dann aber zuckte er die Achseln, trat ins Licht und stellte sich an die Öffnung. Finn beobachtete, wie er seine Beute fixierte, sah, beobachtete, der weniger auf gelassene Konzentration schließen ließ, als auf einen jähen Testosteronschub. Sie ist süß, sagte Beuys. Haben wir es wirklich so eilig? Ist ja nicht so, als könnte irgendjemand die Leiche finden und auf DNS Spuren untersuchen. Finn trat einen Schritt auf ihn zu. Wenn Sie es noch einmal wagen, in meinem Beisein irgendwelche sinnlosen Grausamkeiten von sich zu geben, stehen Sie als Nächster da draußen. Haben Sie das verstanden? Er sprach ganz ruhig, ohne die Stimme zu heben. Beuys sah ihn an. Der Ausdruck überlegener Ruhe war aus seinen Augen verschwunden. Easa! Machen Sie es kurz und schmerzlos. Jagen Sie ihr eine Kugel in den Hinterkopf, mittig, in Höhe der Ohren. Schießen Sie nicht daneben. Easa! Beuys hob seine Beretta, streckte sie ein Stück durch die Öffnung, entsicherte sie. Und da tauchte draußen wie aus dem Nichts eine Hand auf, vom rechten Rand der Öffnung her, packte Beuys am Handgelenk und riss es nach unten. Beuys wollte eben zurückzucken, als eine Zweithand auftauchte, eine Sig Sauer P-220 durch die Öffnung stieß, sie ihn direkt vors Auge hielt und abdrückte. Beuys Schädel explodierte förmlich. Finn wurde von einem Knochensplitter im Gesicht getroffen und taumelte von der Öffnung zurück. Aus dem Augenwinkel bekam er mit, dass Caglin, der andere Wachmann, an der Tür nach seiner eigenen Pistole griff, aber die Sig zierte bereits in seine Richtung und wurde gleich darauf erneut abgefeuert, dreimal in kurzer Folge. Caglin schrie auf und ging am Boden in Deckung. Es gelang ihm zwar, genau. Die meisten seiner Schüsse verfehlten die Öffnung und durchsiebten die Fensterfront dahinter. Der Schütze draußen zog sich zurück, bis Caglin die Munition ausging. Dann tauchte die Sig wieder in der Öffnung auf und fing an, blindlings in rascher Folge in den Raum zu feuern. Finn warf sich auf den Boden und suchte Deckung hinter dem Sofa. Als er das trockene Klicken der Sig hörte, weil das Magazin leergeschossen war, kam ihm der Gedanke, sich aufzurichten und eilig die Austaste an dem Zylinder zu drücken. Doch von draußen hörte er bereits, wie das Magazin der Sig mit einem metallischen Geräusch herausgeschüttelt und umgehend durch ein Neues ersetzt wurde. Gleich darauf krachte die nächste scheinbar wahllose Salve von Schüssen ins Büro. Finn zählte sieben Schüsse. Dann trat Stille ein. Was merkwürdig war, weil sich im Magazin einer Sig P-220 acht Kugeln befanden. Finn blickte hoch und sah, dass Cacklin seitlich am Körper getroffen worden war. Er blutete heftig und versuchte mühsam sich aufzurappeln. Und dann traf der achte Schuss Cacklin an der Schläfe und riss ihm den halben Schädel weg. Finn sprang auf und hechtete zu dem Walnussholztisch mit dem Zylinder. Diesmal würde das Nachladen länger dauern, weil der Schütze das nächste Magazin, falls er überhaupt noch eines hatte, erst aus der Hosentasche würde kramen müssen. In dem Sekundenbruchteil, ehe er mit dem Daumen die Austaste drückte, sah Finn hoch und erhaschte einen Blick auf die Öffnung. Der Schütze hatte sich wieder zurückgezogen, aber die Frau, Paige Campbell, war eben noch sichtbar, zusammengekauert auf dem schmalen Stahlträger. Sie blickte Finn in genau dem Moment an, als er auf den Knopf drückte und während die Öffnung vor seinen Augen zusammenschnurrte, sah er noch, wie sie die Hand hoch riss und ihm den Mittelfinger zeigte. So schnell sie konnten, liefen sie zur Ruine des Ritz-Karten zurück. Dort machten sie keuchend Halt, wandten sich um und spähten angespannt die Straße hinunter. An dem teilweise durch die Birken verdeckten Gerippe des Hochhauses suchten sie nach Anzeichen dafür, ob die andere ihres mithilfe des Zylinders, der sich weiterhin in Finns Besitz befand, erneut geöffnet worden war. Grelles, punktuell aufblitzendes Sonnenlicht etwa, aber sie sahen nichts. Über die Eiche kletterten sie zu den Stahlträgern im zweiten Stock des Ritz hoch, wo Bethany ihren eigenen Zylinder anschaltete. Eine halbe Minute später standen sie an den Fenstern des Hotelzimmers und spähten nach Süden zu dem im Sonnenschein schimmernden Hochhaus. Sie waren zurück in der Gegenwart. Dort schien alles ruhig. Niemand kam heraus, niemand ging hinein. Von Polizeifahrzeugen keine Spur. Was Travis nicht sonderlich wunderte. In dem Gebäude war es vermutlich eher unüblich, bei Notfällen die Polizei zu rufen. Er bekam mit, wie Paige sich ihm zuwandte und sah sie an. Vom Laufen waren sie beide noch ganz außer Atem. Travis meinte, einen gewissen Widerstreit der Gefühle in ihrer Miene zu erkennen. Als wäre sie zwar fassungslos, aber auch kein bisschen erstaunt über das, was da gerade geschehen war. Gleich darauf schüttelte sie einfach nur den Kopf, legte erst Bethany und dann Travis den Arm um die Schultern und drückte sie beide fest an sich. So standen sie über eine Minute lang da, ohne ein Wort zu sagen. Mit Bethany's Handy, das abhör- und überwachungssicher war, rief Paige in Border Town an. Sie schaltete den Lautsprecher ein. Beim zweiten Klingeln meldete sich eine Frau. Ja, Bethany? Nein, Evelyn, hier ist Paige. Travis hörte, wie am anderen Ende halb überrascht, halb erleichtert reagiert wurde. Nach kurzem Schweigen fragte Evelyn, sind die anderen bei Ihnen? Paige schloss die Augen. Nein, sie sind tot. Einige Sekunden lang blieb es still. Bethany hat mir erzählt, dass rund um Border Town ein Blockade ring gelegt worden ist, sagte Paige. Ja, mit Kampfjets, bislang kreisen sie noch außerhalb unseres Luftraums. Hat sich der Präsident vielleicht bei euch gemeldet? Nein, hier hat sich niemand gemeldet. Paige dachte kurz nach, nickte dann vor sich hin. Alles klar. Was ist los, Paige? Worum geht es hier eigentlich? Es würde etwas dauern, das alles zu erklären, aber dazu ist jetzt leider keine Zeit. Ich muss dringend wohin. Wenn das erst vorbei ist, erkläre ich Ihnen alles. Dann nur noch eine letzte Frage, sagte Evelyn. Klar, falls das Militär uns angreifen sollte und wir können nichts dagegen unternehmen, sollen wir dann auf Plan B zurückgreifen? Paige stieß langsam die Luft aus, ging ein paar Schritte hin und her. Travis sah Bethany an und fragte mit gedämpfter Stimme »Plan B?« Bethany konnte nur mit den Schultern zucken. Paige blieb stehen. »Nein«, sagte sie, »nicht, wenn es das US-Militär ist. Greifen Sie nicht auf Plan B zurück. »Gut, verstanden«, sagte Evelyn, mit einem Unterton von Erleichterung, wie es Travis vorkam. »Unternehmen Sie vorerst nichts, richten Sie das allen aus«, sagte Paige. »Ich melde mich wieder.« Sie beendete den Anruf und wandte sich Travis und Bethany zu. »Wir müssen aufbrechen, unverzüglich. Wohin? Nach Yuma, Arizona. Alles weitere erkläre ich euch am Travis nahm die Flinte auseinander und verstaute die Einzelteile, zusammen mit dem Seil im Seesack. Den Zylinder steckten sie in Bethany's Rucksack und verließen dann eilig das Hotel, ohne sich mit einer förmlichen Abmeldung an der Rezeption lange aufzuhalten. Sie machten kurz an der 14. Straße halt, wo Paige sich in einem Geschäft eine Jeans und ein T-Shirt besorgte, weil ihre Kleidung, die sie Umkleidekabine um. Als sie aus dem Geschäft kam, hatte Travis bereits ein Taxi organisiert. Zum Reagan oder zum Dallas? fragte er. Zum Baltimore International, nur für den Fall, dass die beiden anderen Flughäfen überwacht werden. Von nun an müssen wir bei jedem Schritt extra vorsichtig sein. Sie stieg ins Taxi ein, gefolgt von Bethany und Travis. Während der 40-minütigen Fahrt hing ein jeder schweigend seinen Gedanken nach. Travis zu Page hinüber. Die Umarmung im Hotelzimmer hatte das Eis zwischen ihnen zwar gebrochen, doch ein Rest Anspannung blieb, gegen die nichts auszurichten war. Er war entschlossen all das, was zwei Jahre zuvor zwischen ihnen vorgefallen war, zumal die Umstände, unter denen er Border Town verlassen hatte, mit keiner Silbe anzusprechen. Ihr ging es vermutlich nicht anders. Und so wäre es auch am besten. Wenn das hier vorbei war, würde er sein Leben als Hilfsarbeiter fortsetzen, um zwei Uhr früh auf Laderanten sitzen und sich alle Mühe geben, nicht an sie zu denken. Er müsste noch einmal ganz von vorne anfangen, das war alles. Am Baltimore International Airport stiegen sie vor dem Terminal für Privatflugzeuge aus dem Taxi. Bis zum Gebäude waren gut 30 Meter zurück zu legen und sie machten sich auf den Weg. Mit René Turner sind wir durch, sagte Bethany. Nach dem, was sich gerade in dem grünen Hochhaus abgespielt hat, lässt sich ihre Reiseroute zu leicht zurückverfolgen. Diesen Leuten dürften alle Hilfsmittel des Heimatschutzministeriums zur Verfügung stehen. Ausgehend vom Zeitpunkt unseres Angriffs auf sie können sie Reise- und Übernachtungsmuster aufrufen, die örtlich und zeitlich damit in Zusammenhang stehen könnten. Sie werden feststellen, dass René im Ritz abgestiegen ist und auch dass sie gestern Nacht von Rapid City her angereist ist, gleich hinter der Staatsgrenze zu Wyoming, nur einen Katzensprung von Border Town entfernt. Alles zusammengenommen reicht voll auf, um uns hochgehen zu lassen. Wenn René ihren Ausweis hier vorlegt, leuchtet auf dem Bildschirm der Dame am Flugschalter ein roter Warnhinweis auf. Dann lächelt sie uns höflich an und eine halbe Minute später werden wir festgenommen. Sie dachte kurz nach, während sie dahin marschierten, dann blickte sie Travis an. Bei Rob Pullman sieht die Sache schon anders aus, fuhr sie fort. In seinem Fall liegen ihnen keinerlei Reise- oder Übernachtungsdaten vor. Sie haben auch nichts, was ihn mit René in Verbindung bringen könnte, nicht mal ihre Zwischenlandung in Atlanta, weil Rob Pullman keinen Ausweis vorgelegt hat, als er am Flughafen dort an Bord der Maschine gegangen ist. Die einzige Spur, die er hinterlassen hat, geht auf einen Einkauf mit Kreditkarte zurück. Er hat eine Millionen Geschäftstransaktionen, die heute Vormittag in und um Washington herum stattgefunden haben. Ein winziger Punkt in den Wolken, unerheblich. Sie sah Page an. Können unsere Freunde in dem Bürogebäude irgendwie erraten, dass wir nach Juma unterwegs sind? Sie können es vermuten, Bethany dachte kurz nach. Na gut, falls Rob Pullman von Baltimore nach Juma fliegt, ist es so gut wie undenkbar, dass das durch ihre Algorithmen markiert wird. Und falls sein Zielflughafen nicht Juma ist, sondern die nächste Nachbarstadt, ist es sogar ausgeschlossen. Sie holt ihr Handy heraus. Rob wird eine Mitgliedschaft bei Falcon Jet benötigen. Page sah Travis an und lächelte dabei sogar flüchtig. Damit das glaubhaft ist, wird er aber einen besser bezahlten Job brauchen. Sonntags arbeite ich immer Doppelscheid warf Travis ein. Ich werde ihm einen Ölmagnaten als Onkel verpassen, dem sein Cholesterinspiegel letztes Frühjahr den Garaus gemacht hat, sagte Bethany. Wenn du schon dabei bist, sagte Travis, bau doch in seine Biografie auch eine Begegnung mit René ein, auf einer Parkbank. Rob Pullman buchte einen Privatflug nach Imperial, Kalifornien, 50 Meilen westlich von Juma. Die Dame am Schalter der Fluggesellschaft lächelte zwar höflich, aber es tauchte niemand auf, um sie festzunehmen. Die Maschine, sagte sie, sei in einer Dreiviertelstunde abflugbereit. Also hatten sie noch Zeit, sich in eine nahezu menschenleeren Foodcourt unter freiem Himmel zu setzen und sich etwas zu essen zu bestellen. Paige vertigte innerhalb weniger Minuten zwei riesige Scheiben Pizza, die sie mit einem großen Becher Pepsi Accord war nur etwa achtzig Meter von der Landebefeuerung einer besonders viel angeflogenen Landebahn entfernt. Immer wieder klärte die gläserne Tischplatte, wenn Maschinen zur Landung ansetzten. Paige wartete, bis wieder einmal ein Flugzeug gelandet war. Eine DC-10, Travis Beobachtung nach, und sagte dann, das meiste, was ich weiß, habt ihr mittlerweile selbst herausgefunden. Ich erzähle euch den Rest, dann teilen wir wenigstens dieselben Wissenslücken. Sie überlegte einige Sekunden lang, wie sie am besten anfangen sollte. Wir haben Montagmorgen angefangen, die beiden Zylinder im Labor zu testen. Als wir den einen das erste Mal anschalteten, hat er nicht sofort die Öffnung in die Luft projiziert. Stattdessen hat er Geräusche von sich gegeben. Eine Folge hoher Pieptöne, als müsste er erst hochfahren. Nach wenigen Sekunden fiel uns auf, dass beide Zylinder diese Töne von sich gaben, in absolutem Gleichtakt, obwohl wir nur einen angeschaltet hatten. Haben sie sich dabei synchronisiert, fragte Bethany, sich auf denselben Zeitpunkt in der Zukunft abgestimmt, zu dem hin sie sich öffnen würden? Schon möglich, sagte Paige. Doch da ist noch etwas anderes, was sie auf jeden Fall getan haben und dem wir erst später auf die Spur gekommen sind. Aber darauf komme ich noch zurück. Sie trank einen Schluck Pepsi. Die Tonfolge war genau drei Minuten lang zu hören. Dann hörte sie auf und gleich darauf erschien die Projektion von dem angeschalteten Zylinder. Durch die Öffnung sahen wir nur Finsternis und dann drang der Geruch zu uns herüber. Ein schwalltoter muffiger Luft, ungefähr so, wie es in einem stillgelegten Berg werklichen mag. Wir schalteten Ventilatoren an, das half ein wenig. Dann haben wir mit Taschenlampen ins Dunkel geleuchtet und schon bald wurde uns klar, was wir da vor uns sahen. Sie blickte zwischen Travis und Bethany hin und her. Wie es funktioniert, wisst ihr ja bereits. Und auch, dass wir letzten Endes festgestellt haben, dass man gefahrlos hindurchsteigen kann. Also kann ich wohl gleich zum Kern der Sache kommen. Zunächst einmal wird Border Town in der Zukunft wie leer gefegt sein. Die gesamte technische Ausrüstung ist fort. Die Computer und die archivierten Unterlagen alles weg. Sie machte eine kurze Pause. Auch alle Entitäten sind fort. Travis merkte, wie der Wind seine Richtung änderte, spürte ihn kühl über seine Nackenfächeln. Wir haben den gesamten Komplex unter die Lupe genommen, sagte Paige. Haben fast den ganzen Montag damit verbracht, systematisch alle Räume und Flure zu durchstreifen. Leichen haben wir keine gefunden. Keinerlei Anzeichen für einen Kampf oder ähnliches. Alle normalen Möbel sind noch vorhanden. Einige der Betten sind gemacht, andere nicht. Es sieht aus, wie es an jedem beliebigen Nachmittag aussehen würde, wenn alle einfach das Gelände verlassen und auf dem Weg nach draußen den Strom abschalten würden. So sah es in allen Laboren, allen Wohnungen, allen Gemeinschaftsbereichen aus. Und zum Schluss wollten wir uns dann das ansehen, was uns allen die größte Sorge bereitete. Das Portal, sagte Travis. Paige schnickte. Es war unmöglich, sagte sie. Wir sind den Aufzugsschacht hinuntergeklettert und drei Stockwerke vor der letzten Etage haben wir gesehen, dass es aussichtslos war. Von Etage 48 an war der Schacht zugeschüttet und wir haben bald festgestellt, dass er auch niemals wieder freigelegt werden kann. Es wäre schlicht unmöglich, selbst wenn man durch die Öffnung Stück für Stück schweres Räumgerät in die Zukunft hinüberschaffen würde. Wieso? fragte Erinnerst du dich an die schweren Lappen? Er nickte. Schwere Lappen waren eine Sorte Entität, die am häufigsten aus dem Portal zum Vorschein kam. Seit 1978 waren sie nahezu täglich herausgeplumpst. Jede dieser Entitäten war dunkelgrün, etwa so groß wie ein Waschlappen und über 1400 Kilo schwer. Auch nach drei Jahrzehnten intensiver wissenschaftlicher Erforschung verfügten die Fachleute bei Tangent über keinerlei Erkenntnisse darüber, um was für ein Material es sich genau handelte. Das Einzige, was über die schweren Lappen mit Bestimmtheit gesagt werden konnte, war, dass sie nicht aus Atomen bestanden, sondern aus dichten Schichten einer kleineren Teilchensorte, Quarks womöglich. Doch das war nur eine Vermutung, die auf nicht näher bekannte Weise in dieser Anordnung stabilisiert war. Sie zu bewegen glich einem logistischen Albtraum. Unten in Etage B 51 gab es einen Kettenzug auf Rädern mit einer speziell angefertigten Klaue aus Titan, der ausschließlich dazu diente, diese Lappen von A nach B zu bewegen. Für ihre Lagerung kam in dem Komplex nur das unterste Stockwerk in Frage, wobei die meisten Lappen allerdings gleich entsorgt wurden. Über die Jahre hatten Tangentmitarbeiter etliche Schächte von 30 Zentimetern Durchmesser in den Betonboden von B 51 gebohrt, bis ganz hinunter, zu dem Granitgestein unterhalb von Border Town. Diese Schächte bildeten die letzte Ruhestätte für nahezu alle der annähernd 10.000 schweren Lappen, die seit 1978 aus dem Portal zum Vorschein gekommen waren. Und auch an den Verdoppler erinnerst du dich? Es war eher eine Feststellung als eine Frage. Travis nickte erneut. Der Verdoppler hatte ihn in den letzten beiden Jahren in ständig wiederkehrenden quälenden Träumen bis in den Schlaf verfolgt. Nicht selten schreckte er aus diesen Albträumen hoch und stellte fest, dass er sich die Fingerknöchel am Kopfende des Bettes blutig geschlagen hatte, während ihm weiter gellendes Geschrei durch den Kopf halte. Schwere Lappen gehören zu den seltenen Entitäten, die verdoppelt werden kann, sagte Page. In der Zukunft sind die untersten drei Stockwerke von Border Town mit einer Füllmasse aus schweren Lappen und Beton versiegelt, wobei aber der Betonanteil vermutlich gerade einmal ein Prozent betragen dürfte. Wir haben ausgerechnet, dass ein Würfel dieser Füllmasse von 30 Kubikzentimetern Volumen etwa 125.000 Kilogramm wiegen dürfte. Fast doppelt so viel wie ein Panzer vom Typ M1 Abrams. Travis versuchte es, sich bildlich vorzustellen. Drei Stockwerke, restlos aufgefüllt mit dieser Masse, die in jeden Spalt jede Ritze gepresst war und auch die Kuppel rings um das Portal vollständig ausfüllte. Stellte sich vor, wie diese unvorstellbar schwere Masse sogar ein Stück weit in das Portal gequollen war und mit ihrem Gewicht einen Teil unheimliche Einbahnstraße machte. Page hat ihm damals erzählt, dass anfangs in dem Jahr nach Entstehung des Portals manche dafür plädiert hatten, den Aufzugsschacht einfach mit Beton aufzufüllen und die Kammer mit dem Portal so für alle Zeiten zu versiegeln. Aber das wäre keine gute Idee gewesen, weil seither auch Entitäten zum Vorschein gekommen waren, die, wenn sie nicht geborgen worden wären, der Welt unermesslichen Schaden zugefügt hätten, sogar von einer versiegelten Höhle 150 Meter unter der Erde aus. Was Page da gerade beschrieben hatte, war jedoch eine noch ungleich drastischere Maßnahme, die darauf hinaus lief, das Portal selbst mit einem Millionen Tonnen schweren Korken zu verstopfen und dadurch womöglich sogar den Austritt von Entitäten dauerhaft zu unterbinden. Was würde aus den Entitäten, die hindurch zu gelangen versuchten? Würden sie sich mit der Zeit in dem Tunnel staun wie das Wasser einer Talsperre hinter einer Staumauer? Ihn komplett verstopfen irgendwann? Pages Miene verriet ihm, dass sie sich seit Tagen mit denselben Fragen herumplagte und ebenfalls keine Antworten darauf hatte. Zu irgendeinem Zeitpunkt, sagte Travis, vermutlich vor dem Zusammenbruch der Welt in ein paar Monaten, benutzt also jemand den Etagen des Komplexes mit dieser Masse aufzufüllen? Page nickte. Das würde ziemlich schnell gehen, wenn man erst mal eine ausreichende Menge zum Verdoppeln hätte. Der Verdoppler könnte dann alle paar Sekunden eine Masse von etwa 30 Kubikzentimetern erzeugen. Aber warum sollte irgendjemand das tun wollen? fragte Travis. Page antwortete erst nach kurzem Schweigen. Weil es unter bestimmten schlimmen Umständen sinnvoll erscheinen würde. Und das ist genau der Grund, warum ich mir diesen Plan habe einfallen lassen. Travis sah zu Bethany hinüber. Offenbar vermochte sie Page ebenso wenig zu folgen wie er. Dann begriff er. Der Plan B, sagte er. Page nickte erneut. Die Füllmasse aus schweren Lappen geht auf eine Idee von mir zurück. Vor einem halben Jahr bin ich darauf gekommen, weil ich seit der Pausenlos nur über mögliche Bedrohungsszenarien nachdenke. Ich habe mir einfach eine Situation vorgestellt, in der jemand mit bösen Absichten im Begriff wäre, die Kontrolle über Border Town an sich zu reißen und wir uns dagegen mit unseren Verteidigungssystemen nur wenige Stunden lang zur Wehr setzen könnten. Ich habe mir überlegt, wie wir diese Stunden am besten nutzen könnten. Wie könnten wir die gefährlichsten Entitäten Etwas Besseres als Plan B ist mir nicht eingefallen, nämlich alles nach unten in den untersten Stock zu schaffen, B 51, und danach die drei untersten Stockwerke mit der Füllmasse zu versiegeln, die kein Mensch jemals würde durchdringen können. Man könnte sich einen Monat lang mit einem schweren Löffelbagger abmühen, ohne auch nur einen Kratzer zu hinterlassen. Selbst die Zündung einer Wasserstoffbombe da unten hätte nur die Wirkung, die Masse noch etwas fester zu komprimieren. Die Dichte dieses Stoffs ist einfach unverstellbar. Sie lässt sich zwar auf Papier berechnen, aber geistig trotzdem nicht bis ins Letzte nachvollziehen. Naja, jedenfalls habe ich diese Überlegungen in einer Stellungnahme festgehalten und auch mit einigen Leuten darüber gesprochen. Alle waren der Ansicht, dass das verflucht riskant wäre, weil man unmöglich sicher sein könnte, ob es funktionieren würde, wie beabsichtigt und bei keinerlei Möglichkeit bestünde, es notfalls wieder rückgängig zu machen. Als generelle Maßnahme, sich des Portals auf alle Zeit zu entledigen, traf es eher auf Ablehnung. Auch bei mir. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, waren dafür, den Plan in die Tat umzusetzen, wenn sich sie schwieg kurz und fügte dann leise hinzu, wobei der bevorstehende Weltuntergang wohl Grund genug wäre. Hinter ihnen war das Düsen Geheul eines weiteren Flugzeugs im Landeanflug zu vernehmen. Es steigerte sich zu einem Drüllen und da glitt auch schon eine 747 erdrückend riesig über sie hinweg, so dicht, dass die Sonnenschirme über den Tischen leise in den Abgasen flatterten. Trotzdem, das ist doch eine bahnbrechende Erkenntnis, sagte Travis, dass es tatsächlich funktioniert, meine ich, dass man das Portal versiegeln kann und diese Versiegelung jahrzehntelang hält, mindestens. Falls wir herausfinden, was mit der Welt in einigen Monaten geschieht und auch wie sich das verhindern lässt, hättet ihr anschließend die freie Wahl, das Portal offen zu lassen oder zu versiegeln, um es für alle Zeit los zu sein. Eine Möglichkeit, über die man durchaus nachdenken sollte. Page nickte bedächtig, den Blick wie in weite Ferne gerichtet. Selbstverständlich hatte sie darüber schon nachgedacht, und zwar eingehend vermutlich. Es würde jahrzehntelang halten, sagte sie. So viel zumindest steht jetzt fest. Für die weitere Zukunft aber lassen sich eben keine Voraussagen treffen. Mit ausreichend Beton nehme ich an, könnte man wohl auch einen kleinen Schildvulkan zuschütten. Und auch das könnte jahrzehntelang halten. Unter dem Beton aber würde sich mit der Zeit immer mehr und mehr Druck anstauen. Und was würde dann eines Tages passieren? Nichts Gutes. Wobei wir bei Vulkanen zumindest etwas von den waltenden Gesetzmäßigkeiten verstehen. Was das Portal betrifft, verstehen wir dagegen so gut wie nichts? Ein Schaudern durchlief ihre Schultern. Nein, falls es uns gelingt, die Welt noch einmal vor dem Untergang zu bewahren, habe ich nicht die Absicht, das Portal zu versiegeln. Auch nicht, nachdem wir gesehen haben, dass es funktioniert. Besonders nachdem wir das gesehen haben. Es erscheint mir einfach zu gefährlich. Nachdem sie noch einige Sekunden in die Ferne gestarrt hatte, blickte sie schließlich auf ihre Hände vor sich auf dem Tisch und zuckte die Achseln. Nun wisst ihr also, was wir unten im Aufzug Schacht vorgefunden haben. Danach sind wir nach oben geklettert und haben festgestellt, dass der Komplex auch dort versiegelt war, wenn auch nicht ganz so drastisch. Die Öffnung ist an der Oberfläche bloß mit einer Stahlplatte abgedeckt worden, über die dann eine dicke Schicht normaler Beton gegossen worden ist. Wer daran nichts ahnend vorbeikommt, könnte die Fläche für das Fundament eine Schuppenz halten, der dort früher mal gestanden hat. Das haben wir am nächsten Tag gesehen, als wir mit den Zylindern nach oben ins Freie gegangen sind. Und dort oben wurde die Sache dann langsam richtig interessant. Ihr beide habt vermutlich ziemlich schnell erraten, wie weit die Zukunft auf der anderen Seite von uns entfernt ist, sagte Page. Wahrscheinlich habt ihr es bis auf zehn Jahre genau schätzen können. Etwa siebzig Jahre haben wir geschätzt, sagte Bethany. Page nickte. In einer Stadt wie Washington verändert sich natürlich sehr viel. Die Natur verschafft sich ziemlich rasch wieder Geltung. Bäume und dergleichen liefern einen Anhaltspunkt für eine Schätzung. Die Wüste über Border Town aber war immer schon unberührte Natur. Da die Zivilisation dort nie irgendwelche Spuren hinterlassen hatte, konnte sich dort nach dem Ende der Zivilisation auch nichts verändert haben. Als wir mit den Zylindern am Dienstag hinauf an die Oberfläche gegangen sein können. Abgesehen von der Betonfläche an der Stelle, wo sich das Aufzugsgehäuse hätte befinden sollen, hatte sich in der Wüste nichts verändert. Nicht das Geringste. Wir hatten also weiter nicht die leiseste Ahnung, wie weit die Zukunft auf der anderen Seite entfernt war. Es hätten zwanzig Jahre sein können oder auch ein paar Tausend. Sie trank noch einen Schluck. Tatsache ist, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal wussten, ob die Welt untergegangen war oder was sonst geschehen sein mochte. Dass Border Town aufgegeben worden war, hieß nichts Gutes. Aber wer konnte daraus schon irgendwelche sicheren Schlüsse ziehen? Wir jedenfalls nicht. Und der Anblick der leeren Wüste half uns auch nicht weiter. Leere ist ja so gut wie immer ihr Normalzustand. Ich stieg also dort oben durch die Öffnung und habe als erstes minutenlang zum Himmel hoch gestarrt, in der Hoffnung, dort den Kondensstreifen eines Flugzeugs zu sehen. Tja, was wäre gewesen, wenn? Eine faszinierende Vorstellung. Travis wunderte sich, dass er sie bisher noch gar nicht in Betracht gezogen hatte. Was, wenn sich auf der anderen Seite der Iris keine Zukunft postapokalyptischen Zuschnitts befunden hätte? Was, Jahrzehnte nach der jetzigen Gegenwart? Was hätten sie von einer solchen Welt lernen können? Was hätten sie von dort alles mitgebracht? In Pages Augen sah er einen Anflug des Optimismus, den sie vielleicht verspürt hatte, als sie am Dienstag Morgen nach oben in den Himmel über der Wüste schaute. Dann erlosch dieser Anflug. Danach haben wir einige naheliegende Versuche durchgeführt, sagte sie. Zunächst haben wir auf der anderen Seite einen mobilen GPS-Empfänger angeschaltet und versucht, damit Satellitensignale zu empfangen. Und wir haben auch einige empfangen. Aber die Positionsangaben waren völlig durcheinander. Die Satelliten kreisten zwar noch oben am Himmel, aber nicht mehr dort, wo sie hingehörten. Eine von uns Vieren, Pilar Gutierrez, war vor ihrem Wechsel zu Tangent gut 20 Jahre lang im Jet Propulsion Laboratory der NASA tätig. Sie kannte sich also mit Orbitaldynamik, Satellitendrift, Abweichungsraten und dergleichen bestens aus. Umlaufbahnen sind wesentlich störanfälliger, als man gemeinhin vermuten würde. Weil Satelliten allen möglichen Einflüssen ausgesetzt sind, der Mondanziehungskraft, der Sonnenanziehungskraft, auch der Neigungswinkel der Erde bringt ihre Inklinationen völlig durcheinander. All diese Störungen müssen laufend ausgeglichen werden, durch sogenannte Bahnmanöver. Satelliten sind mit Düsen oder kleinen Raketenmotoren versehen, die hin und wieder gezündet werden, um den Kurs durch genau dosierten Rückstoß zu korrigieren. Gesteuert werden diese Zündungen vom Boden aus. Aber den konfusen Angaben nach zu urteilen, die wir auf dem GPS-Empfänger sahen, hatten die Satelliten schon seit ewig langer Zeit kein entsprechendes Signal mehr von der Erde empfangen. Sie stieß langsam die Luft aus. Damit war das also schon mal abgehakt. Dann haben wir andere Sachen probiert. Wir haben Funkgeräte mit hinüber genommen, haben mit den empfindlichsten Geräten, die uns zur Verfügung standen, alle möglichen Frequenzbereiche abgehört. Gewisse, besonders bei Funkamateuren beliebte Bandbreiten hätten wir um die halbe Welt herum empfangen können, wenn denn jemand darauf gesendet hätte. Wir hörten nicht einen Mucks. Sie trank den letzten Rest Pepsi und stellte den Becher beiseite. Nun blieb uns an diesem abgelegenen Ort nur noch eine Möglichkeit, nämlich Kontakt zu einem Fernmeldesatelliten aufzunehmen. Wir hofften auf einen zu stoßen, der noch abrufbare Daten an Bord hatte, Daten, die wir auswerten könnten. Egal was, Signale von derartigen Satelliten sind allerdings wesentlich schwieriger zu empfangen als GPS-Signale. Das geht nicht mal eben so mit einem Mobilempfänger, der in die Hosentasche passt. Dazu benötigt man eine Schüssel und man muss genau wissen, wohin man sie ausrichten muss. Ingenieure lösen dieses Problem, indem sie Fernmeldesatelliten auf geostationären Umlaufbahnen platzieren, direkt über der Äquatorlinie und im Synchronlauf mit der Erdrotation. Auf diese Weise befindet sich der Satellit immer über demselben Punkt unten auf der Erde. Aber darauf konnten wir uns nicht mehr verlassen. Falls sich der Radius dieser Umlaufbahnen verringert hatte, würden die Satelliten wesentlich tiefer und damit schneller um die Erde kreisen und somit auch nicht länger stationär sein. Bei der Ausrichtung der Schüsseln würden wir also völlig im Dunkeln tappen und konnten nur hoffen, zufällig einen Satelliten zu erwischen. Sie zog die Augenbrauen hoch. Aber zumindest versuchen mussten wir es ja. Wir wählten eine Stelle über dem Äquator aus, wesentlich niedriger als die geostationäre Höhe und sendeten alle 30 Sekunden einen Wartungsping aus. Ein universales Signal, auf das die meisten Satelliten ansprechen würden, wenn sie es empfingen. Das haben wir stundenlang fortgesetzt, den ganzen Nachmittag lang und bis in den Abend hinein, aber keine Antwort erhalten. Wir haben uns trotzdem nicht entmutigen lassen, weil ja Grund zu der Annahme bestand, dass es etwas dauern könnte. In der selben Zeit haben wir noch andere Tests durchgeführt. Wir haben herausgeknobelt, wie der Knopf zum verzögerten Ausschalten funktioniert. Und wir sind auch dahinter gekommen, was es mit der Folge von Pieptönen auf sich hatte, die zu hören war, als wir den einen Zylinder zum ersten Mal anschalteten. Page sah an Travis vorbei zu dem Rucksack, der auf dem leeren Stuhl neben ihm lag, starrte den Umriss des Zylinders an, der sich darin abzeichnete. Er hat Veränderungen ausgeschlossen, sagte sie. Travis warf Bethany einen Blick zu und sah dann wieder Page an. Veränderungen ausgeschlossen? Page nickte. Es ist schwierig zu erklären, überhaupt schwierig zu verstehen. Was mich betrifft, ich habe es erlebt. Während Pilar mit der Satellitenschüssel arbeitete, kam mir eine Idee, die ich ausprobieren wollte. Ich nahm den zweiten Zylinder und bin in der Gegenwart mit einem der Elektro-Jeeps zu einem kleinen Sandsteinfelsen gefahren, etwa eine halbe Meile nördlich von Bordertown. Travis erinnerte sich an den Felsen, von dem sie sprach, obwohl er ihn nur ein paar Mal gesehen hatte. Ungefähr so groß wie ein Kleinwagen war er in der Wüste rings um das Aufzugsgehäuse das einzig größere Objekt meilenweit. Sonst gab es in dieser Einöde nur Gestrüpp. Die Idee war ziemlich einfach, sagte Page. Ich wollte mir die Spuren einer Handlung in der Gegenwart in der Zukunft ansehen. Dazu ließ ich mir etwas einfallen, das eigentlich totsicher hätte sein müssen. Ich habe den Zylinder angeschaltet und vor dem Felsen positioniert, um ihn mir in der Gegenwart und in der Zukunft anzusehen. Die beiden Versionen des Felsens waren identisch. Die Erosion, die sich da draußen abspielen mag, geht jedenfalls sehr langsam von statten. Jedenfalls habe ich dann den Wagenheber aus dem Jeep geholt und was ich als nächstes gemacht habe, könnt ihr vermutlich schon erraten. Bethanys Züge hältten sich auf, als ihr die Erleuchtung kam. Du hast eine Kerbe in den Felsen gekratzt, um diese Kerbe dann in der Zukunft auftauchen zu sehen. Man sollte meinen, dass sie da auftauchen würde, nicht wahr? sagte Paige. Wie auch nicht, sagte Bethany. Paige zuckte die Achseln. Ich kann nur berichten, dass sie eben nicht aufgetaucht ist. Ich habe in der Gegenwart wie eine Wilde an diesem Felsen herumgekratzt, habe eine gut fünf Zentimeter tiefe Kerbe in die Oberfläche gefurcht. In der Zukunft aber war von dieser zu sehen. Echt's? Nada. Der Fels war so glatt wie zuvor. Bethany riss die Augen auf, warf Travis einen Blick zu, sah wieder Paige an. Ihr schienen buchstäblich die Worte zu fehlen. Veränderungen werden ausgeschlossen, sagte Paige. So einfach ist das, glaube ich, wie auch immer es genau funktionieren mag. Ich vermute, dass die Zylinder beim ersten Anschalten diese Pieptöne von sich gegeben haben, weil sie sich gerade auf die Zukunft ausrichteten, auf die wir uns in jenem Augenblick zubewegten, unabhängig von Veränderungen, die wir später vornehmen würden, wenn wir die Zukunft erst mit eigenen Augen gesehen hatten. Veränderungen sind sind ausgeschlossen, murmelte Bethany. Das soll aber doch wohl nicht heißen, dass unsere Zukunft unabänderlich ist, oder? Paige schüttelte den Kopf. Bloß die Zukunft, die wir durch die projizierte Öffnung erblicken. Man kann es sich wie folgt vorstellen. Mal angenommen, diese Zylinder würden uns eine Zukunft zeigen, die nur zehn Tage von der Gegenwart entfernt ist. Du schaust hindurch und siehst dich selbst an einem ganz normalen Tag. Vielleicht fällt dir auch eine Zeitung mit den Lottozahlen vom kommenden Samstag ins Auge. Angenommen, du notierst dir die Zahlen und läufst dann in der Gegenwart los, um einen Lottoschein mit genau diesen Zahlen abzugeben. Du gewinnst im Lotto und dadurch verändert sich jetzt deine gesamte Zukunft. Wenn du aber durch die Öffnung einen Blick auf dein künftiges Ich erfst, zehn Tage weiter in der Zukunft, hat sich nichts verändert. Diese Bethany feiert nicht, hat nicht ihre Stelle gekündigt. Jene Zukunft auf der anderen Seite der Öffnung folgt nach wie vor derselben Bahn. Der Bahn, auf der du eben nicht die Lottozahlen kanntest. Sie ist veränderungsresistent. Anders vermag ich das nicht auszudrücken. Die Zukunft, die uns die Zylinder zeigen, ist so etwas wie ein lebender Schnappschuss jener Zukunft, auf die wir uns zum Zeitpunkt des ersten Anschaltens zubewegten. Also können wir die Welt auf unserer Seite der Öffnung immer noch retten, sagte Travis. Aber die Zukunft, die wir auf der anderen Seite sehen, wird immer so desolat bleiben, so, wie sie sich ursprünglich entwickelt hätte. Genau. Page schwieg kurz. Warum die Zylinder mit dieser Funktion ausgestattet sind, ist mir auch nicht ganz klar. Aber diese Geräte, das sollte man nicht vergessen, wurden ja zu einem bestimmten Zweck konstruiert. Um benutzt zu werden. Vielleicht ist eine Zukunft, die auf gegenwärtige Veränderungen reagiert und immer im Fluss ist, schlicht zu verwirrend. Vielleicht würde man durch die Öffnung sonst eine rasche Abfolge unterschiedlicher Versionen zu sehen bekommen, wie eine rasend schnelle Diashow. Man denke an die Chaos-Theorie, die sensitive Abhängigkeit von den Anfangswerten. Vielleicht hat es einen ganz praktischen Sinn oder es ist sogar notwendig, diese Geräte auf eine fixe Zukunft auszurichten, in der sich nichts mehr ändert. So kann man zwischen den beiden Zeitebenen laufend hin und her wechseln, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, dass sich die Welt auf einmal radikal verändert, während man sich in ihr befindet. Und die Erbauer verfügt mit Sicherheit über eine Möglichkeit, die Zylinder zurückzusetzen, um sie später erneut auszurichten, mithilfe anderer Geräte, die uns natürlich nicht zur Verfügung stehen. Wir haben zwar die iPods, aber nicht die Docs. Bethany ließ sich Page's Theorie offenbar eingehend durch den Kopf gehen und schien sie auch zu akzeptieren, ob sie ihr nun völlig einleuchtete oder nicht. Travis fand Page's Erklärung durchaus einleuchtend, ohne den Ehrgeiz zu entwickeln, sie selbst völlig zu verstehen. Denn würde sich die Iris zu einer Zukunft hin öffnen, die auf Veränderungen in der Gegenwart reagierte, fiel es schwer zu glauben, dass sie nicht schon allein dadurch, dass sie sie betrachteten, zumindest einige Veränderungen bewirkten. Ich bin mir sicher, dass ich genauso perplex aus der Wäsche geschaut habe, wie ihr gerade, sagte Page. Ungefähr eine halbe Stunde lang habe ich nur dagestanden und mir den Kopf darüber zerbrochen. Und dann hörte ich Pilar und die anderen. Sie schrien zu mir herüber und winkten mich aufgeregt zurück, weil einer der Satelliten Pings endlich eine Antwort erhalten hatte. Der Satellit hieß Comtel 3, sagte Page. In der jetzigen Gegenwart ist er als Relaisstation über dem Atlantik positioniert und dient dazu, Texte von Nachrichtenagenturen zwischen Bodenstationen in Europa, Afrika sowie Nord- und Südamerika zu übermitteln. Auf der anderen Seite der Öffnung haben wir ihn über den Pazifik geortet, auf östlichen Kurs in Richtung Ecuador, 200 Meilen unterhalb seiner alten Umlaufbahn. Als Reaktion auf den Ping hat er einen Statusbildschirm voller Fehlermeldungen gesendet. Auch Datum und Uhrzeit hat er herübergefunkt, basierend auf seiner eingebauten Uhr, die über einen Zeitraum von tausend Jahren vermutlich nicht mehr als ein paar Sekunden abweicht. Auf die Ortszeit übertragen war es in jenem Augenblick in der anderen Wüste 18.31 Uhr am 24. Oktober 2084. Stille senkte sich herab. Nur das ferne Aufheulen in der Triebwerke eines Jets, der sich gerade stark klar machte, war aus dem Hintergrund zu vernehmen. Mein Gott, sagte Bethany. Travis spürte etwas wie einen kalten Schauer. Obwohl er und Bethany bereits annähernd geschätzt hatten, mit welchem Zeitpunkt in der Zukunft sie es zu tun hatten, war es doch etwas ganz anderes, ihn derart präzise auf die Minute genau zu erfahren. Er überschlug es rasch. 73 Jahre und nicht ganz zwei Monate gerechnet ab jetzt. Die Ordnung von Comtel 3 war natürlich ein Durchbruch für uns, sagte Page. Von da an brauchten wir die Schüssel bloß entsprechend zu drehen, um den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten. Was sehr günstig war, weil Pilar es für nicht ausgeschlossen hielt, dass sich einige der letzten Übertragungen des Satelliten, konnten. Sie arbeitete eine Weile daran, war aber nicht allzu zuversichtlich, die Informationen tatsächlich noch abrufen zu können. Der Vogel war in ziemlich schlechtem Zustand. Offenbar war er in eine Art Sicherheitsmodus gewechselt, nachdem länger kein Kontakt von der Erde aus erfolgt war. Weil er nicht mehr richtig ausgerichtet war, konnten seine Sonnenkollektoren nur noch einen Teil des benötigten Sonnenlichts auffangen. dass er überhaupt noch funktionierte, grenzte an ein Wunder. Doch nach einer halben Stunde gelang es Pilat tatsächlich ein paar Artikel aus dem Zwischenspeicher zu bergen. Aber sie waren so schlimm beschädigt, dass sie mehr Leerstellen als Worte enthielten. Den restlichen Abend und fast die ganze Nacht hindurch haben wir an diesen Fragmenten herumgerätselt, um irgendwie daraus schlau zu werden, während wir weiter Pings aussendeten, um vielleicht noch andere Satelliten zu orten, was uns leider nicht gelungen ist. Aus den Informationen von Comtel 3 aber haben wir am Ende ein paar grobe Einzelheiten über das Ereignis, das zum Weltuntergang führte, herausgesiebt. Sie senkte den Blick auf den Tisch. In den Medien kursiert ein Schlagwort dafür, fuhr sie fort. Sie nennen es Trüber Dezember. Was immer es auch sein mag, es fängt am 4. Dezember dieses Jahres an und entfaltet sich dann über die folgenden Wochen. Wir wissen, dass Juma in Arizona bei diesem Ereignis eine wichtige, ja sogar zentrale Rolle spielt. Aber wir wissen nicht warum. Die Stadt wurde in jedem Artikel genannt. Mehrfach. Aber es war kein einziger Zusammenhang nachvollziehbar. Wir wissen außerdem, dass die großen städtischen Ballungszentren in den Wochen vor dem Ereignis verstärkt mit Benzin beliefert werden. Man sorgt dafür, dass an sämtlichen Tankstellen noch drei oder vier Tanklastzüge in Reserve stehen. Was auch immer sich zutragen mag, man sieht das Ereignis also vorab kommen. Oder zumindest die Leute an den Schallstellen der Macht sehen es kommen und treffen Vorkehrungen für eine mögliche Krise. Das klingt ziemlich vage, schon klar, aber die Texte waren, wie gesagt, äußerst lückenhaft. Vielleicht war all das Benzin für Notstromgeneratoren gedacht, haben wir vermutet, nach dem Ausfall der Stromversorgung. Bethany wandte sich zu Travis. Die Autos? Er nickte. Da musste es einen Zusammenhang geben. Was für Autos? fragte Page. In Washington war weit und breit, nirgendwo ein Auto zu sehen, sagte Travis. Alle Einwohner haben also am Ende die Stadt verlassen, aber offenbar in aller Ruhe, nicht panisch oder überstürzt. Die Straßen waren alle leer gefegt, wir haben nichts gesehen, was auf einen Verkehrskollaps oder ähnliches hingedeutet hätte. Page starrte zu der Landebahn hinüber und versuchte, diese Information in einen Zusammenhang mit allem übrigen zu bringen, was sie wusste. Travis behielt sie genau im Auge. sie den Kopf, offenbar ebenso ratlos wie er. Dadurch klärt sich das Bild auch nicht, sagte sie. Vielleicht benötigte man das Benzin, um die Städte zu evakuieren, aber in den Artikeln stand nichts, was darauf hingedeutet hätte, warum das notwendig würde. Worauf haben die Artikel denn hingedeutet? fragte Bethany. Ich meine, abgesehen von dem Wenigen, was ihr zweifelsfrei herausgesiebt hat, ließen sich denn nicht zumindest Andeutungen herauslesen, was da eigentlich genau passiert ist? Page dachte eine ganze Weile nach. Auf der anderen Seite des Flughafens beschleunigte unterdessen eine 737 und hob vom Boden ab. Wir hatten den Eindruck, dass es keine Naturkatastrophe war, sagte sie schließlich, sondern eher etwas, das fehlgeschlagen war, etwas wie ein Plan, ein sehr großer, sehr geheimer Plan, der auf jede nur denkbare Weise kolossal fehlgeschlagen war, was zwar aus keiner einzigen Textpassage eindeutiger vorging, aber der allgemeine Tenor ließ das irgendwie vermuten. Es ließ sich überall mehr oder weniger herauslesen. Und gegen Ende wurden die Artikel dann immer spärlicher und kürzer, enthielten kaum noch Text, der sich irgendwie auswerten ließ. Und dann hörten sie einfach auf. Der letzte Text, den jemand über diesen Satelliten abgesetzt hat, war auf den 28. Dezember datiert. Was auch immer trüber Dezember genau sein mag, gewesen sein mochte oder noch sein wird, es dauert von Anfang bis Ende ungefähr 24 Tage. Und dann hören Menschen auf, Zeitungsartikel zu verfassen und die Umlaufbahnen von Satelliten zu korrigieren und irgendwann hören sie dann anscheinend auch mit allem anderen auf. Sie stierte ins Leere, schüttelte den Kopf. Deshalb haben wir uns als erstes an den Präsidenten gewandt, weil er ja wohl die beste Ansprechperson sein dürfte, wenn es um irgendwelche geheimen, hochgefährlichen Projekte geht, die in den nächsten Monaten fehlschlagen könnten. Ich hatte irgendwie die Erwartung, dass er uns sofort aufklären würde, nachdem wir ihm den Zylinder vorgeführt und alles erzählt hätten, was wir wussten. Weil vielleicht das Verteidigungsministerium irgendein streng geheimes, hochriskantes Programm vorbereitet hätte, das demnächst in die Tat umgesetzt werden sollte, und er würde sofort einen Zusammenhang dazu herstellen. Und dann würde er das Programm stoppen, ganz einfach. Sieht so aus, als hätte er diesen Zusammenhang in der Tat hergestellt, sagte Travis. Bloß, deine letzte Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Aber warum will er es denn nicht stoppen? fragte Bethany. Warum um Himmels Willen nimmt er lieber in Kauf, dass die Welt untergeht? Weil er vermutlich denkt, dass sich die Gefahr immer noch umgehen lässt, ohne diese Sache zu stoppen, sagte Paige. Gestern Nacht, als ich gefesselt in diesem Hochhaus in Washington lag, habe ich ein kurzes Gespräch mitbekommen, das in die Richtung ging. Das Projekt oder was auch immer es sein mag, trägt den Decknamen Umbra. Mehr als diesen Namen aber weiß ich auch nicht. Wieder senkte sich längere Schweigen herab. Die nächste Verkehrsmaschine kam herunter und landete duhnend. Dann ist es wohl am sinnvollsten, nach Yuma zu reisen, sagte Travis und mit dem Zylinder die Trümmer dort zu untersuchen. Mal sehen, was wir herausfinden, wenn es am Ende ein so wichtiger Ort ist. Genau das hatten wir gestern Abend vor, sagte Paige, nachdem wir das Weiße Haus verlassen hatten. Offensichtlich hatte Präsident Curry kein Interesse daran, dass wir unser Ziel erreichen. Tja, in der Zwischenzeit hätte es sich wohl kaum anders überlegt haben, sagte Bethany, und seit etwa einer Stunde wissen diese Leute, dass wir selbst auch über einen Zylinder verfügen. Paige nickte. Und da sie, im Gegensatz zu uns, nicht auf irgendwelche abseitigen Flüge ausweichen müssen, sie können ja sogar die Flugbereitschaft der Luftwaffe benutzen, könnten sie mit ihrem Zylinder bereits in New Mar sein, wenn wir dort landen. Selbst wenn sie ihre Kräfte noch eine Zeit lang hier an der Ostküste bündeln, um abzuwarten, bis uns womöglich ein Fehler unterläuft, sollten wir uns darauf einstellen, dass wir höchstens ein paar Stunden Vorsprung haben. Und wir können davon ausgehen, dass sie bei weitem in der Überzahl und auch viel besser bewaffnet sind als wir, sagte Travis. Ja, das steht allerdings zu befürchten. Travis lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, starrte zu der Landebahn hinüber, über der die Luft vor Hitze flimmerte, stieß ein schnaubendes Lachen aus. Ach, was soll's, wir mussten es schon mit Schlimmerem aufnehmen. Streng genommen, hatte das Schlimmere, mit dem sie es damals aufnehmen mussten, gewonnen, was er aber lieber unerwähnt ließ. Der kleine Jet war vom selben Typ, wie die Maschine mit der Travis und Bethany von Atlanta nach Washington geflogen waren. Die vier Passagiersitze im hinteren Teil waren einander paarweise gegenüber angeordnet. Sie stellten ihre Taschen auf einem der Sitze ab, machten es sich auf den übrigen drei Sesseln bequem und waren binnen fünf Minuten nach dem Start eingedöst. Als Travis die Augen wieder aufschlug, sah er, dass sie gerade hohe, gletscherbedeckte Berge überflogen, um die sich nach Osten und Westen hin öde Wüstenregionen erstreckten. Er blinzelte und rieb sich die Augen. Paige schlief noch, aber Bethany war bereits wach und hantierte mit ihrem Telefon. Travis warf einen Blick auf das Display und sah, dass sie Erkundigungen zu den beiden Männern anstellte, deren Namen sie in dem Hochhaus in Erfahrung gebracht hatten. Der eine war Isaac Finn, der Mann aus dem Büro im fünfzehnten Stock. Der andere war der Mann, den Travis in die Tiefe hatte stürzen lassen. Ein gewisser Raymond Miller, wie sie seiner Brieftasche entnommen hatten. Anscheinend wurde Bethany in beiden Fällen mehr als findet. Travis sah wieder aus dem Fenster. Er dachte über den Zylinder nach und über das Phänomen, dass die Zukunft, die er eröffnete, unabänderlich war. Realistisch betrachtet war es also nicht mehr ihre Zukunft. Denn falls es ihnen gelang, Umbra zu stoppen, würde das Leben auf der Welt weitergehen wie bisher, während der Ort auf der anderen Seite der Iris davon nicht betroffen wäre. Er würde für alle Zeit bleiben, was er war, ein Geisterland, der lange Wiederhall eines schrecklichen und allzu menschlichen Fehlers. Er sah zu Page hinüber. Die Ponysträhnen auf ihrer Stirn bewegten sich leicht dem Luftstrom, der aus der Klimaanlage über ihr hinab fächelte. Sie würde dich ausfindig machen, weißt du, sagte Bethany mit leiser Stimme, eben noch zu verstehen über das dröhnen der Triebwerke hinweg. Travis sah sie an, wartete, dass sie weitersprach. Wenn die Welt unterging, auf welche Weise auch immer, sagte sie, wenn es zu massenhaften Flucht aus Großstädten käme, wenn alles im Chaos versinken würde, würde Paige dich ausfindig machen, einfach nur, um am Ende bei dir zu sein. Travis blickte erneut Paige an. Ein zustimmendes Nicken ersparte er sich, denn Bethany war bereits wieder mit ihrem Telefon beschäftigt. Vorne im Cockpit sprach einer der Piloten über Funk mit dem Tower des Flughafens Imperial County und erfragte die Anflugvektoren. Kurz darauf wurden die Triebwerke langsam heruntergefahren, worauf sich bei Travis das vertraute trügerische Gefühl einstellte, als würde das Flugzeug in der Luft stillstehen. Paige regte sich und schlug die Augen auf. Sie setzte sich aufrecht hin und blinzelte, um wahr zu werden. Was ist an Humor so besonders? fragte Travis. In unserer Zeit, meine ich. Gibt es dort irgendwelche militärischen Einrichtungen? Geheime sagte Paige. Forschungsanlagen gibt es dort unserer Kenntnis nach nicht. Dafür aber zwei Militäranrichtungen, einen Luftwaffenstützpunkt des Marine Corps, von dem aus einige Harrier Einsatzstaffeln operieren, gemeinsame Übungen durchgeführt werden, sowas eben. Und dann noch das Versuchsgelände Humor, draußen in der Sonora-Wüste, nordöstlich der Stadt. Die Armee testet dort alle möglichen Waffen und Kriegsgeräte, lauter streng geheime Sachen wahrscheinlich, sichtverbindungslose Geschütze, präzisionsgesteuerte Artillerie, Fahrzeuge aller Art und Hubschrauber, aber nichts, was man als existenzielle Bedrohung für die Welt bezeichnen könnte. Sie rieb sich die Augen. So, das ist ungefähr alles. Travis nickte. Und es ist verdammt trockener, sagte Bethany und blickte von ihrem Telefon auf. Ein Freund von mir hat nach dem College zwei Jahre lang dort gelebt. Humor ist die trockenste Stadt der Vereinigten Staaten. Wie niemaler Niederschlag im Jahr, wenn überhaupt. Das könnte für uns von Nutzen sein, sagte Travis. Anders als in Washington wird hier noch nicht alles von Rost zerfressen oder sonst wie verrottet sein. Vielleicht finden wir ja sogar Unterlagen aus Papier, die noch erhalten sind, sofern sie nicht Wind und Sonne ausgesetzt waren. Bethany brachte ein Lächeln zustande. Hey, ein wenig Glück haben wir auch mal verdient. Travis wirkte nachdenklich. Er fragte sich, ob das wirklich nur Glück war oder ob das Klima in Juma nicht vielmehr mit ein Grund gewesen war, warum der Ort eine so zentrale Rolle bei dem Projekt gespielt hatte, das zum Ende der Zivilisation führte. Zwanzig Minuten darauf landeten sie in Imperial, einer wie am Reißbrett geplanten Stadt aus rasterförmig angelegten Wohnsiedlungen, meilenweit umgeben von künstlich bewässerten landwirtschaftlichen Flächen. Jenseits davon erstreckte sich die offene Wüste. Sie traten aus der Flughafenhalle hinaus in brütende Hitze. 40 Grad Celsius, einer Digitalanzeige über den Parkplatz zufolge. Sie mieteten einen offenen Jeep Wrangler und verließen die Stadt am südlichen Ende, um auf der Interstate 8 in Richtung Osten zu fahren, nach Juma. Nach fünf Minuten hatten sie die letzten bewässerten Ackerflächen hinter sich gelassen und kamen in die ödeste, leerste Landschaft, die Travis jemals gesehen hatte. Trostloser sogar als die Wüste rund um Border Town, was schon etwas heißen wollte. Der Highway durchquerte sie schnurgerade. Fern am Horizont waren flache Hügel und eine Gebirgskette zu erkennen, irgendein südlicher Ausläufer der Rocky Mountains, die sich vermutlich knapp nördlich von Juma befanden, etwas über vierzig Meilen entfernt. Travis steuerte den Jeep. Paige saß neben ihm auf dem Beifahrersitz und setzte die Flinte wieder zusammen. Bethany beugte sich vom Rücksitz nach vorn. Ihr Haar flatterte heftig im Wind. Wollt ihr hören, was ich über unsere beiden Freunde aus dem grünen Hochhaus herausgefunden habe? Paige wandte sich zu ihr um und nickte. Bethany schaute auf das Display ihres Handys. Raymond Muller, der Typ aus dem achten Stock, 42 Jahre alt, hat an der Brown University Politikwissenschaften studiert und in den zwanzig Jahren seit seinem Examen für alle möglichen mächtigen Leute und Unternehmen in Washington gearbeitet. In welcher Funktion genau? fragte Travis. Er wird Kontakte hergestellt haben, würde ich tippen, sagte Bethany. Den Typ Mensch kenne ich noch von meiner früheren Tätigkeit her. Professionelle Netzwerker, Kuppler für Senatoren und Abgeordnete und Großkonzerne aller Art, auf etwas intimerer Ebene als Lobbyisten. Im Laufe seiner Karriere war Müller zeitweilig für einen Vorsitzenden des Haushaltsausschusses und zwei Vorsitzende des Steuerbewilligungsausschusses tätig, für Raytham, General Dynamics, GE, Intel, FedEx und Pfizer. Und das alles in 20 Jahren? Aber hallo, sagte Page. Tatsächlich sogar in 15 Jahren. Ab 2006 ist über seinen Lebenslauf nichts mehr in Erfahrung zu bringen, genau um die Zeit herum, als das Hochhaus an der Amstreet erbaut wurde. Falls Müller seither ein Einkommen erzielt hat, kann ich dazu nichts finden. Möglicherweise sind seine sämtlichen geschäftlichen und sonstigen Transaktionen in den letzten fünf Jahren über das Unternehmen abgewickelt worden. Und das ist alles zu ihm. Längere Zeit blieb es still, während sie auf ihrem Handy die Informationen zu dem zweiten Mann aufrief. Isaac Finn. Was? Sie schnaubte belustigt. Das klappt ihr mir nie, aus welcher Richtung der Typ ursprünglich kommt. Sie ist los, sagte Travis. Humanitäre Hilfe. Page drehte sich zu ihr um. Wie bitte? Er ist 55, hat weder studiert noch einen Beruf gelernt, sondern ist nach Abschluss der High School 1973 direkt ins Peace Corps eingetreten, nachdem er sich schon als Jugendlicher jahrelang für alle möglichen gemeinnützigen Zwecke engagiert hatte, war zehn Jahre lang für das Corps in aller Welt tätig, ist dann in die Staaten zurückgekehrt und hat ein Jahr lang Spenden gesammelt, um seine eigene Organisation ins Leben zu rufen. For Good International. Die Gruppe verfügte zu ihrer besten Zeit über ein Stiftungskapital von rund 70 Millionen Dollar und konnte auf über 5000 freiwillige Helfer und einen ganzen Stab hauptamtlicher Mitarbeiter zurückgreifen. »Bist du sicher, dass es sich hier nicht um einen anderen Isaac Finn handelt?« fragte Paige. Bethany rief per Doppelklick etwas auf dem Display auf. »Hier ist sein Passfoto.« Sie reichte Paige das Handy. »Ah, doch. Wer ist es?« sagte Paige, während sie das Foto eingehend betrachtete. Offensichtlich bemüht, die neuen Informationen mit dem Eindruck in Einklang zu bringen, den sie von dem Mann gewonnen hatte. Nach kurzer Zeit gab sie es auf und reichte Bethany das Handy zurück. Bethany wandte sich wieder den Informationen zu, die sie gesammelt hatte. Beim Aufbau der Gruppe und bei seiner Herangehensweise hat er sich an seine Erfahrungen beim Peace Corps orientiert. Er hatte gesehen, dass Hungersnöte im Allgemeinen nicht durch Dürren und der gleichen ausgelöst werden, sondern durch bewaffnete Konflikte und den daraus folgenden Zusammenbruch der Infrastruktur. In Krisengebieten verfolgte seine Organisation also das Ziel, an bestimmten Orten die Stabilität wiederherzustellen und zentrale Akteure vor Ort zu stärken, in der Hoffnung, dass ihr Beispiel dann auf die übrige Bevölkerung ausstrahlte. Er hat seinen Ansatz mit größtem Engagement verfolgt und dabei auch ungewöhnliche Methoden eingesetzt. In Dörfern etwa ließ er die führenden Männer durch Psychologen begutachten, um herauszufinden, welche von ihnen nicht bloß am Anhäufen persönlicher Macht interessiert, sondern zu verantwortungsbewusster Führung fähig waren. Diese guten Leute unterstützte Finn anschließend finanziell, um die Dinge so in die richtige Richtung zu steuern. Diesen Ansatz hat er sogar auf ganze Gemeinschaften ausgedehnt. Unruhestifter sollten isoliert und dafür Menschen mit gewissen Grundattributen gefördert werden. Freundlichkeit, Sorge um andere, Ablehnung von Gewalt, all das zu dem Zweck, an genügend Orten wieder Ansätze von Stabilität zu schaffen, während gleichzeitig die eigentliche Infrastruktur wiederhergestellt wurde. Kein sübler Grundgedanke, schätze ich. Hat es funktioniert? fragte Travis. Ja, nicht, würde ich sagen. Er hat es zehn Jahre lang versucht, in den verschiedensten Krisenregionen. Äthiopien, Jugoslawien, Somalia, schließlich dann in Ruanda. Das war für ihn, glaube ich, eine Art endgültiger Wendepunkt. Er hat sich im April 1994 vor Ort aufgehalten, im ersten Monat des Völkermords. Und dann hat er einfach aufgehört, hat die Leitung der Organisation seinen Stellvertretern übertragen, alle Verbindungen gekappt und der Sache völlig den Rücken gekehrt. Die nächsten Jahre über hat er nicht viel gemacht, hat sich in Washington niedergelassen, war als Berater für Hilfsorganisationen in ganz Amerika tätig, aber auch nur sporadisch. Ende der Neunziger hat er dann auch damit aufgehört und ist, wenn man nach öffentlicher oder sogar privater Dokumentenlage geht, mehr oder weniger abgetaucht. Zur Jahrtausendwende wurde unter seinem Namen kein Bankkonto mehr geführt, keine Immobilie, kein Besitz irgendwelcher Art. Soweit ich es beurteilen kann, tritt sein Name erst wieder an jener Bürotür im 15. Stock in Erscheinung. Wie genau er dort gelandet sein mag, weiß ich allerdings nicht. Sie verstummte. Sonst noch irgendetwas? fragte Travis. Nicht zu Finn. Ich habe etwas Interessantes zu seiner Ehefrau gefunden, weiß aber nicht, ob das irgendwie von Belang ist. Sie rief die Information auf. Ordra Nash Finn. Interessanter Hintergrund. Zwei Doktortitel, einen in Luft- und Raumfahrttechnik, erworben am MIT, der andere erworben in Harvard, in Philosophie. Ich baue Raketen, also bin ich, scherzte Travis. Eine Zeit lang hat sie in der Richtung gar nichts gebaut. Nach der Promotion hat sie zunächst in Harvard eine Stelle als Philosophie- Dozentin angetreten, 1987. Hat diesen Posten auch einige Jahre lang bekleidet. Im Sommer hat sie sich immer als humanitäre Helferin im Ausland engagiert, hat dabei offenbar Finn kennengelernt und ihn 1990 geheiratet. Die nächsten vier Jahre über hat sie ihre Lehrtätigkeit fortgesetzt, war aber auch oft mit Finn auf Reisen, um ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen. Dann Rwanda. Danach hat auch Audras humanitäres Engagement ein Ende. Im Jahr darauf dann, im Sommer 1995, geschah etwas Merkwürdiges. Sie hat mit Finn zusammen einen Meinungsartikel verfasst und anschließend dem Harvard Independent zur Veröffentlichung angeboten. Worum ging es in dem Artikel? fragte Paige. Das weiß niemand. Der Artikel wurde abgelehnt und noch ehe sie ihn anderen Publikationen anbieten konnten, haben offenbar gewisse Leute ihren Einfluss geltend gemacht, um sie von einer Veröffentlichung abzubringen. Hauptsächlich Audras Vater, der zu jener Zeit Gouverneur von Massachusetts war. Vielleicht empfand er den Text als zu kontrovers und hatte die Befürchtung, er könnte im Wahlkampf gegen ihn eingesetzt werden. Was ich über diese Affäre weiß, stammt aus dem Konkurrenzblatt des Independent auf dem Campus, dem Crimson. Dessen Redakteure haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ein Exemplar des Artikels in die Hände zu bekommen oder zumindest jemanden zu finden, der den Text gelesen hatte und zu einer Auskunft über den Inhalt bereit war, aber ohne Erfolg. Sie haben überall auf Granit gebissen. Was kann denn in dem Artikel so Schlimmes gestanden haben? fragte Travis. Alles, was der Crimson seinen Quellen entlocken konnte, war, dass es weit mehr war als ein bloßer Meinungsartikel, eher eine Art Thesenpapier. Wenn man bedenkt, dass Orger und Finn erst im Vorjahr restlos desillusioniert aus Ruanda zurückgekehrt waren, lässt sich das Thema wohl ungefähr erahnen. Vielleicht nicht diese Krise im Speziellen, aber womöglich enthielt er ja grundsätzliche Überlegungen zur besseren Bewältigung von humanitären Krisen ganz allgemein. Irgendeine neuartige Idee dazu, vielleicht etwas richtig Umwälzendes. Egal, was der Text genau beinhaltete, ihrem Vater jedenfalls hat er eine Höllen Angst eingejagt und damit ist der Aufsatz anscheinend auf nimmer Wiedersehen verschwunden. Orger hat ihre Dozentenstelle in Harvid in jenem Herbst aufgegeben und stattdessen bei Longbow Aerospace angefangen, Satelliten zu konstruieren. Wollte wohl endlich mal ihre andere Qualifikation nutzen. Zwei Jahre später ist sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Eine Minute lang fuhren sie schweigend dahin. Travis vermutete, dass ihnen allen derselbe Gedanke durch den Kopf ging. Das Thesenpapier muss nicht unbedingt etwas mit dem zu tun haben, was gerade abläuft, sagte er. Es könnte auch bloß ein interessantes Detail sein, das in keinerlei Zusammenhang mit irgendetwas steht. Sollte aber ein Zusammenhang bestehen, dann hat dieser Text den Anstoß zu dem Vorhaben geliefert, das Finn und seine Leute jetzt heimlich vorantreiben. Mit anderen Worten, die Blaupause zu Umbra. Vielleicht war das 1995 nicht mehr als eine rein theoretische Überlegung, noch dazu in begrenztem Maßstab. Aber seither könnte die Sache ja ungleich größere Dimensionen angenommen haben. Page dachte kurz darüber nach. Schwer nachvollziehbar wie ein Denkanstoß zum Thema Flüchtlingshilfe am Ende zum Weltuntergang führen könnte. Was, wenn es eher um konkrete Hilfsmaßnahmen geht, warf Bethany ein, wenn es irgendwie mit Nahrungsversorgung zu tun hat oder mit Ernteerträgen in anderen Teilen der Welt. Vielleicht geht es bei Umbra ja um Genmanipulation bei Pflanzen. Da könnte ein Fehlschlag theoretisch weltweit katastrophale Folgen haben. Aber mit Genetik kannten sie sich beide doch gar nicht aus, wandte Page ein, und Genmanipulation bei Pflanzen ist heute schon längst an der Tagesordnung ungeachtet der Risiken. Eins zumindest steht fest, sagte Travis. Als ihr dem Präsidenten den Zylinder vorgeführt habt und er durch die Öffnung die Ruinen von Washington gesehen hat, war ihm auf Anhieb klar, dass Umbra dafür verantwortlich war. Deshalb hat er den Überfall auf die Wagenkolonne angeordnet. Was aber nur sinnvoll erscheint, wenn er bereits Kenntnis davon hatte, dass der Plan auf eine ganz bestimmte katastrophale Weise fehlschlagen könnte. Vielleicht hat ja schon Orders Vater dieses Risiko seinerzeit erkannt und den Aufsatz deshalb so rigoros aus dem Verkehr gezogen. Was auch immer es gewesen sein mag, es hat ihm Angst eingejagt. Ihm und auch der Redaktion des Independent. Wieder breitete sich längere Schweigen aus. Der Wüstenwind, der durch den Jeep wehte, war so heiß und trocken, als käme er direkt aus einem Hochofen. Einige Meilen später hörte Travis wie Bethany auf dem Rücksitz umherrückte und den Reißverschluss ihres Rucksacks öffnete. Er warf einen Blick in den Rückspiegel und sah, wie sie gerade den Zylinder herausnahm. Dann stand sie auf, das Ding fest mit einer Hand umklammernd und hielt sich mit der anderen am Überrollbügel fest. Sie lehnte sich nach vorne gegen den Bügel, um festen Halt zu haben, richtete den Zylinder genau gerade aus und drückte dann auf den Einschaltknopf. Der Lichtkegel leuchtete auf. Die Iris öffnete sich ein Stück vor dem Kühler des Jeeps, ein paar Meter oberhalb der Straße. Da er von schräg unten hindurch schaute, sah Travis auf der anderen Seite nur Himmel, von dem selben verwaschenen Blau wie der Himmel der Gegenwart, so dass die Iris nahezu unsichtbar schien. Kurz fragte er sich, ob Bethany wohl die Luft hindurchsausen spürte, erkannte aber sofort, dass dies unmöglich war. Der Luftzug durch die Iris würde sich kein bisschen von dem Wind unterscheiden, der bereits über den Jeep wegrauschte. Er wandte den Blick herum, wollte fragen, ob sie irgendetwas sehen könnte, hielt aber dann inne. Bethany war kreidebleich, während sie mit ausdrucksloser Miene nach vorne durch die Iris starrte. Dann schwenkte sie langsam zur Seite und ließ die Öffnung wie einen Suchscheinwerfer im Uhrzeigersinn über die Landschaft ringsherum streifen. Was auch immer sie auf der anderen Seite sehen mochte, es befand sich offenbar in allen Richtungen. Was ist denn? fragte Travis. Halt an, antwortete Bethany. Sofort, fahr rechts ran. Wieso? Weil ich die Autos gefunden habe. Travis machte auf dem Standstreifen Halt. Auf dem Highway war in beiden Richtungen kein einziges Auto zu sehen, soweit das Auge reichte. Bethany drehte sich um, beugte sich vor und platzierte den Zylinder so auf dem Faltverdeck des Jeeps hinter dem Rücksitz, dass der Lichtstrahl nach rechts fiel und die Iris ein Stück hinter dem Standstreifen in der Luft hing, etwa in Brusthöhe. Travis stieg genauso schnell aus wie Paige. Nach wenigen Schritten starrte er bereits an dem Jeep vorbei zu der Iris und konnte auch gleich erkennen, was sich auf der anderen Seite befand. Er spürte, wie ihn bei dem Anblick die gleiche Fassungslosigkeit überwältigte, die er gerade in Bethanys Gesicht gesehen hatte. Gleich darauf standen sie zu dritt an der Öffnung und starrten eine Weile wortlos hindurch. Dann kehrte Travis zur Fahrertür zurück, schaltete den Motor aus und steckte den Zündschlüssel ein. Er nahm die Flinte an sich, die Paige auf der Beifahrerseite zurückgelassen hatte, schnappte sich Bethanys offenen Rucksack vom Rücksitz, in dem sich die Sig Sauer und die Flint Munition befanden. Dann beugte er sich vor und drückte auf den dritten Knopf am Zylinder, um die Schulter hängte. Paige und Bethany waren in der Zwischenzeit bereits durch die Öffnung gestiegen und er folgte ihnen. Die Wüste auf der anderen Seite sah aus wie der Parkplatz eines Einkaufszentrums am Freitag nach Thanksgiving, aber ins Unermessliche gedehnt. Die Autos standen dicht an dicht, in alle Richtungen, soweit das Auge reichte, bis hin zum Horizont, der an die fünf Meilen entfernt sein mochte. Sie waren kühler an kühler in Doppelreihen geparkt, und zwischen diesen Reihen war jeweils eine Gasse freigelassen, gerade breit genug, um hindurch zu fahren. Die Gassen selbst zweigten von der Fernstraße ab, die freigeblieben war. Die Autos befanden sich noch in gutem Zustand, abgesehen von den Reifen und Fensterdichtungen aus Gummi, die im der Jahrzehnte in der Sonne zerbröselt waren. Diese Brösel bedeckten nun in einer dichten Schicht den Wüstenboden, waren vom Wind zwar gleichmäßig verteilt, aber nicht davon geweht worden. Travis sah warum. Die meisten der Fahrzeuge, die jetzt auf den nackten Felgen standen, befanden sich nur wenige Zentimeter vom Erdboden entfernt und bildeten zusammen eine wirksame Barriere gegen den Wind. Die ursprünglichen Farben aber waren noch mühelos zu erkennen. Sämtliche Fahrzeugtypen vom Kleinwagen bis hin zum Bulligen Geländewagen waren vertreten und sie standen von überall her. Den Nummernschildern nach stammte mindestens ein Drittel der Autos aus Kalifornien, was in Anbetracht der Bevölkerungsdichte des Staates und seiner geografischen Nähe zu Juma nachvollziehbar war. Aber schon unter den ersten 50 Fahrzeugen, die er sich ansah, entdeckte Travis zwei aus New York. Auch Kennzeichen aus Texas, Florida, Pennsylvania und einem Dutzend anderer Bundesstaaten waren vertreten. Alle Autos waren leer. Keine Leichen, keine persönliche Habe, bloß rissige, abgenutzte, ausgeblichene Sitzpolster, auf denen seit 73 Jahren niemand mehr gesessen hatte. Bethany kletterte auf den Kühler und von dort aus auf das Dach eines Fort Explorer, wo sie sich zum Schutz gegen die grelle Sonne die Hand über die Augen hielt und sich einmal langsam im Kreis drehte. Dann ließ sie die Hand wieder sinken, sah zu Travis und Paige hinunter, schüttelte den Kopf, kletterte wieder auf den Boden. Sie sind hierher gekommen? fragte sie. Die Leute haben die Großstädte verlassen und sind hierher nach Yuma gekommen, zum Teil den ganzen weiten Weg aus Washington und New York? Aus welchem Grund? Travis war selbst zu perplex, um auch nur die Achseln zu zucken. Eine Antwort wusste er nicht. Er ließ den Blick über das Meer aus Chrom und ausgeblichenem Lack schweifen und versuchte, sich über die Größenverhältnisse klar zu werden, mit denen sie es hier zu tun hatten. Amerika hat etwas mehr als Ziehen wir die ab, die noch zu jung zum Autofahren sind oder in Städten leben und kein Auto benötigen. Wie viele Autos dürfte es ungefähr im Land geben? Etwa 200 Millionen? Das könnte hinkommen, sagte Page. Wie viel Platz würden die beanspruchen, dicht an dicht geparkt wie hier, fuhr Travis fort. Eine Parkfläche ist etwa dreimal sechs Meter groß, 18 Quadratmeter, also eine Quadratmeile enthält noch mal wie viele Quadratmeter? So an die zwei Millionen fünfhundert Tausend? Bethany zückte ihr Handy, schaltete es an und rief die Taschenrechnerfunktion auf. Sie gab die Zahlen mit beiden Daumen in die Tasten ein und wusste nach wenigen Sekunden die genaue Antwort. Eine Quadratmeile besteht aus knapp zwei Millionen sechs Hunderttausend Quadratmetern, sagte sie und führte die nächste Rechenoperation durch. Geteilt Ziehen wir ein Drittel davon für die Zufahrtsgassen ab, macht das gut neunzig Tausend Autos pro Quadratmeile. Runden wir auf hunderttausend auf, dann rechnet es sich leichter, sagte Travis. Zweihundert Millionen Autos würden also zweitausend Quadratmeilen Parkfläche beanspruchen. Bethany's Daumen huschten wieder über die Tasten. Dann zog sie kurz die Augenbrauen hoch. Wow, klingt unglaublich, aber das wäre ein Quadrat von gerade einmal vierundvierzig mal vierundvierzig Meilen. Falls Juma den Mittelpunkt dieses Areals bildete, würden sich die Ränder nur zweiundzwanzig Meilen außerhalb der Stadt befinden. Die Stelle, wo wir jetzt sind, ist aber von Juma noch weiter entfernt, eher so dreißig Meilen. Travis dachte kurz nach. Dafür gab es durchaus eine Erklärung. Es dürfte eher mit einem Rechteck als mit einem Quadrat zu rechnen sein, dass längst der Fernstraße im Westen und Osten der Stadt immer länger würde, je mehr Menschen eintreffen. Nördlich und südlich davon würde es sich in die Breite ausdehnen, schwer zu sagen, wie weit genau. Der Punkt aber ist, es würden alle Platz finden. Sämtliche Autos der Vereinigten Staaten könnten rund um Juma herum parken, nur ein bis Tages Märsche entfernt. Und das unter der Annahme, dass tatsächlich jedes einzelne Auto es bis hierher geschafft hat, was wohl auszuschließen ist. Einem gewissen Prozentsatz dürfte unterwegs das Benzin ausgegangen sein. Viele Autos würden ja von vornherein zurückgelassen, sagte Page. In Washington habt ihr zwar keine Autos gesehen, aber man denke an die Familien in den Vororten, die zwei bis drei Autos in der Garage stehen haben, die würden sie wohl kaum alle mitnehmen. Sie würden den Wagen mitnehmen, der für die weite Fahrt am ehesten geeignet wäre und die übrigen zurücklassen. Travis nickte. Die Rechnung ging auf, mochte auch die Wirklichkeit, die davon umrissen wurde, noch so schwer zu begreifen sein. Juma, sagte Page und starrte nach Osten. Die Stadt aber, oder besser ihre Überreste, befanden sich noch meilenweit außer Sichtweite. Travis sah, wie sie die Augen verengte. Vermutlich stellte sie sich gerade vor, wie es aussah, wenn sich 300 Millionen Menschen an einem Ort versammelten. Das kann nicht sein, sagte sie dann, nicht einmal annähernd. Die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten innerhalb der Stadt Grenzen von Yuma, Arizona? Ruft euch die Menschenmassen damals in Woodstock vor Augen, das waren eine halbe Million Besucher, um die Gesamteinwohnerzahl der USA zu erhalten, müsste man diese Zahl mit 600 multiplizieren. Meint er ernsthaft, man könnte in Yuma 600 Woodstock Festivals auf einmal abhalten? Sie starrte wieder hinaus in die Wüste, schüttelte den Kopf. Das wäre eine mehr als üble Idee. Der helle Wahnsinn. Aber trotzdem wurde sie in die Tat umgesetzt. Travis deutete mit dem Arm auf die Autos ringsumher. Dies war, warum auch immer, die offizielle Reaktion, nachdem mit Umbra etwas schief gegangen war. Die Leute würden wohl kaum einfach so beschließen, spontan hierher zu kommen. Sie müssten dazu aufgefordert werden. Sie werden dazu aufgefordert werden, in unserer eigenen Zeit. Lieber Gott, all das wird sich in wenigen Monaten abspielen. Aber warum, fragte Page, warum sollte die Regierung sie dazu auffordern? Und warum sollten die Leute dem Folge leisten? Was auch immer im Rest des Landes schiefgelaufen sein mochte, alle Leute hierher zu schicken, konnte doch beim besten Willen keine Lösung sein. Das würde auf massenhaften Selbstmord hinauslaufen. Es gäbe doch gar nicht genügend Unterkünfte, um sie alle unterzubringen, geschützt vor der heißen Sonne. Und woher sollten die Lebensmittel für all diese Menschen kommen? Innerhalb einer Woche wären die meisten tot. War die Lage vielleicht schon so verzweifelt? Warf Bethany ein. Was, wenn Yuma irgendwie eine zeitweilige Zuflucht vor dem bietet, was sich gerade im Rest des Landes abspielt? Warum oder wieso genau? Keine Ahnung, aber nehmen wir es doch mal an. Angenommen, Umbra entfaltet eine so schreckliche Wirkung, dass es sich lohnt herzukommen, einfach nur, um dem anderen zu entfliehen. Auch dann, wenn man trotzdem sterben muss. Die Vorstellung jagte Travis einen kalten Schauer über den Rücken, trotz der sengenden Sonne. Paige und Bethany ging es offenbar nicht anders. Wie so ausgerechnet Yuma, fragte er. Was hatte es zu bieten? Ihm kam wieder die Überlegung in den Sinn, die er während des Flugs angestellt hatte, dass Yumas zentrale Bedeutung irgendwie mit seinem besonderen Klima zusammenhing. Was, wenn Umbra sich mancherorts schlimmer auswirkt als anderswo? Wenn die Wirkung irgendwie mit der Feuchtigkeit zusammenhängt, die an einem Ort gebe es gäbe es andere Fluchtmöglichkeiten. Yuma mag der trockenste Ort der USA sein, aber es gibt massenhaft andere Städte mit ähnlich trockenem Klima. Las Vegas dürfte kaum weniger trocken sein, und es ist wesentlich größer. Himmel, sogar Los Angeles käme vom Klima her in Frage, und dort ließen sich problemlos ganze Völkerscharen unterbringen, womit zwar die Lebensmittelfrage noch nicht geklärt wäre, aber es wäre immer noch besser, als alle hier an diesem Ort zusammen zu zwängen. Dann sind sie also nicht des Klimas wegen hergekommen, sagte Bethany. Weswegen dann? Das ist die Frage. Zwanzig Minuten lang streiften sie zwischen den Autos umher. Kaum ein Fahrzeug war abgeschlossen. Entweder waren die Halter davon ausgegangen, dass ein Diebstahl nicht zu befürchten war, oder sie hatten nicht die Erwartung, ihren Wagen jemals wieder zu benutzen. Sie öffneten Türen, tasteten unter Sitzen herum, nahmen Handschuhfächern Augenschein, ließen Kofferraumdeckel aufschnappen. In nahezu allen Fahrzeugen fanden sie im Kofferraum oder auf der Ladefläche mehrere Ersatzkanister für Benzin vor. Mitunter waren diese Kanister sogar noch gefüllt, besonders bei Autos aus benachbarten Bundesstaaten. Dank der versiegelten Verschlüsse war der Inhalt nicht verdunstet. Hier und da stießen sie auch auf kleinere Hinterlassenschaften, Fastfood-Verpackungen, Kugelschreiber, Kleingeld. In vielen Kofferräumen fanden sie Schusswaffen vor, gleich neben den nicht aufgebrauchten Benzinvorräten. Die Leute hatten es also vorgezogen, sich bewaffnet auf die Reise zu machen, hatten ihre Waffen zumindest nicht zu Hause zurücklassen wollen, bei ihrer Ankunft in Juma aber keinen Grund mehr gesehen, sie weiter bei sich zu führen. Noch etwas anderes war bei den Autos zurückgelassen worden, Fahrräder. Allzu viele waren es zwar nicht, die ihre Fahrräder auf die Reise mitgenommen hatten, aber sie alle hatten sie am Ende zurückgelassen, in Haltern, hinten am Kofferraum oder auf den Ladeflächen. Was Travis zunächst widersinnig erschien. Warum sollte man auf sein Fahrrad verzichten, wenn man noch über 30 Meilen Weg durch die Wüste vor sich hatte? Dann schaute er zur offenen Straße und meinte zu verstehen. Wahrscheinlich hatte man hier eine Art Shuttle-System eingerichtet, um die Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Busse, offene Lastwagen oder sogar Pick-up-Trucks, die ständig auf der Straße hin und her pendelten, um Neuankömmlinge aufzusammeln und in die Stadt zu bringen. Die Sache war also Generalstabsmäßig geplant und organisiert worden. Ich habe etwas gefunden, rief Bethany. Sie beugte sich durch die Beifahrertür in einen weißen Minivan, zwei Autos von Travis entfernt. Paige klappte gerade den Kofferraumdeckel eines Cadillac auf, der gegenüber auf der anderen Seite der Gasse geparkt war. Sie traf zur selben Zeit bei Bethany ein wie Travis. Im Konsolenfach des Van war Bethany auf einen Spiralblock gestoßen. Das nach wie vor leuchtend gelbe Deckblatt war mit kindlichen Zeichnungen bedeckt, ausgeführt mit blauer Tinte. Dargestellt waren traurig blickende weinende Strichmännchen, deren Tränen halb so groß wie ihre Köpfe waren. Bethany schlug den Block auf. Auch die Blätter im Inneren waren mit Zeichnungen bedeckt. Noch mehr traurige Menschen. Auf einigen Zeichnungen waren bestimmte an den mit Wachsmalstiften ausgemalten Äpfeln und Apfelsinen. Eine andere Zeichnung mutete an wie ein Schulkorridor. Auf den meisten Blättern bildeten einfache Türen oder Bäume den Hintergrund. Alle dargestellten Menschen aber machten einen tief traurigen Eindruck, ragen zum Teil sogar das Gesicht in den Händen, unter denen Tränen hervorquollen. Eine Erklärung für diese Tränen aber fand sich nicht auf diesen Bildern keinerlei Hinweis darauf, was eigentlich los war, warum genau die Leute so traurig waren. Trüber Dezember. So wurde dieser Monat in den Medien genannt. Aber warum? Nach einem Dutzend Blättern mit Zeichnungen folgte ein letztes Bild, auf dem der Van selbst dargestellt war. Das Kind und eine langhaarige Erwachsene, vermutlich die Mutter des kleinen Künstlers, saßen auf den Vordersitzen. Zwar noch immer traurig blickend, aber nicht weinend. Das übrige Innere des Vans war mit allerlei krakelig und ungelenk ausgeführtem Hausrat beladen. Ein Toaster war zu erkennen, ein Staubsauger, ein Computer, Essbesteck und Geschirr, Töpfe und Pfannen, mit Kleidung vollgestopfte Tüten. In dem Van war nichts davon zurückgeblieben. Travis konnte an den Vordersitzen vorbei in den geräumigen Laderaum blicken, wo die Rücksitze zum Boden hinuntergeklappt worden waren. Er war vollkommen leer. Auf der nächsten Seite des Blocks befand sich keine Zeichnung, sondern ein Text, in der übergroßen, unordentlichen Handschrift eines Kindes und dennoch von großer Mühe zeugend. Hoffentlich kriegen wir ein Ticket, wenn wir nach Juma kommen, aber wir werden schon froh sein, wenn wir endlich nur da sind. Hoffentlich ist Tante Liz auch dort. Mom sagt, bis heute Abend müssten wir da sein. Bethany blätterte die übrigen Seiten durch. Sie waren leer. Dann kehrte sie zu dem Blatt mit dem Text zurück. Ein Ticket? sagte sie. Was für ein Ticket? Um in die Stadt zu fahren? Nachdem sie den Text noch eine Zeit lang angestarrt hatten, klappte Bethany den Block zu. Dann beugte sie sich in den Van, um einen weiteren Blick in das Fach zu werfen, in dem sie den Block gefunden hatte. Sie kramte heraus, was sich noch darin befand. Ein blauer Kugelschreiber und zwei Wachsmalstifte, rot und orange, beide längst platt zusammengeschmolzen und nur noch von den Papierbandarolen zusammengehalten. Hier draußen stoßen wir bestimmt noch auf zig weitere Fragen, sagte Travis, aber die Antworten sind, glaube ich, in der Stadt zu finden. Paige und Bethany nickten zustimmend. Travis nahm den Rucksack von der Schulter, öffnete den Reißverschluss und holte den Zylinder heraus. Sie öffneten die Iris 200 Meter vom Highway entfernt, nur auf die Gefahr hin, dass in der Gegenwart des Jahres 2011 gerade jemand vorüberfuhr. Travis blickte durch die Öffnung. Nirgendwo ein Auto, weit und breit. Der Jeep stand noch genauso da, wie sie ihn zurückgelassen hatten. Nach 25-minütiger Fahrt erreichten sie die westlichen Vororte der Stadt. Yuma war größer, als Travis angenommen hatte. Die Stadt erstreckte sich über eine Fläche von mindestens vier mal vier Meilen. Er bog vom Highway ab, und gleich darauf fuhren sie durch eine Wohngegend voll niedriger Häuser mit schmalen Vorgärten, Straßen waren von Palmen gesäumt, die nicht ganz bis zu den Laternen emporragten. An einer Kreuzung bogen sie in südliche Richtung auf die Fourth Avenue ein, offenbar die Hauptstraße der Stadt, die sich vom wüstenhaft trockenen Klima einmal abgesehen, in nichts von ähnlichen Straßen in anderen Städten der USA unterschied. Es gab Tankstellen, Supermärkte, Banken und Juweliergeschäfte. Es gab einen Burger King. Es gab ein Kino mit fünf Sälen. Falls sie bereits von einer Armee erwartet wurden, ließ sie sich jedenfalls nicht blicken, was in gewisser Weise nur folgerichtig war. Sollte uns Ärger ins Haus stehen, sagte Travis, dann eher auf der anderen Seite, glaube ich, in den Ruinen. Auf dieser Seite wissen sie nicht, in was für einem Fahrzeug wir unterwegs sind, wissen nicht einmal, wer wir sind, von dir abgesehen, Paige. Drüben auf der anderen Seite aber werden wir die einzigen menschlichen Besucher sein. Dort werden sie uns erwarten. Paige nickte. Sie wog kurz die Möglichkeiten ab. Vielleicht ist es nur Wunschdenken, aber es gibt durchaus Faktoren, die zu unseren Gunsten sprechen könnten. Auf der einen Seite haben wir es zwar mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten aufzunehmen, dem das gesamte Militär und sämtliche Polizeikräfte des Landes zur Verfügung stehen. Wenn er will, kann er Schwefel auf uns hinabregnen lassen. Andererseits haben er und Finn und wer sonst noch mit ihnen unter einer Decke stecken mag, bereits anschaulich bewiesen, dass ihnen Geheimhaltung über alles geht. Kaum vorstellbar, dass sie einfach so 100 Soldaten oder Polizeibeamte durch die Öffnung schicken, um uns auf der anderen Seite aufzulauern. Das Risiko, so viele Leute einzuweihen, dürfte ihnen zu hoch sein. Ich würde eher tippen, dass Finn weiter auf seine eigenen Wachleute aus dem Hochhaus setzen wird. Auf diejenigen von ihnen, denen er absolut vertraut. Wie viele das sein mögen, wissen wir natürlich nicht. Ein Dutzend, wenn wir Glück haben, oder auch mehr, wenn wir Pech haben. Travis blickte eine Querstraße hinab, an der sie eben vorbeifuhren, hielt sich den ungefähren Grundriss der Stadt vor Augen, stellte sich vor, wie die Stadt auf der anderen Seite der ihres aussehen würde, bestehend aus den noch halbwegs erhaltenen Ruinen der Gebäude, von denen nur wenige eingestürzt sein würden. Ein Dutzend Leute wäre kaum dazu in der Lage, das gesamte Stadtgebiet effektiv zu überwachen. Dazu würden sogar einige Dutzend nicht ausreichen. Noch andere Faktoren sprachen zu ihren Gunsten. Als Zielobjekte hatten die drei ihren potenziellen Heschern gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Sie würden ihren eigenen Zylinder dabei haben, während Finns Leute, sofern sie sich weiträumig in den Ruinen verteilten, in dieser Hinsicht natürlich mit leeren Händen dastehen würden. Finn würde seine Zylinder wohl auf keinen Fall aus der Hand geben. So könnten sie sich leichter in Sicherheit bringen, falls sie in Schwierigkeiten gerieten. Bei einer Verfolgungsjagd etwa könnten sie ihren Zylinder anschalten, den verzögerten Schließmechanismus aktivieren und durch die Iris in die Gegenwart entkommen. Die folgen würde auf Selbstmord hinauslaufen. Es bedurfte keine Ausbildung an der Militärakademie West Point, um einzusehen, dass es taktisch nicht ratsam war, durch eine Öffnung von der Größe eines Gullis zu steigen, wenn man auf der anderen Seite von Verteidigern mit einer Sigsauer und einer Repetierflinte erwartet wurde. Und nach Ablauf der 93 Sekunden könnten sie unbehelligt flüchten. Bis Finn mit seinem Zylinder zu Fuß durch die Ruinen zu der Stelle gelangt war, zu der ihn seine Männer riefen, könnte einiges an Zeit vergehen. So könnte es zumindest theoretisch ablaufen. Natürlich könnte alles ganz anders kommen, selbst dann, wenn alle ihre Überlegungen zutrafen, was eher unwahrscheinlich war. Sie machten ein fünfstöckiges Holiday Inn ausfindig. Zwei Straßenblocks von der 4th Avenue entfernt, das allem Anschein nach höchste Gebäude in der Stadt. Ein Zimmer mieteten sie sich diesmal nicht an, sondern marschierten einfach mit ihren Taschen hinein. Die auseinandergebaute Flinte befand sich wieder wohlverborgen in dem Seesack und steuerten ein WC im Erdgeschoss an, das glücklicherweise menschenleer war. Neben zwei normalen Kabinen gab es dort auch ein geräumiges Behinderten WC. Travis hielt die Tür zu dieser Kabine weit auf und Bethany projizierte die Iris in die Mitte des freien Raums neben der Toilette. Dann drückte sie auf den Knopf zum verzögerten Ausschalten. Nachdem der Lichtstrahl nach kurzem Aufleuchten erloschen war, drängten sie sich zu dritt in die Kabine und verriegelten die Tür hinter sich. Die Iris wirkte pechschwarz, ganz so wie im Ritz, als Travis und Bethany sie das erste Mal aktiviert hatten. Dass in den Ruinen gerade Nacht herrschte, war ausgeschlossen. In der Gegenwart war es gerade Viertel nach Fünf und der Tag auf der anderen Seite war nur um etwas mehr als eine Stunde zurückversetzt. Dort musste es also gerade kurz nach vier Uhr Nachmittag sein. Was sie dort sahen, war lediglich das in der Zukunft unbeleuchtete Innere des Hotels. Die Mauern des Gebäudes waren also noch vollständig intakt. Offenbar hatte es die Jahrzehnte, in denen es sich selbst überlassen war, besser überstanden als die Häuser in Washington oder an jedem beliebigen anderen Ort. Die Luft auf der anderen Seite rochmuffig, aber nicht faulig oder schimmelig. In Humor, überlegte Travis, war mit Schimmelbefall oder Fäulnis wohl kaum zu rechnen. Er würde alles vertrocknen und verbirren. Er stieg mit einem Bein durch die Iris, hielt sich an den Rändern fest, bis er festen Boden unter dem Fuß spürte, fraglos dieselben Keramikfliesen wie jene, auf denen sie in der Gegenwart standen. Dann zog er das andere Bein nach, drehte sich um, nahm von Bethany den Zylinder sowie den Seesack an die Wand gezwängt, vor sich die Öffnung, durch die weiter der helle Schein und das Summen der Neonbeleuchtung auf der anderen Seite wahrzunehmen waren. Eine halbe Minute darauf schloss sich die Iris und sie blieben in tiefer Finsternis und Stille zurück. Es mutete nicht anders an, als hätte man ihnen die Augen verbunden und zusätzlich noch die Ohren verstopft. Travis tastete sich vorwärts ausfindig und zog daran. Die Scharniere der Tür ließen nur ein trockenes Knarren vernehmen, als er sie mühelos aufschwang. Travis trat aus der Kabine und sah ein Rechteck aus schwachem Licht, das die WC-Tür umrannte. Er bewegte sich langsam darauf zu und hörte, wie Paige und Bethany hinter ihn ebenfalls aus der Kabine traten. Etwa in der Mitte des Raumes stieß er mit dem Fuß gegen etwas, das auf dem Boden lag. Er blieb stehen, berührte es noch einmal mit dem Fuß und stieß dagegen, um sein Gewicht zu prüfen. Es gab schon bei mäßigem Druck nach, mochte nicht mehr als vierzig Pfund wiegen. Chavez wusste, was es war. Er stieg hinüber und ertastete den Türgriff. Versucht bitte gleich nicht zu schreien, sagte er. Warum sollten wir schreien, fragte Bethany, weil ihr gleich etwas Entsetzliches zu sehen bekommt. Er zog die Tür auf. Aus dem Flur kam Sonnenlicht in den Raum geflutet. Auf den Keramikfliesen in der Mitte des Raumes lag eine tote. Eine junge Frau um die zwanzig, blondhaarig und mit einer Brille mit rosa Gestell, bekleidet mit einem aprikotfarbenen T-Shirt und einer kurzen Jeanshose. Ihre straff und ihre knochen gespannte Haut hatte das spröde, matt schimmernde Aussehen von beige bemaltem Pappmaché. Sie lag auf der Seite, das Gesicht auf einen angewinkelten Unterarm gebettet, die Knie in Embryonal Haltung angezogen. Sie war hier drinnen ganz allein gestorben und von der trockenen Hitze mumifiziert worden. Bethany atmete einmal tief ein und wieder aus. Dann sah sie sich auf einmal hektisch um und machte am Rand des Lichts, das vom Flur aus hereinfiel, die Waschbecken ausfindig. Mit zwei eiligen Schritten hastete sie hinüber und schaffte es gerade noch mit knapper Not, sich in eins der Becken zu übergeben. Der Brechreiz überkam sie in Wellen. Zwei, drei, vier. Dann hielt sie vorn übergebeugt inne und rang um Atem, legte reflexhaft die Hand an den Wasserhahn und drehte ihn. Es kam nichts heraus. Scheiße, flüsterte sie. Sie spuckte einige Mal in das Becken und richtete sich dann endlich auf. Paige legte ihr fürsorglich einen Arm um die Schultern. Mir fehlt nichts, beteute Bethany. Nicht sonderlich überzeugend, wie Travis fand, doch sie klang so, als könnte sie sich auf den Beinen halten. Sie müsste später damit fertig werden, was für ihn und Paige genauso galt, und bis dahin würde ihnen noch mehr begegnet sein, womit sie fertig werden müssten. Sehr viel mehr, wie Travis feststellte, als er auf den Flur hinaustrat. Der Flur im Erdgeschoss des Hotels war voller Leichen, war so dicht an dicht vollgezwängt mit Toten, dass sie sich sehr vorsichtig einen müßten. Sie lagen in der Haltung da, in der sie gestorben waren. Auf der Seite, auf dem Bauch, auf dem Rücken, die Köpfe auf angewinkelte Arme oder zusammengerollte Kleidungsstücke gebettet. Einige saßen auch an die Wand gelehnt da, den Kopf auf die Arme gelegt, die sie auf ihren hochgezogenen Knien verschränkt hatten. Unter der pergamentartigen Haut ihres Nackens zeichnete sich erschreckend deutlich die Wirbelsäule ab. Alle Altersstufen waren vertreten. Grauhairige Senioren, junge Pärchen von Anfang zwanzig, vielleicht sogar noch Teenager, die sich im Tode umschlungen hielten, Kinder, die den Kopf auf den Schoß ihrer Eltern gebettet hatten. Neben der Tür zum Treppenhaus saß eine Frau, etwa um die dreißig, mit einem in eine Decke gehüllten Bündel im Arm. Sie war mit an die Wand gelehntem Kopf gestorben. Ihre verdorrten Gesichtszüge wirkten friedlich und gelöst. Travis klammerte sich an die Hoffnung, dass sie sich am Ende tatsächlich in dieser Gemütsverfassung befunden hatte, aber irgendwie zweifelte er daran. Hier und da deuteten Bissspuren an unbekleideten Armen und Beinen darauf hin, dass die Leichen von Tieren angenagt worden waren. Die Schäden hielten sich aber an Grenzen. Bis auf Ratten war es offenbar keinen größeren Tieren gelungen, in das Hotel einzudringen, zumindest in der ersten Zeit. Falls irgendwann später vielleicht doch noch größere Tiere des Wegs gekommen waren, hatte die Mumifizierung in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass die Toten als Nahrung nicht mehr in Frage kamen und daher verschmäht wurden. So hatte Travis Blick landete auf einem jungen Pärchen, beide in den Zwanzigern, das sich auf eine Behelfslage aus Jacken und Hemden an der Wand eingerichtet hatte. Die Arme der Frau lagen schlaff über die Brust des Mannes gebreitet, er aber hielt sie mit beiden Armen umschlungen. Ihre Stirn ruhte an seinem Mund. Travis begriff, sie war zuerst gestorben. Der Mann hatte seine nachgelegen, bis er schließlich selbst gestorben war. Travis merkte, wie er feuchte Augen bekam und blinzelte entschlossen dagegen an. Er wandte sich um. Auch Paige und Bethany hinter ihm an der offenen WC-Tür mussten sichtlich die Tränen zurückhalten. Fast beiläufig musterte er den Zustand des Gebäudes. Es schien nahezu unverändert. Die Trocken Bauwand in dem Flur sah nicht anders aus als war an ein paar wenigen Stellen rissig und abgeblättert. Nicht mal Spinnweben waren zu entdecken. Da schon so lange niemand mehr über den Teppich Boden gelaufen war oder Kissen ausgeschüttelt hatte, war vermutlich auch die Luft gänzlich frei von Staub. In dem blassen Sonnenlicht, das in den Flur fiel, konnte Travis jedenfalls kein einziges Staubkorn entdecken. Er wandte sich der Lichtquelle zu, der Flügeltür am Ende des Flures, etwa fünfzehn Meter entfernt, zwar geschlossen, aber hauptsächlich aus Glas bestehend. Auch die Wand um die Tür herum bestand aus Glas. Sämtliche Scheiben waren noch intakt. Das Stück Parkplatz, das dahinter zu sehen war, wirkte im grellen Sonnenschein karg und verblichen. Der Parkplatz war, nicht sonderlich überraschend, voller Autos. Page ließ die Tür des WCs hinter sich zufallen. Reglos standen sie da und horchten. In dem Hotel war es totenstill, wie vermutlich schon seit Jahrzehnten. Über eine Minute lang spähten sie durch die Glasfront hinaus ins Freie. Hinter dem Parkplatz wurde die Sicht stellenweise durch andere Gebäude verstellt, doch durch die Lücken dazwischen konnten sie ziemlich weit sehen, hunderte Meter weit zum Teil. Unten an den Fassaden weit entfernter Gebäude konnten sie größere Anhäufungen von Sand erkennen, die der Wind dort hinterlassen hatte, blendend weiß im Sonnenschein. Im Augenblick schien es jedoch windstill zu sein. Irgendeine Bewegung war nirgends zu erkennen. Travis stellte den Zylinder und den Seesack auf dem Boden ab, nahm die Einzelteile der Flinte aus dem Sack, setzte sie zusammen und er noch einmal die WC-Tür und schob den Seesack hinein, hinüber auf die linke Seite, wo sich die Waschbecken befanden. Wozu den sperrigen Beutel mit durch die Ruinen schleppen? Sie könnten ihn später auf dem Rückweg wieder an sich nehmen. Bethany nahm die Sick aus ihrem Rucksack betrachtete sie kurz und reichte sie dann an Page weiter. Du kannst sicher besser schießen als ich. Ich werde den Zylinder in der Hand behalten. Dürfte besser sein, als ihn im Rucksack zu transportieren, so geht keine kostbare Zeit verloren, falls wir ihn schnell einsetzen müssen. Sie und bahnte sich durch die Toten einen Weg zur Tür des Treppenhauses. Das Treppenhaus war erfüllt von diffusem Licht, das seinen Ursprung weiter oben hatte, aber selbst auf den unteren Treppen aufgängen ausreichte, um die Toten zu erkennen, die hier vereinzelt lagen. Im dritten Stock machten sie die Lichtquelle ausfindig. Die mumifizierte Leiche eines Mannes um die vierzig mit Halbglatze lag auf der Schwelle der Tür ausgestreckt, die in den Flur führte und sorgte dafür, dass die Tür für alle Zeit in einem 45 Grad Winkel offen stand. Das Sonnenlicht, das vom Flur aus hereinströmte, fiel durch eine ähnliche Glasfront wie im Erdgeschoss. Sie setzten ihren Aufstieg fort, bis sie im fünften Stock ankamen. In dem Flur dort lagen die Toten ebenfalls Tote, auf Betten und in Sesseln. Travis starrte die Knochen an, die sich unter der verdirrten Haut abzeichneten. Alle Leichen waren auf diese Weise eingeschrumpelt. Ausgeschlossen, dass dies allein eine Folge der Mumifizierung war. Es machte eher den Eindruck, als hätten die Menschen vor ihrem Tod längere Zeit Hunger gelitten, bis sie schließlich völlig ausgezerrt zugrunde gingen. Sie kamen zu der Glasfront am Ende des Flurs, von wo aus sich ein Panoramablick über Juma bot. Sie starrten hinaus. »Lieber Gott!« sagte Paige leise. Danach senkte sich minutenlang Stille herab. Alle Gebäude in Juma sahen noch genau so aus wie kurze Zeit zuvor, als sie in der Gegenwart durch die Straßen gefahren waren, nur mit dem Unterschied, dass ihre einst kräftigen Farben zu blassen Pastelltönen verblichen waren, wie bei Limonadedosen, die wochenlang in der Sonne gelegen hatten. Alle Parkplätze waren dicht an dicht mit Autos und LKWs vollgestellt, auch die Straßenränder waren restlos zugeparkt. Die Fahrzeuge befanden sich im gleichen Zustand wie jene draußen in der Wüste. Der Lack ausgeblichen und rissig, die Reifen und Fenster dichtungen längst zerbröselt. Die wahnwitzige, dabei aber organisierte Zusammenballung von Fahrzeugen erstreckte sich jenseits der äußeren Stadtgrenzen in alle Richtungen. Ein Anblick, der aus dieser Höhe noch ungleich bestürzender und abstruser wirkte als vom Rand der Interstate aus, da der Horizont von hier oben noch viel entfernter war. All das registrierten sie innerhalb weniger Sekunden, ohne sich länger damit aufzuhalten, weil etwas ganz anderes ihre Aufmerksamkeit beanspruchte. Die Stadt Juma war übersät mit menschlichen Knochen. In sieben Jahrzehnten hatte der Wind sie an allen nur möglichen Hindernissen zu hohen Haufen aufgetürmt, an Autos, Gebäuden, Gartenmauern, Pflanzenkübeln. Sie lagen überall, mit Ausnahme von freien, offenen Flächen, wie etwa dem Teil des Parkplatzes direkt unter ihnen, den sie vom Erdgeschoss aus hatten sehen können. Von dort unten aus hatten sie bloß die Knochen weiter entfernt gesehen und irrtürmlich für Sand gehalten. Travis blickte hinunter zu dem Gebeinhaufen, der sich an der Fassade eines anderen Hotelflügels türmte, gut zwanzig Meter links neben dem Haupteingang. Selbst von hier oben aus konnte er genug Einzelheiten erkennen, um Erwachsenen Schädel von Kinderschädeln und längere Rippen von kurzen unterscheiden Alle, die draußen im Freien umgekommen waren, waren bald von Kojoten und Füchsen und Wildkatzen entdeckt worden. Und was diese Tiere übrig gelassen hatten, war dann am Ende jahrzehntelang schutzlos Wind und Sonne ausgesetzt. Es sind wohl tatsächlich alle, nicht wahr? sagte Bethany. Sie haben es wirklich getan. Sie sind alle her gekommen und dann einfach gestorben. Travis sah sie an. Ihr gerade ein neuer schrecklicher Gedanke gekommen war. Vielleicht waren wir auch dabei, sagte sie. Vielleicht liegen unsere Knochen auch irgendwo da draußen. Sie suchten die Stadt noch ein paar Minuten lang in alle Richtungen nach Anzeichen von Bewegung ab. Falls Fins Leute dort waren, hatten sie sich offenbar bereits an irgendwelchen Aussichtsposten verschanzt. Travis dachte darüber nach, bis ihm ein eigentlich naheliegender Gedanke kam. Ich glaube, sie sind noch gar nicht hier. Wie kommst du darauf? fragte Paige. Ganz einfach. Wenn sie bereits vor uns hergekommen wären, hätten einige von ihnen schon hier an diesem Fenster Stellung bezogen. Es gab Es gab drei weitere durchgehende Fenster am fünften Stock an den Enden anderer Gebäudeflügel. An jedem dieser Fenster nahmen sie sich einige Minuten Zeit, um die Stadt sorgfältig in Augenschein zu nehmen. Sie sahen zwar überall Knochen, aber nichts deutete darauf hin, dass diese vor kurzem bewegt worden waren. Etwaige Anzeichen dafür, dass Juma auf diesen Ansturm von Menschen irgendwie vorbereitet worden wäre, entdeckten sie ebenfalls nicht. Keinerlei Notunterkünfte oder Ähnliches. Falls in der Stadt Zelte errichtet worden waren, so waren sie wohl längst vom Wind davon gewirbelt worden. Dann kamen sie zu dem letzten Fenster, das nach Süden hinaus ging. Beim Blick hinaus wurde ihnen klar, wohin sie sich als nächstes wenden mussten. In einer Meile Entfernung war der Flughafen zu sehen. Die Rollbahnen befanden sich in tadellosem Zustand, kaum anders als in der Gegenwart vermutlich. Die Terminals standen glitzernd und leblos in der Wüstenlandschaft. An keinem einzigen der Gates war ein Flugzeug angedockt. Während Travis hinüberschaute, rätselte er, warum ihm der Anblick irgendwie merkwürdig vorkam. Dann ging ihm ein Licht auf. Das Flughafengelände war vollkommen leer. Es war die einzige größere Fläche meilenweit im Umkreis, die nicht mit Fahrzeugen zugeparkt war. Da steht etwas geschrieben, Bethany deutete zum südlichen Ende der längsten Start- und Landebahn. Travis sah, was sie meinte. Ein paar hundert Meter vor den großen Zahlen auf dem Beton, die die Richtung der Bahn angaben, hatte jemand eine Botschaft in riesigen weißen Lettern hinterlassen. verwendete. Travis hatte sie zunächst übersehen, weil die Buchstaben von diesem schrägen seitlichen Blickwinkel aus kaum zu erkennen waren. Die Botschaft schien an Adressaten gerichtet zu sein, die von einem Flugzeug aus in die Tiefe schauten. Travis setzte die Aussage mühsam Buchstabe für Buchstabe zusammen. Nach wenigen Sekunden wusste er, was dort stand. Kommt zurück. Eine Minute später befanden sie sich vor dem Hotel. Die Stille in der Stadt hatte etwas Gespenstisches. Erst aus der Nähe wurde klar, wie hoch sich die Knochenhaufen hier unten tatsächlich türmten. Die Lufttemperatur war ungefähr dieselbe wie in der Gegenwart, um die 40 Grad. Sie überquerten den Parkplatz und legten drei Blocks zurück, bis sie sich in einer reinen Wohngegend befanden. Verglichen mit dem weitläufig angelegten Geschäfts- und Gewerbeviertel fühlte es sich einfach sicherer an, zwischen den Häusern zu laufen. Vom Hotel aus hatten sie gesehen, dass sie auf diesem Weg bis zum Flughafen gelangen konnten, wenn sie immer weiter nach Osten liefen und dann am Rand der Wohngegend nach Süden abbogen. In allen Häusern, an denen sie vorbeikamen, sahen sie ledrig mumifizierte Leichen. Nach dem ersten Straßenzug schauten sie gar nicht mehr hin. Um die Häuser herum lagen überall Knochen verstreut. In manchen Gärten, die dank ihrer Zäune relativ windgeschützt waren, hatten sich teils noch intakte Skelette erhalten. Aus einem Sandkasten ragte halb begraben ein kleiner Schädel samt Brustkorb hervor, umgeben von hell verblichenen Spielzeugtrakt und Baggern. Travis bildete die Nachhut. Er sah sich etwa alle zwanzig Meter um. An freien Stellen, wo sich ein ungehinderter Blick auf das Hotel hinter ihnen bot, spähte er zu den großen Flurfenstern in den oberen Stockwerken empor. Obwohl sich der Himmel gleißend darauf widerspiegelte, hätte er sofort erkennen können, wenn dort jemand gestanden hätte. Bisher hatte er niemanden entdecken können. Ihm fiel auf, dass Bethany, die direkt vor ihm ging, seltsam flach und stoßweise atmete, als würde sie nur unter Mühe die Tränen zurückhalten. Paige drückte ihr sanft die Schulter. Du kannst ruhig weinen. Es ist doch keine Schande, wenn einen dieser Anblick erschüttert. Ich weiß, sagte Bethany. Aber sie beherrschte sich trotzdem. Nach einer kurzen Weile hatte sie sich beruhigt und atmete wieder normal. An der nächsten Querstraße, bei der sie anlangten, blickten sie nach Süden und sahen in einer halben Meile Entfernung bereits den noch intakten Maschendrahtzaun am nördlichen Rand des Flughafengeländes. Sie setzten ihren Weg am nächsten Häuserblock entlang fort und bewegten sich zwischen Gärten hindurch nach Süden. Inzwischen hatte ein leichter Wind eingesetzt, dessen leises Rauschen es schwieriger machte, auf der Hut vor etwaigen verdächtigen Geräuschen zu sein. Zum Ausgleich drehte Travis sich immer wieder um. Als sie nur noch hundert Meter von dem Zaun entfernt waren, trat eine kurze Windstille ein. Travis hörte etwas. Er packte Paige und Bethany an den Armen und riss sie von der Straße in einen schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern. Sie zuckten zusammen und starrten ihn fragend Der Wind fuhr leise heulend zwischen den Dächern der Häuser umher. Dann trat wieder kurze Stille ein und sie alle hörten das Geräusch. Es drang von Süden her zu ihnen herüber, vielleicht vom Flughafengeländer aus, eine Frauenstimme, die in ruhigem Tonfall irgendetwas sagte, was sie nicht verstehen konnten. Schon nach wenigen Sekunden wurde klar, was sie da hörten. Die Frauenstimme schrecklich wieder. Es war eine aufgezeichnete Durchsage, die über eine Lautsprecheranlage auf dem Flughafengelände immer wieder abgespielt wurde. Sie horchten mit schräg gelegtem Kopf, vermochten aber die genauen Worte nicht zu verstehen. Dann setzte erneut der Wind ein. Und damit verlor sich auch das Geräusch wieder. Sie traten zwischen den Häusern hervor und setzten ihren Weg vor Ort. An der Ecke des letzten Hauses blieben sie stehen, zwanzig Meter vor dem Zaun. Dahinter dehnte sich eine weit offene Fläche. Bis zum nächsten Terminal mochten es an die 400 Meter sein. Von einem hohen Aussichtspunkt in der Stadt aus wären sie sofort zu sehen. Einen kürzeren Weg aber gab es nicht. Sie müssten eben so schnell wie möglich hinüber laufen. Der Zaun war drei Meter hoch. Einfacher Maschendraht ohne Stachelgrad Geflecht am oberen Rand. Zur Abschreckung dienten lediglich Schilder, die alle zehn Meter darauf hinwiesen, dass das Betreten streng verboten war. Travis versuchte noch einmal, die Worte der Durchsage zu verstehen. Vergeblich. Sie war noch immer zu weit entfernt, rang aus der Richtung des Terminals herüber. Sie wechselten einige kurze Blicke, nickten sich zu und rannten los. Nachdem sie den Zaun ohne größere Schwierigkeiten überklettert hatten, spurteten sie so schnell wie möglich über die freie Fläche auf das Terminal zu. Travis fragte sich, ob er die Entfernung falsch abgeschätzt hatte, ob die Gebäude weiter als 400 Meter entfernt waren. Auch unwichtig jetzt, er rannte. Der Wind rauschte ihm an den Ohren vorbei. Noch immer war die Durchsage nicht zu verstehen, obwohl er ihr jetzt schon wesentlich näher war. Nach 30 Sekunden pochte ihm der Puls so laut in den Ohren, dass er den Wind noch übertönte. Paige und Bethany hielten mit ihm Schritt. Etwa 50 Meter vor dem Gebäude drang erneut die monotone Stimme an sein Ohr, doch was sie sagte, vermochte er noch immer nicht zu verstehen. Dann kamen sie an der Ecke des Gebäudes an, dessen breite Front sich an die 300 Meter nach Osten hin erstreckte. Sie spurteten an der vielleicht 50 Meter langen Schmalseite entlang nach Süden, zu einer weiteren Ecke, wobei Travis sich schmerzlich bewusst war, dass sie von der Stadt aus immer noch gut zu sehen wären. Besser denn je sogar. Vor der Südecke bogen sie scharf ab und blieben im Schutz des Gebäudes keuchen stehen, um kurz zu verschnaufen. Zum ersten Mal, seit sie das Hotel verlassen hatten, waren sie nun von der Stadt aus, die sich im Norden und Westen des Flughafens befand, nicht mehr zu sehen. Travis ging ein paar Schritte, um seine schmerzenden Beinmuskeln zu lockern, atmete noch einmal tief durch und merkte, wie sich sein heftig pochender Herzschlag langsam wieder normalisierte. Und nun endlich hörte er auch die Durchsage, die allerdings alles andere als deutlich war. Die Frauenstimme klang dumpf, als würde sie durch eine mit Wachspapier überzogene Pappröhre dringen. Es bedurfte großer Konzentration, die Worte zu verstehen. Travis hob den Blick und sah die Lautsprecher, die in drei Metern Höhe unter dem Dachvorsprung des Gebäudes angebracht waren. Vermutlich waren sie an Sonnenkollektoren auf dem Dach angeschlossen. Die Aufnahme selbst musste auf irgendeinem Festmedium gespeichert sein, einen USB-Stick vielleicht. Möglich, dass das gesamte System außer den durch die Kabel geleiteten Elektronen und vibrierenden Membranen der Lautsprecher keinerlei bewegliche Teile aufwies. Dennoch war es erstaunlich, dass es auch Paige und Bethany angestrengt lauschten, um die Durchsage zu verstehen, die, wie er bald erkannte, etwa alle 20 Sekunden wiederholt wurde. Beim vierten Durchlauf hatten sie den Inhalt endlich verstanden. Bitte haben sie Geduld. Bitte verlassen sie nicht die Sammelstelle Juma. Der Betrieb der Erika-Flüge wird in Kürze wieder aufgenommen. Halten sie ihr Ticket und ihren Lichtbild Ausweis zum Boarding bereit. Ankommende Flüge werden für alle weiterhin Wartenden Verpflegung und zusätzliche Wasserfilter an Bord haben. Bitte haben sie Geduld. Nachdem sie sich die Durchsage ein weiteres Mal angehört hatten, war Travis überzeugt, alles zweifelsfrei verstanden zu haben. Erika- Flüge, sagte Paige und sah Bethany an, ob die wohl sowas ähnliches sind wie die Janet- Flüge von Las Vegas aus? Derselbe Gedanke ist mir auch gekommen, sagte Bethany. Travis blickte zwischen ihnen hin und her. Tut einfach so, als wüsste ich nicht, wovon ihr da eigentlich redet. Die Janet- Flüge, belehrte ihn Paige, sind so etwas wie eine private Fluglinie. Sie werden von einem der großen Rüstungskonzerne betrieben. Von welchem genau ist mir gerade entfallen? Von EG&G, sagte Bethany. Paige nickte. Sie fliegen vom McCarron Airport in Las Vegas aus Landepisten auf dem nationalen Sicherheits- und Testgelände Nevada an. Hauptsächlich Groom Lake, da bin ich mir sicher. Im Grunde handelt es sich um Pendlerflüge für Militärangehörige und Zivilangestellte, die da draußen arbeiten. Sie ließ den Blick über das gleißend helle, leere Flughafengelände schweifen. Möglicherweise ist das ähnliche Benennungsschema ja ein Fingerzeig. Vielleicht waren diese Erika-Flüge ja auch militärischer Art. Oder so etwas Ähnliches zumindest. Aus den Lautsprechern über ihnen drangen die letzten Worte der Durchsage, die sogleich wieder von vorne anfingen. Wir wissen also, dass von hier aus Flüge gestartet sind, sagte Travis. Mit anderen Worten, Juma war gar nicht die Endstation. Zumindest für einige nicht. Tickets, sagte Bethany. Darauf also hat das Kind angespielt in dem Notizblock. Die Menschen sind nach Juma gekommen, in der Hoffnung, einen Platz auf einem dieser Flüge zu ergattern. Fragt sich nur, wohin? Travis starrte die Südfassade des Terminals an, die vor ihnen aufragte. Der untere Teil, viereinhalb Meter hoch, bestand aus dem selben weißen Metall wie auch die anderen Seiten des Gebäudes. Darüber befand sich eine durchgehende Glasfront. Etwa alle dreißig Meter zweigten aus den Gates Fluggastbrücken ab, die sich, wie fast alles übrige in Juma, in annähernd unversehrtem Zustand befanden. Nur von den robusten Reifen an ihren äußeren Enden war nichts mehr übrig geblieben. Sie ruhten jetzt auf den nackten Felgen. Die zerkrümelten Überreste der Reifen waren längst in alle Winde zerstreut. Travis sah zu den Ecke des Terminals zu erkennen. Das übrige Innere war den Blicken entzogen. Zu vermuten stand, dass die Halle voller Leichen war, die Tickets und Ausweise in den Taschen hatten. Er drehte sich um und spähte zum hinteren Ende der Landebahn, wo er die groben Umrisse der Botschaft erkennen konnte, die dort mit weißer Farbe hingepinselt worden war. Zu entziffern war sie von hier auf die Durchsage, die ihre nie endende Verheißung herunterleierte und überlegte, wie es sich wohl angefühlt haben mochte, hier zu sitzen, dem Tod nahe und darauf zu warten, dass sie in Erfüllung ging. Der Durchsage nach sollen die Flüge bald wieder aufgenommen werden, sagte Travis. Sie müssen also anfangs, als die ersten Flüchtlingswellen in Yuma eingetroffen sind, tatsächlich stattgefunden haben. Und dann haben in dem Hotel, in den Häusern, an denen sie vorbeigekommen waren, rief sich die Berge aufgetürmter Knochen vor Augen. Dann schüttelte er den Kopf. Dass so ein Unternehmen schon rein rechnerisch unmöglich ist, erkennt man auch ohne Taschenrechner. Wie viele Menschen hätte man dann maximal von hier aus ausfliegen können, selbst bei effizientestem Flugbetrieb? Mal angenommen, die Erika-Flüge waren Jumbo-Jets vom Typ 747, die alle zehn Minuten mit fünfhundert Passagieren an Bord von hier gestartet sind. Wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber seien wir mal großzügig. Das wären dreitausend Leute pro Stunde. Um drei Millionen Menschen zu evakuieren, wären tausend Stunden erforderlich. Und für dreihundert Millionen einhunderttausend Stunden. Er sah, wie Bethany und Page mitrechneten. Ein Jahr hat etwa achttausend Stunden, sagte Bethany. Es würde also mehr als zehn Jahre dauern, alle dreihundert Millionen Menschen auszufliegen und das auch nur bei rund um die Uhr laufendem Flugbetrieb. Die Menschen, die nach Juma gekommen sind, dürften sich darüber im Klaren gewesen sein, sagte Travis. Genug Zeit, um sich das auszurechnen, werden sie schließlich gehabt haben. Sie wussten also, dass sie an diesem Ort null Überlebenschancen hatten und dass ihre einzige Chance darin bestand, in der ersten Woche oder so einen Platz auf einem dieser Flüge zu ergattern. Und wie groß wären die Aussichten darauf gewesen? So gut wie null. Nach Juma zu kommen, das war wie eine Mischung aus russischem Roulette und Lotterie. Aber sie sind trotzdem gekommen. Sie haben es auf gut Glück versucht. Wie groß muss die Verzweiflung gewesen sein, um so etwas zu tun? So sehr sie auch überlegten, sie konnten sich keinen Reim darauf machen. Unterhalb der Fluggastbrücken befanden sich Türen, die ins Innere des Terminals führten. Travis probierte auf gut Glück den Knauf der ersten Tür, der sich zwar ohne weiteres drehen ließ, aber die Tür rührte sich nicht. Unter der Einwirkung der Sonne war ihr weißer Farbanstrich im Laufe der Jahrzehnte Händen an dem Knauf. Die Naht löste sich mit einem trockenen Knacken. Und gleich darauf standen sie in dem Gebäude. Hier im Inneren war es merklich wärmer als draußen. An die 50 Grad mochte die Hitze betragen, die sich in dem Gebäude angestaut hatte. Eine Art Treibhauseffekt in Klein, dank der Fensterfront, die nach Süden hinausging. Sie waren in eine Art sich geschlossen hatten. Die Treppe am anderen Ende aber hatten sie bereits beim Eintreten gesehen. Travis ertastete die unterste Stufe und das Geländer und stieg hinauf. Fünfzehn Stufen später ertastete er den Knauf der oberen Tür, öffnete sie, trat hindurch und hielt sie auf, bis Paige und Bethany ihm gefolgt waren. Travis war intuitiv davon ausgegangen, dass er nach allem, behertet genug war, um jeden Anblick auszuhalten, der sie hier erwarten mochte. Er hatte sich getäuscht. Sie standen zu dritt da und starrten in der riesigen von hellem Sonnenlicht durchfluteten Flughafenhalle umher. Hinter ihnen fiel die Tür mit einem leisen Klicken ins Schloss. Bethany atmete langsam ein. Es klang seltsam erstickt, als würde sich ihr dabei die Kehle zuschnüren. Sie suchte noch Halt an der Wand neben der Tür, aber dann gaben ihre Knie nach und sie sackte hilflos zu Boden. Diesmal unternahm sie nicht den Versuch, ihr Schluchzen zurückzuhalten. Page setzte sich neben sie und legte den Arm um sie. Scherwes ging ein paar Schritte vorwärts. In dem grellen Sonnenlicht, das durch die Fensterfront hereinflutete, sah er hunderte Polstersitze, die zum Flugfeld hin ausgerichtet waren. Auf den Sitzen, auf dem Boden der Halle und auf den schlichten Bänken, die hier und da verteilt standen, lagen die Leichen ebenso dicht an dicht wie in den Hotelfluren. Bloß, dass es hier ausnahmslos Kinder waren. Keins von ihnen schien älter als zwölf gewesen zu sein. Sie lagen in der gesamten an die fünfhundert Meter langen Flughafenhalle verteilt. Tausende und Abertausende toter Kinder. Überall zwischen den Leichen, die ebenso mager und ausgezerrt aussahen wie die Toten, die sie im Hotel gesehen hatten, lagen leere Verpackungen herum. Chipstüten, Salzkräckerschachteln, Einwickelfolien von Schokoriegeln, Konservengläser, Gebäcktüten. Was geschehen war, lag ziemlich klar auf der Hand. Am Ende, als in der Stadt vermutlich nur noch einige tausend Überlebende übrig waren, hatten die Erwachsenen eine Entscheidung getroffen. Die letzte große Entscheidung vielleicht, die Menschen überhaupt je getroffen hatten. Sie hatten die Kinder mitsamt den letzten noch vorhandenen Lebensmitteln hierher gebracht. Die Erwachsenen hatten sich geopfert, damit die Kinder noch einige Tage länger überleben konnten, in der minimalen Hoffnung, dass die Flugzeuge noch rechtzeitig zurückkehren Nichts, was Travis bisher in Humor gesehen hatte, hatte ihn gänzlich aus der Fassung bringen können. In dem Hotel hatte er zwar einmal kurz feuchte Augen bekommen, aber die Kehle hatte sich ihm dabei nicht zugeschnürt. Das geschah auch diesmal nicht. Seine Gefühle überwältigten ihn ohne jede Vorwarnung. Von heftigem Schluchzen geschüttelt ließ er sich einfach schwer auf den Boden plumpsen und drückte zu können. Es verstrich einige Zeit. Zehn Minuten. Eine Viertelstunde. Ihre Erschütterung legte sich nach und nach und hinterließ eine Art Leere. Sie standen auf. Sie sahen sich um. Auf eine nähere Untersuchung der Halle konnten sie wohl verzichten. Was hätten sie hier schon finden sollen, außer tausenden elendig zugrunde gegangener Kinder? Travis überlegte, welchen Teil der Stadt sie am besten als nächstes unter die Lupe nehmen sollten. Während er noch darüber nachsahm, hörten sie, wie die Außentür eine Etage unter ihnen geöffnet wurde. In der Flughafenhalle gab es nur wenige Möglichkeiten, sich zu verstecken, schon gar nicht solche, die innerhalb weniger Sekunden zu erreichen waren. An der Wand gegenüber der Fensterfront befand sich eine Ladenzeile mit Geschäften, wo es einst Souvenirartikel, kleine Imbisse, Sonnenbrillen und dergleichen zu kaufen gab. Die Ladendokale waren allerdings zur Halle hin offen. Verbergen konnte man sich darin höchstens vor jemandem, der die Ladenzeile entlang geschritten kam. Eine andere Möglichkeit bot sich ihnen nicht. Travis wartete und ließ Page und Bethany als Erste gehen. Vorsichtig bahnten sie sich durch die Leichen einen Weg an den Läden vorbei. Er folgte ihnen der Treppe, die zu der Tür hinaufführte, würden die Schritte des Neuankömmlings nicht zu überhören sein, trotz der monoton leiernden Durchsage, die in der Halle wesentlich lauter war. Sie waren gerade am vierten Laden angelangt, als er es hörte. Schwere Schritte, die vernehmlich in dem Raum hinter der Tür wieder halten, während sie die Treppe hinauf kam. Page spuk sofort in das fünfte Geschäft ein, offenbar eine Buchhandlung mit allerdings restlos leergeräumten Regalen. Bethany und Travis folgten ihr. Gleich darauf hörten sie, wie die Tür geöffnet wurde. Fünf Sekunden vergingen. Die Tür fiel klickend ins Schloss. Ein Mann atmete vernehmlich aus. Dann Schritte, bedächtige, behutsame Schritte, die in ihre Richtung kamen. Deutlich zu vernehmende einzelne Schritte. Der Mann war allein. Travis entsicherte die Flinte, in deren Kammer sich bereits eine Patrone befand. Er stellte sich mit dem Rücken an die Seitenwand des Laden vokals, der sich die Schritte jetzt näherten, etwa einen halben Meter von der offenen Laden Front entfernt. Dann hob er die Flinte an die Schulter und brachte sie in Anschlag. Die Schritte hielten inne. Schwer zu sagen, wo genau? Etwa drei Meter vor der Buchhandlung. Nicht viel weiter weg, da war sich Travis sicher. Insgeheim wäre es ihm lieber gewesen, wenn der Kerl weiter gegangen wäre, um einen Grund zu haben, losschießen zu können, auch auf die Gefahr hin, dass der Lärm ihnen noch mehr Schwierigkeiten einbrachte. Dann hörte er ein statisches Rauschen und Knacken, ein Funksprechgerät. Das einzige Kommunikationsmittel, verstummte und der Mann sprach »Hier Lambert, bin gerade im Terminal, over.« Wieder war das Rauschen zu hören. Dann meldete sich eine Männerstimme, gerade noch zu verstehen. »Hier Finn, ich höre Lambert.« Sie waren hier, hab an einer Außentür abgeblätterte Farbe vorgefunden, muss erst kürzlich passiert sein, sonst hätte der Wind die Flocken längst weggeweht. Travis biss die Zähne aufeinander. Verdammt! Darauf hatten sie nicht geachtet. »Irgendwelche Anzeichen, dass sie sich noch vor Ort befinden?« fragte Finn. »Unmöglich zu sagen, bin eben erst angekommen.« Längere Zeit war nur das Rauschen zu hören. Dann meldete sich Finn erneut. »Na schön, Sie können wieder abziehen. Was wir wissen müssen, haben Sie ja schon herausgefunden. Kommen Sie zurück, um mit dem Kameramast behilflich zu sein. Verstanden? Over. Noch einmal war das Rauschen zu hören, dann wurde das Funkgerät abgeschaltet. Travis wartete darauf, dass sich die Schritte zurückzogen, aber noch blieb alles still, weil Lambert sich vermutlich gerade in der Flughafenhalle umsah. Was auch immer er bei dem Anblick der toten Kinder empfinden mochte, zu Tränen jedenfalls, wurde er offenbar nicht gerührt. Nach einigen Augenblicken zog er sich wieder zu der Tür Sie sah zwar in seine Richtung, aber ihr Blick ging an ihm vorbei. Als würde sie gerade über etwas nachdenken, fixierte sie die großen Fenster. Ihr dürfte es gerade gegen fünf Uhr sein, sagte sie. Ich weiß zwar nicht, wann genau in Arizona im Oktober die Sonne untergeht, aber ich würde sagen, wir haben nur noch etwa eine Stunde. Travis folgte ihrem Blick. Das Sonnenlicht, das durch die Fensterfront hereinströmte, war noch so gleißend hell wie zur Mittagszeit, fiel aber schon in merklich schrägerem Winkel herein. Pages Einschätzung war vermutlich richtig. Noch eine Stunde. Wir müssen hier weg auf der Stelle. Paige klang angespannt. Wir müssen raus in die Wüste und durch die Iris in die Gegenwart zurückkehren. Dann können wir von dort dieser Kameramast, an dem gerade die Rede war. Paige fiel ihm ins Wort. Ja, es gibt gute Gründe davor, eine heilende Angst zu haben. Und jetzt sollten wir endlich los. Alles weitere erkläre ich unterwegs. Sie ging an ihm vorbei und verließ den Laden. Er wollte sich ihr gerade anschließen, als ihm auffiel, dass Bethany sich noch nicht vom Fleck gerührt hatte. Er blieb stehen und drehte sich zu ihr um. Wie hypnotisiert starrte sie einen kleinen Papierkorb an, der ein Stück hinter dem Ladentresen hervorlugte. Aus dem Papierkorb ragte ein Stück Zeitung. Das obere Drittel einer Titelseite von links nach rechts abgerissen. Auf dem Papier waren längst vertrocknete Senfflecken zu erkennen, als wäre es nach dem Verzehr eines Sandwiches dazu benutzt worden, den Tresen abzuwischen. Travis sah sich rasch um, aber vom Rest der Zeitung fehlte jede Spur. In einer Ecke des Ladens stand ein Metallständer, auf dem früher wahrscheinlich einmal Zeitungen zum Verkauf ausgelegt waren, doch dieser Ständer war jetzt leer, wie alle übrigen Regale in dem Laden auch. Bis auf den Zeitungsausriss war in dem Laden kein einziger Fitzel Papier zurückgeblieben. Travis blickte in die Halle hinüber und begriff. Die Kinder hatten die Bücher und Zeitungen aus dem Laden verbrannt, um sich zu wärmen. Aschehäuflein in den Blumenkübeln zwischen den Leichen waren die letzten Reste. So stark sich diese Halle tagsüber auch aufheizen mochte, nach Sonnenuntergang kühlte sie vermutlich rasch aus, zumal im Dezember, wenn sich die Wärme der großen Fensterfront wegen im Nu verflüchtigte. Bethany bückte sich und nahm den Zeitungsausriss in die Hand. Oben prangte groß der Name des Platz. The Arizona Republic. Darunter das Datum. Der 15. Dezember 2011. Darauf folgten die Schlagzeile des Tages, sowie die ersten paar Zeilen des Artikels. Eine einzelne Spalte Text, neben einem großen Foto, ehe dieser unvermittelt abbrach. Das Foto gab inhaltlich kaum etwas her. Lediglich der obere Bildrand war übrig. Etwa zwei Zentimeter, auf dem ans Hintergrund verschwommen, eine Menschenmenge zu sehen war. Die Schlagzeile lautete »Ex-Präsident Garner in New York erschossen«. Page vergaß ihre Eile vorübergehend und kehrte in den Laden zurück. Bethany breitete das Zeitungsfragment auf dem Tresen aus, damit sie es zu dritt betrachten konnten. Obwohl das Papier vergilbt und mit Senf verschmiert war, ließ sich der Anfang des Artikels mühelos lesen. New York AP Richard Garner, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, ist am Abend des gestrigen Tages, Mittwoch, den 14. Dezember, bei einer Kundgebung im Central Park erschossen worden. Garner hatte sich in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit wiederholt dagegen ausgesprochen, die Massenevakuierung nach. Das war alles. An dieser Stelle des Artikels war das Blatt abgerissen worden. Bethany drehte den Ausriss herum. Auf der Rückseite befand sich lediglich eine Anzeige für ein hiesiges Restaurant. Also legte sie das Blatt wieder richtig herum auf den Tresen. Travis starrte die Schlagzeile an, überflog noch einmal den Text, fügte diese neue Information in das Mosaik ihrer bisherigen Erkenntnisse ein. Fassen wir zusammen. Wir gehen bisher davon aus, dass es eine Art Panikreaktion war, alle Einwohner der USA in Juma zu versammeln, sagte er. Eine offizielle Maßnahme der Machthabenden, jener, die auch hinter Umbra stecken, obwohl ihnen sonnenklar war, dass dadurch höchstens ein Bruchteil der Menschen gerettet werden konnte. Und Richard Garner hat sie wegen dieser Maßnahme am Ist es da noch fraglich, weswegen er umgebracht wurde? Paige verengte die Augen. Sie begriff, ebenso wie Bethany, worauf er hinaus wollte. Garner ist nicht in die Sache eingeweiht, sagte Paige. Bethany blickte zwischen ihnen hin und her, während in ihren Augen neue Hoffnung aufkeimte. Aber jetzt, in der Gegenwart, weiß er vermutlich eine ganze Menge über diese Angelegenheit. Er ist erst vor zwei Jahren zurückgetreten, bis dahin hatte er unumschränkten Einblick in alle laufenden Geheimprojekte. Da muss er auch über Umbra informiert gewesen sein, was immer das genau sein mag. Kurze Zeit blieb es still. Nur die Dauerdurchsage halte leiernd durch das Terminal. Wir sollten ihn wohl mal besuchen, sagte Travis. Paige nickte erneut. Dann blinzelte sie und sah sich um. Aber zuerst müssen wir aus Juma verschwinden und zwar so schnell wie möglich. Also auf geht's. Sie wandte sich um und lief aus dem Laden, zurück zu der Tür, durch die sie hereingekommen waren. Mit der Sick und der Flinte im Anschlag traten sie aus der Tür ins Freie. Weit und breit war niemand zu sehen. Travis sah auf die abgeblätterten Farbflocken hinab, die er am Boden hinterlassen hatte. Er schüttelte den Kopf. An der Südseite des Gebäudes, wo sie von der Stadt aus nicht gesehen werden konnten, rannten sie nach Osten und kamen in weniger als einer Minute an der südöstlichen Ecke des Gebäudes an. Auch von dieser Seite des Terminals war der Zaun rings um den Flughafen an die 400 Meter entfernt. Gerade waren sie von Norden aus auf das Gelände gekommen, mit der Stadt im Rücken. Jetzt blickten sie nach Süden und Osten, wo nur noch ein paar vereinzelte Scheunen am Rand der Stadt zu sehen waren, und dahinter eine Tundra aus Fahrzeugen, die sich meilenweit über die Wüste erstreckte. Finn und seine Leute befanden sich in der Stadt, eher im Zentrum vermutlich. Wenn sie von dieser Ecke des Terminals aus nach Südosten rannten, würden sie eine Weile, zumindest auf der ersten Hälfte der Strecke, von dem Gebäude selbst verborgen bleiben. Danach aber wären sie für jemanden, der von der Stadt aus herüberspähte, vom obersten Stockwerk des Hotels aus beispielsweise gut zu erkennen. Travis sah Page an. Offenbar beurteilte auch sie gerade die Entfernung, stellte ähnliche Überlegungen an. Dass sie noch einen Spähposten aufstellen, halte ich eher für ausgeschlossen, sagte sie. Sie werden alle mit dem Aufbau des Kameramasts beschäftigt sein, um ihn so rasch wie möglich aufzurichten. Wenn der erst mal steht, können sie auf Spähposten ganz verzichten. Sie blickte nach Westen, musste dabei die Augen zusammen kneifen, denn obwohl die Sonne bereits ziemlich tief stand, war ihr Licht in der trockenen klaren Wüstenduft gleißend wie zuvor. Ihre Schätzung vorhin in der Buchhandlung war richtig gewesen. In einer Stunde würde die Sonne am Horizont versinken. Da begriff Travis auf einmal, aus welchem Grund sie so beunruhigt war. Wärmebildkameras, sagte er. Sie sah ihn an, nickte. Acht Wärmebildkameras in fünfundsiebzig Metern Höhe. Sie dürften einen eher leichten Mast verwenden, der mit Abspannbräten stabilisiert wird und sich sehr fix aufbauen lässt. Die Sorte, die vom Militär bei vorgeschobenen Einsatzbasen auf offenem Gelände verwendet wird. Einen solchen Mast kann eine eingespielte Mannschaft innerhalb einer Stunde aufbauen. Travis sah sich auf dem Rollfeld um, schaute hinüber zu dem Ödland hinter dem Flughafenzaun und auf die endlosen Massen von Autos dahinter. Alle Oberflächen im Umland von Juma waren noch immer über 40 Grad warm, aber nicht mehr lange. War die Sonne erst einmal untergegangen, würde alles in der Umgebung rasch abkühlen. Womöglich war diese Abkühlung sogar schon im Gang. Und sobald der Hintergrund erst einmal kühler als 37 Grad war, würden sie die drei wärmsten Objekte im Umkreis von Juma sein. Selbst wenn sie zwischen den Autos eine ansehnliche Strecke zurücklegten und sich danach die ganze immer zu orten. Von der Körperwärme produziertes Infrarotlicht strahlte aus und reflektierte wie jede andere Sorte Licht, konnte von Metall und Glas widergespiegelt werden. Aus einer Höhe von 75 Metern könnten die Wärmebildkameras das Gelände dutzende Meilen im Umkreis erfassen. Wenn sie sich in einer Stunde noch in Juma aufhielten, könnten sie ebenso gut Overalls in leuchtenden Neonfarben tragen. Sie rannten los. Am Rand des Flughafengeländes angekommen, kletterten sie über den Zaun und setzten ihren Weg zwischen den Autos fort. In geduckter Haltung bewegten sie sich im Zickzackkurs über eine halbe Stunde in Richtung Süden und Osten, bis sie das Terminalgebäude über eine Meile hinter sich gelassen hatten. Durch die Fahrerkabine eines Pickups hindurch spähten sie zum Stadtzentrum hinüber. Konnten sehen, wie der Mast dort Meter für Meter in die Höhe wuchs, während unsichtbare Arbeitskräfte von unten neue Bausegmente hinzufügten. Die Kameras waren bereits an der Spitze angebracht. Der Mast wankte kein bisschen, sondern stand kerzengerade, während er in die Höhe wuchs. Travis malte sich aus, wie vier Männer die Abspanndrähte festhielten, die aus dieser Entfernung nicht zu erkennen waren, Travis musterte die letzten Ausläufer der Stadt hinter ihnen. Auf dieser Seite des Flughafens gab es nur noch ein paar vereinzelte Wirtschaftsgebäude, die in der Nähe des Zauns verteilt standen. Dank ihres Zickzackkurses hatten sie die Stadtgrenzen weit hinter sich gelassen und waren bis zu einer Stelle gelangt, an der sich in der Gegenwart offene Wüste befinden dürfte. Die Gefahr, dort von irgendjemandem beobachtet zu werden, während sie aus der Iris stiegen, würde denkbar gering sein. Steigen wir hier hindurch, sagte Paige. Travis nickte. Bethany, die den Zylinder trug, kauerte sich auf ein Knie nieder und zielte zwischen den Autos hindurch, nur knapp über den Boden. Dann schaltete sie ihn an. Die Iris öffnete sich und brachte leeres Ödland zum Vorschein. Sie schienen von derselben Art Abendsonnenschein, in dem sie selbst gerade kauerten, etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. Worüber Travis kurz stutzte, weil es in der Gegenwart doch eine Stunde später war als auf dieser Seite. Ergo hätte es da drüben schon dunkel sein müssen. Da aber fiel es ihm wieder ein. In der Gegenwart war es zwar eine Stunde später, aber zugleich zwei Monate früher, August statt Oktober. Im August ging die Sonne viel später unter. Spät genug, um den Unterschied auszugleichen. Beiläufig kam ihm der Gedanke, dass viel abstraktes Denken von Nöten wäre, wenn diese Technologie von zwei feindlichen Streitkräften gegeneinander eingesetzt würde. Er kroch auf die Öffnung zu und spät hindurch auf das Humor der Gegenwart. Er spürte, wie ihm plötzlich eiskalt wurde. Scheiße, flüsterte er. Paige stürzte sofort an seine Seite. Bethany, der den Zylinder hielt, verharrte in drei Metern Entfernung. Was ist los? fragte sie ungeduldig. Eine ganze Zeit lang erhielt sie keine Antwort, während Paige und Travis starr verschreckt durch die Iris zu der lebenden Version der Stadt hinüberschauten, in der es vor Polizei und sogar Militärfahrzeugen aller Art nur so wimmelte. Blaulicht flackerte an hundert verschiedenen Stellen in der Abendluft und schon bei einem kurzen Blick in die Höhe sah Travis mindestens drei Hubschrauber, die oben am Himmel kreisten. Ich habe mich geirrt, sagte Travis. Sie haben uns in der Gegenwart sehr wohl eine Falle gestellt. Sie haben bloß gewartet, bis wir auf dieser Seite waren, um sie zugeschnappen zu lassen. Bethany schloss die Iris Eine Weile blieben sie bäuchlings auf der harten Erde liegen, ohne ein Wort zu sagen. Der Wind, der über die Autos hinweg fuhr, war auch unten am Boden schwach zu spüren. Inzwischen war er merklich kühler als noch vor zehn Minuten. Das dürfte eine Heimatschutzmaßnahme sein, sagte Bethany. Solche Maßnahmen kann der Präsident auf eigene Faust veranlassen, ohne Bevollmächtigung durch den Kongress. Sie werden sämtliche Zufahrtsstraßen nach Juma abgeriegelt und eine Ausgangssperre über die Stadt verhängt haben. Jeder, der im Umkreis von zehn oder fünfzehn Meilen um die Stadt herum unterwegs ist, wird angehalten und kontrolliert. Da sind unsere Fluchtaussichten auf dieser Seite wesentlich besser. Unsere Fluchtaussichten auf dieser Seite gehen gegen Null, wandte Page ein. Ich weiß, sagte Bethany lapidar. Travis richtete sich auf und warf in geduckter Haltung durch die Fahrkabine des Pickups einen Blick auf den stetig wachsenden Mast. Unmöglich zu sagen, wie hoch er bereits sein mochte. Doch schon jetzt war er höher als das fünfstöckige Hotel ein paar Straßen weiter. Er würde bald fertiggestellt sein und die Kameras oben an der Spitze waren und mit diesem Schutz würde es wohl in zwanzig oder dreißig Minuten vorbei sein. Welche Chancen bleiben uns, fragte Page, was können wir unternehmen, um sie vielleicht auszutricksen? Travis dachte angestrengt nach. Doch eine ganze Weile wollte ihm nichts einfallen. Dann lächelte er unvermittelt. Finn sah zu, wie der Mast nach und nach Gestalt annahm. Lambert und der andere Spezialist Miller arbeiteten schnell und effizient. Grayling, der Techniker, hatte die Kameras bereits an acht Laptops angeschlossen, die auf dem Gehsteig der Fourth Avenue aufgereiht standen, inmitten der länger werdenden Schatten der Geschäftsfassaden. Bisher konnten die Kameras noch nichts auflösen. Die Bildschirme der Laptops waren weiß, überwältigt von der Hintergrundwärme in der Wüste. Aber das würde sich schon bald ändern. Finn hatte insgesamt fünfzehn Männer durch die Öffnung mitgenommen. Drei errichteten und konfigurierten gerade den Mast, vier hielten die Abspanndrähte und die acht übrigen standen einfach nur da, bewaffnet mit Maschinenpistolen vom Typ Heckler und Koch MP5 und hielten sich in Bereitschaft, um jederzeit loszuspurten und die Zielpersonen auszuschalten. Falls der Zustand der Stadt die Männer emotional berührte, ließen sie sich jedenfalls nichts davon anmerken, was Finn bedauerlich fand. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn sie den Ansatz einer menschlichen Reaktion gezeigt hätten, wenn sie dem Leiden, das sich an diesem Ort abgespielt hatte, irgendwie Respekt gezollt hätten. Tief in ihrem Inneren, da war er sich sicher, konnte sie all das hier unmöglich kalt lassen. Dass sie sich von ihren Empfindungen in Gegenwart anderer nichts anmerken ließen, war nur menschlich. Und dennoch klammerte Finn sich an die Gewissheit, dass ein jeder von ihnen, wenn er in diesen Ruinen allein unterwegs gewesen wäre, seiner Erschütterung freien Lauf gelassen hätte. Zumindest half es ihm, sich dieser Vorstellung hinzugeben. Wir werden ihnen unnötige Schmerzen ersparen, sagte er und blickte zu den acht Bewaffneten hinüber. Miss Campbell und ihre Freunde sind keine schlechten Menschen. Sie unnötig leiden zu lassen. Sobald wir sie gefunden haben, schalten wir sie aus. Kurz und schmerzlos. Travis, Page und Bethany bewegten sich zwischen den Autos so rasch wie möglich nach Westen, von einer unteren Ecke der Stadt zu anderen. Die Durchfahrtsgassen zwischen den geparkten Autos verliefen in nördliche und südliche Richtung. Doch auch von Ost nach West konnte man mühelos hindurch gelangen. Die Fahrzeuge waren auch hier im selben Abstand voneinander abgestellt worden, wie auf jedem anderen Parkplatz, in dem Abstand, der erforderlich war, um die Autotüren zur Seite hin öffnen zu können. Ein allerletztes Mal, an jenem Tag, vor langer, langer Zeit. Sie huschten zwischen den Autos hindurch und überquerten alle paar Sekunden die breiteren Gassen. Dabei gingen sie von einer riskanten Annahme aus, dass Finzleute nämlich gar nicht selbst Ausschau nach ihnen hielten, sondern sich voll und ganz auf die Kameras verließen. Die Annahme war ebenso notwendig wie riskant. Um Travis' Plan in die Tat umzusetzen, mussten sie sich beeilen. Und das ging nur, wenn sie ihre Deckung zwischen den Autos zeitweilig aufgaben. Sie hasteten im Laufschritt zwischen den Autos dahin. Natürlich hätten sie noch schneller laufen können, aber der Plan macht es erforderlich, alle paar hundert Meter an Fahrzeugen kurz stehen zu bleiben, unter anderem. Für Travis gab es noch zwei andere Gründe, immer wieder halt zu machen. Er war auf der Suche nach zwei bestimmten Gegenständen, die er in Handschuhfächern zu finden hoffte. Den ersten entdeckte er schon nach wenigen Minuten. Bei dem zweiten dauerte es etwas länger, aber dann wurde er fündig. Er steckte beide Gegenstände ein und lief jetzt schneller weiter. Mit etwas Glück könnten sie zwei Meilen zurück legen, ehe die Kameras sie erkennen konnten, vielleicht sogar drei. Aber knapp würde es auf jeden Fall so oder so. Ob sein Plan aufging oder fehl schlug, würde am Ende von Minuten abhängen, vielleicht sogar von Sekunden, falls der Plan überhaupt funktionierte. Das Erste, was auf den Laptops zu weiten Gassen zwischen den Autos, die Schnur gerade wie rein auf einem Maisfeld einem Fluchtpunkt zustrebten. Damit hatte Finn schon gerechnet. Der Erdboden zwischen den Autos hatte jetzt seit mindestens einer Stunde im Schatten gelegen. Menschen würden hier noch immer nicht zu erkennen sein. Der Anzeige nach herrschte in den Gassen eine Temperatur von 38 Grad, während die Blechkarossen der Autos noch zwei Grad Finn kam der Gedanke, dass Paige Campbell und ihre Gefährten, wie vieles auch sein mochten, sich vielleicht in einem Gebäude in der Stadt verborgen hielten, was auf kurze Sicht Probleme aufwerfen konnte. Im Laufe des Tages hatten sich sämtliche Gebäude durch den Treibhauseffekt stark aufgeheizt. Die Temperatur in den Innenräumen dürfte um die 50 Grad betragen. Und bis sich diese Wärme durch geschlossene Fenster und Hauswände verzogen hatte, würde es etwas dauern. Auf längere Sicht aber war das überhaupt kein Problem. Wie lange konnten Miss Campbell und die anderen sich unter diesen Bedingungen versteckt halten? Dass sie sich mit Proviant und Wasser ausgerüstet hatten, war eher nicht zu vermuten. Und in Juma würden sie in der Hinsicht garantiert nicht mehr fündig. Falls es darauf hinaus lief geduldig abzuwarten, bis sie aus ihrem Versteck zum Vorschein kamen, wäre das in Ordnung. Entkommen könnten sie auf keinen Fall, weder drüben in der Gegenwart noch hier auf dieser Seite. Die Sache würde hier ein Ende finden, irgendwann in den nächsten 24 Stunden. Sein Gefühl aber sagte Finn, dass sie sich draußen zwischen den Autos befanden und dass sie irgendwie zu entkommen versuchten. Die Sache würde sehr, sehr schnell vorüber sein. Er starrte wieder auf die Laptops, verfolgte, wie sich die Kontraste der Gassen vertieften. Einige Abschnitte davon nahmen inzwischen eine andere Färbung an. 37 Grad Celsius. Sie beeilten sich, hasteten im Laufschritt dahin, blieben in Abständen immer wieder kurz stehen. Inzwischen befanden sie sich genau südlich der Stadt, zwei Meilen westlich von dem Punkt, von dem aus sie losgelaufen waren. Nicht weit genug, dachte Travis, nicht annähernd weit genug. Der Plan hatte einen entscheidenden Nachteil. Er würde ihre Position umgehend verraten, sobald sie ihn in die Tat umsetzten. Was vielleicht nicht weiter schlimm wäre, sofern der Plan funktionierte, sofern er sich auf Fins Leute sofort und auf überwältigende Weise auswirkte. Doch damit das geschehen konnte, müssten sie erst eine gewisse Entfernung zurücklegen. Der Pfad, dem sie bislang gefolgt waren, verlief in einer geraden Linie von Osten nach Westen, südlich von Juma. Je mehr sie diese Linie verlängern konnten, desto größer war die Aussicht, dass der Plan am Ende funktionierte. Entfernung und Zeit. Sie benötigten mehr von ersterer. Und die letzte ging ihnen langsam gerade den Horizont. Der Mast war komplett aufgebaut. Lambert und Miller hatten ihre MPs zur Hand genommen und sich zu den anderen Bewaffneten gestellt, während die vier übrigen Männer damit beschäftigt waren, die Abspanndrähte im Boden festzupflocken. Grayling hantierte unermüdlich an seinen Laptops, vorn übergebeugt und mit aufgeregtem Gesichtsausdruck. Finn konnte erkennen, dass die Temperatur in einigen Abschnitten der Gassen inzwischen nur nach 36 Grad betrug. Auch die Autos selbst waren auf etwa 38 Grad abgekühlt. Zweieinhalb Meilen. Vermutlich noch immer nicht genug. Wie viel genau genug sein würde, war unmöglich abzuschätzen. Der Plan würde funktionieren. Oder eben nicht. Die Sonne war untergegangen. Umgehend fühlte sich die Wüste kühler an, was aber wohl hauptsächlich auf einen psychologischen Effekt zurückzuführen war. Es hatte jetzt seit einer ganzen Weile kontinuierlich abgekühlt. Travis legte dem Vorüberlaufen kurz die Hand auf die Kühlerhaube eines Autos. Noch warm, aber nicht länger heiß. Dort! Grayling deutete aufgeregt auf dem Bildschirm des fünften Laptops. In süd-südwestlicher Richtung, anderthalb Meilen von hier! Er kauerte sich auf ein Knie und musterte eingehend den Bildschirm. Ich sehe drei von ihnen. Mein Gott, sie verstecken sehen. Sie sind in Bewegung, in Richtung Westen, zwischen den Autos hindurch. Als Rennen würde ich das nicht bezeichnen. Keine Ahnung, was sie da genau veranstalten. Als wären sie im Laufschritt unterwegs, in geduckter Haltung. Vielleicht sind sie erschöpft. Dann wird es nicht schwer sein, sie zu erwischen, sagte Finn. Er wandte sich um und hob den Zylinder auf, den er hinter sich auf dem Bordstein abgestellt hatte. Gleich darauf rannte er los, den Zylinder mit beiden Händen an sich gedrückt. Lambert, Miller und die übrigen Acht schlossen sich ihm an. Das würde ein Kinderspiel werden. Sie mussten einfach nur die Stadt verlassen und durch eine der Gassen zwischen den Autos nach Süden laufen, bis sie sich in Höhe der Ost-West-Linie befanden, auf der die anderen Garde zu flüchten versuchten. Dann müssten sie sie nur noch von hinten einholen, wobei es vermutlich sinnvoll wäre, bis zum letzten Moment auf einem Parallelpfad zehn Meter nördlich von ihnen zu bleiben, um auf gar keinen Fall gesehen zu werden. Finn nahm eine Hand vom Zylinder und griff in seine Jackentasche, um das Nachtsichtgerät herauszuholen, das er mitgebracht hatte. Er hängte es sich um den Hals. Noch war es nicht nötig. Schon in zehn Minuten aber würde es in der stockfinsteren Wüste unentbehrliche Dienste leisten. Auch seine Männer waren mit diesen Geräten ausgerüstet. Paige Campbell und ihre Freunde dagegen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Finn bedauerte sie unwillkürlich. Dieses Rennen war im Grunde schon von vornherein entschieden. Drei Meilen. Damit hatten sie drei Viertel der Stadt in einer geraden Linie passiert. Das Vorwärtskommen wurde zunehmend mühsamer. Ihre Muskeln schmerzten und zwischen den Autos senkte sich immer tieferer Schatten herab. Ohne jede Beleuchtung bot Juma im Dämmerlicht einen fremdartigen Anblick. Bloß niedrige schwarze Rechtecke vor dem sich verdunkelnden Himmel. Das endlose Meer von Autos um sie herum bildete eine einzige kompakte dunkle Masse. Der Wind hatte stark abgekühlt. Unter anderen Umständen hätten sie ihn wohl als angenehm empfunden. Travis blieb stehen. Mit Sicherheit hatten Finn und seine Leute sie inzwischen entdeckt und hatten ebenso sicher bereits die Verfolgung aufgenommen, befanden sich irgendwo da draußen zwischen den Autos, kamen unaufhaltsam näher. Auch Paige und Bethany blieben stehen. Die drei wechselten einen Finn stellte verblüfft fest, wie mühelos sich die Wüste durchqueren ließ. Die zentimeterdicke Schicht aus zerbröseltem Gummi, die Überreste einiger hundert Millionen Autoreifen gab eine weiche und jeden laut absorbierende Laufoberfläche ab. Seit Jahren schon, seit er sich damals in Washington niedergelassen hatte, war Finn ein passionierter Läufer. Eine Meile legte er in einer Zeit zwischen sechs Minuten dreißig und sechs Minuten fünfzig zurück. Seine Leute, von denen die meisten zwanzig Jahre jünger waren als er, konnten locker mit ihm Schritt halten. Ihren Spurt nach Süden hatten sie inzwischen beendet und befanden sich jetzt auf dem Weg nach Westen. Sie hatten ihren Nachtsichtgeräte aufgesetzt, durch die hindurch betrachtet die Wüste einen gespenstischen Anblick Boot. Die Autos waren bläulich weiß, während die Durchgänge dazwischen in sattes Indigo und Schwarz getaucht waren. Es war, als würden sie durch ein Foto negativ laufen. Finn hob eine Hand und die Männer hinter ihm blieben stehen. Nachdem er den Zylinder neben einem Pick-up abgestellt hatte, kletterte er auf die Seitenwand der Ladefläche. Er stützte sich an der Fahrkabine ab und ließ suchend den Blick umher schweifen. Himmel! Sie waren ganz in der Nähe. Sechs Autos westlich und vier Autos südlich von ihnen. Sie kauerten geduckt am Boden. Finn konnte nur die Reflexion ihrer Wärmesignatur an der Seite eines Minivans sehen. Wollten sie sich verstecken, weil sie ihn und seine Leute gehört hatten? Ausgeschlossen, entschied Finn. Sie konnten sie unmöglich gehört haben. Die Antwort war viel einfacher. Sie konnten ihren Weg in der Finsternis schlicht nicht fortsetzen. Kein Mond schien, kein Lichtschein ferner Städte glomm am Himmel. Die Sterne leuchteten zwar, aber Licht gaben sie so gut wie keines ab. Selbst nach Stunden der Gewöhnung an die Dunkelheit konnten menschliche Augen im Schein der Sterne nicht das geringste erkennen. Das wusste Finn aus eigener Erfahrung, die er an manch hatten Halt gemacht, weil sie einfach nicht weiter konnten. Sie kauerten tief geduckt am Boden und hofften, dass sie so unentdeckt blieben. Finn überlegte kurz, ob sie warten sollten, bis sie eingeschlafen waren. Dann könnten sie liquidiert werden, ohne etwas davon mitzubekommen, ohne das kurze Aufflackern von Todesangst, von dem ihre letzten Sekunden sonst geprägt sein würden, sobald das Feuer Person würde stundenlang dasitzen und ängstlich in die Finsternis lauschen, stets auf der Hut vor dem Geräusch von Schritten. Und das war auf seine Art auch qualvoll. Kein Grund, diese Qual unnötig zu verlängern. Er wandte sich um, um wieder von dem Pick-up herunter zu steigen, hielt aber dann inne. Er hatte etwas gerochen. Ganz kurz nur. Einen Geruch, der vom Autos hinweg nach Norden wehte. Er legte den Kopf schräg und schnupperte. Der Geruch, was immer es sein mochte, war nicht mehr wahrzunehmen. Er versuchte, ihn näher zu bestimmen, ausgehend von dem Hauch, den er wahrgenommen hatte. Irgendwie hatte ihn der Geruch an Waffenöl erinnert. Aber das traf es noch nicht ganz. Er schnupperte ein weiteres Mal. Vergeblich. Geruch von Millionen und Aber Millionen von Autos, die für alle Ewigkeit in der Wüste herum standen. Nur ganz flüchtig kamen ihm Zweifel an diesem Gedanken. Wie sollte sich nach über siebzig Jahren unter Sonne und Wind auch nur die Spur irgendeines Geruchs erhalten haben? Dann stieg er von dem Pickup herunter und gab den Männern Zeichen, ihm wieder zu folgen. Sie bogen vor dem Pickup ab und wandten sich nach Süden. Einen Durchgang nördlich der Reihe, in der die anderen kauerten, ließ Finn die Männer noch einmal anhalten und führte sie nach Westen. Sie würden einfach in dieselbe Reihe einbiegen wie Miss Campbell, wenn sie noch zwei Autos entfernt waren und die Leute dann kurzerhand überwältigen. Es würde in wenigen Sekunden vorüber sein, so kurz und schmerzlos, wie es unter diesen Umständen nur möglich war. Travis nahm den ersten Gegenstand aus der Hosentasche, den er aus dem Handschuhfach genommen hatte. Er schüttelte ihn neben seinem Ohr. Leer. Ganz wie erwartet. Obwohl es sich um ein so gut wie versiegeltes Behältnis handelte, war sein Inhalt vermutlich längst verdunstet. Selbst an einem vor Sonneneinstrahlung geschützten Aufbewahrungsort wie einem Handschuhfach. Es war nicht weiter schlimm. Der Gegenstand dürfte seinen Zweck hier auch so erfüllen. Er senkte ihn, bis er die Schicht aus reifen Krümeln am Boden beinahe berührte. Kurz vor dem Rand einer der breiten Gassen, die nach Norden und Süden führten, ließ Finn die Männer anhalten. Er konnte die Wärmesignatur ihrer Opfer an dem Minivan sehen, einen Durchgang weiter südlich und auf der anderen Seite der Gasse zwei Autos entfernt. Die Männer, da war er sich sicher, sahen die Signatur ebenfalls. Lange Absprachen waren nicht nötig. Sie wussten, was zu tun war. Finn trat in die Gasse vor und einen Schritt nach links, damit sie freie Bahn hatten. Gab ihnen mit der Hand ein Zeichen, in Aktion zu treten. Sie rückten vor, einer hinter dem anderen und bewegten sich schräg über die Gasse auf den Durchgang zu, in dem die Opfer kauerten. Lambert zierte bereits, als Finn einen Schritt zur Seite machte. Er pirschte lautlos vorwärts, ganz gemächlich, einen Schritt pro Sekunde. Es bestand kein Grund zur Eile. Er kam auf der Höhe des Durchgangs zwischen den letzten paar Autos an und konnte die klein, zierlich, kaute an der hinteren Ecke des Vans, halb dahinter verborgen. Sie könnte Probleme bereiten, wenn das Feuer zu rasch eröffnet wurde. Könnte weglaufen und sie zu einer und sei es auch noch so kurzen Verfolgungsjagd zwischen den Autos nötigen. Könnte das Feuer sogar erwidern. Diese Leute seien bewaffnet, hatte Finn gesagt. Es war wohl ratsamer, sie alle auf einmal zu erledigen. Lambert hob den Fuß, um den nächsten Schritt zu machen und hörte dabei ein leises Schmatzen vom Boden aufsteigen. Er sah nach unten, konnte dort durch sein Nachtsichtgerät nichts erkennen, blickte wieder hoch zu den Ziel Personen, die noch an die zehn Meter entfernt waren. Die größte der Personen, der Mann offenbar, nestelte am Boden herum. Es sah aus, als würde er irgendetwas in der Hand halten. Während die Männer an ihm vorbeizogen, trat Finn noch einen Schritt beiseite. Im Dunkel stieß er dabei mit dem Absatz gegen einen Gegenstand. Hohl anscheinend. Irgendetwas Großes, Leeres, aus Kunststoff, so leicht, dass es bei der Berührung durch seinen Fuß aus dem Weg geschoben wurde. Er senkte den Blick, konnte aber nicht sehen. Was immer sein, machte er, es hatte dieselbe Temperatur wie der Erdboden. Er ging in die Hocke, tastete herum, wurde fündig. Ein glatter Behälter mit einem Griff und einer Tülle. Er zog den Behälter näher an sein Gesicht und beim nächsten Atemzug wusste er genau, um was es sich handelte und auch, was für einen Geruch er 20 Sekunden zuvor auf der Ladefläche des Pickup wahrgenommen hatte. Travis war sich sicher, dass das alte Einweg Feuerzeugner funktionierte. Zumindest würde es Funken schlagen. Dem Feuerstein wie auch dem geriffelten Zündrad aus Metall dürften die letzten 73 Jahre hier in Juma wohl nichts angehabt haben. Weniger sicher war er sich, ob der Funke groß und langlebig genug sein würde, um die mit Benzing getränkten Reifenbrösel in Brand zu stecken. Er schnippte mit dem Daumen an dem Zündrad entlang, worauf ein Funke aufflammte, so winzig, dass er kaum aus dem Windschutz des Feuerzeugs zum Vorschein kam, ohne jede Auswirkung auf das Benzin. Er versuchte es noch einmal. Mit demselben Ergebnis. Lambert pirschte unbeirrt zwischen den Autos vorwärts, war jetzt nur noch sechs Meter von den Zielpersonen entfernt. Die zierliche Gestalt hinter dem Van war noch immer nicht sauber zu treffen. Was hatte der Typ da eigentlich in der Hand? Lambert konnte sehen, dass sich sein Daumen bewegte, an dem Ding, das er in der Hand hielt, herumschnippte. Jedes Mal sah er dabei durch sein Nachtsichtgerät einen winzigen Lichtpunkt aufleuchten. Auch der dritte Funke wollte nicht überspringen. Es funktionierte nicht, jedenfalls nicht so. Travis drückte die Spitze des Feuerzeugs mitten in die weichen Reifenbrösel, legte die Kuppe seines Zeigefingers auf das Zündrad und ließ seine Schulter nach unten schwang er mit dem Oberkörper im Uhrzeigersinn herum und hielt dabei den Finger bis zum letzten Moment auf das Rad gedrückt, damit der Schwung seiner Bewegung sich voll darauf auswirken konnte. Seine Fingerkuppe schrammte so brutal über das Metall, dass er sich um ein Haar die Haut an dem Zündrad aufgerissen hätte. Im selben Augenblick hörte er eine aufgeregte Stimme im Dunkel, nicht allzu weit weg. Ein Mann schrie »Rückzug antreten!« Lambert hörte Fins Rückzugsbefehl in genau dem Augenblick, als der Typ an der Seite des Vans seine Schulter senkte und mit dem Oberkörper herumschwang. Es war das Letzte, was er durch sein Nachtsichtgerät erkennen konnte. Gleich darauf war sein Gesichtsfeld von grellem weißem Licht erfüllt und eine jähe Hitze loderte an seinen Beinen und bis zur Hüfte empor. Travis hatte damit gerechnet, dass Fins Leute schon in der Nähe waren, vielleicht noch dreißig Meter von innen entfernt, vielleicht schon näher. Als die Benzinspur sich entzündete und in ihrem grellen Licht die Reihe der Männer zum Vorschein kam, die nur noch eine Fahrzeuglänge entfernt waren, war ihr Anblick ein kurzer Schock, aber nicht sonderlich überraschend. Travis schnellte noch immer in Kauerstellung zurück und prallte gegen Paige, die er dabei mit sich zurück riss. Er streckte noch rechtzeitig die linke Hand nach hinten aus und konnte sich abstützen, ehe er zu Boden ging. Dabei riss er gleichzeitig den rechten Arm in die Höhe, fasste Paige an der Schulter und stieß sie zur Seite um den Van herum, um sie mit Bethany zusammen auf die andere Seite des Fahrzeugs zu befördern, in Sicherheit. Dabei behielt er stets die Männer in den auflodernden Flammen im Blick, die jetzt eindeutig den Kürzeren gezogen hatten, obwohl sie ihn um ein Haar überrumpelt hätten. Sie prallten jäh zurück und ließen die Vordergriffe ihrer MPs los, um mit der linken Hand reflexhaft an ihre Augen zu greifen. Die obere Hälfte ihrer Gesichter waren geblendet und verwirrt und gleich würde ihre Kleidung Feuer fangen. Ihre Lage war alles andere als rosig. Aber sie waren nicht allein. Hinter den fünf Männern, die zwischen den Fahrzeugen in der Falle saßen, konnte Travis noch an die fünf Männer sehen, die nicht in den engen Zwischenraum vorgedrungen waren. Auch sie waren durch die plötzliche Helligkeit geblendet, aber noch längst All das erfasste Travis blitzschnell, noch während er Page zur Seite stieß und sein eigener Körper weiter einem unwiderstehlichen Rückwärtsdreil folgte. Dann vermochte sein linker Arm sein Gewicht nicht länger zu stützen. Seine Füße glitten auf den Gummibröseln aus und er landete mit voller Wucht auf dem Rücken, mitten auf der Flinte, die er um die Schulter gehängt hatte. Als die ersten Flammen aufloderten, hatte sich Finn, noch ehe er seinem Befehl zu Ende gebrüllt hatte, bereits das Nachtsichtgerät heruntergerissen. Er sah das Licht, das in etwa zwölf Metern Entfernung auf einmal gleißend hell aufflammte, und gleich darauf raste das Feuer auch schon auf ihn zu, breitete sich nicht nur auf seinem Pfad aus, sondern kam herangetoast wie ein Schnellzug, sehen, gelang es Finn nur mit knapper Not, sich mit einem Sprung zur Seite vor den Flammen zu retten. Lambert, Miller und die anderen drei hinter ihnen brannten fast umgehend lichterloh. Finn erkannte sofort, warum. Die Flammen schlugen nicht nur vom Boden unter ihnen in die Höhe, die Seiten der Fahrzeuge waren augenscheinig ebenfalls mit Benzin übergossen worden, sodass die Männer ringsum von einem Flammenmeer eingehüllt waren. Auch die fünf, die noch nicht zwischen die Fahrzeuge vorgedrungen waren, waren von der blendenden Helligkeit so überrumpelt, dass sie mit den Händen reflexhaft ihre Augen zu schützen versuchten, statt die Linsen der Nachtsichtgeräte, die sich zehn Zentimeter vor ihrer Stirn befanden. Finn hechtete auf sie zu, zerrte ihnen einem nach dem anderen das Nachtsichtgerät über die Stirn und stieß sie dann in den nächsten Durchgang zwischen den Autos. Das ist ein Ablenkungsmalöver, schrie er. Schnappt sie euch, verdammt, ehe sie uns entkommen können. Noch während Paige mit Bethany zusammen hinter dem Van zu Boden taumelte, bekam sie mit, wie Travis auf die Remington stürzte. Gleich nach der unsanften, halb zur Seite gekippten Landung auf ihrem Hinterteil stemmte sie beide Hände neben sich auf dem Boden ab und stieß sich in einer fließenden Bewegung wieder zu einer hockenden Haltung in die Höhe, aus der sie sich wie eine hochschnellende Feder zur voller Größe aufrichtete. Reflexhaft zog sie dabei die Sicksauer aus ihrem Hosenbund. Sie hörte, wie Finn irgendetwas von einem Ablenkungsmanöver brüllte. Sie trat hinter dem Van hervor und war, wie Travis, der direkt neben ihr auf dem Boden lag, sich umzudrehen versuchte, um die Flinte zu greifen zu bekommen, aber ihre Aufmerksamkeit wurde gerade durch ganz andere Vorgänge beansprucht. Die Flammenspur, die sich rasend schnell durch die Wüste vorwärts fräste, wie das Rückstoßfeuer einer Rakete. Die fünf Männer in dem Flammenmeer, die verzweifelt an Reißverschlüssen und Knöpfen herumnestelten, um sich ihrer brennenden Kleidung zu entledigen, während sie einander in dem engen Raum zwischen den Autos immer wieder in die Quere kamen. Die anderen fünf Männer, die nicht in Flammen standen, inzwischen sogar ihre Nachtsichtgeräte abgenommen hatten, eben jetzt wandten sie sich um und kamen wieder auf den Van zugelaufen, durch den nächsten freien Durchgang zwischen den Fahrzeugen, angetrieben von Finn. Finn. Er war ganz in der Nähe, gleich hinter dem Kleinwagen und dem tiefer gelegten Sportflitzer, über davon abgestellt war. Er war noch zehn Meter entfernt und hielt den anderen Zylinder umklammert. Einen Moment lang sah Paige ihm direkt ins Gesicht, während sie mit der Sigg in den freien Raum zwischen den herumstürmenden Männern und Finn zielte. Es fühlte sich an wie eine Schnittstelle in der Zeit, der letzte Punkt, an dem noch alle Möglichkeiten offen standen. Dann gewann ihre Schießausbildung die Oberhand. Es war nicht nur auf einmal einfach. Sehr, sehr einfach. Vor ihr befanden sich Ziele. Einige der Ziele waren bedrohlich, andere nicht. Einige Bedrohungen waren unmittelbarer als die anderen. Die unmittelbarste Gefahr ging von dem Mann aus, der den Pulk zwischen den Autos anführte, noch etwa sechs Meter entfernt und rasch näher kommt. Jetzt hob er seine MP5, den Page benötigte nur eine Viertel Sekunde, um ihr Handgelenk leicht herumzurücken. Dann drückte sie ab. Die Kugel drang die Stirn des Anführers ein wie ein Finger, der in die weiche Kruste einer Pastete starb. Zerschmetterte den Schädelknochen mit brutaler Wucht nach innen. Sein Kopf schnappte zurück. Aber sein Körper blieb nicht stehen, taumelte bereits zu Boden, weil er jetzt nur noch einfachsten Gesetzen der Physik gehorchte. Losgekoppelt von allem, was sich noch zwischen seinen Ohren befinden mochte. Bleiben noch vier Männer. Zwei von ihnen drängten weiter zwischen den Autos heran, aber nicht die beiden anderen. Sie verlangsamten ihren Lauf, ließen sich zurückfallen, wandten sich zu Finn um, offensichtlich beunruhigt. Sie fand sich unverändert in ihrer Schusslinie, war unverändert ein Ziel. Doch da waren zunächst noch Bedrohungen, unmittelbare Bedrohungen. Page zielte über den zusammensackenden Körper des ersten Mannes hinweg auf den zweiten, anderthalb Meter hinter ihm, und feuerte erneut. Er wischte ihn direkt vor dem Ohr. Die Eintrittswunde war klein. Im Schein des Feuers jedoch konnte sie sehen, wie am Hinterkopf der Inhalt seines Schädels in einem unordentlichen Schwall herausspritzte. Dann änderte sich die Lage unvermittelt. Die beiden Männer direkt vor Finn packten ihn, zerrten ihn nach unten und entfernten sich eilig mit ihm. Page sah, wie sie sich hektisch umsahen, die beste Route suchten, die in Sicherheit führte, in Deckung und möglichst weit weg. Im selben Augenblick ließ sich der dritte Mann zwischen den Autos fallen, schneller sogar als seine beiden Kollegen, nachdem sie tödlich getroffen worden waren. Er suchte auf dem Boden Schutz, um nicht länger in ihrer Schusslinie zu sein. Er war noch nicht bei dem Kleinwagen angelangt, befand sich noch neben dem niedrigen Sportflitzer. Der Abstand zwischen ihm und dem nächsten Fahrzeug war gering. Doch als Page die Sick senkte, um ihm dorthin zu folgen, schob sich das Dach des Kleinwagens vor ihre Zielvorrichtung und verdeckte ihre Schussbahn. Sie feuerte trotzdem, gab drei Schüsse in rascher Folge ab. Sie sah, wie sie das Autodach durchschlugen, dabei aber von ihrer Flugbahn extrem abgelenkt wurden. Am Autodach vorbei konnte sie sehen, wie der Mann weiter ungehindert näher kam. Zugleich begriff sie, dass ihr Feuer erwiderte, hechtete sie zur Seite. Die Fenster des Kleinwagens zerbarsten in tausend Splitter. Paige landete wieder hinter dem Van auf der Erde, unweit von Bethany, und zwar härter als beabsichtigt. Sie hatte blitzschnell in Deckung gehen müssen, ohne auf die Koordination achten zu können, und das würde sich jetzt rächen, weil sie sich nicht mehr rechtzeitig würde aufrichten können, sich nicht einmal gut anderthalb Sekunden brauchen, und bis dahin wäre der Verfolger längst um die Rückseite des Wagens herum gekommen. Sie sah es vor sie, wie in einem Albtraum, noch immer nicht verlangsamt, bloß klar und deutlich, qualvoll deutlich. Es gelang ihr, den Kopf zu wenden und aus den äußeren Augenwinkeln einen Blick hinter sich zu werfen. Der Bewaffnete war bereits dort, passierte gerade ein Feuer zu eröffnen, explodierte sein Kopf. ging so schnell, dass Page in der Finsternis hinter der Stoßstange des Vans um ein Haar, das Mündungsfeuer der Repetierflinte übersehen hätte. Gleich darauf stand Travis aufrecht da, lud die Flinte ein weiteres Mal durch und zielte mit dem Lauf über dem Dach des Kleinwagens in alle Richtungen, auf der Suche nach Finn. Aber Page Travis von den Augen ablesen. Das Geschrei mehrerer Stimmen drang in ihr Bewusstsein. Sie merkte, dass sie dieses Geschrei schon seit Sekunden hörte, aber bislang noch gar nicht zur Kenntnis genommen hatte, weil es nicht Teil des einfachen Bildes gewesen war. Sie sah, wie Travis den Blick seitlich neben den Van richtete, und da begriff sie, was es mit dem Geschrei auf sich hatte. Es Travis richtete den Lauf der Flinte in ihre Richtung und feuerte die restlichen Patronen aus dem Magazin auf sie ab, wobei ihre Durchschlagskraft ausreichte, um mit vier Schüssen fünf Menschen zu töten. Vermutlich hätten sogar zwei oder drei Schüsse genügt. Das Geschrei hörte auf. Travis hängte sich die Flinte wieder um die Schulter, drehte sich um und streckte Page und Bethany die Hand entgegen, um ihnen beim Aufstehen behilflich zu sein. Page sah sich schweigend um, musterte die Leichen in der Feuersbrunst, die Leichen neben dem Sportwagen, den leeren Raum, wo sich eben noch Finn und die beiden anderen Männer befunden hatten. Ihr Blick folgte der Feuerspur. Kaum fünfzehn Sekunden waren verstrichen, seit Travis sie entzündet hatte, doch bereits jetzt erstreckte sie sich hunderte von Metern weit. Page konnte sehen, wie sich die Flammen noch immer rasend schnell ihrem Ziel näherten. Dem Ort, wo sie begonnen hatten, Benzinkanister in einer breiten Spur zwischen den Autos auszukippen. Bereits jetzt waren die Flammen dazu übergegangen, sich von der eigentlichen Spur zur Seite hin auszubreiten und auf die Autos überzugreifen, die denkbar leicht entzündlich waren. Ihre Motoren, Tanks und Benzinleitungen waren mit längst vertrockneten Benzin- und Ölspuren verkrustet. Auch die seit Jahrzehnten der Sonne ausgesetzten Polster und Stoffbezüge im Inneren der Autos brannten wie Zunder. Und dann war da noch der Boden der Wüste selbst. Ein dichter Flor aus zerkrümeltem Reifengummi, staubtrocken und porös nach siebzig Jahren direkter Sonneneinstrahlung. Auf dieser trockenen Unterlage breitete sich die Feuersbrunst angefacht vom Wind vor allem in nördliche Richtung aus. Noch recht langsam, wie es schien, in gemächlichem Schlendertempo. Doch das täuschte, wie Page wusste. Wenn es erst einmal richtig brannte, würde sich das Feuer wesentlich rascher ausbreiten. Unmittelbar vor sich sah sie bereits, was der rasenden Ausbreitung des Brandes weiter Vorschub leisten Lagens wirbelten brennende Flocken des Schaumstoffs, mit dem die Sitze gepolstert waren, in der Nachtluft in die Höhe, wurden von dem Wind davongetragen und sanken erst hunderte Meter weiter nördlich wieder in die Tiefe. Sie blickte an der langen Reihe von Autos entlang, die bereits brannten, und sah, dass sich auch dort, während die Fenster nach und nach in der Hitze des Feuers barsten, überall das gleiche Spektakel abspielte. Travis später ein letztes Mal suchend gen Norden in die Finsternis, die Hände zum Schutz vor dem grellen Licht der Flammen links und rechts um die Augen gelegt. Von Finn und seinen Männern fehlte jede Spur. Auch um sie herum fing der Bodenbelag aus porösen Gummistücken nun langsam an zu brennen. Höchste Zeit, sich aus dem riefen sie los in Richtung Süden. Die um sich greifende Feuersbrunst erhellte ihnen den Weg. Eigentlich hatte der Plan ein viel simpleres Ziel verfolgt. Der Grundgedanke jedenfalls war denkbar schlicht gewesen, eine langgezogene Flammenspur südlich der Stadt zu ziehen, die sich mit Hilfe des Windes nach Norden ausbreiten würde, und zwar hoffentlich so rasch, dass Finns improvisierte Operationsbasis dadurch außer Gefecht gesetzt würde, vor allem der Kameramast. Diese Feuerspur möglichst lang zu ziehen, schien aus zwei Gründen erforderlich. Zum einen, um die Chancen zu erhöhen, so die gesamte Stadt in Brand zu stecken. Zum anderen, um einen breiten Hitzevorhang zu erzeugen, hinter dem sie sich vor Finns Leuten verbergen konnten. So zumindest hatte Travis es sich ursprünglich vorgestellt, selbst unter der Annahme, dass Fin und seine Leute sich bereits auf sie zubewegten. Hätten sich die Verfolger noch eine Viertelmeile weiter nördlich befunden, als die Feuerwand emporflammte, hätten sie sofort gesehen, an welcher Stelle das Feuer entzündet worden war und hätten direkt loslaufen können, um ihre Opfer zu töten. Ein am Kameramast zurückgebliebener Techniker hätte sie über Funk in ihre Richtung dirigiert oder es immerhin versucht. Aber das wäre durch die Feuersbrunst vereitelt worden, weil die Kameras südlich davon nicht das geringste hätten wahrnehmen können. Unterdessen hätten Travis, Paige und Bethany sich so schnell wie möglich an irgendeinen Ort südlich des Feuers in Sicherheit bringen und dort verschanzen können, um in Ruhe abzuwarten, bis die Stadt restlos niedergebrannt war. Danach hätten sie dann gefahrlos entkommen können. Wäre alles so gekommen, hätte der Plan vermutlich ganz gut funktioniert. Das Erwartungen. Finn hatte acht Männer verloren, während sie selbst mit heiler Haut davongekommen waren, einmal abgesehen von der Prellung an Travis' Rücken. Unterm Strich konnten sie mit dem Ergebnis der Konfrontation mehr als zufrieden sein. Nachdem sie sich vor dem Feuer im Laufschritt in Sicherheit gebracht hatten, machten sie nach etwa 200 Metern Halt. Sie drehten sich um und betrachteten die Flammen im Norden. Mein Gott, sagte Travis. Am meisten verblüffte ihnen, wie hoch die Feuersbrunst inzwischen loderte. Als sie eben losgerannt waren, hatten die Flammen gerade die Dächer der höchsten Fahrzeuge erreicht. Mittlerweile loderten sie doppelt so hoch gen Himmel. Von der Stelle aus, an der sie jetzt standen, konnten sie die gesamte Spur überblicken, die sich drei Meilen weit bis nach Osten hin zog und eine lückenlose Wand aus Feuer bildete. Aus allen Fahrzeugen entlang dieser Linie schlugen hohe Flammen aus den geborstenen Fenstern. Da von diesem Standort aus nicht zu erkennen war, ob und wie sich das Feuer nach Norden ausbreitete, machten sie sich auf den Weg nach Westen, um von dort aus einen besseren Überblick zu gewinnen. Travis ermahnte sie auf jeden Fall hinter dem schützenden Hitzevorhang des Feuers zu bleiben, um nicht doch noch von jemandem entdeckt zu werden, der die Übertragung der Wärmebildkameras an dem Mast im Auge behielt. Vorausgesetzt natürlich, dass dieser jemand angesichts des Feuers nicht gerade ganz andere Sorgen hatte. Nachdem sie nur wenige Meter nach Westen zurückgelegt hatten, blieben sie stehen und blickten sich erneut um. Damit waren alle Fragen beantwortet. Das Feuer breitete sich mit einem Tempo nach Norden aus, das ihre kühnsten Hoffnungen übertraf. Durch den Funkenflug waren hier und da einzelne Brände entstanden, die bis zu einer halben Meile von der eigentlichen Feuerspur entfernt waren und inzwischen bereits zu mächtigen Feuersbrünsten angewachsen waren, die über einem Dutzend Autos zum Himmel aufloderten und sich über die reifen Krümel rasch nach allen Seiten hin ausbreiteten. Von diesen Feuersbrünsten wiederum sprühte tausendfältiger Funkenflug auf, der in der Finsternis auf Juma zugetrieben wurde. Die Stadt, das war abzusehen, würde in spätestens fünf Minuten in Flammen stehen. Das waren die guten Neuigkeiten. Leider gab es auch ausgesprochen üble Neuigkeiten. Travis sah, dass sich das Feuer nicht bloß nach Norden hin ausbreitete. Dieses Problem hatte er zwar vorhergesehen, weil es unvermeidlich war, dabei aber gehofft, dass sich das Feuer in die anderen Richtungen nur mäßig ausbreiten würde. Danach sah es aber ganz und gar nicht aus. Die ursprüngliche Feuerspur hatte nach Süden hin auf mindestens vier Reihen Fahrzeuge übergegriffen und sich auch schon einige Reihen nach Westen hin ausgedehnt, wobei das Feuer sogar die breiten in Nord-Süd Richtung verlaufenden Durchfahrtsgassen überquert hatte. Je heißer das Feuer brannte, desto rascher breitete es sich über die trockenen Reifenbrösel aus. Auf einmal gab es einen dumpfen Knall, begleitet von einem grellen Feuerball, der etwa fünfzehn Meter seitlich der ursprünglichen Feuerspur aufstieg. In irgendeinem Kofferraum war ein gefüllter Benzinkanister in der Hitze explodiert. Das brennende Benzin spritzte nun in einem Umkreis von fünfzehn Metern in alle Richtungen. Fünf Sekunden später erfolgte die nächste Explosion, diesmal am südlichen Rand der Spur. Im Nu stand ein weiteres halbes Dutzend Fahrzeuge in Flammen. »Wir sollten wohl besser machen, dass wir verschwinden, sagte Paige. Sie liefen los nach Westen. Dort war Weg in die Stadt her vertraut. Dort würden sie weder unvermutet auf den Rand eines Canyons noch auf schroff aufragende Berge stoßen. Nach ein paar Minuten machten sie noch einmal Halt, um sich für den letzten Teil des Plans auszurüsten. Mit Fahrrädern. An diesen bestand zwar kein Mangel, sie waren überall inmitten der Autos zu sehen, doch meist handelte es sich um Kindermodelle oder um Erwachsenen Fahrräder mit unbrauchbaren Sätteln, die nur noch aus Springfedern und Resten von Schaumstoff bestanden, weil der Bezug längst in der Glut der Sonne zerfallen war. Schließlich fanden sie drei Mountainbikes, deren Kunststoffsättel die Jahrzehnte unversehrt überstanden hatten. Zwei waren hinten an einem Kofferraumhalter montiert, das dritte lag auf der Ladefläche eines Pickups 20 Meter weiter weg. Von den Reifen der Fahrräder war natürlich nichts mehr übrig. Doch da der Boden der Wüste so dicht mit Gummikrümeln bedeckt war, hoffte Travis, dass auch auf den Felgen eine halbwegs komfortable Fahrt möglich sein würde. Aus seiner Hosentasche zog er den zweiten Gegenstand, nachdem er zuvor in den Handschuhfächern Ausschau gehalten hatte, eine kleine Dose Kriechöl. In der Wüstenluft waren die Fahrräder bestens erhalten geblieben, doch das Öl, mit dem ihre Ketten, Schaltungen und Lager einst geschmiert waren, hatte sich in der Sonne längst verflüchtigt. Minutenlang hantierte Travis mit der Dose, um diese Teile gründlich einzuölen. Dann hob er ein Fahrrad am Hinterrad in die Höhe und bewegte die Pedale vorwärts. Nach anfänglichem kurzen Knarren hatte sich das Öl im Tretlager verteilt und alles drehte sich einwandfrei, Pedale, Kette und Hinterrad. Geradezu unheimlich, dass Dinge in Juma über einen so langen Zeitraum hinweg ohne nennenswerte Schäden überdauern konnten. Travis fragte sich unwillkürlich, ob der Umstand, dass Metall und andere Stoffe an diesem Ort keinerlei Zerfall ausgesetzt waren, wohl irgendeine Rolle gespielt haben mochte. Falls das ein Teil des Puzzles war, sah er jedoch nicht, inwiefern es hineinpasste. Bislang aber passte auch sonst noch nichts hinein. Sie stiegen auf die Fahrräder und sahen sich noch einmal zu der Stadt um. Das Feuer, das inzwischen gigantische Ausmaße angenommen hatte, wütete auf breiter Front. Von der anfänglichen Feuerspur war nichts mehr zu erkennen. Stattdessen bildete das Feuer ein riesiges, unförmiges Oval, das sich in einem weiten Bogen über die drei Meilen im Süden erstreckte und sich nach Norden hin radikal ausdehnte, in einzelnen Ausläufern und flammenden Inseln, die inzwischen bis ins Stadtzentrum reichten. An manchen Stellen des Feuersturms schlugen die Flammen an die Hundert Meter empor, und darüber hing eine Rauchsäule, die an die apokalyptischen Weissagungen im letzten Buch des Neuen Testaments erinnerte. Das Inferno loderte bis zu dem Rauch hinauf, vermischte sich damit, beleuchtete ihn von innen und von außen. Der helle Feuerschein fiel auf die zahllosen Autos im weiten Umkreis und spiegelte sich in Millionen von Windschutzscheiben wieder, sodass die Rauchsäule über der Wüste bis in eine Höhe von drei oder vier Meilen geisterhaft erleuchtet wurde. An den Rändern breitete sich das Feuer nach wie vor rasend schnell aus. Ohne die Fahrräder würden sie jetzt wohl in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ich bin ja noch nicht so lange bei Tangent, sagte Bethany. Gerät man da als Mitarbeiter häufiger in solche Situationen? Nicht so häufig, erwiderte Paige. So was passiert anscheinend hauptsächlich, wenn ich in der Nähe bin, warf Travis ein. Sie beobachteten das Spektakel noch einen Moment. Dann wandten sie sich um, klappten die Fahrradständer hoch und strampelten los, so schnell sie nur konnten. Schon lange, ehe er am südlichen Stadtrand ankam, war Finn sich darüber im Klaren, dass alles gegen ihn arbeitete. Weil sich das Feuer nicht bloß mit linearer, sondern exponentieller Geschwindigkeit ausbreitete. Brennende Scharmstoff Partikel, manche so groß wie Taschentücher, von Autositzen, regneten ringsherum zu allen Seiten und auch weit vor ihm auf die Wüste nieder. Er rannte, begleitet von Rays und Hand, den beiden verbliebenen Männern aus seiner Truppe, auf einer der breiten Durchfahrtsgassen nach Norden. Vor ihnen, gerade noch sichtbar über dem Hindernis Parcours aus vereinzelten Bränden, ragte unverändert der Kameramast in die Höhe. Seine Aluminiumverstrebungen schimmerten im gelben Feuerschein. Vielleicht hielten sich Grayling und die übrigen vier ja noch dort auf. Falls nicht, würde es ein unlösbares Problem darstellen, sie in der Stadt ausfindig zu machen. Hätte er doch bloß eins der verfluchten Funkgeräte mitgenommen. Das hatte er schlicht vergessen. Doch er hätte sich wohl in jedem Fall dagegen entschieden, um Paige Campbell und die anderen auf keinen Fall vorab durch das Rauschen zu warnen. Bei aller Voraussicht, wie hätte erahnen sollen, dass eine Situation wie die gegenwärtige eintreten würde. Direkt vor ihnen krochen zwei Feuerwände von links und rechts aufeinander zu, schlossen zusehends die Lücke, die noch zwischen ihnen bestand. Die Feuer von außen zum Runden würde sie mindestens eine halbe Minute kosten. Der Weg durch die Mitte, geradeaus durch die Gasse, auf der er mit den anderen unterwegs war, war der kürzeste. Aber die Lücke schrumpfte. Und zwar rasend schnell. Finn bemühte sich, sein Tempo zu beschleunigen. Aber das war so gut wie unmöglich. Es fiel ihm schon schwer genug, halbwegs ruhig zu atmen. Die Luft war vom Rauch brennender Gummipartikel erfüllt. Er konnte spüren, wie dieser Qualm sich wie ein Film auf seiner Haut ablagerte. Konnte ihn auch in den Augen und in seinem Haar spüren. Das Zeug war mit Sicherheit leicht entflammbar und sickerte mit jeder Sekunde tiefer in seine Kleidung ein. Noch dreißig Meter bis zu der Lücke, die lediglich so breit war wie die Gasse selbst. Die Autos zu beiden Seiten brannten bereits lichterloh. Noch zwanzig Meter. Noch zehn. Sie passierten geradezu dritt nebeneinander die Lücke, als im Kofferraum eines der Fahrzeuge etwas explodierte, worauf ein Regen aus brennendem Benzin in alle Richtungen spritzte. Finn gelang es, den Feuerzungen gerade noch zu entkommen und er ging davon aus, dass das auch seinen beiden Männern gelungen war. Dann hörte er Reys schreien. Er bremste so abrupt ab, dass er beinahe auf dem immer glitschiger werdenden Gummibelag am Boden ausrutschte und sah sich um. Reys lag am Boden. Seine Kleidung brannte. Er wälzte sich hin und her, um die Flammen zu ersticken, aber das nützte nichts. Im Gegenteil, bei jeder Berührung setzte er stattdessen alles um sich herum in Brand. Die Reifenkrümel gaben in ihrem halbgeschmolzenen Zustand die Öle frei, aus denen sie zusammengesetzt waren. Sie entzündeten sich beim geringsten Kontakt. Am Rand seines Gesichtsfelds nahm Finn wahr, wie Hunt zurückspurtete, um Reys zu helfen. Er konnte ihm nicht einmal mehr eine Warnung zubrüllen. Gleich darauf waren beide von Flammen eingehüllt. Finn trat dennoch einen Schritt auf sie zu. Eine unwillkürliche Bewegung, nicht einmal eine Geste, bestenfalls ein Wunsch. Er konnte nichts tun, hatte nicht einmal eine Waffe, um die beiden von ihren Leiden zu erlösen. Der nächste Kofferraum explodierte ganz in der Nähe. Hier konnte er unmöglich bleiben. Grayling und die anderen waren vielleicht noch zu retten. Er machte Kehrt und rannte wieder los in Richtung Norden. Eine Minute später umrundete er ein weiteres Feuer und kam zum südlichen Ende der Fourth Avenue. Er sah sofort, dass es hoffnungslos war. Die gesamte Stadt brannte bereits. Jedes einzelne Gebäude, jedes einzelne Auto in den Straßen. Weit vor sich konnte er Graylings Laptops erkennen, die gerade in den Flammen zusammenschmolzen. Von Grayling selbst war nichts zu sehen. Und auch nicht von den anderen Vieren. Sie hatten die Flucht ergriffen. Sie würden es nicht schaffen. Es gab kein Entkommen aus den Flammen, egal in welche Richtung. Finn starrte die Knochenhaufen an, die sich an den Gebäuden türmten. Aus Erdgeschoss Fenster und schlagende Flammen loderten und züngelten dazwischen umher, schwärzten sie ein, flackerten gespenstisch hinter Rippen hervor, leckten wie dünne Schlangenzungen aus den Mündern und Augenhöhlen von Schädeln heraus. Er richtete den Zylinder aus und schaltete ihn ein. Der Gummibelag in der Wüste konnte die fehlenden Fahrradreifen nicht ersetzen. Und trotzdem war dieses holprige Fahren immer noch besser, als zu Fuß unterwegs zu sein. Travis, Page und Bethany radelten Richtung Norden zum westlichen Rand der Stadt, wobei sie einen weiten Bogen um die Vororte machten. Unweit der Stelle, an der sie vor nicht allzu langer Zeit, technisch gesehen allerdings 73 Jahre und zwei Monate zuvor, am Straßenrand angehalten hatten, erreichten sie die I-8 und wandten sich dort nach Westen, in Richtung Imperial, Kalifornien oder was davon noch übrig sein mochte. Sie waren die halbe Nacht lang unterwegs. Auf dem harten Wüstenboden gleich neben der Straße schafften sie etwa zehn Meilen in der Stunde. Der Asphalt selbst war zu hart für die Felgen. Jedes Mal, wenn sie eine Pause einlegten, sahen sie sich nach dem Feuer rum. Es breitete sich Meile um Meile aus, was auch jetzt noch zu erkennen war, während sie sich immer weiter davon entfernten. Noch nie im Leben hatte Travis ein so eindrucksvolles Schauspiel gesehen. Der zentrale Kern des Feuersturms musste inzwischen über 300 Meter zum Himmel emporludern, wie ein gigantisches Lagerfeuer, in dem man einen Berg hätte unterbringen können. Zehn Meilen vor Imperial gelangten sie an den äußeren Rand der abgestellten Fahrzeuge. Das Ende verlief in einer mehr oder weniger geraden Linie und verlor sich im Dunkel nördlich und südlich der I-Art. Sie fuhren weiter auf die Stadt zu. Von den künstlich bewässerten Nutzflächen, die sich einst im Umland befunden hatten, war nichts mehr übrig. Nicht einmal der frühere Übergang zur Wüste war noch zu erkennen. Inzwischen bestand das gesamte Umland aus Wüste. Imperial war Leichen. Sie fuhren durch die Stillen vom Zwielicht des in der Ferne wütenden Feuers dämmerig erhellten Straßen. Als sie am Hof einer Spedition vorbeikamen, schreckten sie eine Eule aus den Kisten auf, die dort aufgestapelt standen. Erhaschten gerade noch einen Blick auf ihr helles Gesicht mit den tief fliegenden dunklen Augen und dann war sie auch schon fort, mit schweren Flügelschlägen in der Nacht verschwunden. Sie fuhren weiter bis zu einem Gelände, das ihrer Einschätzung nach einst landwirtschaftlich genutzt worden war, und entledigten sich der Fahrräder. In der Mitte der Fläche öffneten sie die Iris, stiegen hindurch und stellten fest, dass sie sich inmitten dichter rein, feucht benetzter Baumwollpflanzen befanden, 30 Meter von einer großen mobilen Beregnungsanlage entfernt, die gemächlich über das Feld dahinrollte. Travis ließ spähend den Blick umherschweifen. Weder das Flackern von Blaulichtern noch die Scheinwerferkegel irgendwelcher Hubschrauber waren in der Umgebung zu sehen. Der Großeinsatz im Namen der Heimatschutzbehörde konzentrierte sich offenbar ganz auf Juma, das 50 Meilen weiter östlich lag. Sie marschierten zurück in die Stadt und fanden etwas abseits des Highway ein Motel, das Zimmer auch ohne Vorlage von Ausweisen vermietete. Sie mieteten sich ein Zimmer mit zwei Doppelbetten. Dem Wecker auf dem Nachttisch zufolge war es halb drei Uhr früh. Paige und Bettany teilten sich das eine Bett, Travis nahm das andere. Vollständig bekleidet ließen sie sich auf die Tagestecken fallen und waren im nächsten Moment eingeschlafen. Finn hatte pausenlos telefoniert. Auf dem gesamten Rückflug von Juma und dann über anderthalb Stunden von seinem Büro aus. Jetzt stand er auf seinem Balkon hoch über Washington und blickte auf all die Gebäude, in denen er in den letzten Stunden mit wichtigen Leuten telefoniert hatte. Umrisshaft zeichneten sie sich leuchtet. Einen Anruf musste er noch tätigen. Er stützte den Arm auf die Brüstung. Er wählte. Nach dreimaligem Leuten meldete sich eine Stimme. Isaac? Ja, sagte Finn. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen und mit allen anderen maßgeblichen Leuten. Wir sind zu einer Einigung gekommen. Besonders glücklich sind wir nicht damit, aber eine andere Möglichkeit bietet sich derzeit nicht. Paige Campbell und ihre Freunde waren mehrere Stunden in Yuma und jetzt haben sie sich längst aus dem Staub gemacht. Wir wissen nicht, was sie dort gesehen haben und auch nicht, mit wem sie bereits Kontakt aufgenommen haben. Die meisten wichtigen Leute sind auf unserer Seite, aber längst nicht alle. Wenn zu viel Zeit verstreicht, könnten diese anderen Leute uns schaden. Sie könnten das gesamte Projekt sabotieren. Er können nicht so lange warten wie ursprünglich geplant, sagte er. Umbra muss jetzt in die Tat umgesetzt werden. Umgehend. Am anderen Ende der Leitung schnappte jemand erschrocken nach Luft. Aber es ist noch nicht bereit. Ganze Segmente des Plans Die Grundlagen stehen fest, fiel Finn seinem Gegenüber resolut ins Wort. Im Prinzip kann es funktionieren und in gewisser Hinsicht haben wir jetzt einen Zielort reisen und uns ansehen wie es dort 2084 aussieht. Wer weiß, was wir auf diese Weise lernen können. Willst du jetzt schon hinreisen? Die nächsten 24 Stunden bleibe ich erstmal in Washington, weil ich damit rechne, dass Miss Campbell wieder hier auftaucht und versuchen wird, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, in der Hoffnung, ihnen vertrauen zu können. Wobei ich bezweifle, dass nicht zuversichtlich, dass sie irgendwann ins Stolpern geraten werden. Am anderen Ende blieb es länger still. Ein Schweigen, das Unschlüssigkeit verriet. Widerstreben, schließlich Einverständnis. Carrie leitet an seinem Posten bereits alles Nötige in die Wege, sagte Finn. Wie lange wirst du brauchen? Wie lange wird es dauern, den Plan tatsächlich in Gang zu setzen? Wieder ein längeres Schweigen, dann einen Tag oder zwei, vielleicht auch kürzer. Mein Gott, setzen wir das wirklich in die Tat um? Die Stimme klang ebenso ängstlich wie aufgeregt. Ja, wir setzen das wirklich in die Tat um. Ein so überstürztes Vorgehen hätte wohl keiner von uns befürwortet, aber wenn man vor der Wahl steht, es entweder so oder gar nicht zu machen. Du hast recht. Ich habe zwar wahnsinnige wieder. Ich liebe dich. Ich dich auch, Audra. Erika Um fünf Uhr morgens klingelte bei Richard Garner der Wecker. Nach einer halben Stunde Frühsport ging er unter die Dusche und begab sich wenig später, bekleidet mit einer Kaki-Hose und einem grauen Polohemd in sein Arbeitszimmer. Durch die Fenster bot sich ihm eine überwältigende Aussicht auf den Central Park. 30 Stockwerke tiefer, durchflutet vom bernsteingelben Licht der Morgensonne und noch erfüllt von langen Schatten. Er schaltete den Computer an. Während der Rechner hochfuhr, verließ er das Zimmer und ging durch den breiten Naturstein gefließten Flur in die Küche, wo er sich zwei Scheiben Toast röstete und ein Glas Orangensaft einschenkte. Dieses Frühstück nahm er mit ins Arbeitszimmer, setzte sich an den Computer Es sollte ein Buch werden, das sich bislang aber noch im Entwurfsstadium befand. Angefangen hatte es als Studie über die Präsidentschaft Illyces S. Grant, wobei vor allem die unterschiedlichen Anforderungen beleuchtet werden sollten, denen Grant einst als Oberbefehlshaber der Nordstaaten im Bürgerkrieg und dann als Führer der Nation gerecht werden musste. Inzwischen aber hatte sich der Fokus erweitert und das Buch entwickelte sich zunehmend zu einer breiter angelegten Untersuchung über all jene Präsidenten, die vor ihrem Amtsantritt einen militärischen Führungsrang bekleidet hatten. Zu einer Analyse darüber, inwiefern sich ein solcher Werdegang positiv oder negativ auf die spätere Perspektive eines Präsidenten auswirkte. Noch war er unschlüssig, zu welchem Ergebnis er letzten Endes kommen würde. Ob Generäle im Allgemeinen eher gute oder schlechte Präsidenten abgaben. Die Faktenlage ließ eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen zu, die wiederum untrennbar mit der jeweiligen Epoche, dem Ort und dem herrschenden politischen Klima verbunden waren. Und er hatte gerade erst begonnen, sich in das umfangreiche Material einzuarbeiten. Dabei hatte er die Hoffnung, dass sein eigener militärischer Hintergrund bis zum General hatte er es zwar nicht gebracht, aber immerhin hatte er in den siebzigern als Kommandeur einer Einheit der Navy Seals befehligt, ihm weniger den Blick verstellen und er zu vertiefter Einsicht verhelfen würde. Es war eine Arbeit, die seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Genau die Sorte Arbeit, die er jetzt brauchte und aller Voraussicht nach wohl auch für den Rest seines Lebens brauchen würde. Er verbrachte den gesamten Morgen Vormittag im Arbeitszimmer. Die meiste Zeit über saß er am Computer, ging aber zwischendurch immer mal wieder an den Fenstern auf und ab, um auf den Park und die Stadt hinab zu blicken. Um ein Uhr legte er eine Pause ein, gönnte sich ein Sandwich und eine Dose Seven ab. Er stöpselte seinen iPod in die Hi-Fi Anlage ein und drehte die Musik laut auf, während er in der Wohnung kleinere Hausarbeiten erledigte. Zwei Jahre war es her, seit er dieses Domizil bezogen hatte, und trotzdem fühlte er sich noch immer seltsam fremd hier, als hätte er sich noch nicht ganz eingelebt, als müsste er sich immer noch daran gewöhnen, allein zu leben. Das Domizil nahm eine gesamte Etage des Gebäudes ein, wobei er aber nur zwei Drittel davon bewohnte. Im restlichen Bereich befanden sich die Wohn- und zuständig waren. An den meisten Abenden spielte er Poker mit ihnen. Um vier Uhr hatte er in der Wohnung alles erledigt, schaltete die Musik ab und kehrte ins Arbeitszimmer zurück. Dort öffnete er einen schweren Karton mit vergilbten, durch Umschläge geschützten Dokumenten, die aus dem Archiv der New York Public Library stammten und keineswegs zum Leihbestand der Bibliothek gehörten. Selbst eine Einsichtnahme vor Ort unterlag strengen Beschränkungen. Garner als ehemaliger Präsident genoss da natürlich gewisse Privilegien, aber sein schlechtes Gewissen deswegen hielt sich in Grenzen. War es doch auch für die Bibliothek wesentlich praktischer, ihm das Material komplett zuzuschicken, statt jedes Mal, wenn er ein Zitat überprüfen musste, eine Art Ausnahmezustand ausrufen zu müssen, wenn er mitsamt seinem Sicherheits Kontingent im Archiv anrückte. Außerdem war er ein alter Freund des Hauses. Immerhin hatte er dort einst als studentische Aushilfskraft gearbeitet. Vermutlich war er an genau diesem Karton selbst unzählige Male vorbeigekommen. Es war ein klarer, sonniger Tag. Doch gegen fünf Uhr wurde das Tageslicht im Raum schon merklich schwächer. Er schaltete eine Lampe neben seinem Lesesessel an. George Washingtons Handschrift war auch so schon schwierig genug zu entziffern. Um Viertel nach fünf drang aus dem Flur ein kühler Luftzug ins Zimmer, der die Unterlagen auf dem Tisch neben ihm leise bewegte. Erst nach zwei oder drei Sekunden fiel ihm auf, dass das eigentlich unmöglich war. Alle Fenster in der Wohnung waren geschlossen. Verdutzt sah er zur Tür hinüber, versuchte sich, dieses Phänomen irgendwie zu erklären. Draußen im Flur, ganz in der Nähe, befand sich ein Lufteinlass für die Klimaanlage, aus dem logischerweise keine Luft austreten sollte, aber womöglich waren ja gerade irgendwelche Wartungsarbeiten im Gange. Eine andere Erklärung wollte ihm nicht einfallen. Jedenfalls keine andere Erklärung harmloser Art. In den letzten Jahren hatte er sich daran gewöhnen müssen, für alle möglichen Situationen auch weit bedrohlichere Erklärungen in Betracht zu ziehen. Er legte das Blatt beiseite, in das er gerade vertieft war. Dann stand er auf, neugierig, aber nicht ängstlich. Er brauchte nur in die Hände zu klatschen. Dann würden binnen weniger Sekunden sechs Agenten mit Maschinenpistolen durch verschiedene Wohnungszugänge hereingestürmt kommen. Per Video überwachten sie die Wohnung in der Regel nicht, doch jedes laute Geräusch über 85 Dezibel würde den akustischen Alarm auslösen und sie sofort auf den Plan rufen. Er durchquerte das Zimmer und ging auf den Flur hinaus. Die Wohnungstür war unverändert geschlossen und verriegelt. In der Küche war alles normal. Er wandte sich zum Wohnzimmer um und zuckte zusammen. Dort befanden sich Leute. Drei an der Zahl. Mitten im Zimmer. Garner war drauf und dran, einen Schrei auszustoßen, um den Alarm auszulösen, als ihm auffiel, dass er eine der Personen kannte. Page Campbell. Tangent. Seine Beunruhigung schlug umgehend in Zorn um. Er ging auf sie und die beiden anderen zu. Eher beiläufig fiel ihm auf, dass alle drei feuchte Haare hatten und auch ihre Kleidung durchnässt war, ohne dass er sich jedoch mit der Frage nach dem Warum länger aufhielt. Entschuldigen Sie darüber, woher der geheimnisvolle Luftzug stammte. Er blieb stehen. Sein Zorn verrauchte. Auf einmal war er vollkommen perplex, stand einfach nur da und starrte. Travis behielt Garner genau im Auge. Sein anfänglicher Zorn war verständlich. Immerhin war seine Frau wegen ihrer Zusammenarbeit mit Tangent ums Leben gekommen. Dass er über ihr auftauchen entzückt sein würde, war also kaum zu erwarten. Während Garner jetzt die Iris anstarrte, trat Travis zusammen mit Bethany beiseite, damit er eine unverstellte Sicht hatte. Garner ging auf die Öffnung zu, schien irgendetwas sagen zu wollen, hielt innen. Dann zog sich die Iris zusammen und schloss sich. Er blinzelte verwehrt. Entschuldigung, sagte Bethany, einen Moment. Sie hielt den Zylinder, sah sich suchend nach einer Möglichkeit, um ihn abzulegen, deutete dann auf einen schmalen Tisch an der Wand ganz in der Nähe und sah Garner an. Ist das in Ordnung? Der Mann hatte sichtlich Mühe zu begreifen, was sie überhaupt von ihm wollte. Er starrte sie eine Sekunde lang an und blickte dann wieder zu der Stelle, wo sich gerade noch die jetzt verschwundene Iris befunden hatte. Bethany wertete sein Schweigen als Zustimmung, legte den Zylinder auf den Tisch und machte eine schwere Buchstütze ausfindig, um ihn zu stabilisieren. Travis sah zu der durchgehenden Fensterfront an der Südwand hinüber, die auf die Central Park West Avenue in Richtung Midtown hinaus ging. Der Park selbst nahm die linke Hälfte der Aussicht ein. In der rechten Hälfte war die schimmernde Neubauten neben ehrwürdigen Gebäuden standen, die über hundert Jahre alt sein mochten. Es war ein schöner Tag, mit riesigen trägen Wolken, deren Schatten langsam über die Stadt hinweg zogen. Dann schaltete Bethany den Zylinder an, und die Iris tauchte wieder auf, und Travis sah das andere Manhattan. Das Manhattan, das sie in den letzten Minuten vor Augen gehabt hatten, als sie die Version des Stadtteils befand sich in ungefähr dem selben Zustand wie Washington. Die gesamte Insel war mit dichtem Wald bedeckt, aus dem die verrosteten Überreste der Skyline der Stadt emporragten. Worin Manhattan sich jedoch von Washington unterschied, und zwar weitaus krasser, als Travis es sich vorab hatte vorstellen können, war der Maßstab der Ruinen. In Washington hatte sich das Bürohochhaus mit seinen 15 Etagen die hier vor sich hin rosteten, hätte es höchstens bis an die Knöchel gereicht. Die Überreste der Wolkenkratzer unterhalb des Central Park bildeten einen durchgehenden Sichtschirm von 240 Metern Höhe, an manchen Stellen sogar noch höher. Der Oktoberwind fuhr seufzend hindurch, fand immer neue schiefe Winkel und Niedlöcher, von welcher Richtung er auch hindurchwehte. Es hörte sich an wie ein Lett der Stadt erklangen. Dies alles lag kalt und nebel verhangen unter einem düsteren, grau bezogenen Himmel. Jedes Mal, wenn der Wind durch die Iris ins Zimmer wehte, trug er einen Hauch von Feuchtigkeit mit herein. Ghana rührte sich nicht vom Fleck, stand da wie angewurzelt. Jetzt schließt sie sich nicht mehr, sagte Bethany. Sie können ganz dicht herantreten, können sogar den sie alle der Reihe nach an. Dann brachte er ein Nicken zustande und ging durchs Zimmer auf die Iris zu. Er starrte hindurch, über drei Minuten lang, ohne ein Wort zu sagen. Dann schloss er die Augen, er schüttelte den Kopf und senkte ihn. Erzählen Sie mir alles, sagte er. Es dauerte etwas über eine Stunde. Sie saßen um einen Couchtisch im Arbeitszimmer herum und schilderten ihm die Geschichte in allen Einzelheiten. Alles, was geschehen war. Alles, was sie wussten. Alles, was sie nicht wussten. Als sie geendet hatten, saß Garner ein Weilchen da und blickte schweigend vor sich hin. Sie müssen etwas darüber wissen, Sir, sagte Bethany. Wenn Präsident Curry über Umrah unterrichtet ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nichts darüber wissen. Ich bin Isaac Finn vielleicht zwei oder dreimal begegnet, sagte Garner. Dabei haben wir uns jeweils nur ganz kurz unterhalten. Sein humanitäres Engagement hat mir natürlich imponiert, aber er war mir nicht sympathisch. Er hatte etwas an sich, das mir aufgesetzt vorkam, schätze ich. Ich hatte das Gefühl, dass er bei unserem Geplauder ganz andere Absichten verfolgte, dass er mich eher einer Art Test unterzog, einem regelrechten Psychotest, bei dem er meinen Antworten großes Gewicht beimaß. Dasselbe ist mir auch aufgefallen, wenn er sich mit anderen unterhielt. Auf mich hat das insgesamt einen eher negativen Eindruck gemacht, aber ich war wohl eine Ausnahme. Finn hat über die Jahre in Washington viele Freundschaften geknüpft, darunter auch mit Carrie. Deswegen ging es Carrie in diese Umbra-Geschichte eingeweiht, was immer das genau sein mag. Ein nationales Geheimprojekt jedenfalls, dass man nur mit den entsprechenden Sonderbefugnissen Einblick erhält, ist es nicht. Ich hatte in der Hinsicht die höchsten Befugnisse, die man nur haben kann, und ich höre davon heute zum ersten Mal. Er erhob sich aus seinem Sessel, ging ans Fenster. Was ich Ihnen erzählen kann, habe ich nicht während meiner Präsidentschaft erfahren, sondern Jahre davor, als ich dem Senatsausschuss für Geheimdienstfragen angehörte, und das betrifft nicht Finn, sondern seine Frau, aus der Zeit, ehe sie seine Frau wurde, und als sie noch Audra Nash hieß und Doktorandin am MIT war. Er schwieg kurz, tief in Gedanken versunken, während er mit dem Rücken zu ihnen am Fenster stand. Travis sah an ihm vorbei, sehen, die sich im Abendrot von der Upper West Side aus über den Park schoben. Garner legte die Hand auf einen riesigen Globus neben dem Fenster, der auf einem schön geschnitzten Walnussgestell ruhte, und drehte ihn geistesabwesend. Eine unbewusste Gewohnheit vielleicht, überlegte Travis, etwas, das er oft tat. Audra wurde mit einem ungewöhnlichen Anliegen vor dem Ausschuss vorstellig, hinter geschlossenen Türen. Sie bat, um die Befugnis, gewisse geheime Militärdokumente einsehen zu dürfen, die sie für ihre Doktorarbeit verwerten wollte. Im Gegenzug sollte ihre Doktorarbeit dann mit dem Vermerk geheim versehen und nur bestimmten Leuten zugänglich gemacht werden. Unseren Leuten. Was war denn das Thema ihrer Doktorarbeit? fragte Page. Funkübertragungen im Niederfrequenzbereich. Wellen mit extrem niedrigen Frequenzen, die bei der Kommunikation mit U-Booten benutzt werden. Klingt nicht gerade wie ein Thema, mit dem sich eine Doktorandin in Flug- und Raumfahrttechnik beschäftigen würde, sagte Page. In ihrem Fall war es aber so. Sie forschte über Möglichkeiten, Niederfrequenzsignale per Satellit zu übertragen. Page zog verblüfft die Augenbrauen in die Höhe. Bethany schnaubte, halb abfällig, halb belustigt. Ist doch lächerlich. Niederfrequenzsender sind über dreißig Meilen lang. Wie sollte man so eine Riesenanlage in die Umlaufbahn befördern? Und zu welchem Zweck überhaupt, ergänzte Page. Die Funktechnik im Niederfrequenzbereich funktioniert doch seit fünfzig Jahren reibungslos, so wie sie ist. Travis konnte auf der spiegelnden Fensterscheibe sehen, dass Ghana der Anflug eines Lächelns übers Gesicht huschte. Dann endlich drehte sich ihr Gastgeber wieder zu ihnen um. Die Geschichte geht noch weiter, sagte er. Ordra ging es nicht um die Kommunikation mit U-Booten. Sie wollte diese Signale auf Menschen anwenden. Page und Bethany blickten ebenso fragend und perplex rein wie Travis. Ghana ging zu dem großen Bürosessel an seinem Schreibtisch hinüber, drehte ihn zum Couchtisch herum und ließ sich hineinsenken. Mit der Entwicklung der Niederfrequenz Technik haben wir in den 50ern angefangen, als klar wurde, dass U-Boote im Kalten Krieg eine entscheidende Rolle spielen würden. Wir haben die Sender in möglichst abgelegenen Regionen errichtet. Ein bekannter Standort befindet sich auf der oberen Halbinsel in Michigan. Ein anderer, weniger bekannter, in Nordkanada. Bei der Errichtung der verflixten Dinger waren erhebliche technische Hürden zu überwinden. Man bedenke, was diese Sender leisten mussten. Signale in alle Richtungen funken, die stark genug waren, um U-Boote überall auf der Welt zu erreichen. In hunderte Metern Tiefe, in leitfähigem Salzwasser. Schon erstaunlich genug, dass das am Ende überhaupt funktionierte. Doch auch als die Sender dann funktionierten, gab es andere Probleme. Gesundheitliche Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die in der Umgebung der Sender wohnten, wo die Signale besonders konzentriert waren. Wahrnehmungsstörungen in einigen wenigen Fällen, vor allem aber Beeinträchtigungen des Gemütszustandes, mit ähnlichen Symptomen wie bei manisch-depressiven Erkrankungen, in heftigerer Ausprägung allerdings, wesentlich heftiger mitunter. Vereinzelt mussten Mitarbeiter regelrecht gebändigt werden, weil sie anders kann man es nicht nennen, high waren. So jedenfalls haben sie es hinterher selbst beschrieben. Die Kehrseite der Medaille waren schwere Depressionen, bis hin zum Selbstmord. Es haben sich etliche Mitarbeiter das Leben genommen. Wir nutzen die Niederfrequenz- und bis heute mit Bestehen die Probleme weiterhin. Garner schüttelte den Kopf. Die hat man innerhalb der ersten zehn Jahre in den Griff bekommen, indem man die Ursachen isoliert hat. Bei zu hoher Dosierung waren gewisse Wellenlängen gefährlich, ebenso gewisse Entfernungen vom Sender aufgrund von Oberwellen. All solche Sachen. Das haben die Ingenieure ausgetüftelt und dann abgestellt. Er verzog den Mund zu einem Lächeln, das jedoch alles andere als fröhlich wirkte. Inzwischen aber hatten manche Leute begonnen, die Nebenwirkungen unter ganz anderen Aspekten zu betrachten, überlegten, wie man sie eben nicht abstellen, sondern verstärken könnte, wie man sie kontrollieren und am Ende sogar als Waffen einsetzen könnte. »Helme«, sagte Travis. Dennoch leuchtete ihm der Reiz einer solchen Technologie unmittelbar ein. Man könnte die eigenen Siegchancen in einer Panzerschlacht oder bei einem Seegefecht erheblich erhöhen, wenn die Gegner auf der anderen Seite plötzlich in einen Zustand versetzt wurden, der an einen Crackrausch erinnerte. »Hat man denn solche Systeme tatsächlich entwickelt?« fragte Page. »Man hat es versucht. Wir haben es versucht. Die Briten, die Russen. Die in Frage kommenden Frequenzen hatten alle Seiten schnell herausgefunden und auch Methoden entwickelt, die Wirkung zu steigern, durch Zweipunkt Modulation oder schnelle Schwingungen zwischen Frequenzen. Furchterregende Sachen. Selbst Testpersonen, die genau wussten, was mit ihnen geschah und den Wellen maximal eine Stunde lang ausgesetzt waren, zeigten extreme Reaktionen. Es war eine verdammt wirksame Waffe. Doch es gab zwei große Probleme. Man konnte sie weder bewegen noch irgendwie damit zielen. Er nickte Bethany zu. So ein Niederfrequenzsender ist, wie sie schon sagten, sehr groß. Das ist keine Parabolschüssel, die man drehen und auf ein Ziel ausrichten kann, sondern eine gerade Antenne, ein Bodendipol mit einer Spannweite von Dutzenden Meilen. Die Wirkung beschränkt sich auf die Zone um die Signalquelle herum. Solange man also den Gegner nicht dazu überreden kann, sich in dieser Zone fein säuberlich aufzustellen, kann man mit einer solchen Waffe nicht viel ausrichten. Und sehr viel weiter ist die Sache nicht gedient. In den Sechzigern und Siebzigern haben wir noch eine Weile in der Richtung geforscht, nach Möglichkeiten gesucht, sie selektiv einzusetzen, zielgerichtet, haben wohl an die 500 Millionen Dollar in das Projekt keinerlei Fortschritte erzielt werden. Muss man die Sache irgendwann beenden. Da lassen sich die Mittel des Verteidigungsetats wirklich sinnvoller einsetzen. Er blickte hinaus auf die Stadt, zog einmal kurz die Augenbrauen in die Höhe und sah dann wieder seine drei Besucher an. Entsprechend hellhörig wurden wir also, als Audra Nash sich 1986 bei uns meldete und sagte, sie hätte eine Idee, eine Möglichkeit, Niederfrequenzwellen über Satellit zu senden. Hätte das irgendjemand anderes geäußert, noch dazu ein bloßer Student, hätte der Ausschuss in ein Treffen wohl kaum eingewilligt. Aber Miss Nash verfügte über glänzende Referenzen, die ihre Behauptung glaubwürdig erschienen ließen. Ihre Arbeit als Doktorandin hatte bereits Einfluss auf die Gestaltung einer neuen Generation von Kommunikationssatelliten gehabt. Sie war hochintelligent und kannte sich auf dem Gebiet so gut aus wie kaum als Walter. Was war die Erlaubnis, Einblick in die Ergebnisse der Forschung zu nehmen, die über die Jahre auf dem Gebiet der Niederfrequenz Technik durchgeführt worden war. Sie wollte die Rohdaten der Experimente auf dem Gebiet der Steuerung und Ausrichtung sichten. Darüber mussten wir gar nicht lange nachdenken. Zunächst einmal waren die Daten nicht allzu sensibel, im Grunde bloß eine detaillierte Auflistung aller Verfahren, die nicht funktionierten. Und dass irgendwelche anderen Nationen sich in den Besitz dieser Liste bringen wollten, war auch nicht zu befürchten, weil sie ja aus ihren eigenen fehlgeschlagenen Experimenten bereits über solche Daten verfügten. Zweitens hielten wir es durchaus für denkbar, dass ihre Idee Hand und Fuß haben könnte. Sie war hoch begabt, sie hatte beste Referenzen und sie näherte sich dem Problem mit unbefangenen Augen. Das Konzept, das ihr vorschwebte, war jedenfalls ausgesprochen unorthodox. So etwas hatten wir in all den Jahrzehnten noch nicht ausprobiert. Aber wie sollte das dann gehen? fragte Bethany. Schon aus Gründen der einfachsten Physik dürfte das mit einem Satelliten nicht funktionieren. Die Größe eines Senders muss mit den Wellenlängen korrespondieren, die er erzeugt, und Niederfrequenzwellen sind unwahrscheinlich lang. Hunderte Meilen lang. Garner nickte. Ihre Idee war radikal. Ich will nicht behaupten, dass ich sie bis in alle Einzelheiten verstanden habe, aber sie lautete etwa wie folgt. Niederfrequenzwellen kommen ganz natürlich in der Erdatmosphäre vor. Die Sonne strahlt sie aus, und auch von Blitzschlägen werden sie erzeugt. Alles ganz ungesteuert und wahllos natürlich. Viel Lärm, kein Signal. Und selbst wenn jene Frequenzen, die sich auf Menschen schädlich auswirken, zufällig auftreten, gehen sie im Allgemeinen Wirrwarr unter. Und nichts passiert. Audra Nash nun vertrat die Theorie, dass ein Satellit durch präzise, gezierte Aussendung wesentlich kürzerer Wellenlängen über einem beliebigen Zielgebiet bestimmte Frequenzen der natürlichen Niederfrequenzwellen ausschalten könnte und uns damit ermöglichen könnte, genau auszuwählen, welche Frequenzen ausgeschaltet werden und welche erhalten bleiben sollen. Sie haben recht. Ein Satellit vermag selbst keine Niederfrequenzwellen zu senden, könnte sie aber theoretisch dort, wo sie von Natur aus auftreten, stören und soweit dezimieren, bis nur noch die nützlichen Frequenzen übrig sind, die sich dann auf jeden Fall auf Menschen auswirken würden und das könnte ganz gezielt eingesetzt werden. Man könnte ein paar Häuserblocks damit beeinflussen oder eine komplette Stadt oder ein Gebiet, das noch viel, viel größer ist. Keiner sagte etwas. Alle sahen Ghana gespannt an. Wir gaben ihr also grünes Licht, sagte er, stellten ihr das gesamte Material zur Verfügung. Sie hat sich mit Begeisterung darüber hergemacht, hat die Materie sozusagen verinnerlicht. Ein halbes Jahr später wurde sie wieder vor dem Ausschuss vorstellig, mit einem Entwurfsplan. Und ist er umgesetzt worden? fragte Page. Nein. Page verzog verwirrt die Stirn in Falten. Aber warum nicht? Weil es immer noch sehr spekulativ war. Auch bei einem noch so guten Entwurf läuft alles auf Versuch und Ehrtum hinaus. Einzelheiten müssen erst bei einem Prototyp ausgearbeitet werden. Das kann sehr kostenintensiv sein, selbst dann, wenn es nur um die Modifizierung eines Humvee geht. Bei einem Satelliten darf man dann noch ein paar Nullen dranhängen. Ich bitte Sie, sagte Travis. Die Radkappen bei einem Tarnkappenbomber dürften locker eine Million Dollar das Stück kosten. Seit wann ist das Pentagon denn so knausrig? Garner lächelte. Es gibt noch einen anderen Grund, der aber noch weniger glaubhaft klingt. Er dachte kurz nach. Kurz gesagt ist es wie folgt. Damals, als alle nach Wegen suchten, diese Technologie irgendwie waffenfähig zu machen, standen alle Seiten unter einem gewissen Druck. Man wollte den anderen möglichst zuvorkommen. Durchaus verständlich, solange man der Auffassung ist, es gäbe irgendeine logische, eindeutige Lösung für das Problem, die Sorte, auf die jeder irgendwann stoßen könnte. Bei Audras Idee aber war das nicht der Fall. Es war ein vollkommen obskurer Ansatz, ausgehend von einer Wissensüberlappung, über die außer ihr vermutlich niemand sonst verfügte. Kein Mensch sonst auf der Welt würde wahrscheinlich je darauf kommen. Würden wir das Projekt aber verwirklichen, fänden sich gewiss etliche Interessenten, die es liebend gern kopieren würden. Man hört hin und wieder die Ansicht, 1945 sei die atomare Büchse der Pandora geöffnet worden, so als ob niemand sie je geöffnet hätte, wenn wir nicht den Anfang gemacht hätten. Was mir im Übrigen unglaubhaft erscheint. Das Konzept der Kernspaltung ist schließlich so abwegig nicht. Audras Satellitenentwurf aber war abwegig und wir haben uns gedacht, wozu so etwas verwirklichen. Warum die Welt in ein Zeitalter führen, das durch eine solche Waffe bestimmt würde? Also haben wir uns dagegen entschieden, haben den Entwurf sicher unter Verschluss genommen. Wofür Audra zwar Verständnis hatte, aber enttäuscht war sie, glaube ich, schon. Danach hat sie der Welt der Satellitentechnik den Rücken gekehrt, hat ein Studium in Harvard angefangen, ihren zweiten Doktor in Philosophie gemacht, sich als humanitäre Helferin engagiert, Finn geheiratet. Erst 1995 habe ich dann wieder von ihr gehört, im Zusammenhang mit dieser kleinen Skandalaffäre um das Thesenpapier, das die beiden veröffentlichen wollten. Paige, die die ganze Zeit zu Boden gestarrt hatte, hob ruckartig den Blick. Haben Sie diesen Text mal zu sehen bekommen? Garner schüttelte den Kopf. Der wurde durch den Reiswolf geschickt und verbrannt, ehe er die Runde machen konnte. Aber ich konnte mir ungefähr ausmalen, worum es in dem Artikel ging. Vielleicht können Sie sich das inzwischen ja auch zusammen reimen. Travis ließ sich die neuen Auskünfte durch den Kopf gehen, die Ghana ihnen geliefert hatte, bemühte sich, einen Zusammenhang zu der Situation herzustellen, in der Finn und Audra sich 1995 befunden hatten, nach ihrer Rückkehr aus Ruanda. Restlos ernüchtert, vor dem Scherbenhaufen ihres bisherigen Lebenswerks. Lieber Himmel, sagte Travis, Sie wollten diese Art Satellitentechnik in Gegenden wie Ruanda einsetzen. Das ist es, oder? Wenn man die Kontrolle darüber hätte, wie stark sie sich auf Menschen auswirkt, wäre das möglich. Man könnte die gesamte Region einer schwach dosierten Strahlung aussetzen, gerade ausreichend, um die Menschen in einen leichten Rauschzustand zu versetzen. in Hochstimmung, was auch immer, um die Lage erstmal zu beruhigen. Könnte die Gegend so lange ruhig stellen, bis eine Blauhem-Truppe der UN vor Ort anrücken und die Lage unter Kontrolle bringen könnte. Die Blauhem-Soldaten wären der Strahlung zwar auch ausgesetzt, aber mit der entsprechenden Vorbereitung, wenn sie wüssten, worauf sie sich einzustellen haben. Er verstummte, dachte weiter darüber nach, ließ sich durch den Kopf Er sah, wie Garner nickte. Genau das war damals auch meine Vermutung, sagte Garner. Punkt für Punkt. Auf die technischen Einzelheiten, wie das genau umzusetzen wäre, werden sie sicher nicht näher eingegangen sein. Die offen zu legen, wäre Geheimnis Verrat gewesen. Aber ansonsten stimme ich ihnen zu. Die beiden werden eine Maßnahme vorgeschlagen haben, die ihrem Szenario recht nahe gekommen sein dürfte. Travis sah zu Paige und Bethany hinüber, fragte sich, ob ihnen wohl gerade dasselbe durch den Kopf ging wie ihm. Vermutlich Ja. Hört sich eigentlich gar nicht zu übel an, die Idee, sagte Travis. Garner lächelte erneut. Nein, in der Tat, vorausgesetzt, man setzt die Technik nur dazu ein, um Völkermorde zu verhindern. Aber wie lange würde es dauern, bis alle Heerengrundsätze über Bord geworfen würden? Und betrachten Sie es mal unter dem Aspekt der Menschenrechte, unter dem Aspekt des Rechts auf Selbstbestimmung. Eine globale Supermarkt, die per Satellite Einfluss auf das Bewusstsein von Menschen nimmt. George Orwell lässt grüßen. Ist es da verwunderlich, dass Orders Vater seine Karriere ernsthaft gefährdet sah, als er von der Sache Wind bekam? Welcher Politiker möchte schon mit so einem Projekt in Zusammenhang gebracht werden? Das also ist des Rätsels Lösung. Page blickte einmal in die Runde, sichtlich überrascht darüber, dass ihnen die Antwort zu unverhofft in den Schoß gefallen war. Das also ist Umbra. Inzwischen muss es diese Technologie tatsächlich geben, und in ein paar Monaten wird etwas damit schieflaufen, und zwar auf katastrophale Weise. Bethany nickte zustimmend. Wir wissen, dass Orger Harvard 1995 lebewohl gesagt und bei Longbow Aerospace angefangen hat, um wieder Satelliten zu bauen. Irgendwie muss dieses Unternehmen eingewilligt haben, ihren Entwurf für eine Niederfrequenz Satelliten tatsächlich zu realisieren und die Arbeit daran geheim zu halten. Und selbst nach ihrem Tod hätte Finn das Projekt weiter vorantreiben können. Himmel, wenn Umbra in vier Monaten in die Tat umgesetzt wird, müssen sich diese Satelliten bereits in der Umlaufbahn befinden. Eine ganze Armada davon mit globaler Reichweite wie GPS. Ghana blickte versonnen rein. Über die Satelliten der Firma Longbow bin ich gut informiert. Zumindest über die Angaben, die Longbow selbst dazu macht. Das System sollte auf niedriger Umlaufbahn ein Netzwerk für Satellitentelefone bereitstellen und mit der Mobilfunktechnik konkurrieren, die damals in den Neuzigern aufkam. Den Angaben des Unternehmens zufolge hat Audra in den letzten beiden Jahren ihres Lebens an dem Projekt gearbeitet. Als sie die Dinger dann letzten Endes in den Orbit geschossen haben, 1999, war die Sache schon so gut wie aussichtslos. Telefonieren über Mobilfunk wurde immer billiger und damit konnte Longbow nicht konkurrieren. Am Ende haben wir das ganze verflixte System auf Staatskosten übernommen und nutzen es nun für einen Teil des militärischen Fernsprechverkehrs. Dazu taugen die Satelliten tatsächlich, aber nur mit Abstrichen, was natürlich nachvollziehbar ist, wenn ihr eigentlicher Zweck ein ganz anderer ist. Alle Puzzlestücke passen zusammen, sagte Page. Sogar die lange Verzögerung seit 1999, als man die Satelliten in den Orbit geschossen hat. Finn hat ja zunächst jahrelang das politische Feld bereiten müssen, ehe er sie einsetzen kann. Mal angenommen, er will diese Technologie zunächst in einem aktuellen Krisengebiet demonstrieren, etwa in Darfur. Falls es funktioniert, ist der Beweis für die Nützlichkeit des Konzepts erbracht und er kann anfangen, dafür öffentlich die Werbetrommel zu rühren, aber um das wirklich durchsetzen zu können, müsste er alle möglichen mächtigen Freunde auf seiner Seite haben. Zumindest dürften sie ihm keine Steine in den Weg legen. Wenn irgend möglich, müsste er sogar den Präsidenten von der Sache überzeugen. Sie sah Garner an. Wie sie schon sagten, kein Politiker würde mit so etwas in Verbindung gebracht werden wollen, schon gar nicht in der Anfangsphase, solange es sich bloß um eine noch unerprobte, furchteinflößende Idee handelt. Nur logisch also, dass Präsident Curry auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschrecken würde, um die Sache weiter geheim zu halten, wie etwa der Überfall auf unsere Wagenkolonne. Sie nickte, während sie im Kopf alle Querverbindungen herstellte. Das ist die Antwort. Umbra ist das Vorhaben, diese Satelliten endlich einzusetzen, einen Probelauf irgendwo durchzuführen, irgendwann in den kommenden Monaten. Und dieser Probelauf geht anscheinend mächtig daneben. Unbeabsichtigte Folgen mit globaler Reichweite, wie auch immer das genau ablaufen mag. Irgendein entscheidender Kontrollverlust und dann, dann, könnte ich mir vorstellen, stößt vermutlich das, was einigen Niederfrequenz Technikern in den Fünfzigern zugestoßen ist, Menschen auf der ganzen verdammten Welt zu. Und das Einzige, was noch bleibt, sind Panikoptionen. Wie Juma in dieses Szenario passt, weiß ich nicht. Vielleicht wissen das nicht mal die Verursacher selbst, wenn es dann soweit ist. Vielleicht ist es ein einziges Ablenkungsmanöver, um den Menschen am Ende so etwas wie ein Ziel zu bieten und sie von offenem Aufruhr in den Straßen abzuhalten. Vielleicht hat es auch diese Erika-Flüge niemals gegeben. Schweigen senkte sich über den Raum. Travis horchte auf das Rauschen des Verkehrs tief unten auf der Straße, das nur ganz gedämpft durch das dicke Fensterglas drang. Über diese Erklärung denke ich jetzt seit annähernd einer Stunde nach, sagte Garner, während ich ihnen zugehört habe. Sie drängt sich geradezu auf und deckt auch so gut wie alles ab. Aber es gibt einen Punkt, in dem sie vollständig in sich zusammenbricht. Page sah ihn fragend an. Der Fehlschlag selbst, sagte Garner. Wie das genau ablaufen soll, leuchtet mir nicht ein. Wenn es jetzt um irgendwelche Krankheitserreger oder Viren ginge oder auch um einen Computer worden, irgendetwas, das außer Kontrolle geraten und Chaos und Verwüstung anrichten kann, das wäre ja noch nachvollziehbar. Aber wenn Satelliten eine Fehlfunktion haben, kann man sie abschalten. Ein paar Mal auf die Tasten drücken und den Befehl dann absenden. Ganz einfach. Könnte nicht eine Fehlfunktion an Bord der Satelliten den Empfang des Signals blockieren? wandte Page ein, aber mit resignativem Unterton, als stimmte sie Garner im Grunde bereits zu und wollte nur alle denkbaren Möglichkeiten ausloten. Vielleicht, sagte Garner, aber wir reden hier über Dutzende Satelliten. Sollte es eine Störung geben, dann doch wahrscheinlich nicht bei allen, eher nur bei einem. Und den würden wir dann abschießen, würden eine mit einer Antisatelliten Rakete ausgerüstete F-15 losschicken, die die Rakete in 70 oder 80 Tausend Fuß Höhe abfeuert. Einfach ist das nicht, aber wir haben sowas schon erfolgreich durchgeführt und könnten es, falls erforderlich, jederzeit wiederholen. Wenn es wirklich hart auf hart käme, könnten wir jeden einzelnen der Satelliten abschießen. Wir würden Russland und China um Hilfe ersuchen, falls die Zeit drängt, ihnen die Positionsdaten und Vektoren durchgeben, ein paar Mal Kumbaya singen und dann zu Schießen anfangen, bis die Sache erledigt ist. Das bekämen wir hin. Lange würde es nicht dauern, eher Tage als Wochen. Er verzog das Gesicht, beinahe so, als wollte er um Nachsicht heischen, faltete die Hände auf dem Schoß. Mir leuchtet also immer noch nicht ein, wie es zu diesem trüben Dezember kommen soll, über einen Zeitraum von einem Monat oder gar länger. Aber alles andere passt doch, beharrte Page. Der Notizblock mit den Kinderzeichnungen, von dem wir Ihnen erzählt haben, wenn Sie die mit eigenen Augen gesehen hätten, die Zeichnungen von diesem Kind, eine Seite Elend und Unglück nach der anderen, ohne sichtbare Ursache. Es passt. Sie haben ja recht, beschwichtigte Garner. Sicherlich spielen diese Satelliten eine zentrale Rolle bei dieser Angelegenheit und offenbar unterläuft irgendwem bei der Sache ein kolossaler Schnitzer. Aber was das genau sein soll, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Müssen wir das überhaupt so genau wissen? bandte Travis ein. Was wir wissen, ist schließlich schon Grund genug, gegen diese Leute vorzugehen. Mit ihren Verbindungen Sir, muss es doch Kanäle geben, die wir nutzen können. Garner nickte. Absolut. Wir sollten die Sache aber in Ruhe und mit Bedacht angehen. Fangen wir mit Leuten an der Peripherie an, kleinen Fischen, mit denen Finn sich erst gar nicht abgegeben hätte. Prüfen wir in jedem einzelnen Fall, wem wir vertrauen können. Versichern wir uns nach und nach einer breiten Unterstützung, bis die Schar unser Helfer groß genug ist, und dann treten wir in Aktion. Jawohl, wenn wir umsichtig agieren, klappt das. Meine Güte, wir haben schließlich noch ein Rudy Dyer war der jüngste Neuzugang in der Gruppe der Personenschützer. Er war erst seit drei Wochen dabei, wobei er beileibe kein Anfänger war. Er hatte vier Jahre als Sicherheitsbeamter für den auswärtigen diplomatischen Dienst gearbeitet und zwei Jahre zum Personenschutz des Vizepräsidenten gehört. Gleichwohl gab es Aspekte seiner neuen Rolle, an die er sich erst gewöhnen musste. Für den Schutz eines ehemaligen Präsidenten zu sorgen, war für einen Beamten des Secret Service vermutlich nicht ganz so stressig wie der Schutz eines amtierenden Präsidenten. Dennoch kam eine laxe Dienstaufassung nicht in Frage, mochte der Job selbst auch vergleichsweise lässig sein. Womit Dyer sich besonders schwer tat, war die ungewohnte Vertraulichkeit, die hier zwischen den Beamten und dem Mann in ihrer Obhut herrschte, Richard Garner. Die abendlichen Pokerrunden etwa kamen ihm doch sehr befremdlich vor. Gegen irgendwelche Dienstvollschriften wurde dabei natürlich nicht verstoßen. Die Beamten, die mit Garner pokerten, befanden sich stets außer Dienst, während im Wachbereich gleichzeitig das vorgeschriebene Mindestkontingent von sechs Beamten Dienst tat. Trotzdem, so etwas wäre im Weißen Haus wohl eher nicht vorgekommen, weder außer dienstmäßig noch sonst wie. Doch so langsam gewöhnte Dyer sich an den Job. Hier herrschten eben einfach etwas andere Gebräuche, mehr nicht. Der Professionalität und Disziplin seiner Kollegen vom Secret Service tat dies keinen Abbruch, und er verstand sich gut mit ihnen, wie im Übrigen auch mit Garner, was für ihn aber noch lange kein Grund war, an seinen Pokerrunden teilzunehmen. Es war gerade 18.44 Uhr. Das Licht der Abendsonne fiel in langenrötlichen Strahlen durch die Fenster im Westen. Der Wachbereich, tatsächlich eine ganze Folge von Zimmern, befand sich, wie auch das Treppenhaus und die Aufzüge, im südwestlichen Quadranten des Stockwerks. Auf dem Bildschirm vor sich, auf dem Schreibtisch, konnte Dyer die Aufnahmen sämtlicher Sicherheitskameras aufrufen, die in Garners Wohnung und darum herum installiert waren. Wobei die Aufnahmen aus dem Wohnungsinneren auf einer separaten Spur liefen und aus Rücksicht auf die Seiten. Pünktlich jede Viertelstunde klickte Dyer sich durch die Aufnahmen aller übrigen Kameras, die die Hausflure, Aufzüge, Treppenhäuser und sogar einige neuralgische Punkte an der Außenfassade des Gebäudes überwachten. Sogar hier oben wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sich jemand vom Dach aus zu dieser Etage abzahlen könnte. Der Zeiger auf Dyers Uhr rückte auf 18. 45. vor. Er rief die Kamera Aufnahmen auf, wechselte routiniert per Tastendruck von einer Kamera zur nächsten, musterte jede Aufnahme genau drei Sekunden lang, alles klar in den Hausfluren, alles klar bei den Aufzügen, alles klar in den Treppenhäusern. Bei der Aufnahme der dritten Außenkamera, die die östliche Gebäudeseite mitsamt den Fenstern von Garners Arbeitszimmer überwachte, hielt er unvermittelt innen. In einem Sessel, ganz nahe bei den Fenstern saß eine junge Frau. Dunkelhaarig, mit großen dunklen Augen, etwa um die dreißig, sehr attraktiv. Garner selbst war am Bildrand eben noch zu sehen, auf seinem Schreibtischstuhl. Er wirkte ganz gelassen, starrte Gedanken verloren aus dem Fenster. Wer war diese Frau? Dyer minimierte die Aufnahme und öffnete per Mausklick das Lockbuch des Kontrollpostens. Niemand konnte die Wohnung betreten oder verlassen, nicht einmal Garner selbst, ohne diesen Posten zu passieren und mit einem Zeitstempel in diesem Buch registriert zu werden. In der Datei befand sich kein Eintrag, dass heute jemand gekommen oder gegangen wäre. Oder gestern. Am Tag davor hatte Garner sich ausgelockt, um sich mit dem Gouverneur in Midtown zum Essen zu treffen und sich drei Stunden später wieder eingelockt. Allein. Dyer klickte sich rasch durch die Einträge der letzten fünf Tage. Sie betrafen ausschließlich Garner, der allein die Wohnung verlassen und wieder betreten hatte. Er minimierte das Logbuch und rief wieder die Aufnahme der Außenkamera auf. Die Frau saß noch immer dort. Wie zum Teufel war sie unbemerkt in die Wohnung gelangt? Dyer Dyer holte Und dann wählte er eine Nummer auf seinem Handy. Beim zweiten Klingeln meldete sich jemand. Greer? Ja, Dyer. Haben Sie kurz Zeit? Klar. Dyer berichtete Greer von der Frau und schickte ihm das Bild aufs Handy. Außerdem äußerte er seine Vermutungen dazu, wie sie in die Wohnung gelangt war. Greer missfiel diese Erklärung ebenso sehr wie ihm selbst. Fällt mir sehr, sehr schwer, das zu glauben, sagte Greer. Eine andere Erklärung wäre mir auch lieber, sagte Dyer. Fällt Ihnen eine ein? Am anderen Ende der Leitung herrschte Kurzstille. Das Motiv will mir nicht einleuchten, sagte Greer dann. Garner ist ein alleinstehender Mann. Wenn er eine Besucherin bei sich empfangen will, ist das seine Sache. Warum sollte er ein Geheimnis daraus machen wollen? Vielleicht will sie ja ein Geheimnis daraus machen. Vielleicht ist sie jemand Prominentes. Oder die Ehefrau von irgendwem. Wieder längere Schweigen am anderen Ende. Dann sagte Greer. Falls Garner diese Typen auffordert, eine Besucherin nicht im Logbuch zu registrieren und sie dieser Aufforderung sogar Folge leisten, können die sich auf was gefasst machen. Dann hängt sich der Direktor ihrer Eier als Trophäe an die Anhängerkupplung, noch ehe die Woche rum ist. Deshalb habe ich sie ja angerufen, sagte Dyer. Meine möchte ich nämlich sehr gern behalten. Greer schwieg erneut. Dyer hörte deutlich, dass er mit einem Kugelschreiber oder Bleistift auf seinem Schreibtisch herumklopfte, in einem schnellen, nervösen Rhythmus. Verdammt, sagte Greer. Na gut, ich werde die Sache mal einigen Leuten auf der Führungsebene vortragen und mit ein paar Freunden drüben im Justizministerium reden, um zu sehen, ob es irgendwelche Präsidentsfälle gibt, wie in einer solchen Angelegenheit zu verfahren ist. Und ich werde mich umhören, ob irgendjemand sie erkennt. Ich melde mich wieder bei ihnen. Den restlichen Abend über war Garner damit beschäftigt, eine Liste von Namen zusammenzustellen, teils aus dem Datenbestand seines Computers, teils aus Aktenordnern. Am Ende hatte er an die hundert Namen beisammen, die er so dann systematisch durchzugehen begann, wobei er mithilfe seines Computers detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Namen aufrief. Anscheinend hauptsächlich Militärangehörige und FBI-Beamte, wie Travis Schloss. Neben einigen Namen machte Garner Vermerke in Stehno-Schrift. Andere wiederum strich er kurzerhand durch. Bethany bot ihm ihre Hilfe an. Garner sah sie verdutzt an, als wüsste er nicht recht, was sie genau tun wollte. Nachdem sie in etwa einer halben Minute ihre Referenzen heruntergerattert hatte, forderte er sie auf, sich einen Stuhl zu holen und neben ihn zu setzen. Dunkelheit senkte sich über die Stadt. Nach und nach gingen in den Wolkenkratzern die Lichter an, bis die gesamte Skyline strahlend hell erleuchtet war. Travis stand an den Fenstern im Wohnzimmer und sah hinunter auf den Park, wo zwischen den dichten Bäumen das warme Licht der Laternen an den Gehwegen zu sehen war. Paige trat neben ihm. Eine ganze Weile standen sie Seite an Seite da, ohne zu sprechen. »Ich bin zum ersten Mal hier«, sagte Travis dann. »Wunderschön, nicht wahr?«, er nickte. »Meine Mutter hat lange Zeit hier gewohnt, als ich noch klein war«, sagte Paige. »In dem Haus direkt da drüben. Das eine da aus Backstein mit dem blauen Licht auf dem Dach. Sie deutete über den Park hinweg, lehnte sich an ihn, damit er an ihrem Arm entlangblicken konnte. Er spürte ihre Haut an der Seinen. Gleich darauf schien auch ihr diese Berührung zu Bewusstsein zu kommen, wie auch der Umstand, dass er davon Notiz genommen hatte. Sie sagte nichts, lehnte sich bloß wieder zurück und trat ein wenig beiseite. Ihm fiel auf, dass sie zum ersten Mal, seit sie am Vortag aus Fins Büro durch die Iris gestiegen war, miteinander allein waren. Seither waren sie immer zu dritt gewesen, hatten sich eigentlich nie getrennt. Bis jetzt. Das Schweigen zwischen ihnen hatte auf einmal etwas Lastendes. »Dann hast du also viel Zeit hier verbracht?«, fragte er. »Ja, jeden Sommer. Und am Thanksgiving oder Weihnachten, jedes Jahr im Wechsel, wie es sich gerade ergeben hat.« »Muss spaßig gewesen sein, als Kind hier in New York, meine ich.« Sie zuckte mit den Schultern. »Mir hat's gefallen. Es wurde jedenfalls nie langweilig hier.« Das Gespräch hatte etwas scheußlich gezwungen. Als würde er sich auf einer Abschlussfeier mit irgendjemand des Schwägeren unterhalten. Als wüsste er nicht, dass sie am liebsten nackt auf der Seite schlief und ihren Kopf dabei lieber auf jemandes Schulter bettete als auf ein Kissen. Als wüsste er nicht, wie ihre Ohrläppchen schmeckten. Und noch so manch anderes an ihr. Als wäre all das nie passiert. Was vermutlich auch besser gewesen wäre. Dann wären die letzten beiden Jahre für ihn wesentlich leichter gewesen. Dann hätte er nachts nicht so oft wachgelegen. Sie wandte das Gesicht zur Seite, sah ihm direkt in die Augen, schaute dann wieder aus dem Fenster. »Kaum anzunehmen, dass es volle vier Monate dauern wird, die Sache zu bereinigen,« sagte sie. Travis nickte. »Ein paar Wochen, wenn's hochkommt,« fuhr Pageford. »Mag sein, dass Finn mit vielen der Leute ganz oben in der Hierarchie unter einer Decke steckt. Aber Ghana wird alle übrigen auf seine Seite ziehen. Ganz gleich, wie es danach weitergeht oder was in den Nachrichten berichtet wird, damit ist die Sache dann beendet. Tangent wird sich sicher auch noch irgendwie einschalten, aber damit, dass wir drei die Sache ganz allein zu schultern haben, ist es wohl jetzt vorbei, schätze ich.« »Ich jedenfalls werde ganz sicher nicht mehr gebraucht,« sagte Travis. Sie sah ihn erneut an. »Wenn du willst, können wir dich wieder mit einer neuen Identität ausstatten, an einem Ort deiner Wahl, ganz nach deinen Wünschen.« »Etwas in der Art wie letztes Mal würde mir genügen,« sagte er. »Einverstanden.« Wieder senkte sich Schweigen herab. Sie sahen hinaus auf die Stadt. Unten auf dem Gehsteig gegenüber ging gerade ein junges Pärchen vorbei. Das Mädchen drehte sich zu dem jungen Mann um, fasste ihn an beiden Händen und riss seine Arme in die Höhe, während sie aufgeregt auf- und abhüpfte, als würde sie sich über irgendetwas unheimlich freuen. »Du könntest auch zurückkommen,« sagte Page. »Das weißt du.« Travis antwortete nicht sofort. Er wandte ihr das Gesicht zu und sah, dass sie ihn eindringlich anblickte, sah in ihren Augen all das, was sie nicht aussprach, sah eine Einladung, die sich nicht nur auf Border-Town beschränkte. »Tut mir leid,« sagte er. Sie sah ihn weiter unverwandt an. Falls sie über seine Worte verletzt war, ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. »Gut,« sagte sie bloß. Sie wandte sich vom Fenster ab, ging zu einem großen Ledersessel hinüber und setzte sich, lehnte sich zurück und schloss die Augen. »Wenn ich dir das erklären könnte.« »Ich würde es tun,« sagte Travis. »Ich habe dich nicht darum gebeten.« »Das spielt keine Rolle.« »Ich würde es trotzdem tun.« Darauf sagte sie nichts mehr. Travis ging zur Couch hinüber. Als er Bethanys Rucksack am Boden abstellte, hörte er das leise Klirren der SIG 220, die sich zusammen mit der Flint-Munition darin befand. Die Flinte selbst hatte er auf der anderen Seite der Iris zurückgelassen, ein paar Stockwerke weiter unten in dem Skelett des Gebäudes. Zum Schutz vor dem Regen hatte er sie unter eine noch intakte Metallplatte ein paar Meter vom Treppenaufgang gelehnt, weil es irgendwie keine gute Idee schien, mit einer Repetierflinte in der Hand im Wohnzimmer des ehemaligen Präsidenten aufzutauchen. Er streckte sich lang auf der Couch aus, ließ sich tief in die Polster sinken, schloss die Augen, horchte auf das Klappern der Tastatur im Nebenzimmer und die gedämpften Geräusche der Stadt. Wie es wohl wäre, wenn er ihr einfach die Wahrheit sagte. Das könnte er jetzt sofort tun. Sogar den Zettel hatte er dabei, zusammengefaltet in seiner Brieftasche. Eine Botschaft von einer künftigen Version Pages, die sie mit einem besonderen Verfahren durch die Pforte geschickt hatte, sodass sie in der Vergangenheit zum Vorschein kam. Noch verfügte Tangent nicht über diese Möglichkeit. Künftig aber schon. Das war eindeutig. Pages Botschaft an sich selbst war im Sommer vor zwei Jahren eingetroffen, mit einer ganz spezifischen Anweisung. Töte Travis Chase. Ein künftiger Travis hatte diesen Zug durchkreuzt. Unter Zuhilfenahme von Technologie aus der Pforte hatte er das Flüstern erschaffen, das natürlich in Wirklichkeit ganz anders hieß. Und es viel weiter zurückgeschickt. Ins Jahr 1989. Dort war das Flüstern dann sogleich ans Werk gegangen, hatte alles anders geordnet und die Karten neu gemischt, damit Travis in seiner jetzigen Erscheinungsform zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein konnte, um Pages Nachricht bei ihrem Eintreffen abzufangen. Bis heute bereitete es Travis Mühe, das Geschehen gedanklich vollauf zu erfassen. Es war, als würde man einer Schlange zusehen, die sich vom Schwanz her selbst aufraß. Warum war dieser Gegenzug von der zukünftigen Page nicht durch einen Gegen-Gegenzug gekontert worden? Abermals gekontert durch einen weiteren Zug des künftigen Travis? Ob diese künftigen Versionen ihrer selbst überhaupt noch existierten, war das logisch möglich. War inzwischen nicht alles auf einer ganz anderen Bahn? Er rechnete nicht damit, dass er das alles jemals völlig verstehen würde. Aber er könnte es ihr sagen. Er könnte sich jetzt auf der Couch aufrichten, sie unerschrocken ansehen und ihr alles erzählen. Könnte ihr den Zettel mit der Botschaft zeigen. Danach würde es ihm besser gehen, obwohl er ihre Einladung noch immer nicht annehmen könnte. Wie auch immer ihre Reaktion ausfallen mochte, zu Tangent würde er niemals zurückkehren. Das kam einfach nicht in Frage, solange er weiter darüber im Dunkeln tappte, wodurch der andere Travis dort im Lauf jener ursprünglichen Zukunft verdorben und zu einem Schurken gemacht worden war. Und das würde er auch niemals erfahren. Er richtete sich nicht auf. Er lag dort und lauschte ihren Atemzügen, schwelgte in Erinnerungen daran, wie es gewesen war, ihren Atem ganz aus der Nähe zu hören, direkt vor seinem Gesicht. »Willst du wissen, warum ich tatsächlich dagegen bin, das Portal zu versiegeln?« sagte Paige unvermittelt. Travis schlug die Augen auf und sah sie an. Sie saß weiter mit geschlossenen Augen im Sessel. »Ja«, sagte er, »weil ich jeden Morgen mit der Hoffnung aufwache, dass an diesem Tag endlich mal etwas Gutes hindurchkommt. Etwas wirklich Gutes, das wir zum Wohl der ganzen Welt einsetzen könnten. Warum sollte das nicht möglich sein? Es sind schon alle möglichen Sachen herausgekommen, die der ganzen Welt hätten schaden können, und auch eine Reihe kleiner Sachen, die gut waren, wie zum Beispiel der Sanitäter. In jeder Notaufnahme könnten damit wahre Wunder bewirkt werden. Aber leider könnte man ja nur eine Klinik damit ausstatten. Und wie sollte man erklären, wo das Gerät herstammt? So ist das immer bei den guten Sachen. Hast du mal von einer Entität namens Pokerchip gehört? Nein. Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um eine Art Gétant, hellrot und etwa so groß wie ein Viertel Dollar. Nicht direkt einzigartig, aber sehr selten. Über die Jahre sind nur fünf davon zum Vorschein gekommen. Wenn man ihn in die Hand nimmt, haftet er sich sofort an der Haut fest, mit einer Art Rankengespinst, das kaum sichtbar ist. Gruselig zunächst. Deshalb haben wir ihn an Tieren erprobt. Seinen Zweck haben wir erst nach einer Weile herausgefunden. Er verlangsamt den Alterungsprozess. Auf etwa ein Drittel, und zwar bei allen möglichen Lebewesen, bei Käfern, Mäusen, Ratten. Fünf Leute hätten also theoretisch die Möglichkeit, den Pokerchip rund um die Uhr am Körper zu tragen und all ihre Freunde zu überleben. Nicht übel, oder? Sie schlug die Augen auf und sah ihn an. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass eines Tages etwas herauskommt, das von Nutzen für die gesamte Welt ist. Etwas, bei dem wir die Sektkorken knallen lassen und vor Freude in Tränen ausbrechen. Etwas, das einen Wendepunkt der menschlichen Geschichte markiert. Das ist der Gedanke, für den ich bereit bin, alles andere in Kauf zu nehmen. Sie schwieg kurz. Doch dieses Schweigen war nicht mehr ganz so befangen wie zuvor. Paige sah auf ihre Hände hinab, die sie vor sich auf dem Schoß gefaltet hatte. Ich verstehe, dass es da etwas gibt, was du mir auf gar keinen Fall erzählen kannst, sagte sie, und ich verstehe auch, dass es nichts mit deinen Gefühlen mir gegenüber zu tun hat, weil ich weiß, was du für mich empfindest. Als ich gestern Morgen aus Fins Büro auf diesen Stahlträger hinausgestiegen bin und als erstes gleich dich gesehen habe, war ich kein bisschen überrascht. Damit gerechnet hatte ich zwar nicht direkt, aber als ich dich sah, kam es mir vor wie die normalste Sache auf der Welt, dass du mich dort erwarten würdest, dass du für mich da sein würdest. Ich weiß also Bescheid, und ich verstehe, ohne im eigentlichen Sinn zu verstehen. Eine Fähigkeit, die ich dank der Pforte schon seit Langem entwickelt habe, Dinge zu begreifen, ohne sie wirklich zu begreifen. Ich begreife also, dass es da nun einmal etwas gibt, was du mir um jeden Preis verschweigen musst, und dass dich das Selbst am meisten quält, dass du viel lieber reden würdest, wenn du könntest. Sie sah ihn wieder an, und er erwiderte ihren Blick. Danke, sagte er. Nichts zu danken. Sie brachte so etwas wie ein Lächeln zustande. Er lächelte mühsam zurück. Dann ließ er sich wieder auf die Couch-Potsda zurück sinken und sah zu Decke hinauf. Er hörte, dass sie aufstand. Und dann stieg sie auch schon zu ihm auf die Couch, zwängte sich zwischen ihn und die Rückenlehne, ohne ein Wort zu sagen, und gleich darauf hielten sie einander so eng umschlungen, wie es nur ging. Und er presste die Lippen auf ihre Stirn und küßte sie. Es war, als gäbe es nur noch sie auf der Welt, warm und weich, verletzlich und lebendig, während er ihren Atem an seinem Hals spürte und sie ihn ganz fest umklammertiert. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. Stunden hätten vergehen können, während er sie so in seinem Arm hielt, ohne dass er es bemerkt hätte. Ein schrecklicher Gedanke eigentlich, weil dieses kurze Beisammensein vermutlich alles war, was ihnen jemals vergönnt sein würde. Und selbst diese kurze gemeinsame Zeit voran, unerbittlich, das spürte er bereits. Er dachte über ihre eben geäußerten Worte nach, wie sie es empfunden hatte, ihn dort oben auf dem Bürohochhaus in Washington zu sehen. Dachte darüber nach, wie denkbar knapp dieses Zusammentreffen zustande gekommen war. Bloß eine Minute später und alles wäre verloren gewesen. Er und Bethany waren drauf und dran gewesen, ihre eigene Iris zu öffnen, als Finn die seine öffnete. Ohne diese Wendung der Geschehnisse wäre der Schusswechsel, wenn man es überhaupt so nennen konnte, nicht halb so günstig verlaufen. Hätte sich nicht dieses Überraschungsmoment ergeben, hätten Fins Leute das Feuer zielgerichtet erwidern können und Paige wäre ohne jede Deckung ins Kreuzfeuer geraten. Ihre Überlebenschancen wären gleich null gewesen. Er drückte ihr einen Kuss aufs Haar, zog sie noch enger an sich, bemühte sich nicht daran zu denken, wie die Sache auch hätte ausgehen können. Alles nur eine Frage des Zufalls, so sah es aus. Aber sie hatten eben Glück gehabt. Er schloss die Augen und sog genüsslich den Duft ihrer Haare ein. Fünf Sekunden später öffnete er die Augen wieder. Ein Gedanke war ihm gekommen, eine Erinnerung. Ganz deutlich und hartnäckig an etwas, das geschehen war, kurz nachdem Finn von seinem Büro aus die Iris geöffnet hatte. Paige war noch nicht direkt herausgekommen. Zunächst war Finn an die Öffnung getreten und hatte hinausgesehen. Travis hatte darauf geachtet, nicht in sein Blickfeld zu geraten. Dann hatte der Typ Paige befohlen, hinaus auf den Stahlträger zu steigen. Daran erinnerte Travis sich ganz deutlich. Aber da war noch etwas anderes. Kurz davor. Etwas, das Finn ganz zu Anfang geflüstert hatte, nachdem er an die Iris getreten war. Travis hatte dicht genug in der Nähe gestanden, um es zu hören. Bei der Gelegenheit hatte er nicht weiter darauf geachtet. Schließlich hatte er in dem Moment ganz andere Sorgen und sonderlich belangreich hatte sich Fins Bemerkung auch nicht angehört. Jetzt versuchte er, sich diese Bemerkung ins Gedächtnis zurückzurufen, weil er irgendwie das Gefühl nicht los wurde, dass es doch etwas Wichtiges gewesen war. Was hatte Finn noch einmal gesagt? Er dachte eingehend nach. Sekunden vergingen. Dann fiel es ihm wieder ein. Verdammter Mist, sagte Travis. Paige regte sich in seinen Armen und hob dann den Kopf, um ihn anzusehen. Was ist? fragte sie. Er antwortete nicht sofort, weil er vollauf damit beschäftigt war, die letzten beiden Tage noch einmal Revue passieren zu lassen, in allen Einzelheiten. Er vergegenwärtigte sich, was alles geschehen war und was es tatsächlich bedeutete. Es war, als würde er einen Film über ein zerschellendes Weinglas sehen, der allerdings rückwärts lief. Als würden die Scherben und Splitter wie unter dem Sog einer unwiderstehlichen logischen Schwerkraft sich drehen und emporschrauben, bis alles sich wieder am richtigen Platz befand. Vom ersten Augenblick an, als sie durch die Iris geschaut hatten, hatten sie aus dem Anblick auf der anderen Seite die falschen Schlüsse gezogen. Ihr größter Irrtum war ihnen gleich zu Anfang unterlaufen und folglich waren auch sämtliche Schlussfolgerungen, die sie daraus gezogen hatten, vollkommen falsch gewesen. »Travis, was ist denn?« Er blinzelte, sah sie an. »Ich zeig's dir«, sagte er. Und dann ließ er sie los, ganz gegen seinen eigentlichen Willen, und erhob sich von der Couch, wartete, bis auch sie aufgestanden war und ging dann mit ihr auf den Flur hinaus und in Garnas Arbeitszimmer. Ein Wust von Unterlagen war in einzelnen Stapeln überall im Raum verteilt, auf dem Schreibtisch, auf dem Couchtisch, auf den Stühlen und Sesseln, wie nach einem improvisierten Ordnungssystem. »Wir haben aus der Liste mittlerweile fünf Personen herausgesiebt, bei denen wir überzeugt sind, dass man ihnen vertrauen kann«, verkündete Garner. »Ich habe sie schon per E-Mail kontaktiert und eine abhörsichere Telefonkonferenz anberaumt.« Er hob den Blick und verstummte abrupt, als er den Ausdruck auf Travis' Gesicht sah. Nun blickte auch Bethany auf. Beide sahen Travis befremdet an. Warteten darauf, dass er irgendetwas sagte. Doch er bahnte sich nur wortlos einen Weg durch die Aktenstapel zu dem großen Globus neben dem Fenster, kniete davor nieder und drehte ihn, bis er die Vereinigten Staaten vor sich hatte. »Wo könnten Sie hin?«, murmelte er, mehr zu sich selbst. »Wo wäre der beste Ort dafür?« Aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie die drei anderen sich ratlos ansahen. Er drehte den Globus weiter, bis Südamerika vollständig zu sehen war. »War es vielleicht einer von einem Ort, der so trocken ist wie Yuma oder zumindest annähernd?«, sagte er. »In Mittel- oder Südamerika, meine ich?« Garner gluckste. »Ich kenne einen Ort, gegen den Yuma sich ausnimmt, wie Seattle.« »Die NASA testet dort Mars-Rover.« »Als ich noch im Amt war, wollten sie jedes Jahr mehr Geld für Forschungseinrichtungen da unten.« Travis sah ihn gespannt an. »Die Atacama-Wüste«, fuhr Garner fort. »Im Norden Chiles.« »Ganze Regionen dort haben seit Menschengedenken noch nie einen Tropfen Niederschlag verzeichnet.« »Diese Regionen sind biologisch steril.« »Es gibt dort weder Pflanzen noch Tiere, nicht einmal Bakterien.« Die letzte Scherbe des Weinglases fügte sich fugenlos in das Gesamtbild ein. »Unglaublich«, sagte Travis. Doch noch ehe er weiterreden konnte, flatterten von den Aktenstapeln auf einmal einzelne Blätter herunter, weil vom Flur her ein kalter Windzug ins Zimmergeweht kam. Es ging alles blitzschnell. Auf einmal tauchten Männer in der offenen Tür auf, die mit Schalldämpfern versehene Pistolen auf sie richteten. Zwei breitbeinig dastehend, der dritte halbkauernd zwischen ihnen. Es fiel kein einziges Wort. Das war nicht nötig. Die Bewaffneten gaben ihnen Zeichen, das Arbeitszimmer zu räumen, und traten beiseite. Garner führte ihren kleinen Zug an, und gleich darauf standen sie alle im Wohnzimmer. Insgesamt waren es sechs Bewaffnete, alle ausgerüstet mit Pistolen vom Typ Beretta 92F mit Schalldämpfer, durch den sich die Länge des Laufs nahezu verdoppelte. Auf die Pistolen waren schmale LED-Leuchten montiert, die jedoch abgeschaltet waren. Außerdem waren die Männer mit Nachtsichtgeräten ausgerüstet, ganz wie schon der Verfolgertrupp in Juma, die ihnen an langen Riemen um die Hälse baumelten. Finn war ebenfalls dabei. Er hielt beide Zylinder in den Händen. Hinter ihm stand die abgetrennte Iris, die er mit einem Zylinder geöffnet hatte, weiterhin in der Luft. Und von dem pechfinsteren New York auf der anderen Seite wehte nasskalter Oktoberwind herein. Dann schloss sich die Iris, und sofort hörte der kalte Durchzug auf. Bethanys Rucksack, in dem sich die SIG befand, lag noch neben der Couch, wo Travis ihn zurückgelassen hatte. Er sah nicht hin, vergewisserte sich bloß aus dem Augenwinkel, dass der Rucksack noch da war, und schätzte die Entfernung ab. Augenblicklich war das keine Option. Es würde zu lange dauern, dorthin zu gelangen und dann auch noch den Reißverschluss zu öffnen. Bis dahin hätten ihn längst alle Pistolen im Raum aufs Korn genommen und ein halbes Dutzend Mal getroffen. Finn zeigte auf eine Wand, die frei von Mobiliar war. Darüber. Alle vier. Sie zögerten, aber nur ganz kurz. In Anbetracht der Lage blieb ihnen schlicht nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Also gingen sie hinüber und stellten sich nebeneinander an der Wand auf. Die Bewaffneten postierten sich in einem weiten Halbkreis vor ihnen, und zwar so, dass sie einander nicht in die Schusslinie geraten konnten. Hören Sie gut zu. Was jetzt folgt, ist keine leere Drohung, sagte Finn. Nur eine falsche Bewegung, und wir schießen sofort und knallen sie alle ab. Das können wir ohne weiteres tun und immer noch unerkannt entkommen. Das ist ihnen wohl allen bewusst. Soweit alles klar? Keiner von ihnen antwortete. Nicht einmal mit einem Nicken. Finn zuckte die Achseln, wertete ihre Passivität als Zustimmung. Dann legte er die Zylinder auf einen der großen Ledersessel, schritt hinaus in den Flur und verschwand im Arbeitszimmer. Zwanzig Sekunden verstrichen. Sie hörten die Tastatur klappern, gefolgt von ein paar Mausklicks. Travis rief sich vor Augen, wie der PC-Bildschirm ausgesehen hatte, als sie das Zimmer verließen. Garners E-Mail-Programm war geöffnet, alle Passwörter bereits eingegeben. Finn hatte ungehinderten Zugriff auf alles. Sie hörten, wie er leise vor sich hin fluchte, und gleich darauf tauchte er wieder im Wohnzimmer auf, mit dem schnurlosen Telefon in der Hand, das er von der Basisstation neben dem Computer genommen hatte. Er sah Garner an. In der E-Mail, die Sie zur Abstimmung der Telefonkonferenz verschickt haben, werde ich namentlich erwähnt. Tatsächlich? sagte Garner. Finn fixierte ihn eine ganze Weile und wandte sich dann ab. Travis konnte sehen, dass es in seinem Kopf arbeitete. Was er da soeben herausgefunden hatte, gefiel ihm offenbar ganz und gar nicht. Er warf einen Blick auf die Uhr. Das Konferenzgespräch beginnt in sechs Minuten, sagte Finn, wieder zu Garner gewandt. Sie werden sich ebenfalls einschalten und allen mitteilen, dass Ihre E-Mail nunmehr hinfällig ist, dass Sie sie ignorieren sollen und sich keine Sorgen zu machen brauchen, weil sich bereits höhere Stellen um die Situation kümmern. Garner würdigte ihm keine Antwort. Fünf Sekunden lang blieb es still. Haben Sie mich verstanden? sagte Finn. Garner stieß die Luft aus. Es klang beinahe wie ein Lachen. Keine Ahnung, was Sie geraucht haben, aber glauben Sie ernsthaft, dass ich über diese Stöckchen springe, bloß weil Sie es mir hinhalten? Nur zu! Knallen Sie uns ruhig ab! Die fünf Teilnehmer dieser Telefonkonferenz und alle Ihre Sekretärinnen und Mitarbeiter werden es bestimmt kein bisschen verdächtig finden, wenn Sie lesen, dass ich wenige Minuten vor dem angesetzten Beginn des Gesprächs erschossen worden bin. Auch die Tatsache, dass Ihr Name in der E-Mail genannt wird, erregt da mit Sicherheit keinerlei unliebsamen Verdacht. Finn ließ sich davon nicht erkennbar aus der Ruhe bringen, verengte nur leicht die Augen. Offenbar dachte er wieder nach, stellte sich bildlich Züge und Gegenzüge auf einem Schachbrett vor. Dann nickte er. Auch wieder wahr. Er senkte den Blick auf Garnas Telefon und gab eine Nummer ein, hielt es sich ans Ohr, wartete. Als sich am anderen Ende jemand meldete, sagte Finn, »Wir sind hier« und schilderte dann rasch das Problem, das sich durch die Telefonkonferenz ergab. Beim Sprechen zog er sich nach draußen auf den Flur zurück. Travis hörte ihn sagen, »Nein, Ihre Einzelheiten werden in der E-Mail nicht genannt, aber wir beide, Sie und ich, ich komme namentlich vor, was natürlich nicht hilfreich ist.« Dann setzte Finn das Telefonat mit so gedämpfter Stimme fort, dass Travis nichts mehr verstehen konnte. Der Wanduhr im Wohnzimmer nach blieben bis zum Beginn der Telefonkonferenz noch vier Minuten. Finn kehrte ins Zimmer zurück. Dem Leuchten auf dem Display nach war das Telefon weiterhin angeschaltet, doch er hielt es sich nicht länger ans Ohr. Er sah Garner an. »Es ist auf Lautsprecher geschaltet«, erklärte Finn und sagte dann in Richtung Sprechmuschel, »Er hört sie jetzt!« Der Mann am anderen Ende der Leitung äußerte sich leise. Schon bei diesem Laut erkannte Travis die Stimme auf Anhieb. Sie war unverkennbar. »President Garner«, sagte der Mann. »President Curry«, erwiderte Garner. Travis hörte, wie Curry vernehmlich die Luft ausstieß. Er klang müde. »Rich, was genau hast du vor?« »Dieselbe Frage möchte ich zunächst dir stellen. Schieß los.« »Dazu reicht unsere Zeit nicht, dir das jetzt alles zu erklären. Hör zu. Wenn ich dir als alter Freund einen Rat geben darf, warum tust du nicht einfach, worum man dich bittet? Wenn dieses Konferenzgespräch losgeht, sagst du einfach, du hättest vorschnell gehandelt. Und das jetzt alles in Butter ist. Etwas anderes bleibt dir doch gar nicht übrig.« »Das sehe ich etwas anders«, sagte Garner. Eben ging mir noch durch den Kopf, dass ich einfach nur hier stehen und zusehen könnte, wie der Minutenzeiger ein paar Runden auf dem Ziffernblatt dreht. Wenn ich mich in das Gespräch nicht einklinke, schrillen schon allein deshalb erste Alarmglocken. Ob du und deine Leute derlei Alarmglocken gebrauchen könnt, wo ihr doch euer mysteriöses Vorhaben noch vier Monate geheim halten wollt, wage ich zu bezweifeln. Travis sah, wie bei diesen Worten Garners ein Anflug von Belustigung über Fins Gesicht huschte. Er war so schnell wieder verschwunden, wie er aufgetaucht war. »Dein Problem ist doch folgendes«, sagte Kerry. »Du hast die Absicht, eine Front von Unterstützern gegen uns in Stellung zu bringen. Dazu musst du vernünftige Leute von etwas überzeugen, was kein vernünftiger Mensch ohne Vorlage von Beweisen je glauben würde. Wenn du noch einen der Zylinder hättest, wäre das kein Problem. Dann könntest du den Leuten zeigen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Aber diesen Vorteil hast du jetzt eingebüßt. Wer also soll dir Glauben schenken? Dein Status als ehemaliger Präsident wird dir nicht vernützen, wenn zu all jenen, die deiner Behauptung jede Grundlage absprechen, auch der amtierende Präsident und sein gesamtes Kabinett gehören. Garners Entschlossenheit geriet sichtlich ins Wanken. Das entging Travis nicht. Seine Miene verdüsterte sich. »Es ist vorbei, Rich«, fuhr Kerry fort. »Je eher du das einsiehst und anerkennst, desto besser. Zumindest für dich. Du brauchst nur zu kooperieren, dann wirst du von uns nie wieder behelligt. Gerade jetzt liegt es nicht in unserem Interesse, irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren.« Garner sah Paige an, die direkt neben ihm stand. Dann Bethany und zum Schluss Travis. »Was wird mit den anderen?«, fragte Garner. »Und erzähl mir keine Lügen, Walter. Das durchschaue ich sofort. Dessen bin ich mir bewusst.« Erst nach einer längeren Pause redete Kerry weiter. »Aso schön, gut. Sie werden sterben. Sie werden zum Rockport Army Depot auf Long Island gebracht, um dort von ein paar Freunden von uns verhört zu werden. Und danach bekommen sie jeder eine Kugel in den Kopf. Klingt das wahrheitsgemäß genug? Der Punkt ist, dass es auf jeden Fall so kommen wird, unabhängig davon, wie du dich entscheidest. Du kannst ihnen nicht helfen. Du solltest jetzt zuerst und ausschließlich an dich denken. Also tu's einfach. Schalte dich in das Konferenzgespräch ein und spiel deine Rolle gut. Ich mach jetzt die Leitung frei.« Es klickte. Er hatte aufgelegt. Finn drückte auf den Knopf, um den Anruf zu beenden, und hielt das Telefon dann Garner entgegen. Der Wand urnah verblieben noch 30 Sekunden. Es war davon auszugehen, überlegte Travis, dass die anderen Teilnehmer bereits angerufen hatten und nun warteten. Garner nahm das Telefon nicht entgegen. Stattdessen sah er noch einmal der Reihe nach seine drei Leidensgenossen an, die mit ihm an der Wand standen. Dann senkte er den Blick. Travis sah, dass seine Augen in einem Bogen über den Boden huschten, direkt vor den Füßen der sechs Bewaffneten. Fast so, als wollte er sich möglichst unauffällig einen Eindruck von der Haltung der Männer verschaffen. Zu welchem Zweck? Travis folgte Garners Beispiel und musterte die Männer rasch. Sie hatten ihre Pistolen inzwischen sinken lassen. Fast lässig. Wirkten aber dennoch wachsam genug, um die Waffen im Handumdrehen wieder in Abschlag zu bringen. Was also bezweckte Garner mit seiner kurzen Begutachtung? Vielleicht, überlegte Travis, kann darin nur sein Wunsch zum Ausdruck, irgendetwas tun zu können. Mehr nicht. Und in der Tat starrte er bereits auf seine Hände hinab, die er vor sich gefaltet hatte. Mit einem Ausdruck von Hoffnungslosigkeit im Gesicht, als hätte er sich in das Unvermeidliche gefühlt. Er nahm Finn das Telefon aus der Hand. Schalten Sie den Lautsprecher an, verlangte Finn. Garner nickte. Sir, tun Sie das nicht, sagte Paige. Sie sah Garner an. Doch er wich ihren Blick aus. Er tippte eine Nummer in das Telefon ein. Es begann zu läuten. Herr Präsident, sagte Paige. Dann versagte ihr die Stimme. Nicht aus Furcht, das wusste Travis, sondern aus Enttäuschung. Paige kannte Garner schon einige Zeit und war offenbar fassungslos darüber, was sie hiermit ansehen musste, als mochte sie es einfach nicht glauben. Das Läuten hörte auf und eine aufgezeichnete Durchsage war zu vernehmen, die Garner zur Eingabe eines sogenannten Brückencodes aufforderte. Er gab eine Zahlenfolge ein. Nach einem Signalton waren einige Klickgeräusche zu hören, woraus Travis schloss, das vermutlich gerade die selber aufgezeichnete Stimme den anderen Teilnehmern mitteilte, dass Garner sich jetzt zugeschaltet hatte. Paige trat eine Träne aus dem Auge und rann ihr an der Wange hinunter. Dann öffnete sich die Leitung und mehrere Stimmen auf einen Mal waren zu vernehmen, die Hallo sagten und fragten, ob die Runde jetzt komplett wäre. Meine Herren, sagte Garner. Die Stimmen verstummten. Garner, der es noch immer geflissentlich vermied, mit Paige anzusehen, atmete einmal tief durch. Meine Herren, es sieht so aus, als hätte ich Sie für nichts und wieder nichts beherrlicht. Nach einem längeren Gespräch, das ich gerade mit Präsident Curry geführt habe, bin ich jetzt zuversichtlich, dass er die Lage, die ich mit Ihnen besprechen wollte, voll auf im Griff hat. Wir alle brauchen uns deshalb keine Sorgen zu machen. Entschuldigen Sie, dass ich so kurz angebunden bin, aber das wäre alles. Er beendete den Anruf per Knopfdruck, senkte den Kopf. Finn wirkte eher erleichtert als glücklich. Travis meinte fast so etwas wie Mitgefühl für Garner in seiner Mine zu erkennen. Sie sind Realist, sagte Finn. So habe ich Sie auch immer schon eingeschätzt. Das ist keine Schande. Sie sind eben ein Mensch, der seine Möglichkeiten ganz nüchtern abschätzt und danach handelt. Er nahm Garner das Telefon wieder ab. Garner sah ihn nicht an, wandte aber dann endlich Paige das Gesicht zu. Wahrscheinlich würden Sie mir jetzt am liebsten so richtig eine runterhauen, sagte Garner. Bringen Sie mich nicht auf dumme Gedanken, antwortete sie. Nein, tun Sie es ruhig, nur zu. Dann wird es Ihnen besser gehen und mir auch. Einen Augenblick lang starrte sie ihn bloß an. Dem Ausdruck auf seinem Gesicht nach schien er hauptsächlich sich selbst zu bemitleiden. Und dann ohrfeigte Paige ihn, verabreichte ihm eine im wahrsten Sinne des Wortes schallende Ohrfeige. Das Geräusch, laut und scharf, wie ein Peitschenknall, halte von den Fenstern, der Wand gegenüber und sogar dem Steinboden draußen im Flur wieder. Der Schlag war so kräftig, dass Garners Kopf zur Seite flog und er einen Schritt zurückweichen musste, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Als er Paige wieder ansah, rann ihm Blut über die Lippe. Aber er lächelte. Ein sonderbares Lächeln, als lächelte er über einen Scherz, den außer ihm noch niemand begriffen hatte. Er wandte sich Finn zu. Das Lächeln wurde grimmiger, kälter. Finn sah kurz verwirrt rein und dann auf einmal ängstlich. Meine Möglichkeiten vermag ich ungleich besser abzuschätzen als sie, sagte Garner. Hätte er noch weiter gesprochen, wären seine Worte vom Geräusch der Wohnungstür übertönt worden, die jetzt krachend auflog. Travis blickte ruckartig zur Seite und sah zwei Männer in schwarzen Anzügen und mit MP5-Maschinenpistolen hereinstürmen, die sie bereits schussbereit geschultert hielten. Praktisch im selben Moment drang dasselbe krachende Geräusch noch aus anderen Winkeln der Wohnung herüber. Zwei weitere Teams, die durch andere Zugänge hereinstürmten. Jetzt begriff er, warum Garner die sechs Bewaffneten und ihre eher lässige Haltung gemustert hatte. Bei der kleinsten falschen Bewegung ihrer vier Gefangenen hätten sie ihre Berettas sofort hochgerissen. Bewaffnete Secret-Service-Agenten aber, die überfallartig die Wohnung stürmten, waren etwas ganz anderes. Die Wirkung auf die sechs Männer, von Finn ganz zu schweigen, ließ nicht auf sich warten. Sie wandten ihre Köpfe den Geräuschen der verschiedenen Türen zu, die gerade aufkrachten. Von ihrem Standort aus konnten die sechs nicht direkt in den Flur blicken. Travis und die anderen drei schon, weil die Wand, an der sie standen, eine Verlängerung der einen Flurwand war. Doch Fins Bewaffnete wussten auch so, wer da im Anmarsch war. Das hatte der Teil ihres Gehirns, der sie dazu veranlasst hätte, eine heiße Kartoffel umgehen fahren zu lassen, blitzschnell erfasst. Was, wie Travis nicht entging, eine Art neutrales Tauziehen zwischen allen möglichen die Art Entscheidung, die sie in der geradezu lächerlich kurzen Zeit hätten treffen können, die ihnen zur Verfügung stand. Mindestens einer der sechs entschied sich für die erste Option. Der Mann, der Travis am nächsten stand. Die Beretta des Typen hob sich bereits, um sie aufs Korn zu nehmen, während die Leute vom Secret Service draußen durch den Flur gestürmt kamen. Sie würden das Wohnzimmer bald erreichen, aber nicht bald genug. Travis schnellte auf den Mann zu, der gerade seine Pistole hob und ihm günstigerweise genau gegenüber stand, überquerte die anderthalb Meter, die sie voneinander trennten in derselben Zeit, die der Mann brauchte, um die Pistole bis in Brusthöhe zu heben. Mit der linken Hand packte er den Schalldämpfer und riss die Waffe nach unten, damit sie nicht als das genügte voll auf. Der Typ taumelte zurück und ließ reflexhaft seine Pistole los. Und dann wirbelte Travis mit der Pistole in der Hand herum, direkt an dem Typen vorbei und über den Halbkreis der anderen hinaus, ohne den Versuch zu unternehmen, sein Tempo zu drosseln oder auch nur auf den Beinen zu bleiben. Er machte noch einen Schritt, ehe er endgültig aus dem Tritt geriet und dann stürzte er auch schon, wobei er noch im Fallen seine Drehung abschloss. Die Beretta weiter in der linken, die den Schalldämpfer umfasste. Er riss die rechte Hand hoch und packte die Pistole am Griff, hob sie, um auf einen der anderen Bewaffneten zu ziehen. Natürlich deutete sein Schusswinkel im Fallen extrem nach oben. Falls der ging nicht daneben, sondern traf den Mann am Hinterkopf und pustete ihm den Schädel weg. Dann knallte Travis mit dem Hintern voll auf den Boden und verlor kurz die Kontrolle über seinen Schussarm. Inzwischen waren alle in Bewegung. Alles passierte zu schnell, als dass Travis noch den Überblick hätte behalten können. Er sah, wie Paige und Bethany die Köpfe einzogen und auf ihn zustürzten, um sich aus der Todeszone in Sicherheit zu bringen, die nun gleich zwischen den Bewaffneten und den im Flur heranstürmenden Beamten entstehen würde. Er konnte die Schritte der Beamten hören, wie auch die der anderen Teams, die noch irgendwo hinter ihnen waren, außer Sichtweite. Er sah, wie die Bewaffneten geduckt die Flucht ergriffen, vermutlich, weil sie die Beamten jetzt sehen konnten. Ein Mann prallte von hinten mit solcher Wucht gegen den Ledersessel, auf dem die Zylinder lagen, dass der Sessel vorn überkippte und beide Zylinder auf den Teppich fielen, wo sie in unterschiedliche Richtungen davon rollten. Nur leider nicht in Travis Richtung. Travis hob erneut die Beretta und spähte suchend nach einem Ziel umher, als ihm jäh zu Bewusstsein kam, was für ein Bild er abgab. Er hielt eine Pistole in der Hand und das in einem Zimmer, in dem sich ein ehemaliger Präsident aufhielt und in das jetzt gleich Sicherheitsbeamte gestürmt kommen würden, was seine Überlebenschancen erheblich verringerte. Er schleuderte die Pistole blitzschnell zur Seite, sah, wie sie auf dem Teppich landete und weiterschlitterte, bis sie unter der Couch verschwand. Gleichzeitig bekam er mit, wie Paige und Bethany auf ihn zuhechteten. Kaum, dass sie auf dem Boden gelandet waren, fing auch schon die Schießerei an. Travis sah sofort, dass die Lage für sie nicht günstig war. Finn und seine Leute hatten sich in angrenzende Zimmer zurückgezogen und Ghana an Ort und Stelle zurückgelassen. Die Beamten des Secret Service stürzten bereits auf ihn zu und gaben dabei Abwehrfeuer in die anderen verschwunden waren. Aber sie versuchten nicht ihnen nachzusetzen, unternahmen keinen direkten Angriff auf sie, weil das nicht ihre Aufgabe war. Ihre Aufgabe bestand einzig darin, Ghana in Sicherheit zu bringen und das würden sie in etwa 15 Sekunden erledigen. 20 maximal. Sie würden ihn schützend in ihre Mitte nehmen und eilig aus dem Zimmer schaffen. Den Flur hinab, hinaus ins Treppenhaus und dann würden sie vermutlich sogar das Gebäude mit ihm verlassen. Wobei sie zwar weiter Schüsse zur Deckung ihres Rückzugs abgeben würden, aber mehr auch nicht. Nicht einmal Ghana hatte die Vollmacht von ihnen etwas anderes zu verlangen. In der allgemeinen Aufregung würden sie ihm wohl auch gar nicht erst zuhören. In weniger als einer halben Minute würden er und die beiden Frauen mit Fins Leuten allein in der Wohnung zurück bleiben, bis auf einen alle noch am Leben. Travis lag inzwischen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, die unbewaffneten Hände vor sich ausgestreckt. Paige und Bethany lagen in derselben Haltung direkt neben ihm. Travis hob den Kopf und sah, wie zwei Beamte an der inneren Wohnzimmerwand vorbeiliefen. Sie gaben Salven von jeweils drei Schüssen ab. Was sonst noch vor sich ging, konnte Travis von seiner Position aus nicht sehen. Ob Fins Leute schossen, entzog sich seine Erkenntnis. Ihre schallgedämpften Schüsse wären im Getöse der Maschinenpistolen unmöglich zu hören gewesen. Paige wandte ihm das Gesicht zu und sah ihn eindringlich an. Auch sie hatte längst erfasst, in welch misslicher Lage sie sich befanden. Dann sah sie an ihm vorbei. Er wendete den Kopf, um ihrem Blick zu folgen, und sah einen der Zylinder. Er lag etwa drei Meter entfernt unter dem Couchtisch. Er sah sich nach dem anderen um, konnte ihn aber nicht entdecken. Der Richtung nach, in die er gerollt war, befand er sich jetzt näher bei Fins Standort. Es war sinnlos, auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden. Travis schaute Bedürfte es keiner besonderen Vorkehrungen mehr, um sie in Position zu bringen. Die Fußböden in dieser Gebäuderuine bestanden nicht bloß aus Beton und Bewährungsstäben, sondern aus einem dichten Gitterwerk aus Stahlruten, das trotz der weit fortgeschrittenen Verrostung noch bemerkenswert stabil war. Die Stahlruten waren an die drei Zentimeter dick und in einem Abstand von nicht mehr als sieben Zentimetern miteinander verflochten. Egal in welcher Stelle er die Iris öffnete, sie würden immer eine stabile Fläche vorfinden, auf der sie hinaus kriechen könnten. Von der Stelle aus, an der er lag, könnte er den Zylinder in zwei Sekunden erreichen. Page erriet, was ihm durch den Kopf ging. Lass es! Ihre Stimme war in der allgemeinen Schießerei kaum zu verstehen. Sie werden glauben, es sei eine zwischen bei Ghana angelangt, umringten ihn von allen Seiten. Zwei oder drei von ihnen hatten ihren Schützling links und rechts an den Armen gepackt und zerrten ihn jetzt auf die Tür und damit auf den Flur zu. Ghana schrie ihnen tatsächlich etwas zu, ganz wie Travis vermutet hatte. Mit ähnlich bescheidenem Erfolg wie vermutet. In zehn Sekunden würden sie fort sein. Sie feuerten weiter in Richtung der Tür Durchgänge, durch die Finn und seine Leute geflüchtet waren, aber nur sporadisch und ungezielt, lediglich zur Abschreckung. Einer der Beamten ließ Travis, Paige und Bethany nicht aus den Augen, während er mit seiner MP5 gleichzeitig die Durchgänge im Visier behielt. Sofern er zu dem Schluss kam, dass sie eine Gefahr darstellten, könnte er den Lauf seiner Waffe sofort auf sie Er schätzte ab, wie lange es noch dauern würde, bis die Beamten draußen auf dem Flur waren, von wo aus sie ihn nicht länger würden sehen können. Fünf Sekunden höchstens. Er sah zu den Türdurchgängen hinüber. Irgendwo dahinter befanden sich Finn und die anderen. Travis hatte keinen Zweifel daran, dass zumindest Finn dieselben Berechnungen anstellte wie er, um den denkbar kurzen Zeitraum abzupassen, wenn die Agenten die Suite verlassen hätten und Travis Gelegenheit hätte, den Zylinder zu erreichen und die Iris zu öffnen. Es würde schon eine gewisse Anzahl von Sekunden dauern und eine gewisse Anzahl von Sekunden würde ihm durchaus zur Verfügung stehen. Die eine Anzahl würde am Ende größer sein als die andere. So einfach wäre es letztendlich. Auf den letzten Metern vor der Tür, die in den Flur führte, verfielen die Secret Service Leute in Laufschritt, den untergehakten Garner eilig mit sich zerrend. Und dann waren sie draußen. Irgendwo auf dem Flur, wo Travis sie nicht mehr sehen konnte. Darauf hatte er nur gewartet. Er zog die Beine an, stemmte die Füße in den Teppich und schnellte nach vorne, wobei ihm gleichzeitig zu Bewusstsein kam, wie still es auf einmal in der Suite war, weil jetzt nicht mehr geschossen wurde. Die Sicherheitsbeamten hatten nur noch das Ziel, ihren Schützling so schnell wie möglich aus der Wohnung zu bringen und entfernten sich im Eiltempo den Flur hinunter. Ihre Schritte waren das einzige Geräusch, das zu vernehmen war. Ganz kurz nur. Dann hörte Travis noch andere Schritte, deutlich näher. Travis knallte mit beiden Händen gegen Stand. Finn und die anderen kamen rasch näher. Sie waren zwar noch nicht im eigentlichen Wohnzimmer, aber das würde sich gleich ändern. Travis bekam den Zylinder mit ausgestreckten Händen zu fassen. Er landete auf der Schulter, drehte sich sofort um und richtete das Gerät so aus, dass es auf Page und Bethany zeigte, drückte erst auf den Anknopf und dann sogleich auf aus, in Klammern trennen bzw. verzögern, Strich 93 Sekunden. Die Iris öffnete sich eine Handbreit über dem Fußboden. Die Nacht dahinter war pechfinster, undurchdringlich. Nur der strömende Regen in der Öffnung glänzte silbrig in dem Licht, das aus der Suite hinüber drang. Der Projektionsstrahl nahm bereits an Helligkeit zu, während die Iris mit der nötigen Energie gespeist wurde, um aus eigener Kraft offen zu bleiben. Travis hatte nie darauf geachtet, wie lange dieser Vorgang genau dauerte. Ein paar Sekunden, so war es ihm immer vorgekommen, diesmal schien es länger zu dauern. Die Schritte waren inzwischen näher gekommen, befanden sich definitiv schon im Wohnzimmer. Travis wandte aber nicht den Kopf um, um keine kostbare Zeit zu verlieren. Paige hatte sich auf alle Viere aufgerichtet und machte einen Satz nach vorn, hechtete in den Lichtkegel, aber nicht auf die Iris zu, sondern in Richtung Couch, wo sie sich nach der Landung geschmeidig auf dem Boden abrollte und blitzschnell Bethanys Rucksack packte. In einer fließenden Bewegung wandte sie sich zu der Iris um und schleuderte den Rucksack mit aller Kraft hindurch in die Finsternis. Travis hörte das Klirren der Sick und der Patronen, als der Rucksack auf dem Gitterwerk landete. Im selben Augenblick erlosch endlich der Lichtstrahl und trennte sich von der Iris. Paige winkte Bethany hektisch zu, was aber gar nicht nötig war. Bethany hatte sich längst in Bewegung gesetzt. Sie richtete sich auf Händen und Knien kaum mehr als 30 Zentimeter vom Boden auf und schnellte geschmeidig durch die Iris, ohne dabei auch nur den Rand der Öffnung zu berühren. Paige folgte ihr gleich hinterher und als sie die Iris zu etwa zwei Drittel passiert hatte, packte Travis den Zylinder mit der rechten Hand und warf ihn durch die Öffnung, weil er darauf vertraute, dass sie sich auf der anderen Seite angekommen sofort umdrehen würde und das Ding daher noch rechtzeitig fangen könnte. Ihm blieb keine geistesgegenwärtig die Hände vors Gesicht, als sie den Zylinder auf sich zufliegen sah. Sie bekam ihn gerade noch zu fassen und drückte ihn an sich, ohne dann noch einen Gedanken darauf zu verschwenden. Weil Finn und zwei seiner Männer soeben auftauchten, kaum drei Meter hinter Travis. Sie kamen hinter dem umgekippten Ledersessel und dem anderen Sessel, der noch daneben stand, zum Vorschein, hoben Couch, ganz in der Nähe. Doch der Zwischenraum war zu schmal, um auf die Schnelle mit der Hand danach zu tasten. Was Travis stattdessen hatte, war der Couchtisch, den er in der Mitte mit beiden Händen gepackt hielt und gerade über den Kopf hob, während er sich aus seiner gekauten Haltung aufrichtete. Finn und seine Männer zuckten zurück. Damit hatten sie nicht gerechnet. Travis stand Zugestoßer. Finn duckte sich. Der Mann links von ihm riss schützend die Unterarme hoch. Der Mann rechts, offenbar völlig überrumpelt, unternahm nichts. Und Paige sah, wie er von der Tischkante frontal an der Nase getroffen wurde. Seine untere Gesichtshälfte war gleich darauf blutüberströmend. Alles weitere bekam Paige nicht mehr mit. Sie sah, wie Travis jetzt geduckt auf die Öffnung zuhechtete und rückte hektisch beiseite, um ihm Platz zu machen. Er kam mit dem Kopf voraus hindurch, landete auf den Unterarmen, drehte sich um und zog rasch die Beine über den Rand der Öffnung nach. Paige schoss durch den Kopf, dass sie noch längst nicht in Sicherheit waren. Eher das Gegenteil. Sie lagen direkt vor der Öffnung im Dunkel, ohne die Möglichkeit, sich rasch zu entfernen oder in Deckung zu gehen. Wenn es so aufgehalten worden, ihnen blieb noch reichlich Zeit, ehe sich die Iris schließen würde. Sie sah bereits zwei Paar Füße und Schienbeine, die um die Sessel herum kamen, sich drehten und die freie Fläche überquerten. Die Männer müssten sich nicht einmal die Mühe machen, durch die Iris nach ihnen Ausschau zu halten. Sie bräuchten nur, ihre Pistole hindurch schieben und könnten losfeuern, in der Gewissheit ihre Ziele nicht zu verfehlen. Die Sigg! Verdammt! Wo war der Rucksack? Als Page ihn durch die Iris geworfen hatte, war ihr einziger Gedanke gewesen, ihn so rasch wie möglich aus dem Raum zu befördern. Sie fuhr herum, versuchte zu erraten, wo und wie weit weg genau der auf dieser Seite gelandet sein mochte. Doch kaum hatte sie Bethany schoss. Page wandte sich blitzschnell wieder um und sah, wie anderthalb Meter hinter der Öffnung eine Kniescheibe getroffen wurde. Der Mann brüllte auf und stürzte zu Boden. Es war nicht Finn. Der Typ hatte seine Beretta zwar noch in der Hand, zielte aber nicht. Bethanys nächster Schuss durchschlug sein Nasenbein und er sackte leblos auf dem Teppich zusammen. Das zweite Paar Beine machte abrupt Halt. Der Mann sprang beiseite und entging auf diese Weise knapp Bethanys nächstem Schuss. Die Patrone schlug stattdessen in eins der kugelsicheren Fenster der Swede ein. Page sah, wie Travis sich inzwischen aufrappelte. Er hielt ihr die Hand entgegen, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Auch Bethany richtete sich nun auf, hielt aber den Oberkörper weiter in einem schrägen Winkel zu Iris. Die in der finsternis schwebende Öffnung, aus der helles Licht auf den rings um niedergehenden Regen fiel, bot einen unwirklichen Anblick. Bethany hielt weiter die Sigg auf die Öffnung gerichtet, aber dort tauchte niemand mehr auf. Die noch verbleibende Minute zog sich quälend in die Länge. Dann endlich schloss sich die Iris. Und um sie herum waren nur noch Regen und Kälte und Dunkelheit inmitten der verfallenen Stadt. Der Regen erwies sich sogleich als nützlicher Wegweiser. Wo er durch die verrosteten Stäbe des Gitterwerks drang, war nur ein gleichförmiges Rauschen zu vernehmen. Aber irgendwo ganz in der Nähe verursachte er ein anderes Geräusch, eine Art Prasseln auf einer soliden Oberfläche. Die Treppe. Ganz wie in dem Bürohochhaus in Washington hatten die robusten Stufen des Treppenaufgangs in diesem Gebäude die Jahrzehnte des Verfalls unbeschadet überstanden. Früher am Tat waren sie die gesamten 30 Stockwerke auf der Treppe emporgestiegen. Travis stand auf. Also gehen wir. Sie machten sich auf den Weg, wobei sie einige Male stehen blieben, um zu horchen, aus welcher Richtung genau das prassende Geräusch kam. Da es so finster war, bewegten sie sich nur langsam vorwärts, setzten vorsichtig einen Fuß vor den anderen, auch aus Sorge um die Tragfähigkeit des Gitters. Ehe sie zur Treppe kamen, könnte ihnen noch anderes begegnen. Der Aufzugsschach zum Beispiel. Travis schwenkte in halber Höhe einen Arm vor sich herum. Kurz darauf traf er auf einen Widerstand. Eine aufrecht stehende Strebe. Er tastete sich weiter und fand das obere Ende des noch stabilen Treppengeländers. Eine halbe Minute später befanden sie sich bereits zwei Etagen tiefer. Travis verließ den Treppenabsatz und schob sich vorsichtig ein paar Meter weiter zu der Stelle vor, an der er die Repetierflinte zurückgelassen hatte. Dank der Metallplatte, unter der er sie angelehnt hatte, war sie trocken geblieben. sagte er. Er hörte ein Rascheln und dann drückte Bethany ihm in der Finsternis den Rucksack in die Hände, in dem sich jetzt nur noch die Flintenpatronen befanden. Bethany hielt nach wie vor die Sick in der Hand und Paige trug den Zylinder. Was hast du vor? fragte Paige. Ich gehe wieder nach oben, sagte Travis, während ihr schön weiter nach unten geht. So ein Unsinn. Entweder kommst du mit uns mit oder wir kehren alle zusammen nach oben zurück. Finn und seine Leute haben noch den anderen Zylinder, sagte Travis, und er ist ihr einziger Ausweg aus dem Gebäude. Die Ausgänge im Erdgeschoss sind vermutlich eine halbe Sekunde nach der Ohrfeige, die du Ghana verpasst hast, zugeschnappt wie eine Bärenfalle. Sogar die oberen Treppenhäuser könnten inzwischen durch Sicherheitspersonal abgeriegelt worden sein. Zumindest muss Finn davon ausgehen. Er kann das Gebäude also nur noch durch die Iris verlassen, vom obersten Stock aus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er uns nach wie vor schnappen oder eliminieren will. Welche Strategie ist für ihn also am sinnvollsten? Paige dachte kurz nach, ehe sie antwortete, er wird uns ein paar Minuten Vorsprung lassen und erst dann durch die Iris steigen, um zu vermeiden, dass wir noch in der Nähe sind und auf ihn und seine Leute schießen, während sie durch dieses Nadelöhr kommen. Genau, sagte Travils. Wenn sie diesen neuralgischen Punkt erst mal überwunden haben, sind sie uns gegenüber klar im Vorteil. Du hast die Nachtsichtgeräte gesehen, die so umgehängt hatten. Sie können also in der Finsternis sehen, im Gegensatz zu uns. Falls sie in den nächsten Minuten durch die Iris kommen, während wir uns die Treppe hinuntertasten, werden sie uns mühelos einholen, ehe wir im Erdgeschoss ankommen. Und sie wissen, dass wir unseren Zylinder nicht dazu benutzen können, um auf einer Etage weiter unten wieder zurück zu steigen. Nicht solange das Gebäude komplett abgeriegelt ist. Wir würden sofort festgenommen werden und uns umgehend in der Gewalt von Präsident Curry befinden. So oder so bedeutet das für uns den sicheren Tod. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen uns so lange hier zwischen den Ruinen aufhalten, bis wir dieses Gebäude weit hinter uns gelassen haben. Aber das geht nur, wenn einer hier oben bleibt und den Rückzug sichert. Und so leid mit Hut wieder mal den Schuh raushängen zu lassen. Das übernehme ich und damit basta. Er zog sich den Rucksack über die Schultern. Das Gewicht der Patronen darin hatte etwas Beruhigendes. Aber sehen wir es mal positiv, sagte er. Das ist auch eine Gelegenheit, der Sache hier und jetzt ein Ende zu setzen. Dann sollten wir alle drei bleiben, sagte Bethany. Nein, beharrte Travis. Wir dürfen den Zylinder nicht aufs Spiel setzen. Was Curry am Telefon gesagt hat, stimmt. Niemand würde diese Geschichte glauben, wenn er nicht selbst einen Blick durch die Iris werfen kann. Ohne den Zylinder hat Ghana keine Chance. Er braucht ihn. Das ist wichtiger als unser persönliches Überleben. Beide Frauen antworteten nicht sofort. Während um sie herum der Regen niederrauschte, meinte Travis zu spüren, wie sie sich mit der Idee anfreudeten. Ungern und widerstreben zwar, aber am Ende beugten sie sich seiner Argumentation. Wo treffen wir dich? fragte Paige. Sobald ihr unten auf der Central Park West Avenue seid, wendet euch nach Süden. Seht zu, dass ihr euch so weit wie möglich von hier entfernt. Wird in der Finsternis zwar nicht ganz einfach sein, aber tut euer Bestes. Ihr werdet die Schießerei dann schon hören. Wenn alles gut geht, folge ich euch nach unten und rufe euch dann. Wieder verstrichen einige Sekunden. Dann spürte er, wie Paige ihm eine Hand ans Gesicht legte und mit den Fingern sanft seinen Konturen folgte. Ungefähr so, als wollte sie in der Finsternis auf diese Weise einen letzten Blick auf ihn erhaschen. Sei dort, sagte sie. Dann zog sie ihre Hand fort und als nächstes hörte Travis die Schritte der beiden, die sich die Treppe hinunter entfernten. Er lauschte ihnen noch ein paar Sekunden nach und eilte dann wieder die Treppe hinauf. Wieder oben angelangt, postierte er sich auf einem Knie auf Vorteil. Wenn sein Feuer erwidert wurde, könnte er immerhin ein paar Stufen nach unten zurück weichen. Je länger er über seine Chancen nachdachte, desto mehr wuchs seine Zuversicht. Bei einer Entfernung von über zwölf Metern würde die Streuung der Schrot geschosse mindestens so breit sein wie die ihres. Wer dorthin durchkam, würde in Stücke gefetzt. Finn und seine Leute waren ursprünglich zu siebt gewesen. Zwei von ihnen waren inzwischen tot, vielleicht sogar noch mehr. Travis nahm den Rucksack vom Rücken, stellte ihn vor sich auf den Boden ab und öffnete den Reißverschluss. Zog die Öffnung weit auf, um später möglichst ungehinderten Zugriff zu haben. Fünf Schüsse konnte die Remington abgeben. Vier Patronen befanden sich im Magazin, eine schon in der Kammer. Er tastete nach der Ladeöffnung und vergegenwärtigte sich noch einmal, wie man Patronen hineinschob, ohne etwas sehen zu können. Mit besonderen Schwierigkeiten rechnete er dabei nicht, weil er das immer hauptsächlich nach Gefühl erledigte, ohne hinzusehen. Er ließ den Blick einmal in einem weiten Bogen durch die Finsternis schweifen. Selbst am Rande seines Gesichtsfeldes würde er die Iris auf übersehen sein, wie ein Scheinwerfer, der gerade angeschaltet wurde. Er brachte die Flinte in Anschlag und stemmte sich den Kolben fest gegen die Schulter. Er war bereit. Finn stand an der offenen Wohnungstür und horchte in den Hausflur. Das Treppenhaus war sechs Meter entfernt. Garnas Personenschützer hatten mit ihrem Schützling gewiss diese Route nach unten gewählt, statt erst lange auf einen Aufzug zu warten. Finn aber horchte jetzt auf etwas anderes. Auf das Geräusch von Schritten, die die Treppe herauf kamen. Er hörte nichts. Was aber nur zu erwarten war, wie ihm auffiel. Auf dem Weg nach unten hatten die Leute vom Secret Service so viel Lärm machen können, wie sie wollten. Sicherheitspersonal, das jetzt womöglich nach oben kam, um die Treppenaufgänge zu sichern, würde wahrscheinlich darauf achten, so lautlos wie möglich nach oben zu schleichen. Er kehrte ins Wohnzimmer zurück. Fünf seiner Männer waren noch am Leben. Einer hatte einen Nasenbeinbruch und vermutlich noch weitere Knochenbrüche im Gesicht erlitten. Der Mann hielt sich zwar tapfer auf den Beinen, machte aber den Eindruck, als könnte er mit seinen fast zugeschwollenen Augen kaum noch etwas sehen. Unten vor dem Gebäude trafen mittlerweile immer mehr Polizeifahrzeuge ein. Hier oben war das Geheul ihrer Sirenen nur schwach zu vernehmen. Finn fiel ein fernes Blinken am Himmel auf. Die Scheinwerfer eines Hubschraubers, der soeben über der Stadt herangeschwert kam. Er bückte sich nach dem Zylinder, der bis in die Ecke gerollt war, wo die Fensterfront auf die Zimmerwand traf und hob ihn auf. Wie stellte sich die Lage momentan dar? Auf der anderen Seite würden Miss Campbell und ihre Freunde vermutlich gerade die Treppe hinunter laufen, so schnell sie nur konnten. Es sei denn, sie hatten beschlossen zu bleiben und die Sache an Ort und Stelle auszufechten. Finn drehte sich langsam im Kreis herum und ließ den Blick schweifen, während er sich bildlich vorstellte, jede Möglichkeit, sich irgendwo ungesehen auf die Lauer zu legen. Gesetzt den Fall, die anderen lauerten ihnen auf jener Seite tatsächlich auf, wo würden sie sich dann postieren? Er setzte seine langsame Drehung fort und hielt dann inne, blickte durch den Flur zur Wohnungstür, hinter der sich der äußere Korridor und das Treppenhaus befanden. Er dachte kurz nach. Ja, das war folgerichtig. Anfrage. Er wandte sich wieder um, musterte die Suite im Hier und Jetzt, sah zu dem Durchgang in der Wohnzimmerwand, der einen Blick durch die gesamte Zimmerfolge gewährte, bis zum letzten Raum am hinteren Ende der Wohnung. Dem Raum, der vom Treppenaufgang am weitesten entfernt war. Er gab seinen Männern Zeichen, ihm zu folgen und setzte sich in Bewegung. Sie schlossen sich einem kleineren Wohnzimmer mit Korbmöbeln und leuchtend gelben Wänden. Am Fenster befanden sich Vorhänge aus schwerem Leinen. Finn setzte sein Nachtsichtgerät auf, das er um den Hals baumeln hatte. Seine Männer folgten seinem Beispiel. Er hob den Zylinder, legte den Finger auf den Anknopf und zog ihn dann wieder zurück. Etwas Offensichtliches war ihm aufgefallen. »Zieht die Vorhänge zu«, sagte er, »und schaltet alle Lampen aus.« Travis wartete. Sein Hemd war mittlerweile vom Regen völlig durchnässt. Die Nachtluft mochte eine Temperatur von etwa 15 Grad haben, führte sich aber der Feuchtigkeit wegen empfindlich kühler an. Nach wie vor spähte er in der Dunkelheit wachsam in alle Richtungen. Wie lange kniete er nun schon hier? Schwer zu Page und Bethany waren wahrscheinlich schon fast im Erdgeschoss angekommen. Travis liegte lauschend den Kopf schräg. Er hatte etwas gehört. Ein klagendes Geräusch, irgendwo in der Ferne, abwechselnd an- und abschwellend, eben noch auszumachen im rauschenden Regen. Es erinnerte ihn an das Geheul der Wölfe in den Trümmern Washingtons, aber die Tonlage war höher. Koyoten vielleicht. Oder auch bloß der Wind, der durch die Stahlträger heute. Page zählte die Stockwerke, während sie mit Bethany die Treppe hinunterlief. Garnas Wohnung befand sich im dreißigsten Stock. Inzwischen hatten sie 23 Stockwerke zurückgelegt. Der Abstieg war mühsamer, als sie es sich ausgemalt hatte. Die Metallstufen waren nass und rutschig vom Regen und auf manchen Etagen fehlte das Geländer. Sie versuchte, sich vor Augen zu rufen, wie der Treppenaufgang ausgesehen hatte, als sie bei Tageslicht hinaufgestiegen waren. Waren sie an Treppenabsätzen vorbeigekommen, die verformt oder sonst wie beschädigt gewesen waren? Nein, sie konnte sich nicht entsinnen, dergleichen gesehen zu haben, sonst hätte es sich ihr eingeprägt. Sie wurde aber trotzdem das Gefühl nicht los, dass da irgendetwas war. Etwas, das ihr auf dem Weg nach oben aufgefallen war, obwohl es zu dem Zeitpunkt nicht weiter von Belang gewesen war. Jetzt im Dunkel aber könnte es durchaus von Belang sein. Travis maß dem klagenden Geräusch, das nur ganz schwach an sein Ohr drang, vorerst keine Bedeutung zu, obwohl es ihn im Stillen irgendwie beunruhigte. Jetzt hörte er noch etwas anderes. Ganz schwach nur zunächst. Eine Art Trommeln. Ein bisschen so, als wäre der Regen stärker geworden. Doch davon nahm er auf seiner Haut nichts war. Dann wurde das Geräusch ein klein wenig lauter und er erkannte plötzlich, was er da hörte. Und da wurde ihm klar, dass er übel in der Falle saß. Als Page auf den Treppenabsatz im vierten Stock trat, passierte es. Sobald ihr Fuß den Boden berührte, fiel ihr schlagartig wieder ein, wonach sie gerade ihr Gedächtnis durchforstet hatte und warum es von Belang war, aber nicht, weil es dunkel war, sondern weil es regnete. Es war ein Ahornswei, an dem sich noch einige Blätter befanden. In der diesigen Helligkeit des Nachmittags hatten sie zusammengerollt und feucht keine Gefahr dargestellt, bloß etwas, das man kaum darüber hinweggestiegen war, gleich wieder vergessen hatte. Jetzt aber waren die Blätter vom Regen durchnässt und auf den Streben des Gitterwerks von ähnlich tückischer Wirkung wie eine Öllare. Paige trat von der untersten Treppenstufe mitten auf das Nasselorb und merkte mit Schrecken, wie ihr Fuß nach vorne wegglitt. Ihre Hände schossen reflexartig nach unten, um ihren Sturz nach hinten zu bremsen, sonst hätte sie sich an den Metallstufen den Schädel eingeschlagen. Erst nach der unsanften Landung auf dem Hinterteil wurde ihr bewusst, was sie getan hatte. Paige, sagte Bethany, Scheiße, zischte sie und schaffte es gerade noch, ihre Stimme zu dämpfen und nicht zu schreien. Sie warf sich nach vorne, fort von der Treppe und hinaus in die pechschwarze Finsternis des vierten Stockwerks, dem Geräusch von Metall hinterher, das über Metall rollte. Der Zylinder, der mit einem Höllentempo von ihr wegrollte, auf den Rand der Etage zu. Bei dem Trommeln handelte es sich um das Geräusch von Hubschrauberrotoren und das hohe, an- und abschwellende Geräusch war das Geheul von Polizeisirenen. Noch immer auf einem Knie kauern schnellte Travis mit der Flint im Anschlag zu der Geräuschquelle herum. Zu spät. Eine Hand packte im Dunkel den Lauf der Remington und riss ihn nach oben und dann knallte ihm etwas anderes, ein Schalldämpfer vermutlich gegen die Schläfe. Er kippte nach vorne um, landete mit dem Gesicht voran auf dem Gitter, schaffte es mit Mühe und Not nicht das Bewusstsein zu verlieren. Paige kroch hektisch auf Händen und Knien vorwärts. Zum Aufstehen blieb keine Zeit. Sehen konnte sie nicht das geringste. Sie nahm nur das Gitter unter ihr war und das rollende Geräusch irgendwo in der schwarzen Finsternis vor ihr. Sie folgte ihm blindlinks und holte auf. Nur darauf kam es an. Jetzt klang es schon ganz nah. Weiter als einen halben Meter konnte es nicht mehr entfernt sein. Und dann hörte das Geräusch unvermittelt auf. Als hätte jemand die Nadel von einer Schallplatte genommen. Paige begriff. Und sogleich stieg Panik in ihr auf. Mit den Händen suchte sie Halt, egal wo, um ihren Vorwärtsdrahl zu bremsen. Ihre vordere Hand griff ins Leere, tauchte hinab in das Nichts jenseits der Außenkante des Gebäudes, vier Etagen über dem Erdboden. Ihr stockte der Atem. Und den Bruchteil einer Sekunde lang nahm sie nichts wahr, als den Schwung ihres Körpers, der sie scheinbar unaufhaltsam auf den Abgrund zu beförderte. Endlich bekam ihre hintere Hand einen Stab des Gitters zu fassen. Sie klammerte sich daran fest und hielt so abrupt in ihrer Bewegung inne, dass sie sich um ein Haar die Schulter ausgekugelt hätte. Ihre Beine gerieten ins Rutschen und glitten auf dem nassen Metall nach vorne. Und dann war ihre Vorwärtsbewegung endlich gestoppt. spüren, der sich fest gegen ihre Brust drückte. Im nächsten Augenblick explodierte der Zylinder. Fünfzehn Meter unter ihr. Plötzlich aufflammendes blau-weißes Licht, wie ein kollabierender Stern, blendend hell, schmerzhaft für ihre inzwischen anders dunkel gewöhnten Augen. Es tauchte das Gehölz von Kiefern und anderen Bäumen am Fuß des Gebäudes und die geborstenen Gehwegplatten der Central Park West Avenue unten am freidiegenden Wurzelwerk der Bäume in gleißende Helligkeit. Sie sah, wie das Gehäuse des Zylinders zersprang, sah, wie sein technisches Innenleben auf dem regennassen Asphalt zerschellte, sah zerbrechliche Bauteile außerirdischer Herkunft, die in alle Richtungen flogen. Aus einigen Komponenten flackerten und zischten fremdartige kugelrunde Lichterscheinungen. In den größeren Lichtkugeln sah Page die Stadt, wie sie in der Gegenwart aussah, in einer Art Fischaugenoptik komprimiert. Verzerrte, verzogene Streifenwagen mit flackernden Blaulichtern, die intakte Fassade des Gebäudes, mit dutzenden Fenstern, hinter denen Licht brannte. Nach weniger als einer Sekunde verschwanden diese Bilder wieder, und unten im Dunkel waren nur noch die Bruchstücke des Zylindergehäuses zu sehen, deren konkave Innenflächen tiefblau leuchteten, schillernd im Regen. Und dann erlosch auch dieses Leuchten. Travis sah es, sah den Lichtschein, der dreißig Stockwerke unter ihm aufleuchtete, während er mit auf das Gitter gedrücktem Gesicht dalag und verstand. Es war das Letzte, was er sah, ehe er einen Stiefeltritt gegen den Kopf erhielt und endgültig das Bewusstsein verlor. Er kam zu sich, dämmerte wieder weg, riss sich mit aller Macht zusammen, um halbwegs bei Bewusstsein zu bleiben, sein Kopf tat höllisch weh. Er lag auf einer dünnen, kratzigen Auslegeware, darunter rumpelte irgendetwas. Der Nebel in seinem Kopf lichtete sich ein wenig, und ihm wurde klar, dass das Rumpeln von einer sich drehenden Radachse stande. Er schlug die Augen auf. Er lag auf dem Boden eines Geländewagens, gefesselt. Dort, wo sich sonst die Rückbank befand, die entfernt worden war, um eine Ladefläche zu schaffen. Der Wagen befand sich noch in der Stadt. An dem Fenster über ihm glitten die Fassaden hoher Gebäude vorbei, aus Stahl und Beton und Backstein. Auf den Sitzen vor ihm hörte er Finn und mindestens zwei Männer miteinander reden. Dann hörte er das Rauschen eines Funkgeräts. Und gleich darauf erteilte Finn jemandem in einem anderen Fahrzeug, vielleicht auch mehreren Leuten in mehreren Fahrzeugen, die Anweisung, die I-495 zu nehmen. Eine Minute später schob sich das Dach eines Tunnels ins Blickfeld und die Stadt war nicht mehr zu sehen. Das Summen der Reifen auf dem Asphalt halte vernehmlich in dem abgeschlossenen Raum wieder. Travis horchte angestrengt, fügte aus den Bruchstücken, die er von dem Gespräch zwischen Finn und den anderen mitbekam, zusammen, was sich zugetragen hatte. Sie hatten ihn in bewusstlosem Zustand durch die Ruine von Garners Wohnhaus nach unten geschleppt und ihn auf zwei Straßenzüge weitergetragen, bis zu einer Stelle, wo sie gefahrlos durch die Iris in die Gegenwart zurückkehren konnten, in einer Privatgarage. Paige und Bethany hatten sie nicht erwischt. Als Finn und seine Leute unten im Erdgeschoss des Gebäudes ankamen, waren die beiden längst verschwunden. Die Kolonne von Geländewagen fuhr lange Zeit auf der Autobahn dahin. Travis gab es irgendwann auch, noch den Überblick behalten zu wollen. Finn tätigte einen Anruf. Sein Handy war zwar nicht auf Lautsprecher gestellt, aber über das Motorgeräusch hinweg konnte Travis hören, wie es viermal klingelte, ehe sich eine Mailbox meldete. Audra, ich bin's, sagte Finn. Hier ist fürs Erste alles bereinigt, so weit wie möglich zumindest. Ich müsste in etwa acht Stunden vor Ort sein. Ich melde mich noch mal vom Flugzeug aus. Er beendete das Telefonat. Travis sann über das soeben gehörte nach. Audra, sie lebte also noch. Was eigentlich gar nicht so verwunderlich war. Nach der Erkenntnis, die ihm vor nicht allzu langer Zeit in Garnas Wohnung gekommen war, hätte er das beinahe schon erraten können. der Autobahn ab. Nachdem sie eine Weile dahin gefahren und auch ein paar Mal abgebogen waren, machten sie schließlich Halt. Eine der vorderen Türen des Wagens, in dem Travis sich befand, wurde geöffnet und wieder geschlossen. Der Fahrer ließ den Motor laufen. Schritte kamen um das Fahrzeug herum und dann wurde die Heck klappe geöffnet. Travis hörte das Heulen von Flugzeugtriebwerken, noch übrig gebliebenen Zylinder unter den Arm geklennt. Im Schein der Innenbeleuchtung war zu erkennen, dass dem Mann irgendetwas zu schaffen machte. Was Ihnen in etwa einer Stunde zustoßen wird, sagte Finn, verabscheue ich mehr als alles andere auf der Welt. Ich wollte wirklich, es ließe sich vermeiden, aber das geht leider nicht. Nicht diesmal. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich muss erfahren, was genau sie alles wissen und mit wem sie sonst noch gesprochen haben. Also kooperieren sie bitte mit den Leuten, die sie verhören werden. Diese Männer wissen sofort, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Und auf die Weise ist es auch schneller vorbei. Finn blickte Travis ein Weilchen schweigend an. Es tut mir leid, sagte er schließlich. Es klang durchaus aufrichtig. Dann schloss aufs Dach und ging davon. Durch die Seitenfenster sah Travis Autoscheinwerfer aufleuchten, als zwei andere Fahrzeuge rückwärts aus Parkbuchten ganz in der Nähe setzten und voraus fuhren. Der Wagen, in dem er sich befand, fuhr ebenfalls los und folgte ihnen. Wenige Minuten später befanden sie sich erneut auf der Autobahn. 50 Sekunden, ehe die Wagenkolonne von den ersten Schüssen getroffen wurde, dachte Travis an Paige und Bethany. Schon seit einer Stunde hatte er an nichts anderes denken können. Er malte sich aus, wie sie in der undurchdringlichen Finsternis inmitten der Ruine nach einem Unterschlupf suchten. Malte sich ihre Verwirrung und Verunsicherung aus, nachdem aus dem obersten Stock des Gebäudes keine Schießerei zu hören gewesen war. Malte sich aus, was für Ängste sie jetzt, Stunden später, drüben in jener nass, kalten, finsteren Oktobernacht ausstehen mussten, während sie sich allmählich darüber klar wurden, in welcher Lage sie sich befanden. Der Wagen wurde langsamer und machte dann Halt. Schon vor einer Weile war die Fahrzeugkolonne von der Autobahn abgefahren. Jetzt fuhren sie durch eine dunkle ländliche Gegend und machten zwischendurch immer mal wieder kurz Halt, vermutlich an Stoppschildern, an irgendwelchen abgelegenen Kreuzungen, schloss Travis. Der Himmel war dunkel, ohne jeden Lichtschein, der auf eine menschliche Ansiedlung in der Nähe hätte schließen lassen können. Das Fahrzeug setzte sich wieder in Bewegung. Travis dachte daran zurück, wie Page zum Abschied sein Gesicht berührt hatte, voller Sorge um ihn. Er fragte sich, was sie wohl jetzt von ihm halten mochte. Tempolimit wahrscheinlich nach genau einer halben Meile, wurde der Wagen erneut langsamer. Travis überlegte, ob sie sich wohl allmählich ihrem Ziel näherten. Als der Geländewagen vollständig anhielt, hörte Travis etwas. Ein Geräusch, das von irgendwo weiter vorne durch das Dunkel drang. Es hörte sich an wie eine Spielkarte in den Speichen eines Fahrrads. Ghana verfolgte das Geschehen aus sicherer Entfernung. Nach 15 Sekunden war alles vorbei und er davon überzeugt, dass die Angehörigen seiner Secret Service Einheit sich auch als Navy Seals glänzend bewährt hätten. Die sechs Männer liefen auf die Fahrzeuge zu, ihre M4 Karabiner mit den Schalldämpfern auf die zerschmetterten Fensterscheiben gerichtet. Der vorderste Geländewagen war, da sein Fahrer auf einmal keinen Druck mehr aufs Bremspedal ausübte, quer über die Kreuzung geschlittert, an der Ecke von der Straße abgekommen und in einem flachen Graben gelandet. Das Team benötigte weitere 15 Sekunden, um sich davon zu überzeugen, dass alle Feinde tot waren. Oder um sie, je nachdem, mit einem Schuss endgültig ins Jenseits zu befördern. Einer der Männer, Dyer, rief zu Garner hinüber, die Luft ist rein, Sir. Garner trat zwischen den Bäumen am Rand der Landstraße hervor. In der Hand hielt er seinen eigenen M4-Karabiner. Eine Vorsichtsmaßnahme. Nur für den Fall, dass unerwartet etwas schiefgegangen wäre, obwohl seine Männer mit Nachdruck darauf bestanden hatten, dass er sich nicht an der Attacke beteiligte. Was er akzeptiert hatte. Schließlich verlangt. Zwei der Männer hatten die große Heckklappe des letzten Geländewagens geöffnet. Sie winkten Garner zu sich. Als er bei ihnen ankam, fand er im Wagen Inneren Travis Chase vor, gefesselt am Boden liegend. Gleichzeitig hörte er, wie die anderen herüberriefen, dass sich in den übrigen Fahrzeugen keine Gefangenen befanden. Einer der Agenten beugte sich mit einem Messer in der Hand vor, um die dicken Kabelbinder durchzuschneiden, trat einen Schritt zurück und starrte die dunkle Landstraße entlang nach Norden. In einer Meile Entfernung konnte er Lichter erkennen, die Scheinwerfer am Eingangstor des Rockport Army Depot. Die Wachen dort konnten die schallgedämpften Gewehrschüsse unmöglich gehört haben, aber trotzdem wäre es nicht klug, länger hier zu bleiben als unbedingt nötig. Die beiden Autos, in denen Garner und seine Leute hergekommen waren, standen etwa hundert Meter hinter der Kreuzung am Straßenrand geparkt. Travis richtete sich im Fond des Geländewagens auf. Was ist mit Paige und Bethany? Sind sie tot? fragte Garner. Travis schüttelte den Kopf. Nein, das können wir noch verhindern. Während sie zu den Autos hasteten, schilderte Travis Garner in groben Zügen, was vorgefallen war. Als er von der Lage erfuhr, in der Page und Bethany sich befanden, fluchte Garner leise vor sich hin. Sie kamen bei den Fahrzeugen an, zwei schwarze Ford Crown Victoria. Nachdem Garner Travis bedeutet hatte, im Fond der vorderen Limousine Platz zu nehmen, lief er ums Heck herum und stieg auf der anderen Seite ein, um sich neben ihn zu setzen. Wie ist es Ihnen gelungen, Ihre Leute zu dieser Aktion zu überreden, fragte Travis. Ich habe Ihnen die Wahrheit erzählt. Und Sie haben Ihnen geglaubt? Garner nickte. Zwei von Ihnen haben früher Dienst in auswärtigen Tangent Zweigstellen getan. Außerdem war diese Erklärung für Sie leichter zu schlucken, als die Vorstellung, dass es sechs Bewaffneten gelungen sein könnte, in meine Wohnung einzudringen, ohne dass sie etwas davon mitbekommen haben. Zehn Sekunden Geschwindigkeit hielten. Wo ist Finn jetzt? fragte Garner. Er sitzt in einem Flugzeug, unterwegs zu einem Ort, der acht Flugstunden entfernt ist. Orte, die acht Flugstunden von New York entfernt sind, gibt es viele, erwiderte Garner. Mitteleuropa, Nordafrika, Brasilien? Nein, dort will er garantiert nicht hin, unterbrach Travis ihn. Er ist unterwegs zu dem Zielort der Flüge, die von Juma ausgestattet sind. Sie meinen die Erika Flüge? So lautet die Bezeichnung, sagte Travis, aber sie buchstabieren sie im Geist falsch, nicht anders als wir auch, die ganze Zeit über. Er deutete mit dem Kopf auf das Handy, das Garner an seinen Gürtel trug. Rufen Sie im Internet eine Landkarte auf, werfen Sie einen Blick auf Nordchile. Garner zückte das Handy, Dann zoomte er das Bild näher heran, bis der Norden Chiles den kleinen Bildschirm ausfüllte. Die einzige größere Stadt in der Gegend war ein Ort an der Westküste namens Arika, gelegen zwischen dem Pazifik im Westen und der Atacama-Wüste im Osten. Arika-Flüge, sagte Garner. Travis nickte. Wir haben den Namen in Juma nur über die aufgezeichnete Durchsage gehört. Geschrieben haben Die Panikmache, nachdem alles schiefgelaufen war, bestand also darin, sämtliche Einwohner der USA in Juma zu versammeln und dann einige wenige Auserwählte nach Arika in Chile auszufliegen? Das ist teilweise richtig, sagte Travis. Man hat die Bevölkerung in der Tat dort versammelt und es haben auch Flüge stattgefunden. Schwer zu sagen, wie viele Menschen man nach Arika evakuiert hat. Vielleicht liegt die Zahl auch höher oder niedriger. Das wissen wir einfach nicht. Und was verstehe ich bei der Sache jetzt falsch? Dasselbe, was wir alle falsch verstanden haben von Anfang an. Garner sah ihn gespannt an. Beim Anblick der Ruinen von Washington haben wir uns spontan die Frage gestellt, was für ein Unglücksfall genau den Untergang der Welt verursacht haben könnte. Und in Juma haben wir uns gefragt, was für eine Art von Krise Millionen von Menschen dazu veranlasst haben könnte, ihr Zuhause zu verlassen und sich an einem Ort zu versammeln, in dem sie unmöglich alle versorgt werden konnten. Über diese Fragen zerbreche ich mir nach wie vor den Kopf, sagte Garner. Weit werden sie dabei nicht kommen, sagte Travis, weil es auf diese Fragen nämlich keine Antworten gibt. Es sind schlicht die falschen Fragen. Und was sind die richtigen? Travis antwortete nicht sofort. Er starrte hinaus auf die dunklen Wälder, die draußen vorüberzogen. Einige Meilen vor ihnen war jetzt der weit ausgedehnte Lichtschein einer Trabanten Stadt zu sehen. Bedenken Sie, was wir über Isaac Finn alles wissen, sagte er schließlich. Früher mal war er beinahe so eine Art Heiliger, Leiden auf der Welt zu lindern und sich dafür allen möglichen Gefahren, Entbehrungen und Strapazen ausgesetzt. Wir wissen, dass er immer unkonventionelle Lösungsansätze verfolgt hat. Nach dem Ausstieg aus dem Peace Corps hat er seine eigene Organisation gegründet und für den Kampf gegen das Elend alle denkbaren Ressourcen mobilisiert. Er hat sogar Psychologen zur Begutachtung von Dorfbewohnern engagiert, um zur Führung ungeeignete Personen auszusondern und stattdessen nur die besten Leute zu fördern. Leute mit Attributen wie Freundlichkeit, Sorge um andere, Ablehnung von Gewalt. Wir wissen, dass er damit gescheitert ist. Und als es dann zu den Gemetzeln in Ruanda kam, war er es endgültig leid. Er hat sein humanitäres Engagement vollständig beendet, wenigstens dem Anschein nach. All das widerspricht aber nicht der Theorie, auf die wir uns geeinigt haben, wandte Garner ein. Dass Finn und seine Frau den gezierten Einsatz von Niederfrequenzwellen zur Befriedung von Krisengebieten angeregt haben, zumindest bis zum Eintreffen von Friedenstruppen, die die Lage vor Ort dann mit anderen Mitteln stabilisieren. Und dass Finn weiterhin darauf hinarbeitet, dieses Ziel zu verwirklichen. Das ist allerdings ein unkonventioneller Ansatz, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Richtig, sagte Travis. Aber ich glaube, das Ziel, das er tatsächlich verfolgt, und das schon seit langer Zeit, ist noch wesentlich abgedrehter. Und er verfolgt dieses Vorhaben nicht allein. Sie arbeiten noch immer gemeinsam daran. Sie? Travis nickte. Audras Tod war nur vorgetäuscht. Ich habe gehört, wie Finn vor seinem Flug eine Nachricht auf ihre Mailbox gesprochen hat. Zum ersten Mal war Garner sichtlich sprachlos und schien er bereit, der These Gehör zu schenken, auf die Travis am Ende hinaus wollte. Wie Sie selbst schon sagten, zwar, kommt die Theorie einer Fehlfunktion der Satelliten nicht in Betracht. Wir würden sie entweder abschalten oder abschießen. Dass sie außer Kontrolle geraten und den Menschen einen ganzen Monat lang Schaden zufügen könnten, ist ausgeschlossen. Gut, sagte Garner. Wie also lautet Ihre Theorie dazu, was schief gegangen ist? Nichts geht schief, erwiderte Travis. Wir haben von Anfang an den falschen Ansatz verfolgt, haben nach einem Fehler gesucht, der gar nicht existiert. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, sagte Garner. Travis sah ihn an. Als Finn gestern in seinem Büro den Zylinder angeschaltet hat, stand ich auf der anderen Seite der projizierten Öffnung, knapp daneben, sodass er mich nicht sehen konnte, aber dicht genug für mich, um ihn reden zu hören. Er ist an die Iris getreten und hat auf die Ruinen von Washington hinabgeschaut und dann gemurmelt, mein Gott, es funktioniert. Womit er den Zylinder gemeint hat, sagte Garner. Das habe ich auch gedacht, aber das war ein Irrtum. Schon sein Tonfall hätte mich wohl stutzig machen sollen. Er klang nicht bloß überrascht, eher ehrfürchtig, stolz sogar, wie sich vielleicht der erste Pilot Orville Wright äußern würde, wenn man mit ihm an einem Nachmittag, an dem viel Betrieb herrscht, zum Flughafen La Gallia rausfahren würde. Travis wandte den Blick wieder von Ghana ab und sah zu den sanft blinkenden Lichtern der Vorstadt hinüber, auf die sie gerade zufuhren. Der Zusammenbruch der Welt ist nicht auf ein Versagen von Fins Plan zurückzuführen, sagte er. Nein, das ist sein Plan. Genau diesen Zusammenbruch will er herbeiführen. Ghana versank in längere Schweigen. Ich will nicht behaupten, dass ich seine Beweggründe verstehe, sagte Travis, oder überhaupt die Beweggründe von Leuten, die in Krisenregionen reisen und versuchen, den Menschen vor Ort zu helfen. Das ist für jemanden wie mich ein Rätsel und wird es auch immer bleiben. Ich kann mir aber vorstellen, dass alle, die sich auf diesem Gebiet engagieren, früher oder später zu der Erkenntnis gelangen, wie groß die Probleme und Missstände auf der Welt tatsächlich sind und wie begrenzt ihre Fähigkeiten daran grundlegend etwas zu ändern. Und ich möchte wetten, dass diese Erkenntnis für den Betreffenden etwas Niederschmetterndes hat. Bei Finn dürfte sich diese Einsicht, wenn ich mit meinen übrigen Vermutungen richtig liege, absolut verheerend ausgewirkt haben. Rwanda war da vermutlich bloß der letzte Tropfen, der das Ganze zum Hoffnung beraubt hat. Ich glaube, die Erfahrung dort hat ihn derart ernüchtert, dass er angefangen hat, an der Menschheit insgesamt zu zweifeln. Dabei ist ihm möglicherweise der Gedanke gekommen, es wäre am besten, die Welt komplett untergehen zu lassen und ganz von vorne anzufangen. Sicher, er wird nicht der Erste sein, dem dieser Gedanke in einer dunklen Stunde mal durch den Kopf gespuckt ist. Aber in der Hinsicht hatte Finn allen anderen etwas voraus. Er teilte nachts das Bett mit der einzigen Person auf Erden, die so etwas wirklich in die Tat umsetzen konnte. Etwas veränderte sich in Garnas Miene, während er sich Travis' Ausführungen durch den Kopf gehen ließ. Oh mein Gott, sagte Garner. Finn ist nicht dumm, sagte Travis, und Ordra ebenso wenig. Schon ehe sie dem Independent diesen Aufsatz zur Veröffentlichung angeboten haben, dürfte ihnen klar gewesen sein, dass der Vorschlag, Krisenherde unter Zuhilfenahme von Satelliten mit Niederfrequenzwellen ruhig zu stellen, politisch niemals durchzusetzen sein würde. Wobei ich bezweifle, dass das überhaupt ihr Ziel war. Das Thesenpapier sollte wahrscheinlich bloß das Thema auf die Agenda setzen, einen Denk- und Diskussionsanstoß liefern, vor allem in industriell einflussreichen Kreisen, die ein Interesse an der umrissenen Technologie entwickeln könnten. Es ging nur darum, den Ball ins Rollen zu bringen, damit irgendjemand diese Niederfrequenzsatelliten am Ende tatsächlich bauen würde, weil das der kritische Punkt des eigentlichen Plans war. Als der Aufsatz abgelehnt wurde und Ordras Vater die Sache rigoros vertuscht hat, müssten sie also den Entschluss gefasst haben, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ordras hatte alle möglichen Gründe dafür, ihre Dozentenstelle in Harvard aufzugeben und stattdessen bei Longbow Aerospace anzufangen, um sich wieder der Gestaltung von Satelliten zuzuwenden, um Industriekontakte zu knüpfen, parallel zu den politischen Kontakten, die Finn knüpfte, also etwas. Und irgendwann hatte sie die Unternehmensleitung dann soweit, genau die Satelliten zu bauen, die sie wollte, getarnt als zu diesem Zweck fast gar nicht zu gebrauchen waren. Ihren Tod wird sie, schätze ich mal, vorgetäuscht haben, damit ihre Rolle bei dem Projekt geheim bleiben konnte, weil sie noch für Jahre viel Arbeit zu erledigen hatte und keine Lust gehabt haben dürfte, Fragen dazu zu beantworten. Ghana dachte weiter intensiv nach, stellte die Verbindungen her, die Travis Stunden zuvor bei ihm zu Hause hergestellt hatte. Er schüttelte den Kopf, sah dann Travis an, um ihn zum Fortfahren zu ermuntern. Sie haben erzählt, dass beim anfänglichen Gebrauch von Niederfrequenzwellen in den Fünfzigern bei Mitarbeitern unerwünschte Nebenwirkungen aufgetreten sind, Selbstmorde, aber auch Schübe von Euphorie. Ghana nickte. Und dass man in den Jahren danach, als Regierungen das Ziel verfolgten, die Technologie waffenfähig zu machen, herausgefunden hat, wie genau sich bestimmte Reaktionen auslösen ließen und wie man die Intensität steuern konnte. Jawohl, ein globales Netzwerk von Satelliten mit dieser Fähigkeit könnte also die Stimmung auf der gesamten Welt beeinflussen. Zonenweise. Von Selbstmord gefährdet bis hin zu euphorisch in den Straßen tanzend. Ganz nach den Wünschen derer, von denen es gesteuert wird. Ich nehme es an. Na gut, dann funktioniert es. Die Technologie könnte dazu benutzt werden, Menschen von A nach B zu treiben. Wie eine Viehherde. Ganze Bevölkerungen. Alle gleichzeitig. Garner zog die Augenbrauen zusammen, als würde er dieser Aussage zustimmen, aber nicht ganz verstehen, warum das von Belang war. Versetzen Tag wacht man auf und hat nicht mal mehr Lust, sich auch nur zu bewegen. Man liegt da und fühlt sich elend, aber beim Gedanken daran aufzustehen, fühlt man sich noch elender. Warum, weiß man selber nicht. Es ist einfach so. Man ist unendlich gedrückter Stimmung und hat das Gefühl, dass es nichts auf der Welt gibt, was einen je wieder fröhlich stimmen könnte. Dass man jeden Antrieb verloren hat. Man wird von einer Traurigkeit gelähmt, wie man sie noch nie zuvor erlebt hat. Sie hat keinen greifbaren Grund, ist einfach nur da, lässt sich aber auch dann nicht verscheuchen, wenn man sich das vor Augen hält. Man liegt da, denkt darüber nach, und so langsam bekommt man es mit der Angst zu tun, weil man merkt, dass man ein ernsthaftes Problem hat und vielleicht weiß, was man sich am Ende noch antun könnte, wenn diese Stimmung noch sehr viel länger anhält. Nun stellen Sie sich vor, Sie würden in den darauffolgenden Stunden herausfinden, dass es nicht nur Ihnen so dreckig geht, sondern allen Menschen, überall, genau gleichzeitig. Stellen Sie sich das bildlich vor, so realistisch wie nur möglich. Malen Sie sich die Reaktionen der Leute aus. Alle würden zwar Etwas so Merkwürdiges dürfte noch niemand je erlebt haben. Natürlich würden die Nachrichten darüber berichten, aber in welcher Form? Was sollten die Journalisten genau sagen? Wie zum Teufel sollte jeder einzelne Betroffene darauf reagieren, außer sich die Frage zu stellen, was genau mit ihm vor sich ging und ob es dagegen irgendeine Abhilfe gab? Garner schien bei der Vorstellung zu frösteln. Sein Blick würde er sich selbst an einem solchen Tag vor sich sehen, dessen Auswirkungen ganze Städte zum Stillstand bringen würden. Stellen Sie sich vor, dass es am Tag darauf schlimmer wird, fuhr Travis fort, und auch am übernächsten Tag, bis man kurz davor ist, einfach Schluss zu machen. Es interessiert einen nicht mal mehr, wodurch diese gedrückte Stimmung ausgelöst wird. Das interessiert niemanden mehr. Es geht 7 Dezember. Mehr haben Sie nicht. Einen Namen. Noch immer keine konkreten Informationen. Eines Tages dann, es geht einem noch ein bisschen schlechter und man denkt gerade darüber nach, wie genau man seinem Leben ein Ende setzen soll, ruft einen ein Freund an und fragt, ob man gerade die Nachrichten verfolgt. Man schaltet den Fernseher an und da ist er. Der eine einzige Ort, an dem diese rätselhafte Wirkung einfach nicht zu spüren ist Juma, Arizona. Woran das liegt, weiß natürlich keiner. Und es interessiert auch niemanden, weil es nur darauf ankommt, dass es der Wahrheit entspricht. Man sieht es sogar auf den Hintergrund Bildern, von denen die Meldung begleitet wird. Man sieht Menschen, die bereits aus anderen Orten dort eintreffen und ihre Körpersprache verrät, dass sie nicht länger traurig sind. Besser noch, sie sind sogar regelrecht in Hochstimmung. Im schummrigen Innenraum des Autos war Garners Gesicht nicht genau zu erkennen, aber Travis hatte den Eindruck, dass er blass geworden war. Denken Sie nun an den Plan zurück, den Finn zur Anwendung in Krisengebieten ausgearbeitet hatte, sagte Travis. Alle werden psychologisch begutachtet. Die Bösen werden aussortiert, die Guten zur Schaffung einer friedlichen Gesellschaft. Auch nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass die gesamte Welt das Problem war, wird er wohl diese Idee noch immer für die Lösung gehalten haben. Bloß in viel größerem Maßstab, einem globalen Maßstab. Garner senkte den Blick auf das Display seines Handys. Er zoomte auf die Kartendarstellung des Nordens von Chile zurück und drückte das Bild herum, bis auf dem Arm. Mit der Fingerspitze malte er imaginäre Routen auf die Karte, die aus ganz Amerika nach Yuma führten. Und dann noch eine Verbindung. Von Yuma nach Arika. Sie stellen also die These auf, dass er die gesamte Weltbevölkerung ausrotten will, sagte Garner, bis auf ein paar zehntausend Menschen, die er als eine Art Stammpopulation benutzen will, um in Arika mit ihnen noch einmal ganz von vorne anzufangen? Travis nickte. Auf irgendwelche Spekulationen können wir dabei getrost verzichten. Was wir bereits wissen, reicht voll auf. Wir wissen, dass man mit Niederfrequenzwellen große Massen von Menschen nach Belieben dirigieren kann, in jede gewünschte Richtung. Man könnte eine Stadt wie Arika komplett räumen, könnte die Einwohner zu ihrer eigenen Version von Yuma locken, die Küste hinauf indem man das Signal derart verstärkt, dass die Depressionen am Ende nicht mehr auszuhalten sind. Auf diese Weise könnte man auch die restliche Weltbevölkerung außerhalb der Vereinigten Staaten ausrotten. Und was sich in den USA abspielt, haben wir mit eigenen Augen gesehen. Sämtliche Einwohner machen sich auf den Weg nach Yuma. Die Autos vollgepackt mit allem, was sie so zu benötigen glauben, Hausrat, Kleidung und so weiter. Ihnen ist zwar schon etwas von Flügen zu Ohren gekommen, die von dort aus abgehen sollen, und sie wären auch ganz froh, selbst einen Platz in einem der Flugzeuge zu ergattern, aber hauptsächlich steht für alle der Wunsch im Vordergrund überhaupt erst einmal nach Yuma zu kommen, weil ihre Qualen dort endlich ein Ende finden. Längere Schweigen breitete Hälften geteilt wurde. Weit voraus konnte Travis bereits eine Überführung erkennen, wo die I-495 die Straße querte. Und wie genau würde Finn diejenigen auswählen, die nach seinem Willen am Leben bleiben sollen? fragte Garner. Soll das vor Ort geschehen? In Yuma? Während dort nach und nach immer mehr Leute eintreffen? Travis schüttelte den Kopf. Diese Auswahl könnte er schon Jahre im Voraus getroffen haben. Anders ginge das vermutlich gar nicht, weil er für sein Vorhaben ja auf jeden Fall auch Leute mit einem gewissen Fachwissen benötigen würde. Wissenschaftler, Ingenieure, Kaufleute, Mediziner. Alle übrigen könnten über das Verfahren der psychologischen Begutachtung ausgewählt werden, das über Jahre hinweg auf Menschen angewendet werden könnte, ohne dass die Betreffenden das überhaupt merken. Fins Patentrezept zur Auswahl guter Nachbarn. Dieser Prozess dürfte inzwischen wohl schon abgeschlossen sein. Garner ließ sich das Szenario mit nachdenklicher Miene durch den Kopf gehen. Travis hatte den Eindruck, dass er es nachvollziehbar fand, es aber noch immer nicht glauben konnte. Wenn diese Leute dann schließlich da unten in Chile sind, sagte Ghana, in Areca, wie viel auch immer, ob nun 10.000, 50.000, sie würden doch so vieles benötigen, um dort autark überleben zu können. Die bereits existierende Wasserversorgung der Stadt, wie immer sie auch funktionieren mag, könnte sicher weiter aufrechterhalten werden, ebenso die Bewässerung und Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Aber wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Mit den ganzen industriell produzierten Sachen, die wir als selbstverständlich empfinden. Dinge des täglichen Gebrauchs, die mit der Zeit kaputt gehen, meinetwegen auch nur Kleidung. Man könnte Solarenergie nutzen, sagte Travis. Areca bietet dafür geradezu ideale Bedingungen und dazu könnten Sonnenkollektoren aus aller Welt herbeigeschafft werden. Alles auf der Welt stünde zur freien Verfügung und könnte herbeigeschafft werden, zumindest solange es noch nicht dem Verfall zum Opfer gefallen ist. In Städten wie Las Vegas und Los Angeles würden sich nützliche Gerätschaften und Materialien lange Zeit erhalten. Bei Bedarf könnte man noch jahrzehntelang Flüge dorthin schicken, um Material zu beschaffen, aber ich glaube nicht, dass das nötig wäre. Wieso nicht? Weil das der Zweck Humas als zentraler Versammlungsort ist. Überlegen Sie doch mal, diese unzähligen Autos, vollgepackt mit all den Bedarfsartikeln, die Leute auf eine solche Reise mitnehmen würden. Kleidung, Geschehe, fallweise wohl auch Computer und andere Elektronikgeräte. Alles fein säuberlich an einem Ort gelagert, dessen Klima sicherstellt, dass die Sachen ewig halten. Nach der Besiedlung Arikas könnten jahrelang Flugzeuge nach Juma kommen, um die Sachen methodisch einzusammeln und nach Chile zu bringen, wo sie dann in der Atacama-Wüste gelagert werden. Das alles würde vermutlich reichen, um den Bedarf einer überschaubaren Population für tausend Jahre zu decken. Travis behielt Garner aufmerksam im Auge. Es fiel ihm sichtlich schwer, das Gehörte zu akzeptieren. Er schloss die Augen, rieb sich über die Lieder, stieß laut die Luft aus. Welchem Zweck sollte Juma sonst dienen, sagte Travis. Was könnte es sonst für eine Erklärung geben? Garner schlug die Augen wieder auf, starrte hinaus auf die von Dutzenden Häusern gesäumten Querstraßen, an denen sie vorbeifuhren. Wie kann jemand zu so etwas Teuflischem im Stande sein, sagte Garner? All diese Menschen leben. Wie könnte irgendjemand einen solchen Plan fassen? Kommt ihnen das wirklich so unglaubhaft vor? entgegnete Travis. Das Grundkonzept ist schließlich ein fester Bestandteil unserer Kultur. Kleinen Kindern wird in der Sonntagsschule eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Und in dieser Geschichte ist es nicht direkt der Bösewicht, der die Menschheit dezimiert. Herr Gott, sagte Garner, Das ist doch eine biblische Erzählung, die nicht wortwörtlich zu verstehen ist. Nein, aber man könnte sich schon fragen, warum sich gerade diese Erzählung solcher Beliebtheit erfreut. Meinen sie nicht, dass sie auf viele Menschen einfach eine Art Reiz ausübt. Sehen sie sich darum, auf der Welt liegt so vieles im Argen. Die eine Gruppe von Leuten hasst eine andere Gruppe wegen irgendwelcher Geschehnisse, die Jahrhunderte zurückliegen und dafür muss eine dritte Gruppe büßen. Ich will nicht sagen, dass ich mit der Idee einverstanden bin, aber ihren Reiz kann ich schon verstehen. Den Reiz der Vorstellung radikal tabula rasa zu machen und noch einmal von vorne an zu fangen. Und ich habe nicht einmal ein Zehntel des Elends und der Grausamkeiten gesehen, die Isaac Finn im Laufe seiner Tätigkeit begegnet sein dürften. Aber was ist mit Curry, sagte Garner, und mit all den anderen? Das ist mir unbegreiflich. Lauter kultivierte, gebildete Leute, die mit der Aufgabe betraut sind, dieses Land zu regieren, und sie alle sind an etwas beteiligt, das man objektiv nur als böse bezeichnen kann. Dafür finden sich genug Beispiele, und zwar nicht nur in der unseren Lebzeiten vorgekommen. Garner wandte ihm das Gesicht zu, sah ihn direkt an. Er schien tief erschüttert. Offenbar war er endlich bereit, Travis Glauben zu schenken. Der Fahrer tippte leicht auf die Bremse. Wir kommen jetzt bald zur Abfahrt auf die I-495, Sir. Fahren wir in die Stadt zurück? Ich glaube eher nicht, sagte Garner. Fahren Sie Auffahrt? Der Wagen hinter ihnen folgte ihrem Beispiel. Garner zog wieder sein Handy hervor, klappte es aber noch nicht auf. Er sah Travis an. Sind Sie ganz sicher, dass Finn jetzt auf dem Weg nach Arika ist? Wohin sollte er sonst reisen wollen, jetzt, wo er den Zylinder hat? Er geht davon aus, dass nun alles bereinigt ist und sein Projekt ungefährdet weiterlaufen kann. Also kann er dort jetzt in aller Ruhe die andere Seite in Augenschein nehmen. Das Endergebnis seines Traums. Garner dachte kurz nach. Dann klappte er das Handy auf und wählte eine Nummer. Während es läutete, schaltete er den Lautsprecher an. Wen rufen Sie an? fragte Travis. Einen Lieutenant General der Air Force, den ich gut kenne. Er ist der Kommandeur geschwänzt habe, aber in der Zwischenzeit hat sich unser Verhältnis gebessert. Ein Mann meldete sich am anderen Ende der Leitung. Garner? Ja, sagte Garner. Rich, wie geht's dir? Gut, Scott, danke, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Schieß los. Ich bin gerade auf Long Island, etwas östlich vom Army Depot in Rockport. Der Luftwaffen Stützpunkt Williston befindet sich doch irgendwo und nickte ihm zu. Der Mann legte den Gang ein und fuhr wieder auf die Straße. Er beschleunigte, fuhr an der ersten Auffahrt vorbei, die nach Westen führte und setzte den Blinker, um bei der nächsten Auffahrt abzubiegen. Ich benötige eine Fluggelegenheit, sagte Garner. Für mich und sieben Freunde. Was ist der schnellste Flugzeugtyp, der in Williston stationiert ist? Soweit ich weiß, haben die Passagier mitbefördert werden, auf dem Platz, an dem sonst der Waffensystem Offizier sitzt. Irgendwelche Luftkämpfe sind auch nicht zu befürchten, sagte Garner. Wir müssen lediglich ein Rennen gewinnen. Und regle die Sache bitte so diskret wie möglich, Scott, auf dem kurzen Dienstweg. Außer den Piloten, den Technikern, die die Vögel startklar machen, und den Leuten, die sie von der Piste winken, Ordnungen nicht auf einem Primärkanal weiter. Die sind nicht abhörsicher. Lass dir was anderes einfallen. Aber benutzt bloß keinen der Longbow Satelliten. Wir haben Grund, denen nicht zu vertrauen. Die kämen heute Abend sowieso nicht in Frage, sagte Scott. Mir fällt schon was anderes ein. Garner legte den Kopf schräg. Wieso kommen die Longbows heute Abend nicht in Frage? Keine Ahnung. etwa drei Stunden in eine Art Stand-by Modus gewechselt. Man kann sie nicht erreichen. Garner wandte Travis das Gesicht zu. Im Schein der Autobahnbeleuchtung war zu erkennen, dass seine Züge vor Schreck erstarrt waren. Verdammter Mist, sagte Garner. Eine halbe Stunde später befanden sie sich in der Luft. Travis F-15E hob als dritte Maschine von der Piste ab. Ihre Räder verließen den Asphalt und gleich darauf hatte Travis das Gefühl, platt auf dem Rücken zu liegen und ungefähr 500 Pfund zu wiegen. Vor ihm befanden sich vier grünleuchtende Bildschirme voller ihm rätselhafter Daten und Zahlen. Nur der Höhenmesser war auf Anhieb zu identifizieren. Diese Zahl wuchs rasch. In 30.000 Fuß Höhe beendete der Kampfjet seinen Steigflug. Travis schaute nach links und rechts und sah den südlichen Küstensamm von Long Island, der weit unten in der Tiefe vorüber zog. Nach Westen hin verlief eine ununterbrochene Lichtspur auf das riesige, hell erleuchtete New York zu und schlängelte sich dann die Küste hinunter, wo sie sich in der dunklen, dunstigen Sommernacht verlor. Vor ihnen sah Travis die Lichtpunkte der Triebwerke der ersten beiden Jets. Kurz darauf schloss seine Maschine auf und setzte sich neben die beiden anderen Jets. Nach drei Minuten hatten sich auch der letzte der fünf übrigen Jets der Formation angeschlossen. Und dann hatte Travis erneut das Gefühl, auf dem Rücken zu liegen. Diesmal nicht, weil sie sich im Steigflug befanden, sondern der Beschleunigung wegen. Alle acht Kampfjets beschleunigten bis annähernd auf ihre maximale Reisegeschwindigkeit. Über dreimal schneller als jede Art von Privatjet, in der Finn gerade unterwegs sein mochte. Travis hat es bereits im Kopf überschlagen. Trotz Fins Vorsprung von 90 Minuten würden er, Garner und seine Leute fast vier Stunden vor ihm in Arika ankommen. Eine fantastische Aussicht, bei der Travis es geradezu bedauerte, 15 Jahre lang im Gefängnis gesessen und keine Steuern gezahlt zu haben. Die Fliehkraft, die ihn in den Sitz presste, ließ nach, sobald der Jet die Beschleunigungsphase abgeschlossen hatte. Er starrte noch einmal zum Küstensorm hinunter, der bereits ein ganzes Stück hinter ihnen lag. Victor auf Manhattan hinab und dachte an Paige und Bethany, die in den dunklen Ruinen der Stadt umherirrten. Kaum vorstellbar, dass sie auch nur noch einen Funken Hoffnung verspürten. Travis sah lange auf den Atlantik hinab, der Pech schwarz unter ihnen lag, bis ihn Müdigkeit überkam. Er schloss die Augen und döste ein. Als er wieder aufwachte, schon nach wenigen Minuten, so kam es ihm vor, vernahm er das laute Heulen der Triebwerke, die soeben rapide gedrosselt wurden. Er sah hoch und konnte durch das gewölbte Kabinendach aus Plexiglas, in dem sich die Instrumentenanzeigen spiegelten, ein Luftbetankungsausleger ausgefahren wurde, der nahe der Spitze zur Stabilisierung mit kleinen Tragflügeln versehen war. Travis lehnte sich etwas zur Seite, um an dem Vordersitz vorbei einen Blick nach vorn zu erhaschen und sah die Hand des Piloten, der den Steuerknüppel fast unmerklich bewegte, ruhig, aber trotzdem spürbar angespannt. Wie oft muss man so ein Manöver durchgeführt haben, um so etwas wie Routine zu entwickeln, fragte Travis. Ich verrate Ihnen, wenn ich irgendwann soweit bin, antwortete der Pilot. Seinem Tonfall nach war das offenbar kein Scherz. Travis entschied sich, den Piloten lieber nicht mit weiteren Fragen abzulenken. Sie erreichten Arika eine halbe Stunde vor Sonnenaufgaben. Von oben bildete die Stadt einen breiten Halbmond aus Licht, der sich um eine Meeresbucht schmiegte. Von der Wüste, die sich dahinter schwarz und formlos unter dem tief roten Himmel dehnte, vermochte Travis noch keinen rechten Eindruck zu gewinnen. Nur ihre Lehre nahm er wahr. Die Kampfjets landeten. Nachdem ihre Passagiere ausgestiegen waren, starteten sie umgehend wieder und waren innerhalb weniger Minuten verschwunden. Eine Anzahl sich als Beamter des Flughafens erwartete sie bereits, zusammen mit Bundespolizei. Ghana sprach etwa zehn Minuten lang mit ihnen, allein. Travis und die Leute vom Secret Service ließen sich ein Stück weiter weg auf Bänken nieder. Er sah zu Ghana hinüber, während der sein Anliegen vortrug. In einem fremden Land zu landen und dort, um die Erlaubnis nachzusuchen, den Passagier eines Privatflugzeugs, das sich gerade auf dem Weg hierher befand, persönlich in Zeit, keine Kleinigkeit. Als Normalsterblicher, der nicht über den Einfluss eines ehemaligen Präsidenten der USA verfügte, hätte man sich so etwas, überlegte Travis, wohl kaum erlauben können. Sie setzten sich in die Lounge, von der aus das Rollfeld zu überblicken war, und warteten. Ghana rief seinem Bruder ein weiteres Mal an, um sich von ihm die jüngsten Koordinaten von Finns Flugzeug durchgeben zu lassen, das von Satelliten und Bodenstationen aus überwacht wurde. Es befand sich genau im Zeitplan. Von der Flughafen Lounge aus konnte Travis in einer Richtung die Stadt sehen und gegenüber davon die Wüste. Den Umrissen der Gebäude nach zu urteilen, die sich im ersten Morgenlicht vor dem rosaroten Pazifik abzeichneten, war Arika eine sehr schöne Stadt. Die meisten Straßenlaternen brannten noch, verbreiteten in der Dämmerung aber nur ein mattes Licht. Am südlichen Ende des Küstenabschnitts, an dem sich die Stadt befand, ragte aus dem Boden eine gewaltige Gesteinsformation empor, geformt wie ein umgekippter Schiffsrumf und mindestens 120 Meter hohe. Danach kam nur noch Wüste, die einfach nur leer war. Sie erstreckte sich südlich und östlich der Stadt zu beiden Seiten, eingefasst von flachen, ebenso leeren, kargen und öden Bodenerhebungen. Jenseits der Stadtgrenzen befand sich ein endloses Nichts, in dem keinerlei Anzeichen von Vegetation zu entdecken war. Die Sonne stieg am Himmel empor, der sich zu einem zarten Blau aufhellte. Nirgends war auch nur das kleinste Wölkchen zu sehen, was hier, überlegte Travis, vermutlich dem Normalzustand entsprach. Fins Flugzeug befand sich im Anflug. In zwei Minuten würde es landen. Travis stand in einem nur schummrig erhellten Arbeitsraum, direkt vor einer Tür, die auf die Rollbahn hinausführte. Er war nicht anders als die Männer vom Secret Service mit einer Maschinenpistole vom Typ Heckler und Koch MP7 bewaffnet, die der Sicherheitsdienst des Flughafens zur Verfügung gestellt hatte. Ghana hatte ebenfalls eine MP, würde sich aber, darauf hatten die Beamten mit Nachdruck bestanden, nicht aktiv am Geschehen beteiligen. Worüber er zwar verärgert schien, aber nur in Maßen, als wäre ihm der Verzicht im Grunde leicht gefallen, weil er gar nicht damit rechnete, dass sonderlich viel passieren würde. Es stand zu vermuten, dass Finn allein reiste. Selbst wenn er bewaffnete Begleiter dabei hatte, war ihre Schar in Anbetracht der begrenzten Raumkapazität eines leichten Geschäftsflugzeugs vermutlich zu klein, um es mit der Streitmacht aufzunehmen, die hier in Stellung gegangen war. Neben Travis und Garnas Personenschützern hatten sich auch Dutzende Beamte der städtischen und der Bundespolizei an verschiedenen Stellen des Flughafens postiert. Garner hatte ihre Vorgesetzten nachdrücklich davon überzeugt, dass Isaac Finn nicht gerade ein Mensch war, der ihnen in ihrem Land willkommen sein sollte. Aus dem Tower meldete sich eine Stimme über Funk. Noch 90 Sekunden. Travis warf Garner im Halbdunkel einen Blick zu. Die Polizei ist aber darüber im Bilde, dass wir hier die Initiative übernehmen, oder? Garner nickte. Der Polizeiführung wäre es am liebsten, wenn ihre Leute bloß als Drohkulisse fungieren, weil man dann leichter so tun kann, als wäre das nie passiert. Mir kommt es vor allem darauf an, dass keiner auf das Flugzeug feuert, solange sich der Zylinder darin befindet, sagte Travis. Das wäre dasselbe, als wenn man das Feuer eröffnen würde, während sich Paige und Bethany im Flugzeug aufhalten. Garner verstand ihn vollkommen. Das dürfte gar nicht einfach abwarten, bis er die Tür öffnet und aus dem Flugzeug steigt, dann überwältigen sie ihn. Darauf ist er nicht gefasst. Was kann er da noch groß unternehmen? Travis sagte nichts. Dazu war er viel zu angespannt. Er spähte durch den offenen Türspalt, hinaus auf die Rollbahn und auf den Himmel darüber, wo Fins Jet nun jeden Moment auftauchen würde. Dann sah er das Flugzeug. Erst nur ein Schimmern. Dann eine klar umrissene Form. Ein noch winziger Flugzeugrumpf, flankiert von Jettriebwerken. In der Nähe konnte er die Wartungsfahrzeuge sehen, die sich mit laufenden Motoren in Bereitschaft hielten, um loszufahren und die Rollbahn in der Mitte zu blockieren, sobald Finn aus dem Flugzeug gestiegen war. Das Flugzeug nahm immer deutlicher Gestalt an. Travis sah, wie die Fahrwerke ausgefahren wurden und einrasteten, als es zum Landeanflug ansetzte. Mit einem kaum hörbaren Geräusch setzten erst die Reifen des Hauptfahrgestells auf dem Asphalt auf, dann auch das Bugfahrwerk. Die Schubumkehr der Triebwerke wurde ausgelöst und gleich darauf rollte das Flugzeug langsam aus und kam etwa 40 Meter von der Tür entfernt, hinter der Travis sich bereit hielt, zum Stillstand. Und dann setzten sich die genzögernds anschlossen. Verflucht, sagte Travis, es ist noch zu früh. Garner hinter ihm stieß langsam die Luft aus. Auch ihm behagte diese Panne nicht. Jetzt tat der Jet genau das, womit Travis schon gerechnet hatte. Er setzte zu einer Drehung an, wahrscheinlich nur aus Gefährlichkeit seinem Passagier gegenüber, da sich die Flugzeugtür noch auf der dem Terminal entgegengesetzten Seite befand. Mit der Drehung würde dies korrigiert werden. Das Flugzeug hatte die halbe Drehung um die eigene Achse fast abgeschlossen, als es unvermittelt stehen blieb. Travis hatte eine relativ gute Sicht auf die Kanzel und konnte sehen, dass die Piloten die Wartungsfahrzeuge entdeckt hatten. Sie schienen überrascht, sahen sich verdutzt an, redeten irgendetwas miteinander. Scheiße, brummte Travis. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie Finn im hinteren Teil des kleinen Flugzeugs hellhörig wurde. Abrupt den Blick hob und lauschte, um zu hören, was die Piloten da gerade zu besprechen hatten, und dann eins und eins zusammenzählte. Eine ganze Weile geschah gar nichts. Die Piloten redeten weiter miteinander und sahen immer wieder zu den Fahrzeugen hinüber. Falls Finn sie gerade aufforderte, wieder zu starten, war das sinnlos, denn auf dem noch zur Verfügung stehenden Stück Rollbahn konnte der Jet unmöglich die erforderliche Startgeschwindigkeit erreichen. Auch die benachbarte Piste war inzwischen blockiert. Seit das Flugzeug seine Drehung abgebrochen hatte, war Travis Schätzung nach bereits eine Minute verstrichen. Vielleicht auch schon mehr. Dann wandten sich beide Piloten in Richtung Kabine um und erschraken über irgendetwas. Sie rissen sich die Kopfhörer vom Kopf und sprangen von ihren Sitzen auf. Fast im selben Augenblick entdeckte Travis dünnen Rauch, der sich an der Decke entlang ins Cockpit kräuselte. Was zum Teufel ist da los? fragte Ghana. Will er Selbstmord begehen? Da begriff Travis. Oh, verdammt! Im nächsten Augenblick war Bewegung an der Flugzeugtür zu erkennen. Nachdem sie ein Stück die Reibungsscharniere hinab geglitten waren, wurde sie von innen heftig aufgestoßen. Die Piloten kletterten hastig ins Freie hinaus, noch ehe sie sich ganz geöffnet hatte. Travis war unterdessen bereits aus dem Raum gestürzt und spurtete über das Rollfeld, so schnell er nur konnte. Die Piloten, die ihn kommen sahen, erstarrten kurz, als sie die MP in seiner Hand sahen. Nach dieser Schreck Sekunde wandten sie sich nach links und rannten davon, die sich inzwischen komplett geöffnet hatte. Auch die Treppe war mittlerweile ausgeklappt. Travis konnte die Flammen sehen, die hell im Flugzeug Inneren loderten. Er legte die letzten paar Meter zurück und katapultierte sich mit einem Sprung die Treppe hinauf, zog die Arme an den Körper, duckte sich etwas und hatte so viel Schwung, dass er bei der Landung im Inneren mit der Schulter unsanft gegen die Kabinenwand gegenüber krachte. Der gesamte Innenraum hinter dem Cockpit stand in Flammen. Überall am Boden sah Travis die Scherben zerschmetterter Spirituosenflaschen liegen. Ihr vergossener Inhalt brannte so lichterloh, dass die Flammen bereits auf die Ledersessel übergegriffen und die Schaumstoffpolsterung in Brand gesetzt hatten. Der Rauch wurde rasend schnell dichter. Finn befand sich nicht mehr in der Kabine, fand er etwas anderes vor, ganz wie erwartet. Die Iris schwebte vor der hinteren Kabinenwand in der Luft, drei oder vier Meter von ihm entfernt. Jenseits der Iris konnte Travis durch den Rauch hindurch bloß Sonnenlicht erkennen, ebenso hell wie im gegenwärtigen Arika. Finn war bereits auf die andere Seite verschwunden. Wie lange war die Iris schon geöffnet? Falls Finn sie von dem Zylinder getrennt hatte, als das Flugzeug gerade in seiner Drehung innehielt, könnte sich die Öffnung jeden Moment schließen. Was würde einem wohl passieren, wenn sich die Öffnung genau in dem Moment schloss, wenn man halb hindurch war? Mit einem Sperrmechanismus, wie bei einer sich schließenden Aufzugtür, war bei der Iris wohl eher nicht zu rechnen. Travis zögerte nicht lange, stürzte an den Flammen vorbei, durch den Rauch auf die Iris zu, riss die Arme nach vorne, die MP weiter in der rechten haltend und hechtete durch die Öffnung. Gleißende Helligkeit empfing ihn auf der anderen Seite. Da zog sich die Iris auch schon zusammen. Er spürte, wie der Rand gegen einzelne Schienbeine schlug, konnte gerade noch die Füße nachziehen und dann war er hindurch. Er sah dem Boden auf sie zukommen, nicht aus schwarzem Asphalt wie auf der Rollbahn der Gegenwart, sondern aus regelmäßig angeordneten Pflastersteinen. Instinktiv riss er die linke Hand vor, um die Wucht des Aufpralls zu mildern, ohne die MP loszulassen, die er in der rechten hielt. Er knallte aufs Pflaster, stützte sich kurz ab und rollte sogleich auf die Schulter. Ein vielleicht nicht sonderlich anmutiges, aber dafür zweckdienliches Manöver, bei dem er schließlich auf dem Rücken landete. Die MP schlug dabei zwar auf das Pflaster auf, ging aber Gottlob nicht los. Er drehte sich auf die andere Seite und richtete sich zu einer halbkauernden Haltung auf, während er bereits in allen Richtungen nach Finn Ausschau hielt. Aber er konnte so gut wie nichts sehen. Dazu war der dunkle Rauch zu dicht, der aus der jetzt verschwundenen Iris herübergezogen war. Alles, was er erkennen konnte, waren flache, kastenartige Formen, die in drei bis sechs Metern Entfernung ringsherum verteilt standen. Sie waren etwa hüfthoch und wirkten wie eine Barriere, hinter der der Rauch im Wind umherwirbelte, ohne so rasch abzuziehen. Travis machte einen Schritt nach vorn und hörte, wie sein Fuß gegen etwas kleines metallisches stieß, das über die Pflastersteine davon hüpfte, ehe er einen Blick darauf werfen konnte. Vom Klang her hatte er es jedoch auch so schon längst identifiziert. Eine Patronenhülse. Er sah zu Boden. Vor ihm lagen noch zwei Hülsen. Er bückte sich und hob sie rauf. Kaliber 38. Genau hier, an dieser Stelle, hatte Finn offenbar irgendwann in den letzten 90 Sekunden hastig einen Revolver geladen. Travis spähte erneut in alle Richtungen. Noch immer keine Spur von Finn. Dafür schälten sich die kastenartigen Formen nun deutlicher aus dem Rauch heraus. Jetzt konnte Travis sehen, dass sie aus Beton bestanden und oben offen waren. Sie waren zur Hälfte mit Erde gefüllt, eine Art Blumenkübel anscheinend, bloß, dass sich keine Pflanzen darin befanden. Höchste Zeit in Deckung zu gehen, entschied er, suchte sich wahllos einem Blumenkübel aus und rannte darauf zu, die MP im Anschlag, nur auf die Gefahr hin, dass Finn sich dort bereits verborgen hielt. Er schnellte um die Ecke. Auf der Rückseite befand sich niemand. In geduckter Haltung bewegte er sich an dem Kübel entlang und bog um die nächste Ecke. Auch dort war die Luft rein. Er rückte zur nächsten Ecke vor, um die letzte Seite des Kübels in Augenschein zu nehmen. Der Rauch lichtete sich jetzt immer schneller. Diese Art Katz- und Mausspiel war reine Glücksache, wenn nur zwei Personen daran beteiligt waren. Ein Team von vier oder mehr Leuten hätte taktisch vorgehen, sich gegenseitig Feuerschutz geben können. Doch als Einzelner war man fast völlig dem Zufall ausgeliefert. Entweder lauerte Finn hinter dieser Ecke oder eben nicht. Falls er dort lauerte, würde er in die andere Richtung schauen oder eben nicht. Travis bog um die Ecke herum. Finn hockte tatsächlich dort, anderthalb Meter vor ihm, die Pistole direkt auf Travis gerichtet. Drei Sekunden lang starrten sie einander regungslos an. Travis sah den Er lag zu Fins Füßen, konnte also nicht ins Kreuzfeuer geraten. Travis überlegte rasch. Er könnte jetzt das Feuer auf den Typen eröffnen und die Sache damit aller Voraussicht nach beenden. Doch selbst wenn Finn dabei der halbe Kopf weggepustet wurde, bestand die Gefahr, dass er noch reflexhaft den Abzug seines Revolvers betätigte und sein Ziel auf diese Distanz auch nicht nicht nur um ihn. Das war der Punkt. Die beiden Frauen, die ich in New York bei mir hatte, sagte Travis, sie sind noch dort, sitzen zwischen den Ruinen fest. Er deutete mit den Augen auf den Zylinder. Den benötige ich, um sie zurückzuholen. Ohne dieses Ding gehe ich hier nicht fort. Finn hielt unverändert den Revolver auf ihn gerichtet. Seine Hand zitterte nicht. Kommt nicht in Frage. Wenn sie den in ihren Besitz bringen, kann Garner meinen Plan noch durchkreuzen. Zu spät. Garner veranlasst bereits alles Nötige. Er weiß, was es mit Longbow auf sich hat. Er weiß, dass sie dabei sind, die Satelliten zu aktivieren. Er telefoniert jetzt im Moment und gibt Anordnungen, Razzien in sämtlichen Liegenschaften des Unternehmens durchzuführen. Ich bin jedoch überrascht zu sein, signalisierte seine Miene eher so etwas wie widerstrebendes Einverständnis, wie Travis mit Befremden auffiel. Ihnen hätte klar sein müssen, dass das Spiel aus ist, sagte Travis. Seit Paige Garner gestern Abend geoffeigt hat, waren ihre Chancen, die Sache durchzuziehen, gleich null. Finn schüttelte den Kopf. Er hob den Zylinder mit der freien Hand auf und wich einen auf Travis gerichtet. Travis richtete sich ebenfalls auf. Der Rauch hatte sich mittlerweile so weit aufgelöst, dass er im Nacken schon das heiße Brennen der Sonne spüren konnte. Die Sicht hatte sich erheblich gebessert. Es hing nur noch eine Art dünner Nebel in der Luft, der aber überall von hellem Licht durchzogen war. Trotzdem konnte Travis auf der gepflasterten Fläche mit den Blumenkübeln nicht weiter als vielleicht zehn, zwölf Meter sehen. Es schien sich um eine Art öffentlichen Platz zu handeln. Genau dort, wo sich in der Gegenwart der Flughafen befunden hatte. Fins Augen verengten sich. Ihr Blick war zwar weiter auf Travis gerichtet, aber sie huschten unmerklich hin und her, als ginge Finn eine Liste von Optionen durch. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich für Travis das Risiko erheblich verminderte, durch einen reflexhaft abgegebenen Schuss getroffen zu werden. Er hielt seine MP weit am Anschlag, mit Fins Kopf im Fadenkreuz. Tut mir leid, das mit ihren Freundinnen, sagte Finn. Wirklich, aber ich kann ihnen das Ding nicht einfach so überlassen. Wieder wich er einen Schritt zurück, vielleicht in der Hoffnung davonlaufen und Travis abschütteln zu können und dann an irgendeiner anderen Stelle in Arika in die Gegenwart zurückzukehren, wo er dann Ordra anrufen könnte, um sie zu warnen. Zum Abfeuern der MP 7 musste auf den Abzug ein Druck von vier Unzen ausgeübt werden. Travis Finger war bei zwei. Finn wich abermals zurück. Und dann drehte der Wind. Aus welcher Richtung er bisher auch geweht haben mochte, zwischen den Kübeln, auf dem Platz jedenfalls, war er im Kreis umhergewirbelt. Jetzt kam er auf einmal aus der Richtung hinter Travis, schien doppelt so stark wie zuvor, und binnen fünf Sekunden hatte sich der dünne Rauchschleier, der noch in der Luft hing, restlos verzogen. Finn verschlug es hörbar den Atem. Travis merkte, wie er selbst unwillkürlich die Augen aufriss. Es war, als würden sie mitten in Manhattan stehen. Das Arika, das sie in der Gegenwart gesehen hatten, war spurlos verschwunden, und an seiner Stelle erhob sich eine Skyline schimmernder Hochhäuser aus Glas, Stahl und Beton, manche davon an die siebzig Stockwerke hoch oder noch höher. Zwischen den Gebäuden verliefen breite, sich kreuzende Straßen mit Ampelanlagen und strahlend weißen Markierungen. Auch eine Haupteinkaufsstraße konnte Travis ganz in der Nähe sehen, die sich über eine Meile weit an der Küste entlang zog und durchgehend von ähnlich hohen eindrucksvollen Bauten gesäumt wurde. Die Stadt befand sich in tadellosem Zustand. Die Glasfassaden der Wolkenkratzer muteten an, als wären sie erst am Vortag geputzt worden. Die Gehsteige waren blitzsauber. Autos standen geparkt an den Straßenrändern, hauptsächlich Modelle Baujahr 2011 oder nur unwesentlich älter, soweit Travis es beurteilen konnte. Rings um den Platz herum verteilt standen Sitzbänke aus Holz, grün lackiert und in der Wüstensonne schimmernd. Doch nirgendwo regte sich auch nur eine Spur von Leben. Abgesehen von den geparkten Fahrzeugen waren die Straßen wie leer gefegt. Die Eingangshallen, die hinter Glasfronten lagen, waren ausnahmslos menschenleer. Die Ampeln leuchteten nicht. Die Reifen der Autos waren platt und fingen schon sichtlich zu bröckeln an. Arika war imposant und schön und makellos. Aber es war auch verlassen. Wie lange schon hätte Travis nicht zu schätzen vermocht. Es hat funktioniert. Finn hielt weiter den Revolver auf Travis gerichtet, während er sich eingehend umsah. Die Überlebenden haben hier eine florierende Stadt errichtet. Sie haben es geschafft. Eine Zeit lang. Was spielt das für eine Rolle? Jetzt sind sie tot. Ob sie tot sind, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was sich hier abgespielt hat. Auf jeden Fall nichts Gutes dem Anschein nach. Finn sah ihn an. Eine Art neuer Hoffnungsschimmer flackerte in seinen Augen auf. Allein das es funktioniert hat, reicht vollkommen. Und ich müsste mich hier nur ein paar Stunden umsehen, um herauszufinden, was passiert ist, was das Problem war und wie es sich vermeiden lässt. Selbst wenn wir hier ein pulsierendes Stadtleben vorgefunden hätten, würde das noch immer nicht die Ausrottung der gesamten Welt rechtfertigen, sagte Travis. Die Welt wird sich selbst zugrunde richten. Das ist nur eine Frage der Zeit. Warum sollten nicht zumindest ein Paar von unserem Leben bleiben? Keiner von uns wird den anderen überzeugen. Wenn sie hier bleiben möchten, bitte schön, aber den Zylinder nehme ich mit. Ich muss damit nach New York, um meine Freundinnen zu retten. Schlagen sie sich das aus dem Kopf, sagte Finn. So leid es mir tut, aber das ist ausgeschlossen. Außerdem reicht die Zeit dafür gar nicht. Sehen Sie nur. Er hielt Travis den Zylinder entgegen, zeigte ihm das Gehäuse von der Seite, die den Bedienungsknöpfen gegenüber lag. Im blendend grellen Licht brauchte Travis ein paar Sekunden, ehe er begriff, wovon der Kerr da redete. Eine Reihe blauer Leuchtpunkte zog sich an dem Gehäuse entlang, angeordnet in einem Abstand von jeweils einem Zentimeter. Matt und milchig leuchteten sie von dicht unter der schwarzen Oberfläche hervor und erstreckten sich über gut ein Drittel des gesamten Zylinders. Die Leuchtpunkte sind gestern Abend aufgetaucht, sagte Finn, unmittelbar nachdem ihren Freundinnen der andere Zylinder zu Bruch gegangen war. Zu dem Zeitpunkt haben sie sich noch an der gesamten Länge des Zylinders entlang gezogen, sind aber seither nach und nach erloschen, wie bei einem Countdown. Offensichtlich war es nicht im Sinne der Konstrukteure, dass eins dieser Geräte ohne seinen Zwilling benutzt wird. Ich vermute mal, wenn das letzte Licht erloschen ist, taugt dieses Ding höchstens noch als Briefbeschwerer. Travis war schon am Rechnen. Der andere Zylinder war vor etwa neun Stunden zerbrochen. Wenn in diesem Zeitraum nicht ganz zwei Drittel fünf Stunden, um nach New York zu gelangen und Paige und Bethany zu finden, war das auch nur annähernd genug. Zunächst war der Flug zu bewältigen, danach die Suche, von Verzögerungen, die sich ungeplant ergeben konnten, ganz zu schweigen. Geben Sie sich keine Gedankenspielen hin, das ist sinnlos, sagte Finn, weil ich Ihnen das Gerät nicht überlasse, nicht nachdem ich diese Stadt hier hatte er abermals mir auch, sagte Travis und zog den Abzug seiner MP vollständig durch. Nichts passierte. Die MP gab nicht mal ein Klicken von sich. An fehlender Munition konnte es nicht liegen. Travis hatte sie eigenhändig geladen und die erste Patrone bereits ins Lager geschoben. Als er den Abzug durchzog, reagierte schlicht der Mechanismus nicht. Er krümmte seinen Finger fester. Nichts. Er senkte rasch den Blick auf die Waffe. Am Kipplauf war das Metall eingedellt. Dort, wo sie bei seiner Landung auf dem Boden auf dem Pflaster aufgeschlagen war. Er sah wieder Finn an. Der Mann wusste Bescheid. Auch ohne, dass ein Klicken zu vernehmen war, hatte ihm Travis Reaktion alles Nötige verraten. Finn kam zwei Schritte näher und verengte dabei die Augen. Der Revolver in seiner Hand zitterte ein wenig, aber er hatte ihn fest auf ihn gerichtet. Nehmen Sie die Waffe runter, sagte Finn, und dann drehen Sie sich um und knien sich hin. Travis stieß beinahe belustigt die Luft aus. Warum sollte ich das tun? Wenn Sie mich erschießen wollen, dann tun Sie es doch einfach. Finn kam nicht näher. Er atmete tief durch. Der Revolver in seiner Hand zitterte jetzt nicht mehr. Ich hoffe, Sie spüren nichts, sagte Finn, und Travis sah, wie sich sein Unterarm anspannte, ehe er abdrückte. Dann zerplatzte auf einmal Fins Kopf, barst nach beiden Seiten hin, als wäre im Inneren eine Hohlladung explodiert. Einen Sekundenbruchteil später heilte der trockene Knall eines Präzisionsgewehrs über den Platz, und Travis zuckte unwillkürlich zusammen und drehte sich zu dem Geräusch um. Hinter einem Blumenkübel, dreißig Meter weiter, richtete sich eine Gestalt ganz in Weiß auf, die dort auf der Lauer gelegen hatte. Aus dem Augenwinkel bekam Travis mit, wie Finn zu Boden sagte. Mit einem leisen Klicken glitt ihm der und blieb auf seinem Bauch liegen, fast wie aus einem letzten körperlichen Reflex heraus, das Ding vor Schaden zu bewahren. Travis ließ die MP fallen und hob langsam die Arme, während er zu dem Gewehrschützen hinübersah. Der Neuankömmling hielt das Gewehr im Anschlag, ohne jedoch damit zu zielen, und verharrte kurzreglos, wie um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Das Gesicht der Gestalt war nicht zu erkennen, bis Fuß eingehüllt war, gehörte auch eine lockere Kapuze mit einer Art Netzschirm davor. Der Aufzug wirkte luftig und daraufhin konzipiert das Sonnenlicht abzuweisen. In der Gegend hier vermutlich ein Muss. Die Gestalt starrte noch einen Moment lang herüber, hängte sich dann das Gewehr um die Schulter und trat hinter dem Betonkübel hervor, kam lässig und ohne sonderliche Eile über den Platz auf Travis zugeschritten. Travis blickte dem Unbekannten reglos entgegen. Er fühlte sich so betäubt, dass er nicht einmal Angst hatte. Die Gestalt kam näher, war noch zwanzig Meter entfernt, noch zehn, blieb dann gut einen Meter vor ihm stehen und starrte ihn an. Hinter dem Netzgewebe auf das gleißend hell das Sonnenlicht fiel, ließ sich das Gesicht des Unbekannten ungefähr erahnen. Gleich darauf aber wandte Travis schon den Blick ab, weil etwas anderes seine Aufmerksamkeit erregte, eine kleine, leuchtend rote Scheibe auf dem Handrücken des Neuankömmlings, die unter dem Rand des Ärmels hervorlugte. Sie war etwa so groß wie ein Viertel Dollar und haftete irgendwie an der Haut fest. Travis schaute genauer hin und sah seine Vermutungen bestätigt. Die Scheibe war mit einem Gespinst winziger rankenähnlicher Auswüchse mit der Hand wieder das Gesicht hinter dem Netz an und erkannte es, noch ehe die Gestalt gleich darauf die Kapuze zurückschob. Die Augen sahen noch genauso aus, wie sie ihm vertraut waren. Sehr groß, braun, ernst. Das übrige Gesicht aber war gealtert, schien ungefähr zwischen fünfzig und sechzig Jahren alt zu sein. Travis sagte die Gestalt. Travis schluckte und fand dann seine Stimme wieder. Paige Fünf Sekunden lang standen sie einfach nur schweigend da. Travis hörte das ferne Rauschen der Meeresbrandung, das leise in den Häuserschluchten der verlassenen Stadt wiederhalte. Dann ließ sich eine Stimme über Funk vernehmen, irgendwo an Pages Körper, ohne dass zu verstehen war, was sie sagte. Sie griff in ihr Gewand und holte das Funkgerät heraus, das sie offenbar an der Hüfte Das habe ich nicht verstanden. Ein Mann antwortete, von heftigem Rauschen überlagert, Ich habe gefragt, worauf du geschossen hast. Das erkläre ich dir später, sagte Page. Mir ist nichts passiert. Hast du herausgefunden, wo der Rauch herstand? Nicht direkt. Ich melde mich später wieder. Sei vorsichtig. Der Mann beendete den Funkkontakt und Page steckte das Gerät wieder ein. Inzwischen war Travis klar geworden, dass er die Stimme erkannt hatte, trotz des heftigen Rauschens. Ihr Rhythmus, ihr Tonfall waren ihm mehr als vertraut gewesen. Einen kurzen Moment lang bekam er weiche Knie. Page trat auf ihn zu, hob die Hand und berührte ihn sanft am Gesicht, fuhr mit dem Daumen langsam über seinen Wangenknochen, wie um die Textur seiner Haut zu betasten. Aus ihren Augen Warten, was gerade in ihr vorging. Page, die andere Page, hatte es ihm am Vorabend in Garnas Wohnzimmer geschildert, dass sie in der Lage war, etwas zu begreifen, ohne es tatsächlich begreifen zu können. Eine Fähigkeit, die sie dank der Pforte entwickelt hatte. Trotzdem, sie musste doch tausend Fragen an ihn haben. Auch diese Fragen meinte er, in ihren Augen sehen zu können, zusammen mit einem Abglanz all der Fragen, die er ihr gern gestellt hätte. Wie um alles in der Welt war sie hierher gekommen? Nicht mit einem der Flüge, die von Juma aus starteten. Nie und immer hätte sie sich darauf eingelassen, auch nicht unter Einwirkung der Niederfrequenz Wellen. Niemals hätte sie es übers Herz gebracht, sich selbst zu retten und all diese Menschen dem sicheren Tod zu überlassen. Wahrscheinlich war sie erst später hergekommen, lange Zeit nach dem trüben Dezember. Wenn irgendjemand auf der Welt Umbra unbeschadet hätte überstehen können, ohne nach Juma aufzubrechen, dann vermutlich die Tangent Mitarbeiter in Border Town mit all ihren exotischen Hilfsmitteln. Und Bethany hatte mit ihrer Prophezeiung fraglos Recht gehabt. Page hatte ihn ausfindig gemacht, ehe die Welt unterging. Hatte ihn ausfindig gesagt, dass er am Leben blieb. Diese Gedanken gingen ihm vielleicht drei Sekunden lang durch den Kopf, ehe sich eine andere Überlegung in den Vordergrund schob. Die einzige Überlegung, auf die es jetzt ankam. Der Zylinder. Die Reihe blauer Leuchtpunkte. Die Zeit, die ihm noch zur Verfügung stand, verran unerbittlich. Jede Minute, die er noch hier blieb, könnte die eine entscheidende Daumen fuhr ihm noch einmal über die Wange, leise bebend inzwischen. Travis griff nach oben und umfasste sanft ihre Hand. Ich muss fort, sagte er. Jetzt gleich. Tut mir leid, dass ich dir das alles nicht erklären kann. Sie tat seine Entschuldigung mit einem Kopfschütteln ab und nahm die Hand von seinem Gesicht. Dann geh. Er sah sie noch einen Moment lang an, trotz seiner Eile, wandte sich dann um und lief zu Fins Leichnam hinüber. Er hob den Zylinder auf und richtete ihn so aus, dass die Iris sich etwa in Höhe der Patronenhülsen öffnen würde, bei denen er kurz zuvor herübergekommen war. Der Rauch des dort brennenden Flugzeugs würde dafür sorgen, dass er ungesehen in die Gegenwart zurückkehren konnte. Er legte den Finger auf den Anknopf. Moment noch. Er sah sich um. Paige stand direkt hinter ihm. Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich muss los, sagte er. Die Zeit, die mir noch bleibt, ist so schon knapp genug. Es gibt etwas, das du wissen musst. Es ist wichtiger als alles, was du jetzt so dringend erledigen willst. Wenn ich auch nur 30 Sekunden zu spät komme, sterben Menschen. Einer dieser Menschen bist du. Falls diese Mitteilung sie irgendwie berührte, ließ sie sich jedenfalls nichts davon anmerken. Dieses Risiko ist unausweichlich, sagte sie. Hör mir zu. Es wird länger als 30 Sekunden dauern, aber ich werde mich beeilen. Selten zuvor hatte er in ihren Augen einen solchen Ernst gesehen. Zugleich hatte ihr Blick etwas Ängstliches. Er nahm den Finger wieder von dem Knopf und drehte sich zu ihr rum. Ich weiß von der Botschaft, die ich durch die Pforte in die Vergangenheit geschickt habe, sagte Paige. Und ich weiß auch, dass du das Flüstern erschaffen und ebenfalls in die Vergangenheit geschickt hast. Travis drückte sich den Zylinder an die Seite. Er hatte Angst, ihn gleich unblick kürlich fallen zu lassen. Du dasjenige, mit dem ich gerade über Funk gesprochen habe. Du hast es mir an dem Tag erklärt, an dem wir die Pforte versiegelt haben. Travis starrte sie an. Ein Szenario, in dem er erfahren könnte, wie Paige auf die Neuigkeit reagieren würde, die er ihr so lange verheimlicht hatte, hatte er niemals auch nur in Betracht gezogen. Sie schien ihm die Frage von den Augen Diese Antwort war beinahe ebenso unwirklich, wie der Umstand Paige überhaupt hier anzutreffen. Travis schüttelte den Kopf. Ist das möglich? Ich habe das Flüstern erschaffen, Paige. All die Menschen, die in Zürich zu Tode gekommen sind, habe also ich auf dem Gewissen und auch all die Toten in Border Town. Deine Freunde. Ich konnte es so gelassen aufnehmen, weil ich über gewisse Tatsachen Bescheid wusste, die du nicht wissen konntest. Einzelheiten über die genaueren Modalitäten, die erforderlich wären, um etwas durch die Pforte in die Vergangenheit zu schicken. Wie dieser Vorgang genau ablaufen müsste, wusste Tangent schon lange, bevor wir die Mittel hatten, ihn konkret in die Tat umzusetzen. Dr. Fagan hatte alles schon genau berechnet, ganz wie die am Manhattan Project beteiligten Wissenschaftler, die den Detonationswert der Atombombe bereits berechnet hatten, ehe überhaupt eine gezündet worden war. Das Gerät, mit dem sich etwas in die Pforte transferieren ließe, Injector, so nannte Fagan es, würde so instabil sein, dass es schon fast unbrauchbar war. Ein Problem, das sich technisch leider nicht beheben lässt. Um den Injector einzusetzen, müsste man sich damit direkt vor die Pforte stellen und den Vorgang von Anfang bis Ende steuern und überwachen, weil sich dieser Vorgang nicht automatisieren und auch nicht per Fernsteuerung durchführen lässt. Man müsste dabei sein, in unmittelbarer Nähe. Das spielt doch alles keine Rolle, sagte Travis. Eine andere Version von dir ist im ursprünglichen Zeitverlauf, ehe sich irgendetwas geändert hatte, zu dem Entschluss gelangt, dass ich getötet werden musste. Sie hat diese Nachricht in die Vergangenheit geschickt und eine andere Version von mir hat das Flüstern in die Vergangenheit geschickt, um diese Nachricht abzufangen und so das eigene Leben zu retten. Er hätte dem Flüstern strikte Grenzen auferlegen können, töte niemanden zum Beispiel, aber das hat er unterlassen. Alle anderen Menschen außer ihm, außer mir, waren ihm vollkommen egal. Das Flüstern war ein durch Technologie aus der Pforte optimierter Computer, konnte wahrscheinlich wirklich nicht ahnen, mit welcher Rücksichtslosigkeit es seine Aufgabe ausführen würde. Das ist nur eine Vermutung. Das spricht ihn, äh, mich, in keiner Weise von Schuld frei. Ich habe dieses Ding aus ganz egoistischen Gründen in die Vergangenheit zurückgeschickt. So sieht es aus. Da täuscht du dich. Egoismus scheidet hier als Grund eindeutig aus. Woher willst du das wissen? Ganz einfach. Jeder, der mit dem Gerät etwas durch die Pforte in die Vergangenheit schicken wollte, müsste auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Injektion anwesend bleiben. Und das ist eine heftige Reaktion. Verdammt heftig. Die Temperatur in der Empfangskammer steigt dabei auf über 4000 Grad Celsius und hält etwa anderthalb Minuten lang an. Verstehst du nun, worauf ich hinaus will? Um etwas durch die Pforte in die Vergangenheit Travis starrte sie an. Damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet. Dadurch wurde das Geschehen in ein völlig anderes Licht gerückt. Page fuhr fort. Die andere Version von mir musste es für absolut unumgänglich gehalten haben, diese Botschaft in die Vergangenheit zu schicken. Sie hat dafür ihr Leben geopfert. Aber als du ihren Zug gekontert hast, hast auch du dafür dein Leben geopfert. Wohl kaum aus Egoismus. Dein Tun oder was auch immer, das ich unbedingt verhindern wollte durch deine Tötung, muss also eine Dimension gehabt haben, die mir verborgen geblieben ist. Als wäre mir dieses Tun aus meiner Sicht böse vorgekommen, während du in Wahrheit ganz andere Absichten verfolgt hast. Vielleicht konntest du mir das aus irgendeinem Grund nicht anvertrauen. Vielleicht war es etwas so Übles, das aber unumgänglich war. Travis senkte den Blick auf den Zylinder, den er an sich gedrückt hielt. Die matten blauen Leuchtpunkte kamen ihm vor wie die Stufen zu einem Schaffwort. All das erzähle ich dir, weil es wichtig ist, sagte Paige. Du musst zur Tangent zurückkehren, weil das dein dir vor bestimmter Platz ist, jene andere Version von verfügt hat, als wir alle, hat sich geopfert, um dich dort zu platzieren. Warum hat er dann nicht dafür gesorgt, dass mir das Flüstern reinen Wein einschenkt, mir den Plan Schritt für Schritt offenbart? Darüber habe ich jetzt siebzig Jahre lang nachdenken können. Wenn das Flüstern dir vorab verraten hätte, was eines Tages von dir erwartet wird, vermute ich mal, würdest du es nicht tun. Dein zukünftiges Ich konnte das vermutlich noch leichter voraussehen. Es kam Travis vor, als würden die Informationen um ihn herum wirben, ganz ähnlich wie der Rauch wenige Minuten zuvor. Können wir die Pforte denn einfach so versiegeln? fragte er. Bei euch hat's ja offenbar geklappt. Paige sog heftig die Luft ein. Nein, Himmel, das Aber es hat doch geklappt. Sie ist nach wie vor versiegelt, auch heute noch, nach 73 Jahren. Sie sah ihn mit großen Augen an und schüttelte den Kopf. Die Versiegelung hält zwar, aber die Folgen sind insgesamt katastrophal. Die Entitäten, die sich im Tunnel anstauen, werden im Laufe der Zeit durch den Druck zerstört, soweit wir das beurteilen können. Bei dieser Zerstörung wird in manchen Fällen Energie freigesetzt, die dann letzten Endes doch noch an die Erdoberfläche gelangt. Massenhaft Energie, Strahlung, unbekannte Spielarten, die wir nicht mal benennen und einordnen können, von solcher Reichweite, dass sogar wir hier die Wirkungen zu spüren bekommen. Travis sah sich zu der verlassenen Stadt um. Dies also war des Rätsels Lösung. Ja, bekräftigte Page, diese Stadt ist so gut wie ausgestorben, weil das Portal versiegelt ist, und so wird es mittlerweile auf der ganzen Welt aussehen, wenn sie nicht ohnehin schon untergegangen wäre. Die Pforte darf auf keinen Fall versiegelt werden. Unterhalb seines Gesichtsfeldes nahm Travis eine Bewegung wahr. Er senkte den Blick. Einer der Leuchtpunkte war soeben erloschen. Mein Gott, sagte er, Kehr zu Tangent zurück, sagte Page. Ich habe keine Ahnung, was bevorsteht, aber du musst unbedingt dort sein, wenn es passiert. Das ist vermutlich von größerer Bedeutung, als uns beiden klar ist. Nun geh. Er nickte, richtete den Zylinder aus, schaltete ihn an und betätigte dann den Knopf, der das verzögerte Ausschalten bewirkte. Aus der Iris kam schwarzer Rauch gequollen. In den Sekunden, die er noch abwarten musste, bis der Lichtstrahl erlosch, wandte Travis sich noch einmal Page zu, starrte ihre Augen an. Sie war wunderschön und würde es immer bleiben, egal in welchem Alter. Das wusste er schon seit dem Tag, an dem er ihr zum ersten Mal begegnet war. Ob er sie wohl jemals wieder in diesem Alter zu Gesicht bekommen würde. Wie groß waren die Aussichten für sie beide auf ihrer eigenen Zeitebene gemeinsam alt zu werden, ganz gleich, was noch bevor stand. Er sah, wie ihre Augen auf einmal verdächtig zu glänzen begannen. Sie blinzelte gegen die Tränen an. Dann erlosch der Lichtstrahl. Er wandte sich von ihr ab, ohne sich noch einmal umzusehen, spurtete auf die Öffnung zu und hechtete in den dichten Rauh. Sirenen. Vielstimmiges Geschrei. Durch die Rauchschwaden zuckende Rot- und Blaulichter. Er hielt den Atem an und rannte los, bis er den beißenden Rauch und das ausgebrannte Wrack des Jets hinter sich gelassen hatte. Feuerwehrleute kämpften weiter mit Wasser und Löschschaum gegen den Brand an. Travis nahm sie kaum zur Kenntnis. Er blickte suchend zwischen den Schaulustigen umher, die sich vor dem Terminal versammelt hatten, um das Geschehen aus sicherer Entfernung zu verfolgen. Nachdem er Garner entdeckt hatte, lief er zu ihm, so schnell er nur konnte. Page häufte die Kiefernzweige direkt neben dem Feuer auf. Mit etwas Glück würden sie in ein paar Stunden getrocknet sein. Es war nicht leicht, das Feuer in Gang zu halten. Es gab so gut wie kein trockenes Brennholz. Die Nacht war fürchterlich gewesen. Von Garners Residenz aus hatten sie sich auf den Weg nach Süden gemacht, waren aber nur mühsam vorwärts gekommen, weil sie sich über geborstenen Asphalt und durch dichtes Baumwerk kämpfen mussten, und das in völliger Finsternis. Die erste Viertelstunde über hatte Page sich an die Hoffnung geklammert, dass noch nicht alles verloren war. Bald würde aus der Ferne hinter ihnen eine Folge von Schüssen herüberhallen, die von der Remington abgegeben wurde, und dann würden sie Travis hören, der nach ihnen rief. Wenn alles gut ging, würde er den zweiten Zylinder dabei haben, wenn sie schließlich zusammentrafen. Soweit die Theorie. In Wirklichkeit traf nichts davon ein. Nachdem über eine Stunde verstrichen war, ohne dass sich hinter ihnen etwas getan hätte, hörten sie und Bethany auf, sich gegenseitig Hoffnung zu machen. Immer einsilbiger setzten sie ihren Weg nach Süden fort, bis sie schließlich völlig verstummten. Nach Reden war ihnen einfach nicht mehr zumute. Hin und wieder kamen sie in der Finsternis an Stellen vorbei, wo es sich so anhörte, als würde der Regen auf tiefe Wasserflächen plätschern. Was es mit diesen Stellen genau auf sich hatte, wussten sie nicht, blieben aber ständig auf der Hut, um nicht versehentlich in ein solches Wasserloch zu treten. Der Dauerregen war schon schlimm genug, wobei sie dank der Bäume wenigstens nicht völlig durchnässt wurden. In ein stehendes Gewässer zu fallen und von Kopf bis Fuß klatschnass zu werden, ohne jede Möglichkeit ihre Kleidung zu trocknen und sich aufzuwärmen, hätte lebensgefährliche Folgen haben können. Schließlich machten sie Halt. Wie weit sie inzwischen nach Süden vorgedrungen waren und ob es ihnen überhaupt gelungen war, sich an die geplante Route zu halten, wussten sie nicht zu sagen. Sie tasteten sich an einer dicken Kiefer bis zum Stamm vor und kletterten daran empor, bis sie in etwa drei Metern Höhe eine Unterlage aus Ästen fanden, die Immer wieder hörten sie Geräusche von Tieren, die durch den Wald streiften, bisweilen sogar direkt unterhalb der Äste, auf denen sie lagen, vielleicht bloß Rotwild, es war unmöglich zu sagen. Irgendwann schlief Paige ein. Kurze Zeit später wachte sie wieder auf. Es war noch immer stockfinster und auch der Regen hatte nicht nachgelassen. Sie hörte ein mühsam unterdrücktes Schluchzen. und so sehr zitterte, dass es in den Ästen zu spüren war. Paige legte die Arme um sie und drückte sie fest an sich. Das half anscheinend. Als sie am Morgen aufwachten, war es bereits hell. Der Regen hatte zwar aufgehört, aber es war unverändert kühl, und der Himmel über den Ruinen der Stadt war genauso bleigrau wie am Tag zuvor. Sie erkannte Paige auf Anhieb, wo sie sich befanden. An der südwestlichen Ecke des Central Park. Auch das Rätsel der Wasserlöcher löste sich. Es handelte sich um Zugänge zu U-Bahn. Der Eingang zur Station Columbus Circle stand völlig unter Wasser, das aber nicht bis auf Straßenhöhe heranreichte. Was wohl kaum auf den Regen zurückzuführen war, überlegte Paige. Es war lediglich der normale Grundwasserspiegel der Insel, weil die Pumpen, die sonst dafür sorgten, dass die Tunnel nicht überflutet wurden, längst nicht mehr in Betrieb waren. Nun, da es hell war, fanden sie auch trockenes Holz, einen abgestorbenen jungen Baum in einem noch intakten Gebäudeeingang aus Stein. Sie zerbrachen ihn in kleine Stücke, die sie auf dem trockenen Beton unterhalb des Vordachs anhäuften. Paige bog und stocherte so lange mit einem scharfkantigen Stein an einer Patrone aus dem Magazin der Sigsauer herum, bis sie sich auseinander nehmen ließ. Sie verteilte das Pulver in einer dünnen Schicht unter einer Ecke des Anzündholzes und platzierte das Zündhütchen der Patrone genau in der Mitte. Dann ließ sie den Stein auf das Zündhütchen niedersausen. Das Pulver flammte auf, und ein Paar der Zweige qualmten und kokelten kurz vor sich hin, je sie sang und klanglos wieder erloschen. Bei der dritten Patrone, der vorletzten von den Vieren, die sich noch in der Pistole befunden hatten, sprang der Funke endlich über. Nun kam es ausschließlich darauf an, laufend Holz aufzutreiben, das trocken genug war, um das Feuer in Gang zu halten. Damit hatten sie den ganzen Vormittag und bis in den Nachmittag hinein zu tun. Noch immer wechselten sie kaum ein Wort. Travis beobachtete, wie sich vor ihnen in der Ferne New York aus dem Nachmittags Dunst schälte. Der Kampfjet, diesmal eine F-15D statt einer F-15E, was hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit keinen Unterschied machte, ging in den Sinkflug über. Und dabei beschleunigte er kurzzeitig sogar von 1650 Meilen in der Stunde auf 1665. Der Jet war fünf Minuten nachdem Travis durch die Iris in den Qualen des brennenden Privatjets zurückgekehrt war, von der Homestead Air Reserve Base bei Miami aus gestartet. Die Entfernung von Miami nach Arica war nur unwesentlich geringer als von New York aus. Etwa 3000 Meilen statt 4000. Einen näher gelegenen Luftwaffenstützpunkt, der über zweisitzige F-15 Jets verfügte, gab es jedoch nicht. Travis und Ghana hatten alles getan, um den Vorgang zu beschleunigen. Sie hatten eine Piper Cheyenne gechartert, das schnellste Flugzeug, das in Arica aufzutreiben war, um Travis nach Norden zu bringen und damit die Strecke der F-15 abzukürzen. Theoretisch hätte die Piper etwa 600 Meilen zurücklegen können, während der Kampfjet 2400 Meilen flog, wodurch der F-15 eine Rundreise von Das war jedoch nicht durchführbar. 600 Meilen nördlich von Arica befand sich der ausgedehnteste Urwald auf Erden und nirgendwo ein Flughafen weit und breit. Als einzige gangbare Möglichkeit hatte sich der Flughafen von Cusco in Peru angeboten, 350 Meilen von Arica entfernt. Nach der Landung hatte Travis dort auf die F-15 gewartet. Auf seinem Weg zu Page und Bethany hatte er durch dieses Manöver vielleicht 20 Minuten gewonnen. Und es würde auf jede Sekunde ankommen, so viel war klar. Unterwegs hatte er mehr als genug Zeit gehabt, eine Reihe Berechnungen anzustellen. Travis hatte die blauen Leuchtpunkte im Auge behalten und gestoppt, in welchen Intervallen sie erloschen. Nach jeweils genau 28 Minuten und 11 Sekunden. Nachdem er das festgestellt hatte, konnte er die genaue Zeit berechnen, die noch verblieb, ehe der Zylinder unbrauchbar wurde. Sofern Finn mit seiner Vermutung recht hatte, wovon wohl leider auszugehen war. Über Funk hielt Travis an Bord des Kampfjets Kontakt zu Ghana und seinem Bruder, die mit ihm das Manöver besprachen, das sie in aller Eile organisiert hatten. Den Alarmstart, der sofort nach der Landung der F-15 am Flughafen Nagadia stattfinden würde. Theoretisch haute es hin. Es könnte zumindest hinhauen, wenn alles glatt lief. Besonders am Ende. Vor ihnen war New York nun deutlich zu sehen. Auf dem Zylinder verblieben noch genau sechs Minuten. Das war verdammt knapp. Travis merkte, wie er schwitzige Hände bekam. Manhattan glitt nach und nach weiter nach links, während der Jet den Flughafen ansteuerte. Durch die Schubhemmung wurde Travis in seinem Landeanflug ging. Die gekreuzten Rollbahnen von LaGadia tauchten vor ihnen ab. Travis zog von dort eine gedachte Luftlinie zum unteren Ende des Central Park und versuchte, die Entfernung zu bestimmen. Fünf bis sechs Meilen schätzte er. Auf den Straßen wäre der Weg doppelt so weit. Und wie lange die Fahrt dauern würde, war unmöglich zu sagen. Dazu kannte er sich in New York nicht gut genug aus. Länger als sechs Minuten auf jeden Fall, so viel stand fest. Und aus diesem Grund wurde er auch nicht gefahren. Als die F-15 Kurs auf die Landebahn nahm und noch etwa eine halbe Meile entfernt auf dem Gleitweg einschwenkte, konnte Travis bereits den wartenden Hubschrauber erkennen, der nicht einmal auf einem Flugfeld stand, sondern direkt neben der Landebahn, genau in der Höhe, wo die F-15 zum Stillstand kommen würde. Es war ein unförmiges Monstrum. Sea Stallion, so hatte Garnas Bruder diesen Hubschraubertyp genannt. 24 Meter lang, siebeneinhalb Meter hoch und breit, mit einem gewaltigen sechsbettrigen Hauptrotor auf dem Dach, konnte er eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Meilen in der Stunde erreichen. Für die Strecke vom Flughafen bis zum Central Park würde er also nicht länger als etwa über zwei Minuten brauchen. Die F-15 rauschte die letzten paar Dutzend Meter in die Tiefe und setzte rasant auf der Piste auf. Ich lasse sie durchrollen und mache erst ganz am Schluss eine Vollbremsung, sagte der Pilot. Spart ihnen ein paar Sekunden. Die werde ich auch dringend brauchen, sagte Travis. Auf dem Zylinder waren noch vier Minuten und 15 Sekunden übrig. Festhalten! Viele Möglichkeiten dazu gab es nicht. Travis fielen zwei Metallstreben ins Auge, seitlich an der Rückenlehne des Pilotensitzes vor ihm, die stabil genug aussahen. Er stemmte die Hände dagegen und gleich darauf war zu hören, wie sich das Geräusch, der an dem Jet entlangströmenden Luft, radikal veränderte. Und er wurde fester denn je gegen die Riemen des Sicherheitsgurts gepresst. Der Sea-Stallion war immer deutlicher zu erkennen. Er hatte eine Heckrampe wie ein Frachtflugzeug, die in Richtung Landebahn ausgefahren war. Am Fuß der Rampe stand ein Besatzungsmitglied. Der mächtige Rotor auf dem Dach drehte sich bereits. Travis konnte sehen, dass der große Hubschrauber schon auf seinen Radvorlegern schwebte, als könnte er jederzeit abheben. Zwanzig Meter vor dem Hubschrauber blieb die F-15 stehen. Sofort schaltete der Pilot die Triebwerke aus, deren Jaulen von jetzt auf gleich zu einem dunklen Röhren erstarb. Erneut hatte Travis das Gefühl, dass hier gegen alle sonst üblichen Regeln verstoßen wurde. Der Pilot löste eilends die Sperre, schob das Kabinendach in die Höhe und öffnete es. Travis stand auf und klemmte sich den Zylinder fest unter den linken Arm. Dann beugte er sich auf der linken Seite aus dem Cockpit, klammerte sich mit der rechten Hand am Rand fest und schwang sich über die Kante. Das Cockpit befand sich mehr als drei Meter über dem Boden. Seine Schuhe baumelten noch einen knappen Meter über dem Asphalt, als er losließ. Er landete einigermaßen schmerzhaft, federte ab, richtete sich auf und rannte los in Richtung Hubschrauber, wobei er rasch einen Blick auf die Uhr warf. Noch drei Minuten und fünfzehn Sekunden. Sie saßen am Feuer und stillten ihren Hunger mit Äpfeln, die Bethany von einem Baum am südlichen Rand des Parks gepflippt hatte. Bis in etwa zweieinhalb Metern Höhe waren die Äste komplett karge fressen. Die übrigen Früchte aber waren nicht angerührt worden. Page beobachtete, wie sich die langen Nadeln eines Kiefernzweigs im Feuer bogen und dann verbrannten. »Es ist Mitte Oktober«, sagte sie. »Wird nicht mehr lange dauern, bis es hier nachts friert. Wenn wir überleben wollen, müssen wir nach Süden.« »Wollen wir denn überleben?«, fragte Bethany. Page hob abrupt den Blick und sah sie an. »Entschuldige«, sagte Bethany, »ich will hier wirklich nicht die Schwarzmalerin spielen, aber wo ist der Sinn? Wenn ich das, was mir damals an der Highschool in Biologie beigebracht wurde, nicht völlig missverstanden habe, sind wir beide ja wohl die Letzten unserer Art, oder? Willst du hier wirklich hundert Jahre alt werden?« Page blickte wieder ins Feuer und überlegte, was sie darauf antworten sollte. »Lohnte es sich, in dieser Welt am Leben zu bleiben?« Dieser Gedanke ließ auch ihr schon seit letzter Nacht keine Ruhe. Der Seastarion überquerte in einer Höhe von sechzig Metern den East River, knapp nördlich einer langgezogenen schmalen Insel, die genau parallel zu Manhattan lag, und donnerte gleich darauf über die Dächer der Upper East-Zeit hinweg, in langen, sanften Schwüngen den höheren Gebäuden ausweichend. Noch zwei Minuten und dreißig Sekunden. Travis stand vorne an der Wand, die die Pilotenkanzel vom Rest des Hubschraubers abtrennte und hielt sich seitlich am Durchgang fest. Außer ihm befanden sich nur noch der Pilot und der Co-Pilot an Bord. Hinter Travis gähnte der weitläufige Laderaum, an dessen Seitenwänden sich Sitzbänke aus Stahlrohren und Leinwand entlangzogen. Die Wände selbst bestanden lediglich aus den Verstrebungen, die den Rumpf bildeten, und der Außenhaut aus Metall. Überall verliefen hydraulische Leitungen und Kabelkanäle. An der Decke verbreiteten Leuchtstoffröhren ein kaltes Lied. Der Co-Pilot drehte sich auf seinem Sitz zu Travis herum und schrie gegen das Dröhnen der Rotoren und Triebwerke an. »Unsere Befehle sind ziemlich präzise. Zum einen sollen wir voll auf die Tube drücken, und das wurde zigmal betont. Und weiter geht es dann wie folgt. Wir landen auf der größten Freifläche am südlichen Parkende. Wir lassen die Laderampe oben. Wir schauen nach vorn und achten die nächsten zwei Minuten nicht weiter auf Sie.« »Das wird hinhauen,« sagte Travis. »Und was bitte sollen wir danach machen?« »Wozu Sie Lust haben,« sagte Travis. »Bis dahin bin ich längst fort.« Der Mann starrte ihn an, als würde er auf irgendeine Puerte warten. Als dieser ausblieb, schüttelte er bloß den Kopf und wandte sich wieder nach vorn. Was er zu den Piloten neben sich sagte, konnte Travis im dröhnenden Lärm der Rotoren nicht verstehen. Sie überflogen die Fifth Avenue in einer diagonalen Linie, noch immer knapp 200 Meilen in der Stunde schnell. Der Pilot verringerte allmählich die Flughöhe, ohne das Tempo zu drosseln. Travis sah vor ihnen die Freifläche, die rasend schnell näher kam. In wenigen Sekunden hatten sie die noch verbliebene Strecke zurückgelegt. »Okay, jetzt gut festhalten,« rief der Pilot. Travis klammerte sich mit der rechten Hand am Durchgang fest, während er mit der linken den Zylinder an sich drückte. Er sah, wie der Pilot den Steuerknüppel zurückriss. Doch zunächst geschah nichts. Dann kippten Park und Skyline, die durch die Windschutzscheibe zu sehen waren, auf einmal nach unten weg, weil sich der Hubschrauber steil zum Heck hinneigte. Durchs Fenster war nur noch blauer Himmel zu sehen. Gleichzeitig schwang der massive Heckausleger herum wie ein Mikrofongalgen, und als Travis den Park gleich darauf wieder erblickte, drehte er sich wie ein Schulhof, den man von einem Drehkarussell aus betrachtete. Er sah, wie Leute unter ihnen in alle Richtungen stoben, um sich in Sicherheit zu bringen, während der Hubschrauber geschwind gen Erde trudelte. Kurz vor der Landung warf Travis noch einmal einen Blick auf die Uhr. Noch eine Minute und vierzig Sekunden. Page dachte noch immer über Bethanys Frage nach, als auf einmal das Geräusch einsetzte. Ein tiefes, basslastiges Dröhnen, das durch die Bäume drang. Ein wenig wie das Brummen großer Lautsprecherboxen neben einer Konzertbühne, die auf höchste Lautstärke eingestellt waren. Das Geräusch war rhythmisch, pulsierte regelmäßig, wie die Rotoren eines Hubschraubers. Bethany zuckte ebenso heftig zusammen. Es war fast unmöglich zu lokalisieren, wo das Geräusch herkam. Das tiefe Dröhnen schien von allen Seiten zu kommen. Dann hörten sie einen Mann, der von sehr weit her aus Leibeskräften nach ihnen rief. »Travis«, »Sie sollten ihm antworten«, schrie er, »und so schnell wie möglich losrennen.« Kaum durch die Iris rannte Travis los, um so rasch wie möglich den Hubschrauberlärm hinter sich zu lassen, indem er Page und Bethany unmöglich hätte hören können. Er sah sich einmal kurz um und konnte durch die Öffnung den hell erleuchteten Hubschrauber-Innenraum sehen. Auf dieser Seite war die Iris von mächtigen Kiefern und Laubbäumen umgeben, die die Freifläche längst überwuchert hatten. Fünfzig Meter südlich der Iris blieb er stehen, schrie laut nach Page und Bethany, horchte. Nichts. Zumindest nichts, was er über den Hubschrauberlärm hinweg hätte hören können. Hätte er doch die Piloten bloß aufgefordert, das verfluchte Ding abzuschalten, der Gedanke war ihm in der allgemeinen Hektik gar nicht gekommen. Jetzt war es dafür zu spät. Er sah auf die Uhr. Er hatte noch fünfzig Sekunden. Er schrie erneut nach den beiden. Gleich darauf hörte er sie. In weiter Ferne, rechts vor ihm. Er drückte den Zylinder an sich und spurtete los, immer wieder hakenschlagend, um den Bäumen auszuweichen. Ihre Stimmen klangen sehr weit entfernt, womöglich zu weit, um es noch zu schaffen, obwohl sie nun selbst auf ihn zugelaufen kamen. Er verdrängte diesen Gedanken mit aller Macht und rannte einfach nur. Da kam ihm ein anderer, noch unangenehmerer Gedanke. Was, wenn er die Frist falsch berechnet hatte? Wenn ihm am Ende zehn entscheidende Sekunden fehlten? Er hatte den Zeitraum so genau wie möglich zu berechnen versucht und immer extra großzügig abgerundet, wenn sich das nicht vermeiden ließ. Durchaus möglich also, dass er ein paar Sekunden mehr hatte als vermutet oder eben leider ein paar Sekunden weniger. Im Laufen warf er einen Blick auf den Zylinder. Der letzte blaue Leuchtpunkt schimmerte ihm teilnahmslos entgegen. Er schrie weiter ihren Namen. Konnte ihre Stimmen inzwischen besser hören, auch über das Geräusch seiner Schritte hinweg. Sie waren schon dichter, aber nur ein wenig. Noch dreißig Sekunden. Er steigerte sein Tempo noch etwas, spürte, wie seine Beinmuskeln zu brennen begannen und freute sich verzweifelt über den Schmerz. Während er weiter nach Paige und Bethany horchte, wurde ihm bewusst, dass er schon viel mehr als bloß ihre Stimmen hören konnte. Da war das Geräusch ihrer durchs Unterholz brechenden Körper. Sie waren bereits dichter als vermutet, viel dichter. Die Zeit würde reichen. Als er durch das Astwerk zweier dicht beieinander stehender Kiefern gedrungen war, sah er mit Schrecken, dass er sich geirrt hatte. Dieses Geräusch kam nicht von Paige und Bethany, sondern von einem Rudel Weißwedelhirsche, dreißig oder vierzig an der Zahl, die zu zweit oder dritt nebeneinander durchs Dickicht strönten. In Panik versetzt, durch ein Geräusch, das sie nie zuvor gehört hatten. Menschliche Stimmen. Die Tiere kreuzten unmittelbar vor ihm seinen Weg in einer diagonalen Linie, hätten ihn um ein Haar über den Haufen gerannt. Jedes an die zweihundert Pfund schwer und in vollem Lauf dahin jagend schnitten sie ihm den Weg komplett ab, wie ein vorüberrasender Zug an einem Bahnübergang. »Scheiße!« brüllte er. Woraufhin ein Hirsch ganz in seiner Nähe erschrocken zur Seite wich und auch die nachfolgenden Tiere in einem größeren Bogen an ihm vorüberliefen. Aber nicht langsamer wurden oder sich zerstreuten. Sobald sie verschwunden waren, spurtete er wieder los und hörte abermals Paige, die nach ihm rief. Doch ihre Stimme klang noch immer hoffnungslos weit entfernt. Er sah auf die Uhr. Noch zehn Sekunden. Er blieb stehen. Starrte erneut auf den blauen Lichtpunkt hinab. Schon Stunden zuvor, noch vor der Abreise aus Arica, hatte er eine Entscheidung getroffen, für den Fall, dass es so kommen würde. Falls die Zeit fast abgelaufen wäre und damit keine Möglichkeit mehr bestand, Paige und Bethany zu retten. Falls nur noch er selbst die Chance hatte, durch die Iris in die Gegenwart zurückzukehren. Er hatte keine Sekunde lang darüber nachdenken müssen. Auch jetzt noch stand seine Entscheidung felsenfest. Travis öffnete die Hand und ließ den Zylinder auf den weichen Waldboden fallen, wo er ein Stückchen davonrollte und dann liegen blieb. Der blaue Lichtpunkt zeigte in seine Richtung. Travis setzte sich auf den Boden und verschränkte die Arme auf den Knien. Noch fünf Sekunden. Paige rannte so schnell sie nur konnte. Bethany neben ihr hielt mit ihr Schritt. Sie duckten sich unter Ästen hindurch, schoben Zweige beiseite, setzten im Sprung über umgestürzte Bäume hinweg. Die Frage, was der Grund der Eile sein mochte, kam Paige erst gar nicht in den Sinn. Ein wildes, rauschhaftes Gefühl der Freude erfüllte sie. Sie konnte sich nicht erinnern, je einen derart jähen und extremen Umschwung der Gefühle erlebt zu haben. Sie rannte. Warum, war ihr ganz egal. Null Sekunden. Vorläufig brannte das blaue Licht noch. Wenig verwunderlich, in Anbetracht seiner eher vorsichtigen Schätzungen. In den nächsten Sekunden würde es erlöschen. Travis hörte Schritte und das Knacken von Zweigen. Paige und Bethany waren noch immer weit entfernt. Sie würden noch mindestens eine Minute brauchen. Wieder hörte er Paige, die nach ihm rief. Er reagierte nicht, weil es ihm wie eine Lüge vorgekommen wäre, zu antworten. Sie würden ihn auch so schon früh genug finden. Dann würde er ihnen alles erklären. Als fünf Sekunden nach Ablauf der berechneten Frist verstrichen waren, kam ihm eine Idee. Es traf ihn wie ein Schlag. Nicht zu fassen, dass er daran noch nicht Stunden zuvor gedacht hatte, zusammen mit allen übrigen Vorbereitungen. Er warf sich nach vorn und riss den Zylinder an sich, zielte damit knapp über den Boden und drückte auf den Anknopf. Die Iris erschien und er sah das sonnenbeschienene Blattwerk von spärlichem Unterholz im Park der Gegenwart und vernahm auch wieder das Geräusch des Helikopters, inzwischen aber hunderte Meter entfernt. Gleichzeitig drückte er auf den Knopf, der das verzögerte Ausschalten bewirkte, und sah dabei zu, wie der Lichtstrahl an Helligkeit zunahm. Dann blickte er auf den letzten blauen Leuchtpunkt am Gehäuse des Zylinders, fixierte ihn banal beschwörend, denn von einer Annahme ging er sicher aus. Sollte der Zylinder seine Funktion einbüßen, ehe er sich von der Iris abtrennte, würde auch die Iris dabei verschwinden. Er starrte den Lichtstrahl an, der gerade hell leuchtend die projizierte Öffnung mit Energie speiste. Die Sekunden zogen sich schier unerträglich in die Länge. Dann erloschte Lichtstrahl, und auch der Leuchtpunkt auf dem Zylinder verschwand. Ob das gleichzeitig geschehen war oder im Abstand auch nur einer Hundertstel Sekunde, hätte Travis nicht zu sagen vermocht. Er blickte zur Seite. Die Iris war noch dort. Geöffnet. In Richtung Central Park der Gegenwart, der auf der anderen Seite wartete. Während er zu Iris schaute, hörte er ein Zischen und merkte, wie der Zylinder in seiner Hand vibrierte. Er sah hinab und bemerkte dünne, gekräuselte Rauchfäden, die rings um die drei Knöpfe herum aus dem Gehäuse drangen. Das Ding war tot. Travis sprang auf und schrie nach Paige und Bethany, so laut, dass ihm dabei der Hals schmerzte. Paige hatte Travis seit einer halben Minute nicht mehr rufen gehört. Jetzt hörte sie ihn wieder, und zwar dicht genug, um aus seinem Tonfall etwas herauszuhören, was ihr bislang entgangen war. Panik. Er drängte sie, sich zu beeilen, so schnell zu laufen, wie sie nur konnten. Paige hatte bereits das Gefühl, am Limit zu sein. Bei seinem Tonfall aber stellte sie fest, dass es auf einmal doch noch ein wenig schneller ging. Bethany ging es genauso. Travis hörte nicht auf, nach ihnen zu schreien, um ihnen die Richtung zu weisen. Er schaute gar nicht mehr auf die Uhr. Wozu auch? Sie würden es entweder schaffen oder eben nicht. Es war eine Qual, ihnen nicht entgegenlaufen und die Entfernung für sie dadurch abkürzen zu können. Er konnte nur dastehen und in einem Fort nach ihnen schreien, so laut, dass er sie nicht einmal näher kommen hörte. Paige sah ihn. Nur fünfzig Meter entfernt. Sie sah, wie er auf ihren Anblick reagierte, sah die Iris, die direkt neben ihm in der Luft schwebte, während er sie hektisch heranwinkte. Auch den Zylinder sah sie, der achtlos beiseite geworfen auf der Erde lag. nahm wahr, dass aus dem Gehäuse sich kräuselnde Schwaden aufstiegen, auch möglicherweise. Sie begriff sofort, ohne tatsächlich zu begreifen, und wusste im selben Moment, dass die Zeit drängte und sie besser noch einen Zahn zulegen sollte. Sie scheuchte Bethany vor sich. »Spring ihn durch!« schrie Paige. »Bleib nicht vorher stehen!« Sie sah, wie Bethany nickte. Sie legten die letzten paar Meter zurück und dann hechtete Bethany durch die Öffnung wie ein Kind, das durch einen Hula-Hoop-Reifen springt. Paige folgte ihr und gelangte über die Schwelle in eine Welt, die erfüllt war von grün gefiltertem Sonnenlicht, dem Rauschen von Verkehr und einem Heulen, das sich nach Turbinentriebwerken anhörte. Sie landete neben einem Strauch auf der Erde und hob den Blick. Sie befand sich am Rande eines Gehölzes, vor dem sich eine waldläufige, sonnenbeschienene Rasenfläche erstreckte, bei der es sich nur um die Sheep Meadow handeln konnte. Rings um die große Wiese waren hunderte Schaulustige versammelt und in der Mitte stand, ein unwirklicher Anblick, ein mächtiger Hubschrauber der US Air Force. Paige hatte es kaum registriert, als sie merkte, wie Travis unsanft neben ihren Beinen landete. Sie wandte sich zu ihm um, aber er schaute nicht in ihre Richtung, sondern nach oben, zu der Iris hinter ihnen. Als Paige seinem Blick folgte, kaum eine Sekunde nach seiner Landung, war dort allerdings nur noch dicht belaubtes Strauchwerk, vor einem wolkenlos blauen Himmel zu sehen. Von der Iris fehlte bereits jede Spur. Vier Tage später wurde Travis ein letztes Mal auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Er saß im hinteren Teil einer Boeing 757 der United Airlines, die sich gerade im Anflug auf dem Flughafen Kaului auf der Insel Maui befand, als sein Handy klingelte. Es war Ghana. Alle Liegenschaften von Longbow Aerospace waren einer gründlichen Durchsuchung unterzogen worden. Als Travis mit dem verlöschenden Zylinder im Central Park landete, waren die Razzien bereits in vollem Gang gewesen. Veranlasst worden waren sie durch jene Handvoll Beamter auf der mittleren Führungsebene des Justizministeriums, denen Ghana ganz und gar vertraute. Und schon nach wenigen Stunden war bergeweise Beweismaterial sichergestellt. Hardware und Software zur Steuerung der seltsamen und überraschenden Instrumente, die tatsächlich an Bord der Longbow-Satelliten um die Erde kreisten. Zu dem Zeitpunkt waren die Informationen bereits in zu viele unbestechliche Hände gelangt, um noch vertuscht oder unterdrückt werden zu können. Nicht einmal Präsident Curry konnte dem noch einen Riegel vorschieben. Die wirklichen Hintergründe der Geschichte würde man der Öffentlichkeit wohlweislich vorenthalten. Ganz wie Travis schon erwartet hatte. Die Version, die stattdessen in Umlauf gebracht wurde, kam aber der Wahrheit ziemlich nahe. Longbow hätte wissentlich ein waffentragendes System in die Umlaufbahn geschossen, das gegen eine ganze Anzahl von Verträgen und Bestimmungen des Völkerrechts verstieß. Der Konzern hätte ohne Genehmigung oder auch nur Wissen des Präsidenten gehandelt, obwohl eine ganze Reihe Amtsträger innerhalb der Regierung in die Sache verwickelt seien. Schon bald packten die ersten aus, belasteten sich gegenseitig. Namen wurden genannt, darunter auch der von Audra Finn. Sie war gleich bei den ersten Razzien in Gewahrsam genommen worden und in den Medien zu derjenigen Figur avanciert, die dem Skandal ein Gesicht verlieb. Verständlich. Das pikante Detail ihres vorgetäuschten Todes war einfach zu unwiderstehlich. Die Behörden hatten außerdem den dringenden Wunsch, auch Audras Ehemann näher zu befragen. Doch er schien spurlos verschwunden zu sein. Streng juristisch betrachtet, hatte Präsident Curry mit Longbow und den gegen den Konzern laufenden Ermittlungen nicht das Geringste zu tun. Hunderte einflussreicher Leute in Washington aber, die nicht zu Fins engerem Kreis gehört hatten, erfuhren dennoch in allen Einzelheiten, woran Curry beteiligt gewesen war. Diesen Männern und Frauen, die auf allen Ebenen des Justizministeriums und sogar bei der CIA beschäftigt waren, fiel es nicht schwer, die volle Tragweite dessen zu erfassen, was beinahe geschehen wäre. Ein jeder und eine jede von ihnen konnten, wenn sie spätabends noch mal nach ihren schlafenden Kindern sahen, Curry für einen Menschen halten, der ihren Nachwuchs nach dem Leben getrachtet hatte. Die Lage des Präsidenten war alles andere als rosig, was ihm auch durchaus bewusst war. Drei Tage nach Beginn der Ermittlungen erklärte Curry seinen Rücktritt. Am gestrigen Tag also. Vergleiche zur Watergate-Affäre waren zu dem Zeitpunkt längst verstummt. Die Staatskrise hier war weit ernster. Letzten Endes lief es darauf hinaus, dass die Regierung geschlossen ihren Rücktritt erklärte. Verfassungsrechtler wurden auf sämtlichen Nachrichtensendern rund um die Uhr dazu befragt, wie diese Krise am besten zu bewältigen war. Wer sollte jetzt die Amtsgeschäfte führen? Und wie sollte diese Person ausgewählt werden? Immerhin hatte der Kongress es geschafft, sich mit eindrucksvoller Mehrheit auf einen Kandidaten zu einigen, der diese Aufgabe vorübergehend übernehmen sollte. Richard Garner konnte aus dem Ruhestand ins Weiße Haus zurückkehren. Möglicherweise könnte er sogar die Amtszeit zu Ende führen, die er durch seinen Rücktritt vorzeitig beendet hatte. Und 2012 könnten dann ganz regulär Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Kaum jemand hatte ernsthafte Einwände gegen diese Lösung. Und zwei Stunden vor seinem Anruf bei Travis war Garner erneut als Präsident vereidigt worden. Nun musste nur noch das Problem der Satelliten selbst bereinigt werden. Sie hatten noch reichlich Treibstoff zur Lageregelung an Bord. Genug, um sie auf einen sogenannten Friedhofsorbit zu befördern. Eine Umlaufbahn für ausgediente Satelliten, wo sie kein Unheil mehr anrichten konnten. Doch dann hatten fast alle, die in der Sache ein Wörtchen mitzureden hatten, für eine andere, radikalere Lösung optiert. Nun würden die verflixten Dinger zurück in die Atmosphäre befördert, um dort restlos zu verglühen. Von Maui aus dürften sie das Spektakel ganz gut verfolgen können, sagte Garner. Der erste Wiedereintritt wird in ein paar Stunden zwischen Hawaii und den Marshall-Inseln erfolgen. Ungefähr die Hälfte der Dinger dürfte über diesem Gebiet verglühen, und in etwa 20 Stunden werden sie alle vernichtet sein. Ich habe schon ein Hotel dafür ausgeguckt, sagte Travis. Reservierung für Rob Pullman? Seine letzte. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, sagte Garner, sehen Sie zu, dass Sie in diesem Zimmer nicht allein übernachten. Er lachte ironisch. Aber wer bin ich, dass ich anderen Leuten Ratschläge zu erteilen hätte? Sie verabschiedeten sich und beendeten das Telefonat. Travis mietete sich am Flughafen von Kaului einen Wagen, fuhr nach Westen zum Highway 30 und wandte sich darauf nach Süden. Er folgte der Straße im Uhrzeigersinn, um die weit ausschwingende Westhälfte der Insel, während links von ihm der Pazifik im Abendsonnenschein erglänzte. Unterwegs kam er an gehobenen Wohngegenden und Ansammlungen von Hotels längs der Küste vorbei. Etwa auf halber Höhe der Westküste bog er von der Landstraße links ab. Und eine Viertelmeile später noch einmal. Er parkte vor dem Hyatt Regency Maui, stieg aus und folgte einem Fußpfad, der zum Strand hinunterführte. An der Stelle, wo der gepflasterte Weg endete und der Sandstrand anfing, blieb er stehen. Er hatte Page mit einem Blick entdeckt. Sie saß allein auf einem Badetuch und starrte aufs Meer hinaus. Seine Gegenwart hatte sie noch nicht bemerkt. Travis zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr ein zusammengefaltetes Blatt, das er seit nunmehr zwei Jahren mit sich herumtrug. Dann setzte er sich über den Sand in Bewegung. Sie hörten Dystopia von Patrick Lee aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer gelesen von Matthias Lün von Ulrike Thiesmeyer von Ulrike Thiesmeyer von Ulrike Thiesmeyer